Veronica Roth Die Bestimmung Ich gehe in meiner Zelle im Hauptquartier der Ken auf und ab. Ihre Worte heilen mir noch in den Ohren. Ich werde Edith Pryor heißen, und es gibt vieles, was ich frohen Herzens vergessen werde. Du hast sie wirklich nie gesehen? Nicht mal auf irgendwelchen Bildern? fragt Christina, die ein Kissen unter ihr verletztes Bein geschoben hat. Sie wurde bei unserer selbstmörderischen Mission, die Botschaft von Edith Pryors Video mit der ganzen Stadt zu teilen, von einer Kugel getroffen. Da wussten wir allerdings noch nicht, wie diese Botschaft lauten würde. Wir ahnten nicht, dass sie uns den Boden unter den Füßen wegziehen und alles, die Fraktionen, unsere Identitäten, ins Wanken bringen würde. Ist sie vielleicht deine Großmutter oder deine Tante oder so? Nein, das habe ich dir doch schon gesagt. Ich drehe mich um, als ich die Zellenwand erreiche. Pryor ist... war der Name meines Vaters. Deshalb kommt nur sein Familienzweig in Frage. Aber Edith ist ein Altruanname, und alle Verwandten meines Vaters müssen kennengewesen sein, also... Also ist sie älter, sagt Kara und lehnt ihren Kopf gegen die Wand. So sieht sie ihrem Bruder zum Verwechseln ähnlich. Meinem Freund Will, den ich erschossen habe. Doch dann richtet sich Kara wieder auf und sein Geist verschwindet. Wahrscheinlich stammt sie aus einer früheren Generation deiner Familie. Dann ist sie eine Vorfahrin. Vorfahrin. Das Wort fühlt sich alt und schwer an, wie zerbröckelnder Stein. Ich streife mit den Fingern über die Wand der Zelle, ehe ich mich wieder umdrehe. Die Fliesen sind kalt und weiß. Sie ist meine Vorfahrin. Und das ist das Erbe, das sie mir hinterlassen hat. Freiheit vom Fraktionszwang und das Bewusstsein, dass meine Unbestimmtheit mehr bedeutet, als ich je ahnte. Mein Dasein ist ein Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, diese Stadt zu verlassen und denen jenseits des Zauns zu helfen. Ich will wissen, sagt Kara und fährt mit der Hand über ihr Gesicht. Ich muss einfach wissen, wie lange wir schon hier sind. Könntest du mal eine Minute aufhören, pausenlos hin und her zu laufen? Ich bleibe in der Mitte der Zelle stehen und blicke sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. Tut mir leid, murmelt sie. Schon okay, sagt Christina. Wir sind schon viel zu lange hier drin. Es müssen Tage vergangen sein, seit Evelyn, mit nur wenigen knappen Kommandos, die Kontrolle über das Chaos in der Eingangshalle des Hauptquartiers der Ken übernommen hat und alle Gefangenen in die Zellen im dritten Stock sperren ließ. In der Zwischenzeit ist eine Fraktionslose vorbeigekommen, um nach unseren Verletzungen zu sehen und Schmerzmittel zu verteilen. Und wir bekamen ein paar Mal Essen und durften duschen. Aber niemand hat auch nur ein Wort darüber verloren, was draußen passiert. Egal, wie sehr ich sie mit Fragen bestürmt habe. Eigentlich hätte ich schon viel früher mit Tobias gerechnet, sage ich, und lasse mich auf den Rand meiner Pritsche fallen. Wo bleibt er denn? Vielleicht ist er immer noch sauer, weil du ihn angelogen und hinter seinem Rücken mit seinem Vater gemeinsame Sache gemacht hast, sagt Cara. Ich blicke sie finster an. Thor ist nicht so engstirnig, erwidert Christina. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das sagt, um Cara zu widersprechen oder um mich zu beruhigen. Wahrscheinlich hat ihn irgendwas daran gehindert. Er hat gesagt, dass du ihm vertrauen sollst. Inmitten des allgemeinen Durcheinanders, dem panisch schreienden Menschen, hatte ich meine Finger in den Saum seines T-Shirts gekrallt, um ihn nicht zu verlieren, während die Fraktionslosen uns zur Treppe drängten. Er packte meine Handgelenke und schob mich von sich weg. Vertrau mir. Geh mit ihnen, sagte er zum Abschied. Ich gebe mir Mühe, antwortete ich. Es ist die Wahrheit. Ich versuche wirklich, ihm zu vertrauen. Trotzdem. Andere Erinnerung. Beatrice Pryor auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung. Das Trommel meiner Fäuste an der Zellentür. Ihre Beine, die über Peters Armen baumeln, als er mir sagt, dass sie nur betäubt ist. Ich hasse diesen Ort. Das Gebäude ist nicht mehr so makellos wie damals, als es noch das Hauptquartier der Ken war. Jetzt ist es vom Krieg gezeichnet. Die Wände sind voller Einschusslöcher. Der Boden ist mit den knirschenden Scherben geplatzter Glühbirnen übersät. Ich laufe über schlampverkrustete Fußabdrücke und durch das flackernde Licht der Gänge zu ihrer Zelle. Mir wird ohne weiteres Zutritt gewährt, weil ich das Zeichen der Fraktionslosen, ein leerer Kreis, auf der schwarzen Arm binde und Evelyns Züge in meinem Gesicht trage. Der Name Tobias Eaton war immer mit Schande behaftet. Jetzt bedeutet er Macht. In der Zelle kauert Triss am Boden, Schulter an Schulter mit Christina. Dem beiden gegenüber sitzt Cara. Die Triss, die ich kenne, müsste blass und schmal wirken, denn genau so sieht sie aus. Aber stattdessen erfüllt sie den ganzen Raum. Ihre großen Augen bohren sich in meine. Und im nächsten Moment ist sie auch schon auf den Beinen, schlingt ihre Arme um meine Taille und vergräbt ihr Gesicht an meiner Brust. Mit einer Hand packe ich sie an der Schulter, während ich mit der anderen durch ihr Haar fahre. Ich bin immer wieder überrascht, dass es nur bis zum Nacken reicht und nicht länger ist. Ich habe mich gefreut, als sie es abgeschnitten hat. Ihre neue Frisur war nicht mehr die eines Mädchens, sondern die einer Kriegerin. Und ich wusste, dass sie genau das brauchen würde. Wie bist du hier reingekommen? fragt sie mit ihrer tiefen, klaren Stimme. Ich bin Tobias Eaton, sage ich, und sie lacht. Richtig, warum vergesse ich das immer? Sie löst sich gerade genug von mir, um mich ansehen zu können. Ihr Blick ist fahrig und lässt mich an Laubblätter denken, die der Wind jeden Moment in alle Himmelsrichtungen zerstreuen kann. Was passiert da draußen? Warum hast du so lange gebraucht? Sie klingt verzweifelt, in ihrer Stimme liegt ein flehender Ton. Für mich ist dieser Ort mit vielen schrecklichen Erinnerungen verbunden. Doch sie hat hier noch Schlimmeres erlebt. Der Weg zu ihrer Hinrichtung, der Verrat ihres Bruders, das Angstserum. Ich muss sie hier rausholen. Kara blickt neugierig auf und ich fühle mich irgendwie unwohl in meiner Haut. So als wäre sie bei einer ungeschickten Bewegung verrutscht und würde nun nicht mehr richtig sitzen. Ich hasse es, vor anderen Leuten zu sprechen. Evelyn hat die Stadt abgeriegelt, sage ich. Ohne ihre Genehmigung läuft nichts mehr. Keiner wagt es, irgendwas zu unternehmen. Vor ein paar Tagen hat sie eine Rede gehalten, in der sie die Leute dazu aufrief, sich gegen die Unterdrücker jenseits des Zauns zu verbünden. Unterdrücker? fragt Christina. Sie zieht eine Ampulle aus ihrer Tasche und leert sie in einem Zug. Wahrscheinlich Schmerzmittel für die Schusswunde in ihrem Bein. Ich vergrabe meine Hände in den Hosentaschen. Evelyn und noch eine ganze Menge anderer Leute denken, dass wir die Stadt nicht verlassen sollten, um ein paar Menschen zu helfen, die uns hier eingesperrt haben, damit sie uns irgendwann, für was auch immer, ausnutzen können. Ihrer Meinung nach sollten wir versuchen, die Stadt wieder aufzubauen und uns auf unsere eigenen Probleme konzentrieren, statt ihr den Rücken zu kehren, um die Probleme anderer Leute zu lösen. Natürlich sind das jetzt meine Worte, aber es trifft den Kern, sage ich. Ich nehme an, dass diese Stimmung Evelyn nur recht ist, denn solange wir hier eingeschlossen sind, hat sie das Sagen. Sobald wir die Grenzen dieser Stadt verlassen, verliert sie die Kontrolle. Na toll, Triss verdreht die Augen. Sie wählt natürlich die egoistische Option. Aber sie hat nicht so ganz Unrecht. Christina schließt ihre Finger um die Ampulle. Nicht, dass ich die Stadt nicht auch verlassen und die Welt draußen mit eigenen Augen sehen will, aber wir haben auch so schon genug eigene Probleme. Und überhaupt, wie sollen wir einem Haufen völlig fremder Menschen eigentlich helfen? Triss blickt nachdenklich ins Leere und kaut auf ihrer Wange. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, gibt sie schließlich zu. Auf meiner Uhr sehe ich, dass es drei ist. Ich bin schon viel zu lange hier. Lange genug, um Evelyns Misstrauen zu wecken. Ich habe ihr gesagt, dass ich nur in den Gefangenentrakt will, um mit Triss Schluss zu machen, und dass es nicht lange dauern würde. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir das abgenommen hat. Hört mal, eigentlich bin ich gekommen, um euch zu warnen, sage ich laut. Bald wird den Gefangenen der Prozess gemacht. Sie werden euch Wahrheitsserum verabreichen, und wenn alles so läuft, wie sie sich das vorstellen, wird man euch als Verräter verurteilen. Ich nehme an, darauf können wir alle verzichten. Als Verräter? Triss blickt finster. Seit wann ist man ein Verräter, nur weil man der ganzen Stadt die Wahrheit zugänglich macht? Es war ein Akt des Ungehorsams gegenüber euren Anführern, sage ich. Evelyn und ihre Anhänger wollen die Stadt nicht verlassen. Sie werden euch also nicht gerade dankbar sein, dass ihr dieses Video an die Öffentlichkeit gebracht habt. Dann sind sie genau wie Janine! Triss fuchtet mit den Händen herum, als wolle sie auf etwas einschlagen. Doch in der Zelle ist nichts. Sie sind zu allem bereit, solange sie damit die Wahrheit unterdrücken können. Und wofür? Damit sie sich als Könige ihrer eigenen kleinen Welt aufspielen können? Das ist einfach lächerlich! Ich sage es nicht laut, aber in diesem Fall teile ich die Meinung meiner Mutter. Ich bin den Menschen jenseits des Zauns nichts schuldig, ob ich nun ein Unbestimmter bin oder nicht. Und ich frage mich, ob ich mich wirklich für irgendwelche Fremden opfern will, um die Probleme der Menschheit zu lösen, was auch immer das heißen mag. Andererseits drängt alles in mir danach, diese Stadt zu verlassen, und ich fühle mich wie ein Tier, das sich mit aller Macht aus einer Falle zu befreien versucht. Wild und nicht zu bändigen, auf alles gefasst und bereit, mich notfalls durchzubeißen. Wie dem auch sei, sage ich vorsichtig. Falls das Wahrheitsserum bei dir wirken sollte, werden sie dich verurteilen. Falls das Wahrheitsserum wirken sollte, wiederholt Kara und verengt die Augen zu Schlitzen. Unbestimmt, sagt Triss und deutet auf ihren Kopf. Schon vergessen? Das ist faszinierend. Kara steckt in der Haarsträhne zurück, in den Knoten in ihrem Nacken. Aber auch untypisch. Meiner Erfahrung nach können die meisten Unbestimmten sich der Wirkung des Wahrheitsserums nicht entziehen. Ich frage mich, warum gerade du es kannst. Du und alle anderen kennen, die mir je eine Injektionsnadel in die Haut gerammt haben, schießt Triss zurück. Könnten wir vielleicht beim Thema bleiben? Mir wäre es lieber, wenn ich euch nicht gewaltsam aus dem Gefängnis befreien müsste, mische ich mich ein. Plötzlich sehne ich mich nach Trost und strecke den Arm nach Triss aus. Sie hebt ihre Hand und unsere Finger verschränken sich. Wir beide gehören nicht zu der Sorte Mensch, die sich achtlos berührt. Zwischen uns ist jede Berührung bedeutungsvoll. Eine Quelle der Energie und Erleichterung. Okay, okay, sagt sie, und ihre Stimme klingt jetzt viel sanfter. Was schlägst du vor? Ich werde Evelyn überreden, deine Aussage als erstes anzuhören, noch vor den beiden anderen, sage ich. Dann musst du dir nur noch eine Lüge einfallen lassen, die Christina und Kara entlastet, und sie dann unter dem angeblichen Einfluss des Wahrheitsserums verkünden. Welche Lüge könnte uns alle entlasten? Ich dachte, das überlasse ich dir, sage ich. Du bist die bessere Lügnerin. Noch während ich das sage, spüre ich, dass ich damit einen wunden Punkt zwischen uns treffe. Triss hat mich so oft angelogen. Sie hat mir versprochen, nicht zum Quartier der Ken und damit in ihren sicheren Tod zu gehen, als Janine einen Unbestimmten als Opfer forderte. Und ist dann doch gegangen. Sie hat gesagt, sie würde beim Angriff auf die Ken zu Hause bleiben, hat dann aber im Hauptquartier der Ken an der Seite meines Vaters gekämpft. Ich kann verstehen, warum sie all diese Dinge getan hat. Aber das heißt nicht, dass dabei nichts zwischen uns kaputt gegangen ist. Ja, sie starrt auf ihre Schuhe. Okay, ich werde mir etwas ausdenken. Ich lege meine Hand auf ihren Arm. Ich werde mit Evelyn über deine Anhörung sprechen und versuche, sie zu beschleunigen. Danke. Ich spüre das vertraute Verlangen, mich von meinem Körper zu lösen und in Gedanken mit ihr zu sprechen. Genauso wie ich sie jedes Mal, wenn ich sie sehe, küssen will, denn auch nur die kleinste Distanz zwischen uns ist für mich einfach unerträglich. Unsere Finger, die gerade noch locker verschränkt waren, verhaken sich ineinander. Ich spüre ihre feuchte Haut klebrig auf meiner Handfläche, die von zu vielen Haltegriffen an zu vielen fahrenden Zügen aufgeraut ist. Jetzt wirkt sie tatsächlich blass und schmal. Aber ihre Augen erinnern mich an den unendlich weiten Himmel. Wenn ihr euch küssen wollt, tut mir den Gefallen und warnt mich rechtzeitig vor, dann schaue ich weg, sagt Christina. Tja, genau das haben wir vor, sagt Triss. Und genau das tun wir. Ich berühre ihre Wange, um den Kuss hinaus zu zögern und presse ihre Lippen auf meine, um jede einzelne Stelle auszukosten, an der wir uns berühren und wieder voneinander lösen. Ich trinke ihren Atem, der sich mit meinem vermischt, und ich spüre, wie ihre Nase über meine streift. Ich suche nach den richtigen Worten, aber sie sind zu intim, also schlucke ich sie hinunter. Im nächsten Moment beschließe ich, dass es darauf nicht ankommt. Ich wünschte, wir wären alleine, sage ich und gehe rückwärts aus der Zelle. Sie lächelt. Das wünsche ich mir beinahe immer. Während ich die Tür hinter mir zuziehe, werfe ich einen letzten Blick in die Zelle. Christina tut so, als müsste sie sich übergeben. Kara lacht, und Triss steht einfach da. Ihr seid alle Idioten. Ich habe die Hände in meinem Schoß geballt wie ein schlafendes Kleinkind. Das Wahrheitsserum lässt meine Glieder bleiern werden. Über meinen Augenbrauen sammeln sich die Schweißperlen. Ihr solltet mir danken, anstatt mich zu verhören. Wir sollten dir dafür danken, dass du dich über die Anweisungen deiner Fraktionsführer hinweggesetzt hast? Dass du versucht hast, eine deiner Anführerinnen daran zu hindern, Janine Matthews zu töten? Du hast dich wie eine Verräterin verhalten. Aus Evelyn Johnsons Mund klingt das Wort wie das Zischen einer Schlange. Wir sind im Konferenzraum des Hauptquartiers der Ken, wo die Verhandlungen stattfinden. Wir waren mindestens eine Woche lang eingesperrt. Mein Blick fällt auf Tobias, der halb im Schatten verborgen hinter seiner Mutter steht. Er weicht meinen Blick aus, seit ich auf diesem Stuhl sitze und sie den Kabelbinder, der um meine Handgelenke gewickelt war, zerschnitten haben. Doch jetzt treffen sich unsere Blicke, und mir ist klar, dass dies mein Stichwort ist. Seit ich weiß, dass ich es kann, fällt mir das Lügen leichter. Ich muss nur die Schwere aus meinem Kopf verdrängen, die das Wahrheitsserum hinterlässt. Ich bin keine Verräterin, sage ich. Ich dachte, dass Marcus im Auftrag der Ferox-Fraktionslosen handelt, und da ich nicht als Soldatin in den Kampf ziehen konnte, war ich froh, helfen zu können. Warum konntest du nicht kämpfen? Hinter Evelyns Haar glüht ein fluoreszierender Lichtkranz. Ich kann ihr Gesicht nicht erkennen, und ich darf meinen Blick nicht länger als eine Sekunde irgendwo ruhen lassen, da das Wahrheitsserum mich sonst zu überwältigen droht. Weil, ich beiße mir auf die Lippe und tue so, als versuchte ich, die nächsten Worte zurückzuhalten. Ich weiß nicht, seit wann ich so gut schauspielern kann, aber wahrscheinlich ist es nur eine andere Form der Lüge, und das Talent dafür hatte ich schon immer. Weil ich keine Waffe halten konnte, okay? Nicht, seitdem ich ihn erschossen habe. Mein Freund Will. Ich konnte keine Pistole halten, ohne in Panik zu geraten. Evelyns Augen verengen sich. Wahrscheinlich hat sie wirklich nicht das kleinste bisschen Sympathie für mich übrig. Also hat Marcus dir erzählt, dass er auf meine Anweisung hin handelt? fragt sie. Du wusstest um sein angespanntes Verhältnis zu den Ferox und den Fraktionslosen, und hast ihm das trotzdem abgenommen? Ja. Kein Wunder, dass du dich nicht für die Ken entschieden hast. Sie lacht. Meine Wangen kribbeln. Ich verspüre den Drang, ihr eine Ohrfeige zu verpassen, und ich bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige hier bin, obwohl die meisten das kaum zu denken wagen dürften. Unter den wachsamen Augen bewaffneter Patrouillen aus den Reihen der Fraktionslosen hält Evelyn uns alle in dieser Stadt gefangen. Sie weiß, dass diejenigen, die die Waffen in ihrer Gewalt haben, auch die Macht in den Händen halten. Und jetzt, wo Janine Matthews tot ist, gibt es niemanden, der ihr diese Macht streitig machen könnte. Von einer Tyrannin vernächsten. Das scheint die neueste Spielregel in unserer Welt zu sein. Warum hast du niemanden davon erzählt? fragt sie. Ich wollte nicht, dass jemand von meiner Schwäche erfährt, sage ich. Und ich wollte nicht, dass Vor herausfindet, dass ich mit seinem Vater gemeinsame Sache mache. Mir war klar, dass er dagegen gewesen wäre. Ich spüre, wie das Wahrheitsserum neue Worte in meine Kehle drängt. Ich habe die Wahrheit über unsere Stadt aufgedeckt und euch den Grund, warum wir hier leben, gezeigt. Wenn du mir dafür schon nicht dankbar bist, solltest du wenigstens etwas unternehmen, statt hier auf dem Trümmerhaufen, in dem du unsere Stadt verwandelt hast, zu sitzen und so zu tun, als wäre er dein Thron. Evidens spöttisches Lächeln verzerrt sich, als hätte sie einen bitteren Geschmack auf der Zunge. Sie beugt sich vor, ihr Gesicht schwebt vor meinem, und zum ersten Mal wird mir klar, wie alt sie eigentlich ist. Ich sehe die tiefen Falten um Augen und Mund, die ungesunde, fahle Hautfarbe, die vom jahrelangen Hunger kommen. Trotzdem sieht sie gut aus, genau wie ihr Sohn. Nicht einmal ein Leben am Rand des Verhungerns hat ihr das rauben können. Oh, ich unternehme tatsächlich etwas. Ich erschaffe eine neue Welt, sagt sie und senkt ihre Stimme. Ich schaffte mir, bis ich sie kaum noch höre. Ich war eine Altruan. Ich kannte die Wahrheit, und zwar lange vor dir, Beatrice Pryor. Ich weiß nicht, wie du es schaffst, erneut ungestraft davonzukommen, aber eines kann ich dir versprechen. In meiner neuen Welt wird es keinen Platz für dich geben. Erst recht keinen an der Seite meines Sohnes. Ich muss ein bisschen grinsen. Ich weiß, dass ich mich eigentlich beherrschen sollte, aber Gestik und Mimik sind schwieriger zu kontrollieren, und das Serum strömt immer noch durch meine Adern. Sie glaubt, dass Tobias ihr gehört. Sie begreift nicht, dass er niemandem außer sich selbst gehört. Evelyn richtet sich auf und verschränkt die Arme vor der Brust. Das Wahrheitsserum hat gezeigt, dass du zwar ein Dummkopf, aber keine Verräterin bist. Die Anhörung ist hiermit beendet. Du kannst gehen. Was ist mit meinen Freundinnen? Frage ich mit schwerfälliger Zunge. Christina, Cara, auch sie haben nichts Falsches getan. Wir werden uns bald mit ihnen befassen, sagt Evelyn. Ich stehe auf, obwohl ich mich schwach fühle und vom Serum benommen bin. Der Raum ist voller Menschen, die eng aneinander gedrängt stehen, und für ein paar lange Sekunden kann ich den Ausgang nicht sehen, bis jemand neben mich tritt und meinen Arm packt. Ein Junge mit warmer, brauner Haut und einem breiten Grinsen. Es ist Uriah. Er führt mich zur Tür, während um uns herum alle gleichzeitig zu reden beginnen. Uriah lutzt mich durch den Gang und zu den Fahrstühlen. Die Aufzugtür gleitet zur Seite, als er den Knopf drückt, und ich folge ihm immer noch leicht wackelig. Glaubst du, dass mit dem Trümmerhaufen und dem Thron war zu dick aufgetragen? frage ich, während sich die Tür hinter uns schließt. Nein, sie rechnet damit, dass du unbeherrscht bist. Hättest du dich zurückgehalten, hätte sie womöglich Verdacht geschöpft. In mir vibriert alles, in Erwartung dessen, was vor mir liegt. Ich bin frei. Wir werden einen Weg aus der Stadt herausfinden. Das Warten hat ein Ende. Ich brauche nicht mehr in meiner Zelle auf- und abzulaufen, brauche den Wachen keine Fragen mehr stellen, auf die ich ohnehin keine Antwort bekomme. Erst heute Morgen haben unsere Bewacher ein paar Dinge über das neue fraktionslose System durchblicken lassen. Die ehemaligen Fraktionsmitglieder sollen in die Nähe des Kennhauptquartiers ziehen und sich mischen. Pro Haus sind nicht mehr als vier Mitglieder derselben Fraktion erlaubt. Außerdem müssen wir gemischte Kleidung tragen. Diese spezielle Anordnung habe ich schon am eigenen Leib zu spüren bekommen, als man mir ein gelbes Ami-T-Shirt und schwarze Kandorhosen zuteilte. Okay, wir müssen da lang. Uriah buxiert mich aus dem Aufzug. In dieser Etage des Quartiers der Kenn bestehen selbst die Wände aus Glas. Das Sonnenlicht bricht sich in den Scheiben und wirft Regenbogenstreifen auf den Boden. Ich schirme meine Augen mit einer Hand ab und folge Uriah in einen langen, schmalen Raum. Zu beiden Seiten reihen sich Betten entlang den Wänden, und an jedem Schlafplatz steht ein Glasschrank für Kleidung und Bücher neben einem kleinen Tischchen. Das hier war der Schlafseil der Ken-Initianten, erklärt Uriah. Ich habe schon Betten für Christina und Kara reserviert. Auf einem Bett nahe der Tür sitzen drei Mädchen in roten Shirts. Ich tippe auf Ami-T, und auf der linken Seite des Raumes liegt eine ältere Frau auf einer Matratze. Sie trägt eine Brille, also ist sie wahrscheinlich eine Ken. Ich weiß, dass ich aufhören sollte, andere Menschen auf den ersten Blick ihren Fraktionen zuzuordnen, aber alte Angewohnheiten können hartnäckig sein. Uriah lässt sich auf eines der Betten in der hinteren Ecke fallen. Ich setze mich auf das Bett daneben. Es ist ein gutes Gefühl, endlich frei zu sein und sich ausruhen zu dürfen. Sieg sagt, dass es bei den Fraktionslosen manchmal etwas dauert, bis ein Freispruch durch ist, also werden die beiden wohl etwas später nachkommen, sagt Uriah. Für einen Moment durchströmt mich ein Gefühl der Erleichterung, weil alle, die mir etwas bedeuten, noch heute freikommen werden. Doch dann wird mir klar, dass Caleb nicht frei sein wird. Und es ist kein Geheimnis, dass er Janine Matthews rechte Hand war, und jemanden wie ihn werden die Fraktionslosen nicht davon kommen lassen. Ich bin mir nicht sicher, wie weit sie gehen, um alle Spuren, die Janine Matthews in dieser Stadt hinterlassen hat, auszulöschen. Es kann mir egal sein, denke ich. Doch noch während der Gedanke durch meinen Kopf schießt, wird mir klar, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Er ist immer noch mein Bruder. Gut, sage ich. Danke, Uriah. Er nickt und lehnt den Kopf gegen die Wand. Wie geht es dir? Frage ich. Ich meine, Lynn... Seit ich ihn kenne, ist Uriah mit Lynn und Marlene befreundet gewesen. Und nun sind beide tot. Ich denke, ich kann nachvollziehen, wie er sich fühlt. Immerhin habe ich auch zwei meiner Freunde verloren. Al ist dem gnadenlosen Training der Initianten zum Opfer gefallen, und Will, der Angriffssimulation und meinem eigenen, unüberlegten Handeln. Aber ich will nicht so tun, als wäre unser Schmerz vergleichbar. Uriah kannte seine Freunde besser, als ich meine. Ich will nicht darüber reden. Er schüttet den Kopf. Oder darüber nachdenken. Ich will einfach nach vorne schauen und weitermachen. Okay, das verstehe ich, aber... Sag mir, wenn du jemanden brauchst. Ja. Er lächelt und steht auf. Du bist soweit okay, oder? Ich habe meiner Mom versprochen, sie heute Abend zu besuchen, also muss ich langsam los. Oh, fast hätte ich es vergessen. Vor hat gesagt, dass er dich später treffen will. Ich setze mich auf. Wirklich? Wann? Wo? Kurz nach zehn im Millennium Park, auf dem Rasen. Er schmunzelt. Freu dich nicht so sehr, dein Kopf explodiert sonst noch. Meine Mutter sitzt immer auf der Kante von Stühlen, Simsen, Tischen, so als rechnete sie jede Sekunde damit, aufspringen und fliehen zu müssen. Diesmal ist es Janines alter Schreibtisch, auf dessen Kante sie sitzt, während sie mit den Zehen auf dem Boden balanciert. Hinter ihr schimmern die Lichter der Stadt und tauchen sie in nebelhaftes Licht. Ich denke, wir müssen uns über deine Loyalität unterhalten, sagt Evelyn. Ihr Tonfall ist nicht vorwurfsvoll, sie klingt einfach nur müde. Für einen Augenblick wirkt sie so dünnhäutig, dass ich das Gefühl habe, glatt durch sie hindurchsehen zu können. Doch dann richtet sie sich auf und das seltsame Gefühl ist verschwunden. Immerhin hast du Triss geholfen, an dieses Video heranzukommen, sagt sie. Niemand ahnt es, aber ich weiß es. Hör zu, ich beuge mich vor und stütze mich mit den Ellbogen auf den Knien ab. Ich wusste nicht, was das für eine Datei war. Ich habe Triss Urteil mehr getraut als meinem eigenen. Das ist alles. Ich habe darauf spekuliert, dass meine Mutter mir wieder vertrauen würde, sobald ich ihr sage, dass ich mit Triss Schluss gemacht habe. Und ich habe mich nicht getäuscht. Seit dieser Lüge ist sie mir gegenüber wärmer und offener. Und jetzt, wo du das Bildmaterial gesehen hast, sagt Evelyn. Was denkst du jetzt? Bist du der Meinung, dass wir die Stadt verlassen sollten? Ich weiß, was sie von mir hören will. Dass ich keinen Grund dafür sehe, die Grenze zu überschreiten. Aber ich bin kein guter Lügner. Also entscheide ich mich stattdessen für einen Teil der Wahrheit. Ich habe Angst davor, sage ich. Ich weiß nicht, ob es angesichts all der Gefahren, die uns dort draußen vielleicht erwarten, eine kluge Entscheidung ist. Sie mustert mich nachdenklich und kaut auf ihrer Wange. Diese Angewohnheit habe ich von ihr. Früher habe ich mir meine Wangen innen blutig gebissen, während ich darauf gewartet habe, dass mein Vater nach Hause kam. Immer in Sorge, welche Version ich wohl antreffen würde. Den Mann, zu dem die Altruern vertrauensvoll aufblicken? Oder denjenigen, der seinen Sohn verprügelt? Ich fahre mit der Zunge über die Bissnarben und schlucke die Erinnerung hinunter wie bittere Galle. Sie lässt sich vom Tisch gleiten und tritt ans Fenster. Mir wurden beunruhigende Nachrichten über rebellische Organisationen zugetragen. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Die Leute schließen sich immer zu Gruppen zusammen. Das ist ein grundlegendes Verhaltensmuster des menschlichen Daseins. Ich hätte nur nicht so bald schon damit gerechnet. Welche Art von Organisation? Eine, die die Stadt verlassen will, sagt sie. Sie haben heute Morgen eine Art Manifest veröffentlicht. Sie nennen sich selbst die Getreuen. Als sie meinen verwirrten Blick bemerkt, fügt sie hinzu, weil sie getreu der ursprünglichen Bestimmung unserer Stadt handeln wollen. Die ursprüngliche Bestimmung. Ist damit die Botschaft aus dem Video von Edith Pryor gemeint? Dass wir Leute nach draußen schicken sollen, sobald die Bevölkerung einen hohen Prozentsatz an Unbestimmten aufweist? Ja, zum Teil. Aber die Forderung bezieht sich auch auf das Fraktionssystem. Die Getreuen sind der Meinung, dass wir für das Leben in Fraktionen bestimmt sind, weil es unsere Gesellschaft von Anfang an geprägt hat. Sie schüttet den Kopf. Manche Menschen werden sich immer vor Veränderung fürchten. Solchen Leuten gegenüber dürfen wir keine Nachsicht zeigen. Jetzt, wo das strenge Fraktionssystem aufgebrochen ist, fühle ich mich, als wäre ich aus langer Gefangenschaft befreit worden. Ich will nicht ständig aufs Neue überlegen müssen, ob jeder meiner Gedanken und jede meiner Entscheidungen in die abgesteckten Grenzen einer engen Ideologie passt. Ich vermisse die Fraktionen nicht. Aber Evelyn hat uns nicht die Freiheit zurückgegeben. Nicht so, wie sie glaubt. Sie hat uns nur alle zu Fraktionslosen gemacht. Sie fürchtet sich vor den Entscheidungen, die wir treffen würden, wenn sie uns tatsächlich die Wahl ließe. Deshalb bin ich, unabhängig davon, wie ich selbst zu den Fraktionen stehe, froh, dass es irgendwo da draußen jemanden gibt, der sich gegen sie auflehnt. Ich versuche, unbeteiligt zu wirken, aber mein Herz pocht schneller. Ich muss aufpassen, damit ich bei Evelyn nicht in Ungnade falle. Bei anderen Leuten fällt mir das Lügen leichter, aber sie, die einzige Person, die alle Geheimnisse unseres Altruan-Zuhauses kennt und von der Gewalt hinter seinen Mauern weiß, sie kann ich nicht so ohne weiteres anlügen. Was hast du mit diesen Leuten vor? frage ich. Ich werde sie unter meine Kontrolle bringen, was sonst? Das Wort Kontrolle lässt mich zusammenzucken, und ich sitze steif auf meinem Stuhl. In dieser Stadt bedeutet Kontrolle Injektionsnadeln und Seeren und offene Augen, die dennoch nichts sehen. Es bedeutet Simulationen wie jene, die mich fast dazu gebracht hätte, Triss zu töten, oder jene, die die Ferox in eine willenlose Armee verwandelte. Mithilfe von Simulationen? frage ich langsam. Sie blickt mich finster an. Natürlich nicht. Ich heiße nicht Janine Matthews. Ihr aufweilender Zorn bringt auch mich in Rage. Du vergisst, dass ich dich kaum kenne, Evelyn, erwidere ich scharf. Bei diesen Worten zuckt sie zusammen. Dann lass dir von mir gesagt sein, dass ich niemals auf Simulationen zurückgreifen würde, um meine Ziele durchzusetzen. Selbst der Tod wäre besser als das. Es wäre ihr zuzutrauen, dass sie zu eben diesen Mitteln greifen und die Leute umbringen lassen würde. Auf diese Weise könnte sie Aufständische zum Schweigen bringen und jede Revolution im Keim ersticken. Wer immer die Getreuen auch sind, sie müssen gewarnt werden. Und zwar bald. Ich kann herausfinden, wer sich hinter dieser Organisation verbirgt, sage ich. Daran habe ich keinen Zweifel. Warum glaubst du, erzähle ich dir das? Mir würden eine ganze Menge Gründe dafür einfallen. Vielleicht erzählt sie es mir, um mich auf die Probe zu stellen, um mich zu überführen, um mich mit falschen Informationen zu ködern. Wenn ich eines über meine Mutter weiß, dann, dass für sie der Zweck alle Mittel rechtfertigt. Mein Vater denkt ebenfalls so, und auch ich, manchmal. Dann mache ich es. Ich finde sie. Ich stehe auf, und ihre Finger schließen sich zerbrechlich wie dünne Zweige um meinen Arm. Danke. Ich zwinge mich, ihren Blick zu erwidern. Ihre Augen sitzen tief über der Nase, die wie meine eigene gebogen ist. Ihre Haut hat einen mittleren Teint, ist ein klein wenig dunkler als meine. Für einen Augenblick sehe ich sie vor mir, wie sie im Grau der Altruan am anderen Ende des Tisches sitzt, ihr dickes Haar von einem Dutzend Nadeln zu einem strengen Knoten zusammengehalten. Ich sehe sie, wie sie sich vor mir niederkniet und die falsch geknöpfte Jacke richtet, bevor ich mich auf den Schulweg mache. Wie sie am Fenster steht mit verschränkten, nein, geballten Fingern, die gebräunten Knöchel, weiß vor Anspannung. Damals hat uns die Angst vereint, und ich frage mich unwillkürlich, wie es wohl wäre, wenn wir jetzt frei von der alten Angst unsere Kräfte vereinen könnten. Ich spüre einen Stich und habe das Gefühl, sie zu verraten. Die Frau, die lange Zeit meine einzige Verbündete war. Rasch wende ich mich ab, bevor ich womöglich meine Entscheidung zurücknehme und mich entschuldige. Ich verlasse das Hauptquartier der Ken in einer Traube von Menschen. Mein Blick schweift über sie auf der Suche nach dem vertrauten Farben der Fraktionen, aber diese Zeiten sind vorbei. Ich selbst trage ein graues T-Shirt, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Doch darunter trage ich noch immer die Ferox-Tattoos auf meiner Haut. Meine Entscheidungen kann ich nicht ausradieren. Und manche sind nie mehr rückgängig zu machen. Ich stelle meinen Wecker auf 10 Uhr und schlafe augenblicklich ein, ohne mir die Mühe zu machen, nach einer bequemen Mulde zu suchen. Ein paar Stunden später weckt mich nicht das Piepsen des Weckers, sondern das entnervte Rufen von jemandem auf der anderen Seite des Raums. Ich stelle den Alarm ab, fahre mir mit den Fingern durchs Haar und stolpere im Laufschritt zu einer der Notfalltreppen. Der Ausgang im Erdgeschoss führt direkt auf die Straße, wo sich mir hoffentlich niemand mehr in den Weg stellen wird. Draußen belebt mich die kalte Luft. Ich ziehe mir die Ärmel über die Handgelenke, um meine Finger zu wärmen. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Vor dem Eingang des Ken-Hauptquartiers laufen zwar Leute herum, aber niemand bemerkt, wie ich mich über die Michigan Avenue davonstehle. Es hat Vorteile, klein und schmal zu sein. Tobias steht mitten auf dem Rasen. Er trägt bunt zusammengewürfelte Kleidung, ein graues T-Shirt, blaue Jeans und ein schwarzes Kapuzen-Sweatshirt. Die Farben der Fraktionen, für die ich laut Eignungstest in Frage gekommen wäre. Neben seinem Fuß steht ein Rucksack. Wie war ich? frage ich, sobald ich in Hörweite bin. Sehr gut, sagt er. Evelyn hasst dich zwar immer noch, aber Christina und Kara wurden ohne weitere Befragung freigelassen. Gut, sage ich lächelnd. Er greift nach meinem T-Shirt, zwirbelt den Stoff über meinem Bauchnabel zusammen und zieht mich zu sich heran, um mir einen sanften Kuss auf die Lippen zu drücken. Komm mit, sagt er, als er sich von mir löst. Wir haben heute Abend noch etwas vor. Tatsächlich? Ja. Naja, sagen wir mal so, mir ist aufgefallen, dass wir noch nie ein richtiges Date hatten. Chaos und Zerstörung haben es wohl so an sich, dass sie die perfektesten Date-Gelegenheiten durchkreuzen. Ich möchte es trotzdem ausprobieren. Er läuft rückwärts und ich folge ihm zu dem gigantischen Metallgerüst am anderen Ende der Rasenfläche. Bevor ich dich traf, war ich nur bei ein paar Gruppen-Dates und die endeten meist in einer Katastrophe. Der Ablauf war immer derselbe. Sieg zog genau das Mädchen an Land, auf das er es von Anfang an abgesehen hatte und ich saß betreten schweigend neben irgendeinem Mädchen, das ich schon zu Beginn des Abends auf irgendeine Weise vor den Kopf gestoßen hatte. Tja, du bist nicht gerade der nette Typ, erwidere ich grinsend. Das musst du gerade sagen. Hey, wenn ich mir Mühe gebe, kann ich richtig nett sein. Hm, er trommelt mit den Fingern gegen sein Kinn. Dann sag etwas Nettes zu mir. Du siehst sehr gut aus. Er lächelt und seine Zähne blitzen in der Dunkelheit. Gar nicht zu übel, diese Masche mit dem freundlich sein. Inzwischen haben wir das Ende der Rasenfläche erreicht. Das Metallgestänge wirkt aus der Nähe größer und befremdlicher als aus der Ferne. Eigentlich bildet das Gerüst eine große Bühne, von der Breite in sich selbst gedrehte Metallplatten in alle Richtungen abzweigen. Ein bisschen erinnert es an eine gigantische, explodierte Aluminiumdose. Wir laufen rechts um eine der Platten herum zum hinteren Teil der Bühne, wo sie in einem schrägen Winkel nach oben ansteigt. Hier stützen große Metallstreben die Konstruktion ab. Tobias zurrt den Rucksack auf seinen Schultern fest, hält sich an einer Strebe fest und beginnt zu klettern. Das kommt mir bekannt vor, sage ich. Eine unserer ersten gemeinsamen Erinnerungen ist unsere Kletterpartie auf das Riesenrad, nur dass damals nicht er, sondern ich uns immer weiter in die Höhe getrieben habe. Ich streife meine Ärmel zurück und folge ihm. Zwar spüre ich die Verletzung in meiner Schulter noch, aber die Schusswunde ist inzwischen verheilt. Ich versuche möglichst nur den linken Arm mit meinem ganzen Gewicht zu belasten und stütze mich, so oft es geht, mit den Füßen ab. Ich blicke auf das Gewirr von Verstrebungen unter mir und noch weiter bis auf den Boden und muss lachen. Tobias klettert bis zu einem Punkt, wo sich zwei Platten in einem V treffen, sodass sie gerade genug Platz für zwei Menschen bieten. Dann rutscht er über das Metall und zwängt sich in den Zwischenraum. Als ich nahe genug bin, packt er mich an der Taille, um mir hinüber zu helfen. Eigentlich brauche ich seine Hilfe nicht, aber ich lasse ihn gewähren. Ich genieße die Berührung seiner Hände zu sehr. Er zieht eine Decke aus dem Rucksack und breitet sie aus. Dann kamt er zwei Plastiktassen hervor. Möchtest du lieber einen klaren oder einen benebelten Kopf? fragt er und späht in den Rucksack. Hm, murmle ich und neige den Kopf zur Seite. Ich nehme den klaren Kopf. Ich meine, wir müssen reden, oder? Ja. Er zieht eine kleine Flasche mit einer klaren, sprudelnden Flüssigkeit hervor. Das habe ich aus der Kennküche mitgehen lassen. Es soll ziemlich gut sein, sagt er, während er den Verschluss öffnet. Er schenkt uns ein und ich nippe an meiner Tasse. Das Zeug ist süß wie Sirup, schmeckt nach Zitrone und ich schüttle mich ein bisschen. Nach dem zweiten Schluck geht es schon besser. Also, wir müssen reden. Okay. Tja, Tobias starrt düster in seiner Tasse. Okay, ich verstehe, warum du dich mit Markus verbündet und das hinter meinem Rücken getan hast, aber... Aber du bist wütend, unterbreche ich ihn, weil ich dich angelogen habe und das nicht nur einmal. Er nickt und weicht meinen Blick aus. Es ist nicht nur wegen der Sache mit Markus. Das Ganze reicht viel weiter zurück. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie es ist, alleine aufzuwachen und zu wissen, dass du fort bist in... In den sicheren Tod gegangen bist, will er sagen, bringt es aber nicht über die Lippen. Im Hauptquartier der Ken bist. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich nehme einen weiteren Schluck aus meiner Tasse und behalte die zuckrige Flüssigkeit noch einen Moment im Mund, bevor ich sie hinunterschlucke. Hör zu, ich... Ich habe schon immer darüber nachgedacht, mein Leben für etwas zu geben, das es wert ist. Aber ich habe nie verstanden, was es wirklich bedeutet, das eigene Leben zu opfern, bis ich tatsächlich dabei war, es zu verlieren. Ich sehe ihn an und endlich begegnet er meinem Blick. Jetzt weiß ich es, sage ich. Ich weiß, dass ich leben will. Ich weiß, dass ich aufrichtig zu dir sein will. Aber... Aber ich kann und werde das nicht schaffen. Nicht, solange du mir nicht vertraust und mich immer wieder so herablassend behandelst. Herablassend? Unterbricht er mich. Das war vollkommen lächerlich. Du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt. Ja, sage ich. Aber glaubst du wirklich, dass es mir geholfen hat, dass du mich wie ein Kind behandelt hast? Dass du gedacht hast, ich kapiere nicht, wie die Dinge laufen? Was hätte ich denn tun sollen, fragt er. Ich musste dich irgendwie zur Vernunft bringen. Vielleicht war Vernunft nicht das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Ich lehne mich vor. Das hat keinen Sinn mehr, so zu tun, als wäre ich locker und entspannt. Ich wurde von Schuldgefühlen zerfressen. Ich hätte ein paar geduldige, einfühlsame Worte von dir gebraucht. Stattdessen hast du mich immer nur angeblafft. Oh, und mir ständig all deine Pläne verschwiegen, als würdest du mir nichts zutrauen. Ich wollte dich nicht noch mehr belasten. Ja, was denn nun? Denkst du, dass ich stark bin oder nicht? Blitze ich ihn an. Offenbar glaubst du, dass ich deine ständigen Vorwürfe einfach so wegstecken kann, aber darüber hinaus traust du mir nichts zu. Was soll ich denn davon halten? Natürlich glaube ich, dass du stark bist, erschüttert den Kopf. Es ist nur... Ich bin nicht daran gewöhnt, mit anderen Leuten meine Pläne an zu vertrauen. Normalerweise kümmere ich mich selbst um meinen Kram. Auf mich kannst du dich verlassen, sage ich. Du kannst mir Dinge anvertrauen. Und du kannst mich selbst entscheiden lassen, womit ich klarkomme und womit nicht. Okay, sagt er und nickt. Aber keine Lügen mehr. Nie wieder. Okay. Ich fühle mich steif und irgendwie eingeengt. Aber ich will unser Gespräch nicht mit diesem Gefühl beenden. und nehme seine Hand. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Es tut mir wirklich leid. Gut, sagt er. Und ich wollte dir nie das Gefühl geben, dass ich dich nicht respektiere. Wir verschränken unsere Hände und für einen Moment sitzen wir einfach nur da. Ich lehne mich gegen die Metallplatte. Der Himmel über uns ist fern und schwarz. Der Mond ist wolkenverhangen. Dann ziehen die Wolken weiter und geben den Blick auf einen Stern frei. Es ist der einzige am dunklen Himmel. Als ich den Kopf in den Nacken lege, sehe ich die schemenhaften Umrisse der Gebäude entlang der Michigan Avenue, wie ein Spalier stummer Wächter. Ich bewege mich nicht, bis das steife Gefühl der Enge sich verflüchtigt hat und der Erleichterung weicht. Normalerweise komme ich nicht so einfach über meinen Ärger hinweg, aber in den letzten Wochen ist für uns beide einiges schiefgelaufen und ich bin froh, die Gefühle, die ich so lange mit mir herumgetragen habe, endlich abschütteln zu können. Den Zorn und die Angst, dass Tobias' Gefühle für mich in Hass umgeschlagen sein könnten und die Schuldgefühle, weil ich mich hinter seinem Rücken mit seinem Vater verbündet habe. Dieses Zeug ist irgendwie eklig, sagt Tobias. Er trinkt seine Tasse aus und stellt sie ab. Ja, das ist es wirklich, antworte ich und starre auf den letzten Schluck in meiner Tasse, bevor ich sie in einem Zug leere. Wieder schüttet es mich, als die sprudelnden Blasen in meiner Kehle brennen. Ich weiß nicht, worauf sich die Kensofé einbilden. Feroxkuchen schmeckt tausendmal besser. Ich frage mich, was die Spezialität der Altouren gewesen wäre, wenn sie je eine gehabt hätten. Altbackenes Brot? Er lacht. Ungesüßter Haferschleim? Milch? Manchmal denke ich, dass ich noch immer alles glaube, was uns bei den Altouren beigebracht wurde, sagt er. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall, denn sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen und deine Hand halten, ohne dich vorher geheiratet zu haben. Welche Regeln gibt es bei den Ferox für... so etwas? frage ich und nicke in Richtung unserer verschränkten Hände. Bei den Ferox? er grinst. Macht, worauf ihr Lust habt, aber schützt euch, lautet die Regel. Plötzlich brennt mein Gesicht. Was mich angeht, möchte ich den Mittelweg finden, sagt er. Irgendwas zwischen dem, was ich will, und dem, was ich für vernünftig halte. Das hört sich schon mal gut an, ich zögere. Aber was genau willst du? Hm. Er grinst und kniet sich vor mich. Dann stemmt er die Hände rechts und links von meinem Kopf gegen die Metallplatte und küsst mich langsam. Erst auf den Mund, dann meinen Hals, direkt über dem Schlüsselbein. Ich bewege mich nicht, um keinen Fehler zu machen oder ihn irgendwie zu vergraulen. Aber so fühle ich mich starr und kalt wie eine Statue, weit entfernt vom Hier und Jetzt, also berühre ich ihn vorsichtig an seiner Hüfte. Dann spüre ich seine Lippen wieder auf meinen, während er mir sein T-Shirt unter den Fingern wegzieht und ich plötzlich seine nackte Haut spüre. Langsam taue ich auf, packe fester zu. Meine Hände wandern über seinen Rücken und gleiten über seine Schultern. Unser Atem geht schneller und ich schmecke den Zitronensirup-Sprudel auf unseren Lippen und rieche den Wind auf seiner Haut. Ich habe nur noch einen einzigen Gedanken und will mehr. Immer mehr. Ich schiebe sein T-Shirt hoch. Gerade noch habe ich gefroren, aber das hier lässt keinen von uns kalt. Sein Arm schlingt sich um meine Taille. Kräftig und stark. Und seine Hand fährt durch mein Haar. Ich bremse mich und atme den Moment ein, spüre seine geschmeidige Haut, die unvergänglichen Zeichen aus schwarzer Tinte, seinen fordernden Kuss und die kühle Nachtluft um uns herum. Ich entspanne mich und fühle mich zum ersten Mal seit Langen nicht mehr wie eine Kriegerin der Unbestimmten im Kampf gegen unsere Anführer und ihre Injektionsnadeln. Ich fühle mich sanfter, leichter. Ich kann lachen, wenn seine Fingerspitzen meine Hüfte streifen und über meinen Rücken wandern. Ich kann in sein Ohr seufzen, wenn er mich an sich zieht und sein Gesicht in meinem Nacken vergräbt, um mir einen Kuss auf meinen Hals zu geben. Plötzlich fühle ich mich wie ich selbst. Stark und zerbrechlich. Wenigstens für diesen einen Moment habe ich das Gefühl, beides zugleich sein zu dürfen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht, bis uns wieder kalt wird und wir uns eng aneinander unter die Decke schmiegen. Es wird immer schwieriger, das zu tun, was ich für vernünftig halte, flüstert er in mein Ohr, und ich höre das Lachen in seiner Stimme. Ich lächle ihn an. Ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Irgendetwas braut sich zusammen. Ich spüre es, während ich mit meinem Tablett in der Warteschlange der Cafeteria stehe und ich sehe es daran, wie einige Fraktionslose die Köpfe zusammenstecken und dabei so tun, als würden sie sich nur über ihre Haferflocken beugen. Was auch immer sich da anbahnt, es wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Als ich gestern Evelyn's Büro verließ, blieb ich noch einen Augenblick lang auf dem Gang, in der Hoffnung, etwas aufschnappen zu können. Bevor sie die Tür schloss, hörte ich das Wort Demonstration. Seither frage ich mich, wieso sie mir nichts davon gesagt hat. Sie vertraut mir offensichtlich nicht. Und das bedeutet, dass ich meine Rolle als ihre rechte Hand doch nicht so gut spiele, wie ich dachte. Ich setze mich mit dem gleichen Frühstück hin wie alle anderen. Eine Schüsse Haferflocken mit braunem Zucker, dazu ein Becher Kaffee. Ich beobachte die Gruppe der Fraktionslosen, während ich einen Löffel nach dem anderen in den Mund schiebe, ohne irgendetwas zu schmecken. Eine von ihnen, ein Mädchen, das vielleicht 14 Jahre alt ist, sieht immer wieder zur Uhr. Ich habe mein Frühstück etwa zur Hälfte gegessen, als ich plötzlich Schreie höre. Wie ferngesteuert springt das nervöse Mädchen auf und eilt mit den anderen zur Tür. Ich folge ihnen, kämpfe mich mit Hilfe meiner Ellbogen bis in die Halle des Hauptquartiers der Ken, wo das völlig zerstörte Porträt von Janine Matthews immer noch auf dem Boden liegt. Eine Gruppe Fraktionsloser hat sich draußen versammelt, mitten auf der Michigan Avenue. Eine blasse Wolkenschicht verdeckt die Sonne und taucht alles in ein diffuses, fahles Licht. Ich höre jemanden rufen. Tod den Fraktionen! Andere greifen die Parole auf. Tod den Fraktionen! Tod den Fraktionen! Dröhnt es in meinen Ohren. Fäuste werden geballt. Es erinnert mich an die Ferox. Allerdings fehlt deren energiegeladene Freude. Die Gesichter um mich herum sind wutverzerrt. Ich dränge mich vor bis zur Mitte und dann sehe ich, um was sich die Leute scharen. Die mannsgroßen Schalen, die bei der Zeremonie der Bestimmung zum Einsatz kommen. Jemand hat sie umgekippt. Ihr Inhalt hat sich auf die Straße ergossen. Kohlen, Glas, Steine, Erde und Wasser vermischen sich miteinander. Ich weiß noch, wie ich mir die Handfläche aufgeschnitten habe, damit das Blut auf die Kohlenstücke tropft. Mein erster Akt der Auflehnung gegen meinen Vater. Ich erinnere mich an die Kraft, die ich verspürt habe, und an die große Erleichterung. Flucht. Diese Schalen waren ein Symbol meiner Flucht. Edward steht mitten in dem Durcheinander, zermalmt die Splitter unter seinen Absätzen zu Staub. Er holt mit einem Vorschlaghammer weit aus, lässt ihn auf eine der umgestürzten Schalen krachen und schlägt eine Beule in das Metall. Kohlenstaub wirbelt durch die Luft. Ich muss mich zurückhalten, um nicht dazwischen zu gehen. Er darf sie nicht zerstören. Nicht die Schalen. Nicht die Zeremonie der Bestimmung. Nicht das Symbol meines Triumphs. Das alles darf nicht zerstört werden. Die Menge wird immer größer. Jetzt sind es nicht nur fraktionslose mit schwarzen Armbinden und weißen Kreisen darauf. Sondern auch Mitglieder aller früheren Fraktionen, die keine Kennzeichen mehr tragen. Ein Ken, sein sorgfältig gescheitertes Haar verrät ihn, kämpft sich nach vorne. Gerade als Edward erneut mit dem Vorschlaghammer ausholt. Mit seinen zarten, tintenverschmierten Fingern umklammert er den Hammer direkt über Edwards Händen. In einiger Entfernung entdecke ich einen blonden Haarschopf. Triss. Sie trägt ein blaues, ärmelloses Shirt, das die Fraktionstattoos an ihren Schultern zeigt. Sie will zu Edward und dem Ken rennen, aber Christina hält sie zurück. Das Gesicht des Ken ist inzwischen dunkelrot. Edward ist größer als er und auch stärker. Der Mann hat keine Chance gegen ihn. Er ist ein Dummkopf, dass er es überhaupt versucht. Edward entreißt ihm den Hammer und holt erneut aus. Aber er ist aus dem Gleichgewicht geraten und schäumt vor Wut. Deshalb verfehlt sein Schlag das Ziel und trifft stattdessen den Ken an der Schulter. Die Wucht ist so groß, dass man die Knochen brechen hört. Für einen Moment vernehme ich nur den lauten Schmerzensschrei. Alle anderen scheinen förmlich die Luft anzuhalten. Dann explodiert die aufgepeitschte Menge. Alle rennen zu den Schalen, zu Edward, zu dem Ken. Es kommt zu üblen Zusammenstößen. Mich treffen Schultern und Ellbogen und Köpfe. Ich weiß nicht, wohin ich mich wenden soll. Zu dem Ken? Zu Edward? Zu Triss? Ich kann weder denken noch atmen. Die Leute reißen mich mit sich, tragen mich beinahe zu Edward und ich packe ihn am Arm. Lass los, rufe ich über den Lärm hinweg. Sein hellfunkelndes Auge fixiert mich. Er fletscht die Zähne und versucht, sich aus meinem Griff zu befreien. Ich ramme mein Knie in seine Seite. Er taumelt zurück und lässt den Vorschlaghammer los. Ich packe den Griff fester und laufe zu Triss, den Hammer an mich gepresst. Sie ist irgendwo weiter vorne, auf dem Weg zu dem Verletzten Ken. Ich sehe, wie der Ellbogen einer Frau sie an der Wange trifft. Triss taumelt zurück und Christina stößt die Frau zur Seite. Plötzlich löst sich ein Schuss. Einer und dann ein zweiter und ein dritter. Die Menge sprengt auseinander. Alle rennen voller Angst vor einer Schießerei davon. Ich versuche herauszufinden, ob jemand getötet worden ist, aber die Flut der sich an mir vorbeidringenden Leiber überrollt mich und ich kann nichts sehen. Inzwischen kauern Triss und Christina an der Seite des Verletzten. Seine Schulter ist zerschmettert, sein Gesicht blutig und seine Kleider sind voller Fußabdrücke. Die ordentlich gekämmte, typische Kennfrisur ist zerzaust. Er bewegt sich nicht. Ein paar Schritte von ihm entfernt liegt Edward in seinem eigenen Blut. Der Schuss hat ihn in den Bauch getroffen. Es liegen noch weitere Menschen am Boden, Menschen, die ich nicht kenne. Sie sind entweder niedergetrampelt oder erschossen worden. Ich nehme an, die Schüsse galten Edward, ihm allein und niemandem sonst. Die anderen Opfer gerieten nur zufällig ins Schussfeld. Ich lasse den Blick schweifen, aber von dem Schützen ist keine Spur mehr zu sehen. Wer auch immer es war, er ist in der Menge untergetaucht. Ich lasse den Vorschlaghammer neben die verbeulte Schale fallen und kniee mich neben Edward. Altruhensteine bohren sich in meine Knie. Sein gesundes Auge bewegt sich unter seinem Augenlid. Er ist noch am Leben. Wir müssen ihn ins Krankenhaus schaffen, sage ich zu niemand Bestimmten, denn fast alle haben inzwischen das Weite gesucht. Ich blicke über die Schulter zu Triss und dem verletzten Ken, der sich nicht mehr bewegt. Ist er... Triss hat die Finger an seine Kehle gelegt und fühlt seinen Puls. Mit großen Augen sieht sie mich an. Ihr Blick ist leer. Sie schüttelt den Kopf. Nein, er lebt nicht mehr. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich schließe die Augen, aber das Bild der Fraktionsschalen hat sich in meine Lider gebrannt. Umgestürzt, der Inhalt auf der Straße verteilt. Die Symbole unseres alten Lebens zerstört. Ein Mann tot, ein anderer verletzt. Und wofür das alles? Für nichts. Für Evelynns sinnlose, engstinnige Zukunftsvision einer Stadt, in der die Menschen gegen ihren Willen ihrer Zugehörigkeit zu den Fraktionen beraubt werden. Sie will, dass wir mehr als nur fünf Wahlmöglichkeiten haben. Jetzt haben wir gar keine mehr. Eines weiß ich genau. Ich kann nicht ihr Verbündeter sein. Für nichts auf der Welt. Wir müssen gehen, sagt Triss, und meint damit nicht, die Michigan Avenue zu verlassen oder Edward ins Krankenhaus zu bringen. Sie spricht von der Stadt. Wir müssen gehen, stimme ich ihr zu. Das provisorische Krankenhaus im Hauptquartier der Ken riecht nach Chemikalien. Das Zeug brennt in meiner Nase. Ich knall für die Augen zusammen, während ich auf Evelyn warte. Ich bin so wütend, dass ich mich gar nicht erst setzen möchte. Ich will einfach nur meine Sachen packen und abhauen. Sie hat die Demonstration geplant. Sonst hätte sie tags zuvor nicht darüber reden können. Und sie muss auch vorausgesehen haben, dass sie bei den derzeitigen Spannungen außer Kontrolle gerät. Aber sie hat es in Kauf genommen. Ein großer symbolischer Akt gegen die Fraktionen war ihr wichtiger, als die Sicherheit der Menschen oder die Gefahr für Leib und Leben. Ich frage mich, wieso mich das erstaunt. Die Aufzugtür öffnet sich und dann höre ich Evelyns Stimme. Tobias! Sie rennt auf mich zu und nimmt meine Hände, die klebrig sind vom Blut. Ihre dunklen Augen sind angsterfüllt, als sie fragt, Bist du verletzt? Sie sorgt sich um mich. Der Gedanke versetzt mir einen kleinen Stich mitten ins Herz. Sie muss mich lieben, sonst würde sie sich keine Sorgen um mich machen. Sie ist immer noch fähig zu lieben. Das ist Edwards Blut. Ich habe geholfen, ihn hierher zu bringen. Wie geht es ihm? fragt sie. Ich schütte den Kopf. Er ist tot. Was soll ich sonst doch sagen? Entsetzt lässt sie meine Hände los und sinkt auf einen Wartezimmerstuhl. Als Edward bei den Ferox ausgestiegen ist, hat meine Mutter ihn mit offenen Armen empfangen. Sie hat ihm vermutlich auch beigebracht, wieder ein Kämpfer zu sein, nachdem er nicht nur das Auge verloren hatte, sondern auch seine Fraktion und jeglichen Halt. Dass sie sich nahe standen, wusste ich allerdings nicht. Aber es ist ganz eindeutig. Ich sehe es an dem feuchten Glanz ihrer Augen und ihren zitternden Fingern. Seit meiner Kindheit habe ich nicht mehr gesehen, wie sie Gefühle zeigt. Nicht mehr, seit Vater sie in unserem Wohnzimmer gegen die Wand geschleudert hat. Ich verdränge die Erinnerung, stopfe sie in eine Schublade, die viel zu klein dafür ist. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich es ernst meine oder ob ich es nur so dahin sage, damit sie denkt, ich sei immer noch auf ihrer Seite. Warum hast du die Demonstration nicht erwähnt, frage ich beiläufig. Sie schüttet den Kopf. Ich wusste ja selbst nichts davon. Sie lügt. Ich weiß es. Aber ich belasse es dabei. Ich muss jeglichen Konflikt vermeiden, damit sie nicht misstrauisch wird. Vielleicht will ich aber auch nur nicht weiter stochern, jetzt wo Edwards Tod bleischwer über uns schwebt. Manchmal weiß ich selbst nicht so genau, wo meine Strategie endet und die Sympathie für sie beginnt. Oh, ich kratze mich am Ohr. Du kannst übrigens hineingehen und ihn sehen, wenn du willst. Nein, sie wirkt abwesend. Ich weiß, wie Tote aussehen. Ihre Gedanken sind ganz woanders. Soll ich dich lieber allein lassen? Bleib da, sagt sie und berührt den leeren Stuhl zwischen uns. Bitte. Ich setze mich neben sie. Und obwohl ich mir selbst sage, dass ich nur ein Undercover-Agent bin, der so tut, als würde er seiner angeblichen Chefin gehorchen, komme ich mir vor wie ein Sohn, der seine trauernde Mutter tröstet. Wir sitzen Schulter an Schulter, atmen im gleichen Rhythmus und sagen kein Wort. Christine spielt mit einem schwarzen Stein in ihrer Hand, während wir nebeneinander hergehen. Es dauert ein paar Sekunden, bis ich bemerke, dass es ein Stück Kohle aus der Schale der Ferox ist. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ich verstehe einfach nicht, dass von unseren zehn Transferneulingen nur noch sechs am Leben sind. Vor uns erhebt sich das Hancock-Building und dahinter ist der Lakeshore Drive, jene langgezogene Uferstraße, über die ich an einem Seil hängt wie ein Vogel geflogen bin. Wir laufen auf dem zerfurchten Fußweg. An unseren Kleidern klebt Edwards getrocknetes Blut. Der Gedanke ist mir noch gar nicht gekommen, aber Edward, der mit Abstand talentierteste Fraktionswechsler, den wir hatten, der Junge, dessen Blut ich vom Fußboden des Schlafseils gewischt habe, dieser Edward lebt nicht mehr. Er ist tot. Und von den Netten sind nur du, ich und vielleicht Myra übrig geblieben, füge ich hinzu. Ich habe Myra nicht mehr gesehen, seit sie mit Edward das Quartier der Ferox verließ, nachdem ein Angriff mit einem Buttermesser ihn sein Auge gekostet hat. Ich weiß, dass sie sich kurz darauf getrennt haben, aber ich habe nie herausgefunden, wohin sie gegangen ist. Überhaupt habe ich während unserer gemeinsamen Zeit nur einige wenige Worte mit ihr gewechselt. Einer der Eingänge des Hancock-Buildings steht weit offen. Die Türen hängen schief in den Angeln. Uriah hat gesagt, dass er rechtzeitig herkommen wird, um den Generator einzuschalten. Und tatsächlich leuchtet der Aufzugknopf unter meinen Fingerspitzen auf, als ich darauf drücke. Bist du schon mal hier gewesen? frage ich, während wir in den Aufzug gehen. Nein, antwortet Christina. Drin war ich noch nie. Du weißt ja, bei eurem Abenteuer mit der Stahlseilrutsche war ich nicht dabei. Stimmt. Ich lehne mich an die Wand. Du solltest es mal ausprobieren, bevor wir weggehen. Ja. Sie trägt roten Lippenstift und ich muss unwillkürlich an die klebrigen Bonbonmünder kleiner Kinder denken. Manchmal verstehe ich, wieso Evelyn so ist, wie sie ist. Nach all den schrecklichen Ereignissen kann man schon auf die Idee kommen, lieber hier zu bleiben und alles in Ordnung zu bringen, statt sich sofort in den nächsten Schlamassel zu stürzen. Christina lächelt ein wenig. Was ich natürlich nicht tue. Nein, garantiert nicht, fügt sie hinzu. Ich weiß nicht mal genau, wieso ich weg will. Neugier schätze ich. Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen? Manchmal vergesse ich, dass Christina anders ist als ich, dass sie noch eine Familie hat. Sie hat eine Mutter und eine kleine Schwester. Beide waren Kandor. Sie müssen sich um eine Schwester kümmern, sagt sie. Sie sorgen sich um ihre Sicherheit und wollen keine unnötigen Gefahren eingehen. Und es ist in Ordnung für sie, wenn du gehst? Sie haben zugelassen, dass ich einer anderen Fraktion beitrete, also werden sie auch damit klarkommen, antwortet sie und blickt auf ihre Schuhe. Sie möchten, dass ich ein ehrliches Leben führe, verstehst du? Aber hier kann ich das nicht, das weiß ich genau. Die Aufzugstür öffnet sich und Wind weht uns ins Gesicht. Immer noch warm, wenn auch durchmischt mit den ersten Spuren von Winterkälte. Ich höre Stimmen auf dem Dach und klettere die Leiter hoch. Sie bebt bei jedem Schritt, aber Christina hält sie für mich fest, bis ich oben bin. Uriah und Sieg sind da. Sie werfen Kieselsteine vom Dach und hören zu, wie sie gegen die Fenster prasseln. Uriah versucht, Sieg am Ellbogen zu schubsen, um seinen Wurf zu vereiteln, aber Sieg ist zu schnell für ihn. Hey! begrüßen sie uns im Chor. Moment mal, seid ihr beiden verwandt oder so? fragt Christina grinsend. Die beiden lachen. Aber Uriah sieht irgendwie geistesabwesend aus, so als wäre er in Gedanken ganz woanders. Ich schätze, wenn man einen geliebten Menschen auf eine solch grausame Weise verliert wie er, Marleen, dann verhält man sich so. Es sei denn, man heißt Triss. Auf dem Dach liegen keine Sitzschlingen für die Stahlseilrutsche. Aber deshalb sind wir ja auch nicht hergekommen. Ich weiß nicht, was die anderen hierher gelockt hat. Ich selbst bin wegen der Aussicht gekommen. Das Land im Westen wirkt von hier oben schwarz, wie in eine dunkle Decke gehüllt. Für einen Augenblick meine ich, einen Schimmer am Horizont zu sehen, aber dann ist er auch schon wieder verschwunden. Es war wohl nur Einbildung. Die anderen sind ungewöhnlich still, und ich frage mich, ob uns nicht allen das Gleiche durch den Kopf geht. Was glaubst du, was uns da draußen erwartet? fragt Uriah schließlich. Sieg zuckt mit den Schultern. Aber Christina wagt eine Antwort. Was, wenn es mehr oder weniger dasselbe ist wie hier? Eine zerfallene Stadt mit Fraktionen und allem. Ausgeschlossen. Uriah schüttet den Kopf. Es muss etwas anderes geben. Oder gar nichts, erwidert Sieg. Die Leute, die uns hierher geschickt haben, sind womöglich längst tot. Was, wenn weit und breit keine Menschenseele mehr ist? Die Vorstellung lässt mich schaudern. Der Gedanke ist mir nie gekommen. Aber Sieg hat recht. Wir haben keine Ahnung, was in der Zwischenzeit da draußen passiert ist, wie viele Generationen es seither gegeben hat. Vielleicht sind wir die letzten Überlebenden und wissen es nur nicht. Das spielt keine Rolle, sage ich schroffer als beabsichtigt. Egal, was da draußen ist, wir müssen es mit eigenen Augen sehen. Erst dann können wir entscheiden, wie es weitergehen soll. Lange Zeit stehen wir einfach nur da. Ich lasse den Blick über die Silhouette der Gebäude schweifen, bis die erleuchteten Fenster zu einer einzigen Linie verschwimmen. Dann stellt Uriah Christina Fragen zu dem Aufstand und die Ruhe verfliegt. Am nächsten Tag steht Evelyn zwischen den Überresten von Janine Matthews Porträt in der Halle des Kennhauptquartiers und verkündet eine Reihe neuer Regeln. Mitglieder der einstigen Fraktionen, wie auch Fraktionslose, drängen sich in der Halle und auf der Straße, um unserer neuen Anführerin zuzuhören. Ihre Soldaten haben sich entlang der Wand postiert, den Finger am Abzug ihrer Waffen. Sie lassen uns nicht aus den Augen. Die gestrigen Ereignisse haben gezeigt, dass wir einander nicht mehr trauen können, beginnt Evelyn. Sie ist aschfahl und sieht erschöpft aus. Also werden wir mehr Struktur in unseren Tagesablauf bringen, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Die erste Maßnahme ist eine Ausgangssperre. Ab neun Uhr abends hat sich jeder ausschließlich in dem ihm zugewiesenen Quartier aufzuhalten. Diese Sperre geht bis acht Uhr des darauf folgenden Tages. Auf den Straßen patrouillieren Wachen die ganze Nacht über, um unsere Sicherheit zu garantieren. Ich schnaube laut auf, versuche es aber mit einem Husten zu kaschieren. Christina knupft mich in die Seite und legt ihren Finger an die Lippen. Eigentlich gibt es gar keinen Grund dafür. Evelyn ist viel zu weit weg, sie kann uns unmöglich hören. Tori, die bis vor kurzem noch Anführerin der Ferox gewesen ist, bevor sie von Evelyn kaltgestellt wurde, steht nicht weit von mir entfernt mit verschränkten Armen da und grinst hämisch. Es ist Zeit, dass wir uns auf ein Leben ohne Fraktionen einstellen. Von heute an werden sich alle in die Jobs einarbeiten, die bisher immer nur von den Fraktionslosen erledigt wurden. Wir werden einen Schichtplan erstellen, sodass ab sofort alle abwechselnd diese Aufgaben übernehmen, zusätzlich zu den Dingen, für die sie in ihren jeweiligen Fraktionen zuständig waren. Evelyn lächelt, ohne zu lächeln. Ich frage mich, wie sie das macht. Wir alle werden unseren Beitrag zum Aufbau der neuen Stadt leisten, so wie es sich gehört. Die Fraktionen haben uns getrennt. Fortan sind wir wieder vereint. Jetzt und für alle Zeiten. Um mich herum jubeln die Fraktionslosen. Mich hingegen schleicht ein mulmiges Gefühl. Es ist nicht so, dass ich Evelyn nicht zustimme, aber die Fraktionsleute, die sich gestern gegen Edward gestellt haben, werden nicht von heute auf morgen damit aufhören. Evelyns Macht über diese Stadt ist nicht so unangefochten, wie sie glaubt. Ich habe keine Lust auf das Gedränge, deshalb weiche ich auf die Korridore aus, die zum Treppenhaus im hinteren Teil des Gebäudes führen, über das wir vor nicht allzu langer Zeit zu Janines Labor gelangt sind. Damals lagen auf den Stufen viele Leichen. Jetzt ist davon nichts mehr zu sehen. Die Treppe ist sauber und ordentlich, so als wäre nie etwas geschehen. Als ich am Treppenabsatz des vierten Stocks ankomme, höre ich einen lauten Schrei, gefolgt von einem Poltern. Ich öffne die Tür und sehe mich mehreren Leuten gegenüber. Sie sind jung, jünger als ich, und alle tragen die Armbinden der Fraktionslosen. Sie haben sich um einen jungen Mann gescharrt, der am Boden liegt. Es ist ein von Kopf bis Fuß in schwarz und weiß gekleideter Kandor. Ich renne zu ihm, und als ein großgewachsenes Mädchen der Fraktionslosen Anstalten macht, ihm einen Fußtritt zu versetzen, rufe ich laut, Hey! Zu spät. Ihr Fuß trifft den Kandor in die Seite. Er stöhnt auf und dreht sich weg. Hey! Brille ich wieder, und diesmal dreht sich das Mädchen um. Sie ist viel größer als ich, gut 15 Zentimeter, aber ich bin wütend und habe keine Angst vor ihr. Weg da! sage ich. Geh weg und lass ihn in Ruhe! Er verstößt gegen die Kleiderordnung, also was willst du von mir? Und überhaupt, von einem Fraktionsfreund nehme ich keine Befehle entgegen, erwidert sie und blickt vielsagend auf die in meiner Haut gestochene Tinte an meinem Schlüsselbein. Bex, mischt sich der fraktionslose Junge neben ihr ein. Das ist das Prior-Mädchen von dem Video. Die anderen sehen beeindruckt aus, aber das Mädchen grinst nur spöttisch. Und? Und das bedeutet, ich musste vielen Leuten sehr wehtun, um die Initiation bei den Ferox zu überstehen, sage ich, wovor ich auch bei dir nicht zurückschrecke, wenn es sein muss. Ich öffne den Reißverschluss meines blauen Sweatshirts, streife es ab und werfe es dem Kandor hin, der immer noch auf dem Boden liegt und mich anstarrt. Aus einer Wunde an seiner Augenbraue quillt Blut. Die Hand an die Seite gepresst, rappelt er sich auf und zieht das Sweatshirt um seine Schultern, wie eine Decke. So, sage ich, jetzt verstößt er nicht mehr gegen die Kleiderordnung. Das Mädchen überdenkt kurz die Situation, überlegt, ob sie gegen mich kämpfen soll oder nicht. Ich höre förmlich, was ihr durch den Kopf geht. Ich bin klein und daher ein leichtes Angriffsziel. Andererseits bin ich eine Ferox, was die Sache erschwert. Vielleicht weiß sie, dass ich schon Menschen getötet habe. Vielleicht will sie auch nur Scherereien aus dem Weg gehen. Jedenfalls macht sie einen Rückzieher. Das sehe ich an der Art, wie sie die Mundwinkel verzieht. Sei bloß vorsichtig, sagt sie drohend. Keine Sorge, erwidere ich. Und jetzt raus hier! Ich warte, bis sie weg sind. Dann gehe ich weiter. Der Kandor ruft, Warte! Dein Sweatshirt! Du kannst es behalten, sage ich über die Schulter. Ich will zum Treppenhaus, aber als ich um die Ecke biege, finde ich mich erneut in einem menschenleeren Gang wieder. Mir ist, als würde ich Schritte hören. Ich wirble herum, bereit, es mit dem fraktionslosen Mädchen aufzunehmen. Aber da ist niemand. Langsam entwickle ich Wahnvorstellungen. Ich öffne eine der Türen des Hauptkorridors, um durch ein Fenster nach draußen zu sehen und mich so zu orientieren. Stattdessen lande ich in einem verwüsteten Labor. Bechergläser und Teströhrchen liegen auf den Labortischen. Papierschnipse sind über dem Boden verstreut. Als ich mich bücke, um ein Blatt Papier aufzuheben, gehen plötzlich die Lichter aus. Ich will zur Tür hechten, aber da packt mich eine Hand am Arm und zerrt mich zur Seite. Jemand stülpt einen Sack über meinen Kopf und ein zweiter stößt mich gegen die Wand. Ich wehre mich, versuche den Sack abzustreifen und habe dabei nur einen einzigen Gedanken. Nicht noch einmal, nicht noch einmal, nicht noch einmal. Ich bekomme meinen Arm frei und schlage zu, treffe meinen Gegenüber an der Schulter oder am Kinn, ich weiß es nicht genau. Hey, ruft eine Stimme. Das hat wehgetan. Wir wollten dich nicht erschrecken, Triss, sagt eine andere Stimme. Aber Anonymität ist für unser Vorhaben von größter Bedeutung. Keine Angst, wir tun dir nichts. Dann lasst mich sofort los, stoße ich hervor. Die Hände, die mich festgehalten haben, lockern ihren Griff. Wer seid ihr? frage ich schroff. Wir sind die Getreuen, lautet die Antwort. Wir sind zahlreich. Und doch sind wir niemand. Ich kann nicht anders, ich muss lachen. Vielleicht ist es der Schock oder auch die Angst, aber mein Herzschlag verlangsamt sich und meine Hände zittern vor Erleichterung. Die Stimme fährt fort. Wir haben gehört, dass du Evelyn Johnson und ihren fraktionslosen Anhängern nicht blindlings folgst. Dieses Versteckspiel ist kindisch. Nicht so kindisch wie unvorsichtig, die eigene Identität preiszugeben, wenn es sich verhindern lässt. Ich versuche etwas zu erkennen, aber der Stoff ist dicht gewebt und es ist zu dunkel. Es ist gar nicht so leicht, gelassen zu bleiben, wenn man eine Wand im Rücken hat und absolut nichts sieht. Aber ich tue mein Bestes. Unter meinen Schuhen knirschen die Splitter eines Laborbechers. Nein, ich folge ihr nicht blindlings, sage ich. Aber was kümmert euch das? Wenn das so ist, dann wirst du von hier weg wollen. Bei diesen Worten verspüre ich ein erwartungsvolles Kribbeln. Wir haben eine Bitte an dich, Triss Pryor. Morgen Abend um Mitternacht findet ein geheimes Treffen statt. Wir möchten, dass du deine Ferox-Freunde mitbringst. Einverstanden, sage ich. Aber eine Frage noch. Wenn ich morgen ohnehin erfahre, wer ihr seid, wieso macht ihr euch dann die Mühe, mir dieses Ding über den Kopf zu stülpen? Meine Frage scheint sie für einen Augenblick aus dem Konzept zu bringen. Bis morgen ist es noch lange hin. Es kann noch viel passieren, lautet die Antwort. Wir treffen uns also um Mitternacht, an dem Ort, an dem du dein Bekenntnis abgelegt hast. Plötzlich schwingt die Tür auf, der Stoff wird gegen meine Wange gedrückt und ich höre davon eilende Schritte. Als ich es endlich geschafft habe, mich von dem Sack zu befreien, ist niemand mehr da. Und ich halte keinen Sack, sondern einen dunkelblauen Kissenbezug in der Hand, auf den jemand »Fraktion vor Blut« geschrieben hat. Wer auch immer die Unbekannten waren, sie haben eindeutig einen Hang zum Dramatischen. »An dem Ort, an dem du dein Bekenntnis abgelegt hast. Es gibt nur einen Ort, der dafür in Frage kommt. Das Hauptquartier der Kandor, wo man mir das Wahrheitsserum verabreicht hat. Als ich am Abend in den Schlafsaal zurückkehre, finde ich eine Nachricht von Tobias unter einem Glas Wasser auf meinem Nachttisch. »Die Verhandlung deines Bruders ist für morgen früh angesetzt und wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ich kann nicht hingehen, ohne Verdacht zu erregen, aber ich würde mich bei dir melden, sobald ich etwas über das Urteil weiß. Dann können wir einen Plan machen. Egal, was passiert. Bald ist alles vorbei. Es ist neun Uhr. Gut möglich, dass sie gerade das Urteil über Caleb fällen, während ich meine Schuhe zubinde und nun schon zum vierten Mal die Laken glatt ziehe. Ich fahre mir mit den Händen durchs Haar. Die Fraktionslosen verhandeln nur dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn das Urteil feststeht. Caleb war Janines rechte Hand. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich muss endlich aufhören zu grübeln. Es ist längst beschlossene Sache. Alle, die zu Janines engstem Kreis gehörten, werden hingerichtet. Was soll's, denke ich. Er hat dich verraten. Er hat keinen Finger gerührt, um deine eigene Hinrichtung zu verhindern. Es ist mir egal. Es macht mir nichts aus. Ach, ich weiß es einfach nicht. Hey, Triss, sagt Christina und pocht mit den Fingerknöcheln gegen den Türrahmen. Hinter ihr taucht Uriah auf. Er hat immer noch sein Dauerlächeln aufgesetzt, aber inzwischen scheint es wässrig zu sein und droht jeden Moment von seinem Gesicht zu tropfen. Du hast Neuigkeiten? fragt sie. Ich blicke mich rasch im Schlafsaal um, obwohl ich schon weiß, dass niemand da ist. Alle anderen sind zum Frühstück gegangen, so wie es der Tagesablauf vorschreibt. Ich habe Uriah und Christina gebeten, darauf zu verzichten, weil ich ihnen etwas Wichtiges zu sagen habe. Mein Magen fängt an zu knurren. Ja, antworte ich. Sie setzen sich mir gegenüber auf ein Bett und ich erzähle ihnen, wie ich im Labor der Ken in die Ecke gedrängt worden bin und auch von dem Kissenbezug und den Getreuen und dem geplanten Treffen. Es überrascht mich, dass du nur einem von ihnen eine verpasst hast, sagt Uriah. Naja, sie waren in der Überzahl, erwidere ich, als müsste ich mich verteidigen. Zugegeben, ich habe mich nicht gerade wie eine Ferox verhalten, in dem ich ihnen so ohne weiteres vertraut habe. Aber was tut man nicht alles in Zeiten wie diesen? Ich frage mich ohnehin, wie viel Ferox tatsächlich in mir steckt, jetzt, da die Fraktionen passé sind. Bei diesem Gedanken verspüre ich seltsamerweise einen kleinen Stich in der Brust. Manche Dinge gibt man nur schwer auf. Was glaubst du, haben diese Leute vor? fragt Christina. Geht es darum, die Stadt zu verlassen? So hat es sich angehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher, sage ich. Woher wissen wir, dass es nicht Evelyn's Leute sind, die uns reinlegen wollen, damit sie uns des Verrats überführen können? Das könnte durchaus sein, erwidere ich. Aber ohne Unterstützung schaffen wir es nie, die Stadt zu verlassen. Und ich werde garantiert nicht hierbleiben, um zu lernen, wie man einen Bus fährt oder zu vorgeschriebener Zeit brav ins Bett geht. Christina wirft Uriah einen besorgten Blick zu. Hey, sage ich. Du musst nicht mitkommen, aber ich will weg hier. Ich muss herausfinden, wer diese Edith Pryor war und wer jenseits des Zauns auf uns wartet. Falls da überhaupt jemand ist. Keine Ahnung, wieso, aber ich muss einfach. Ich hole Tiefluft. Ich bin mir nicht sicher, woher diese Verzweiflung kommt, aber ich kann sie nicht mehr ignorieren. Sie ist wie ein Lebewesen, das in mir wohnt und jetzt aus einem langen Schlaf erwacht. Sie windet sich in meinen Eingeweiden und in meiner Kehle. Ich muss weg. Ich muss die Wahrheit herausfinden. Uriahs mattes Lächeln ist wie weggewischt. Ich auch, sagt er knapp. Okay, seufzt Christina, aber ihre dunklen Augen verraten ihre Zweifel. Sie zuckt mit den Schultern. Dann gehen wir eben zu dem Treffen. Gut, sage ich. Kann einer von euch beiden Tobias Bescheid geben? Ich muss mich von ihm fernhalten, da wir uns ja angeblich getrennt haben. Wir treffen uns eine halbe Stunde vor Mitternacht in der Seitengasse. Ich werde es ihm ausrichten. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir heute zusammen in einer Gruppe, sagt Uriah. Wir sollen lernen, wie die Arbeit in den Fabriken funktioniert. Ich kann es kaum erwarten. Er grinst. Kann ich Sieg einweihen? Oder ist er nicht vertrauenswürdig genug? Nur zu. Aber sag ihm, dass er es nicht überall ausposaunen soll. Ich blicke erneut auf die Uhr. 9.15 Uhr. Das Urteil über Caleb dürfte mittlerweile gesprochen sein. Es ist Zeit für die neuen Jobs. Ich habe das Gefühl, als würde ich bei jeder Kleinigkeit hochschrecken. Mein Knie zuckt, ohne dass ich es will. Christina legt ihre Hand auf meine Schulter, aber sie stellt keine Fragen und dafür bin ich ihr dankbar. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Christina und ich schlagen uns im Zickzack zum Treppenhaus des Ken-Hauptquartiers durch, um den Patrouillen der Fraktionslosen auszuweichen. Ich ziehe meinen Ärmel über mein Handgelenk. Bevor wir aufgebrochen sind, habe ich eine Karte auf meinen Arm gezeichnet. Natürlich weiß ich, wie man zum Hauptquartier der Kandor gelangt, aber in den Seitenstraßen, die wir vorsichtshalber nehmen, um allzu neugierigen Blicken zu entgehen, kenne ich mich nicht gut genug aus. Uriah wartet vor der Tür auf uns. Er ist ganz in Schwarz gekleidet, aber unter dem Kragen seines Sweatshirts lügt Altruangrau hervor. Es ist seltsam, meine Ferox-Freunde in den Farben der Altruan zu sehen, so als wäre das schon mein ganzes Leben lang so gewesen. Manchmal fühlt es sich auch so an. Ich habe Vor- und Sieg informiert. Sie werden vor Ort auf uns warten, sagt Uriah. Gehen wir. Wir rennen gemeinsam Richtung Monroe Street. Ich bemühe mich, nicht bei jedem unserer Schritte zusammenzuzucken. Es ist wichtiger, schnell zu sein, also müssen wir den Lärm in Kauf nehmen. Wir biegen in die Monroe ein, und ich sehe mich nach den Patrouillen der Fraktionslosen um. Dunkle Schatten bewegen sich auf die Michigan Avenue zu, verschwinden aber ohne innezuhalten hinter einem Gebäudeblock. Wo ist Cara? frage ich Christina leise, als wir auf der State Street sind, weit genug entfernt vom Hauptquartier der Ken, sodass wir uns gefahrlos unterhalten können. Keine Ahnung. Ich nehme nicht an, dass sie eine Einladung bekommen hat, sagt Christina. Was ziemlich merkwürdig ist, denn ich weiß genau, dass sie... Psst, zerstört Uriah. In welche Richtung? Mithilfe der Beleuchtung an meiner Uhr lese ich die Wegbeschreibung auf meinem Arm. Randolph Street. Wir verfallen in einen gemeinsamen Rhythmus. Das Geräusch unserer Schuhe auf dem Asphalt ist so gleichmäßig wie unsere Atemzüge. Als wir die Brücke erreichen, tun meine Beine weh. Aber dann sehe ich den Merciless Mart auf der anderen Seite des sumpfigen Flussbetts, menschenleer und unbeleuchtet, und ich grinse trotz der Schmerzen. Kaum haben wir die Brücke überquert, verlangsame ich das Tempo. Uriah legt seinen Arm um meine Schulter. Und jetzt, sagt er, liegen nur noch etwa eine Million Treppenstufen vor uns. Vielleicht haben sie den Aufzug in Gang gebracht. Das kannst du vergessen, erschüttet den Kopf. Jede Wette, dass Evelyn die Energieversorgung genauestens überwacht. Das ist die beste Möglichkeit, um herauszufinden, ob irgendwo ein geheimes Treffen stattfindet. Ich seufze. So gern ich renne, so sehr hasse ich es, Treppen zu steigen. Als wir schließlich schwer atmend am oberen Treppenabsatz angelangt sind, ist es fünf Minuten vor Mitternacht. Die anderen gehen schon voraus, während ich neben dem Aufzugsschacht stehen bleibe und erst einmal wieder zu Atem kommen muss. Uriah hat recht. Abgesehen von den beleuchteten Ausgangsschildern brennt nirgendwo Licht. Und in dem blauen Schein dieser Schilder sehe ich Tobias aus dem Befragungsraum kommen. Seit unserer Verabredung haben wir nur heimlich Botschaften ausgetauscht. Ich kann der Versuchung kaum widerstehen, mich in seine Arme zu werfen und mit den Fingern seine Lippen nachzufahren, seine Grübchen zu berühren, die er beim Lächeln hat, und seine geraden Augenbrauen und seinen markanten Kiefer. Aber es ist nun schon zwei Minuten vor Mitternacht. Wir haben keine Zeit. Er schlingt seine Arme um mich und hält mich ein paar Sekunden lang ganz fest. Sein Atem kitzelt an meinem Ohr und ich schließe die Augen und lasse mich fallen. Er riecht nach Wind und Schweiß und Seife. Nach Tobias und nach Geborgenheit. Wollen wir reingehen? sagt er. Ich vermute, unsere anonymen Gesprächspartner werden nicht lange auf sich warten lassen. Er. Meine Beine zittern vor Überanstrengung. Ich mag mir gar nicht vorstellen, die Treppe später wieder hinunter zu steigen und zurück zum Hautquartier der Ken zu rennen. Was weißt du von Caleb? Er zuckt zusammen. Lass uns später darüber reden. Das ist Antwort genug. Sie werden ihn exekutieren, stimmt's? sage ich leise. Er nickt und nimmt meine Hand. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich versuche, überhaupt nichts zu fühlen. Gemeinsam betreten wir den Raum, in dem Tobias und ich unter dem Einfluss des Wahrheitsserums befragt worden sind. Der Ort, an dem du dein Bekenntnis abgelegt hast. Genau an der Stelle, wo sich die mit dem Symbol der Kandor verzierten Fliesen befinden, hat jemand Kerzen im Kreis um eine der beiden Waagschalen gestellt. Ich blicke in bekannte und unbekannte Gesichter. Susan und Robert stehen nebeneinander und reden. Peter hat sich abgesondert und ist allein. Uriah und sie kamen sich zu Tori und einigen Ferox gesellt. Christina steht bei ihrer Mutter und ihrer Schwester und in einer Ecke warten zwei nervös wirkende Ken. Die neue Kleidung kann die Unterschiede zwischen uns nicht verdecken. Sie sind uns längst in Fleisch und Blut übergegangen. Christina winkt mich zu sich. Das ist meine Mom, Stephanie, sagt sie und deutet auf eine Frau, deren dunkle Locken von grauen Strähnen durchzogen sind. Und das ist meine Schwester Rose. Mom, Rose, das ist meine Freundin Triss und mein Ausbilder Thor. Da erzählst du uns nichts Neues, erwidert Stephanie. Wir waren dabei, als sie vor einigen Wochen befragt wurden, Christina. Das weiß ich, ich wollte nur höflich sein. Höflichkeit ist nichts als Täuschung. Ja, ja, schon gut. Christina verdreht entnervt die Augen. Mir entgeht der Blick nicht, mit dem ihre Mutter und ihre Schwester sich ansehen. In ihm liegt Vorsicht oder Wut oder auch beides. Dann wendet sich die Schwester an mich und sagt, also du hast Christinas Freund getötet. Ihre Worte lassen mich erstarren. Ich habe das Gefühl, als würde mich ein Blitz aus Eis in der Mitte zerreißen. Ich will ihr antworten, um mich zu verteidigen, aber ich finde nicht die richtigen Worte. Rose, sagt Christina und wirft ihrer Schwester einen vorwurfsvollen Blick zu. Ich spüre, wie Tobias neben mir steht und die Muskeln anspannt. Bereit, jederzeit zu kämpfen, so wie immer. Ich dachte nur, ich mache gleich mal reinen Tisch, verteidigt sich Rose. Dann verschwenden wir später nicht unnötig Zeit. Und ihr wundert euch, warum ich unserer Fraktion den Rücken gekehrt habe, sagt Christina. Ehrlich zu sein, heißt nicht zwangsläufig, alles zu sagen, was dir in den Sinn kommt. Es geht vielmehr darum, dass man nach reiflicher Überlegung die Wahrheit ausspricht. Eine Lüge durch Auslassen ist immer noch eine Lüge. Ihr wollt die Wahrheit hören? Die könnt ihr haben, kontert Christina. Ich fühle mich unwohl in meiner Haut und habe keine Lust mehr, hier bei euch rumzustehen. Bis später also. Sie packt mich am Arm und schiebt Tobias und mich kopfschüttend von ihrer Familie weg. Tut mir leid, sie können manchmal ziemlich nachtragend sein. Ist schon okay, sage ich, obwohl das nicht stimmt. Anfangs dachte ich noch, dass das Schlimmste vorüber wäre, wenn Christina mir Wills Tod verziehen hätte. Aber wenn man jemanden tötet, der einem am Herzen liegt, ist das Schlimmste nie vorüber. Es wird höchstens einfacher, sich von den Schuldgefühlen abzulenken. Die Zeiger meiner Uhr stehen auf zwölf. Eine Tür öffnet sich und zwei schlanke Gestalten treten ein. Die erste ist Johanna Reis, ehemalige Wortführerin der Amitée, leicht zu erkennen an der Narbe in ihrem Gesicht und dem Gelb unter ihrer schwarzen Jacke. Auch die andere ist eine Frau. Ich kann ihr Gesicht nicht richtig erkennen, aber sie ist ganz im Blau gekleidet. Kaltes Entsetzen durchzuckt mich. Sie sieht beinahe aus wie Janine. Nein, ich habe sie sterben sehen. Janine ist tot. Die Frau kommt näher. Sie geht aufrecht und ist blond, wie Janine. An ihrer Jackentasche hängt eine Brille und ihre Haare sind zu einem Zopf zusammengefasst. Sie ist von Kopf bis Fuß eine Ken. Aber sie ist nicht Janine Matthew. Cara und Johanna sind die Anführerinnen der Getreuen? Hallo, sagt Cara und alle Gespräche verstummen. Sie lächelt, aber die freundliche Miene wirkt aufgesetzt, als versuchte sie sich lediglich einer gesellschaftlichen Gepflogenheit anzupassen. Eigentlich dürfte keiner von uns hier sein, also werde ich mich kurz fassen. Manche von euch, Sieg, Tori, haben uns schon in den vergangenen Tagen unterstützt. Ich starre Sieg an. Sieg hat mit Cara zusammengearbeitet? Beinahe hätte ich vergessen, dass er früher ein Spion der Ferox war. Wahrscheinlich hat er ihr damals auf irgendeine Weise seine Loyalität bewiesen. Vielleicht waren sie sogar befreundet, bevor Cara vor nicht allzu langer Zeit das Hauptquartier der Ken verlassen hat. Als sich unsere Blicke treffen, zieht er seine Augenbraue hoch und grinst. Johanna fährt fort. Manche von euch sind hier, weil wir sie um Hilfe gebeten haben. Ihr alle seid hier, weil ihr das Schicksal unserer Stadt nicht alleine in Evelyn Johnsons Hände legen wollt. Cara legt ihre Handflächen vor der Brust zusammen. Wir sind der Überzeugung, dass wir den Prinzipien folgen sollten, die uns die Gründer unserer Stadt mitgegeben haben. Diese Prinzipien zeigen sich im Fraktionssystem und in der Mission der Unbestimmten, wie Edith Pryor sie in ihrer Videobotschaft beschreibt. Wir sind aufgerufen, Bewohner dieser Stadt auszusenden, sobald wir genug Unbestimmte in unseren Reihen haben. Selbst für den Fall, dass der Prozentsatz an Unbestimmten unter uns noch nicht groß genug sein sollte, halten wir die jetzige Lage unserer Stadt für schwerwiegend genug, um dennoch Leute nach draußen zu schicken. Gemäß den Absichten unserer Gründer setzen wir uns zwei Ziele. Zum einen haben wir vor, Evelyn und die Fraktionslosen zu stürzen, um die Fraktionen wieder einsetzen zu können. Zum anderen planen wir, unsere Leute aus der Stadt zu schicken, um zu erfahren, was hinter dem Zaun ist. Johanna wird ersteres in die Wege leiten, während ich mich hauptsächlich um die zweite Frage kümmern werde, um die es auch bei unserem heutigen Treffen gehen soll. Sie steckt eine lose Haarsträhne zurück in ihren Zopf. Wir werden nicht alle gehen können, da eine so große Gruppe zu viel Aufmerksamkeit erregen würde. Evelyn wird uns nicht kampflos ziehen lassen, also wäre es wohl das Beste, diejenigen unter uns auszuwählen, die Erfahrung damit haben, in gefährlichen Situationen um ihr Leben zu kämpfen. Ich werfe Tobias einen Blick zu. Darin sind wir Profis. Meine Wahl ist auf Christina, Triss, Tobias, Tori, Sieg und Peter gefallen, sagt Kara. Ihr alle habt auf die eine oder andere Weise eure Fähigkeiten unter Beweis gestellt und deshalb möchte ich euch bitten, mit mir die Stadt zu verlassen. Natürlich muss sich keiner dazu verpflichtet fühlen. Peter? platze ich ungläubig heraus. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, auf welche Weise Peter seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben sollte. Er hat die Kenda von abgehalten, dich zu töten, sagt Kara sanft. Was glaubst du, woher er die Mittel hatte, deinen Tod zu simulieren? Zugegeben, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Nach meiner gescheiterten Hinrichtung haben sich die Ereignisse überschlagen und ich hatte keine Zeit, über die Einzelheiten meiner Rettung nachzugrübeln. Dabei liegt es eigentlich auf der Hand. Zu dem Zeitpunkt war Kara die Einzige, von der man mit Sicherheit wusste, dass sie von den Ken zu uns übergelaufen war. Die Einzige, die Peter um Rat fragen konnte. Wen sonst hätte er um Hilfe bitten sollen? Wer sonst hätte über das nötige Wissen verfügt? Ich bringe keine weiteren Einwände mehr vor. Ich habe keine Lust, die Stadt zusammen mit Peter zu verlassen, aber ich brenne zu sehr darauf, von hier vorzukommen, um deshalb einen Aufstand zu machen. Das sind ziemlich viele Ferox, sagt ein Mädchen, das an der Wand lehnt, skeptisch. Sie ist blass und hat buschige Augenbrauen, die über der Nase zusammengewachsen sind. Als sie den Kopf wendet, fallen mir die schwarzen Tattoos direkt hinter ihrem Ohr auf. Ich würde jede Wette eingehen, dass sie von den Ferox zu den Kennen gewechselt ist. Das stimmt, sagt Kara. Aber im Augenblick brauchen wir Leute, die die nötigen Fähigkeiten haben, um mit heiler Haut aus der Stadt zu kommen. Ich denke, dass diejenigen mit einer Ferox-Ausbildung die besten Chancen haben. Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich mitkommen kann, sagt Sieg. Ich kann Shorna nicht allein zurücklassen, jetzt wo ihre Schwester, naja, ihr wisst schon. Ich gehe. Uriahs Hand schießt in die Höhe. Ich bin ein Ferox. Ich bin ein guter Schütze. Und aus ästhetischen Gründen bin ich als dringend benötigte Augenweide unverzichtbar. Ich muss lachen. Kara wirkt nicht besonders amüsiert, aber sie nickt zustimmend. Danke. Kara, findest du nicht auch, dass alles möglichst schnell gehen sollte, wenn es soweit ist? Sagt das Kennmädchen, das früher einmal eine Ferox gewesen ist. Ihr werdet jemanden brauchen, der die Züge steuern kann. Da ist was dran, sagt Kara. Kann irgendjemand von euch mit einem Zug umgehen? Ich zum Beispiel, sagt das Mädchen. Darauf wollte ich hinaus. Langsam nimmt unser Plan Gestalt an. Johanna schlägt vor, mit dem Zug bis ans Ende der Bahnlinie und von dort aus mit dem Lastwagen der Amitée von der Stadt wegzufahren. Sie bietet an, uns an den Gleisen abzuholen, und Robert will ihr dabei helfen. Stephanie und Rose erklären sich bereit, Evelyn in den letzten Stunden vor unserem Aufbruch im Auge zu behalten und alle ungewöhnlichen Aktivitäten per Funk an das Hauptquartier der Amitée weiterzuleiten. Die von Tori angeführten Ferox werden die nötigen Waffen für unsere Mission auftreiben. Das Kennmädchen und Kara haken bei allen Lücken doppelt und dreifach nach, bis die letzten Probleme geklärt und sämtliche Schwachstellen beseitigt sind. Unser Plan steht. Nur eine Frage ist noch offen. Kara spricht sie aus. Wann brechen wir auf? Und ich antworte. Die Nachtluft strömt in meine Lungen und ich fühle mich, als wäre dies einer meiner letzten Atemzüge. Morgen werde ich diesen Ort verlassen und mich auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen. Uriah, Zeke und Christina brechen zum Hauptquartier der Ken auf. Ich nehme Triss' Hand, um sie zurückzuhalten. Warte, sage ich. Lass uns woanders hingehen. Woanders hin, aber nur für einen Moment. Ich ziehe sie mit mir zu einer Ecke des Gebäudes. Bei Nacht kann man erahnen, wie der leere Kanal ausgesehen haben muss, als er noch mit Wasser gefüllt war. Ein dunkler Strom, dessen Wellen sich im silbrigen Mondlicht kräuseln. Du bist mit mir unterwegs. Sie werden dich nicht festnehmen. Ich sehe ein Zucken um ihre Mundwinkel, beinahe ein Lächeln. Sie folgt mir um die Ecke und lehnt sich an die Mauer. Ich wende dem Fluss den Rücken zu und stelle mich vor sie. Die geschwungenen Linien, die sie mit dunkler Farbe um die Augen gezogen hat, betonen die Farbe ihrer Pupillen und lassen ihre Augen leuchten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie hält die Hände vor's Gesicht und vergräbt die Finger in ihrem Haar. Wegen Caleb meine ich. Weißt du das wirklich nicht? Sie nimmt eine Hand von ihrem Gesicht und blickt mich an. Triss. Ich stütze meine Hände rechts und links von ihr gegen die Wand und beuge mich vor. Du willst nicht, dass er stirbt. Ich weiß, dass du es nicht willst. Es ist nur so, dass... Sie schließt die Augen. Ich bin so... zornig. Ich versuche nicht, an ihn zu denken, denn wenn ich an ihn denke, würde ich ihn am liebsten... Ich weiß. Ich verstehe dich besser, als du glaubst. Solange ich denken kann, habe ich mir ausgemalt, Marcus zu töten. Einmal habe ich sogar entschieden, wie ich es tun wollte. Mit einem Messer. Ich wollte spüren, wie ihn die Lebenswärme verlässt, wollte nahe genug sein, um seine Augen erlöschen zu sehen. Diese Entscheidung hat mir mindestens so viel Angst eingejagt, wie seine Gewaltausbrüche. Meine Eltern würden wollen, dass ich ihn rette. Sie öffnet die Augen und blickt in den Himmel. Sie würden sagen, dass es egoistisch ist, jemanden sterben zu lassen, nur weil er einem Unrecht getan hat. Verzeihen, vergeben, vergessen. Es geht nicht darum, was Sie gewollt hätten, Triss. Doch, genau das ist der springende Punkt. Sie stößt sich von der Mauer ab. Es geht darum, was Sie gewollt hätten. Das ist alles, was zählt. Denn Caleb stand Ihnen näher als mir. Er gehört zu Ihnen. Und ich will, dass Sie auf mich stolz wären. Das allein ist wichtig. Ihre hellen Augen blicken fest und entschlossen. Ich hatte nie Eltern, die ein Vorbild waren. Eltern, deren Erwartungen es wert gewesen wären, sie zu erfüllen. Triss schon. Wenn ich sie anblicke, sehe ich ihre Eltern. Ihren Mut. Ihre Schönheit, die sie ihr wie einen Handabdruck eingeprägt haben. Ich berühre ihre Wange, fahre mit den Fingern durch ihr Haar. Ich hole ihn raus. Wie bitte? Morgen, bevor wir aufbrechen, hole ich ihn aus seiner Zelle. Ich nicke. Ich mache es. Wirklich? Bist du dir sicher? Natürlich bin ich das. Ich, sie runzelt die Stirn und sieht mich an. Danke. Du überraschst mich immer wieder. Sag das nicht. Du kennst meine Hintergedanken noch nicht, erwidere ich grinsend. Weißt du, eigentlich bin ich nicht hierher gekommen, um über Caleb zu reden. Nicht? Ich lege die Hände um ihre Taille und drücke sie sanft gegen die Mauer. Unsere Blicke treffen sich, ihre Augen glänzen vor Erwartung. Ich neige mich vor, bis ich ihren Atem spüren kann. Als sie sich an mich schmiegen will, lehne ich mich wieder zurück, um sie zu necken. Sie hakt ihre Finger in meine Gürtelschlaufe und zieht mich zu sich. Ich fange mein Gewicht mit den Unterarmen ab und lehne mich gegen die Wand. Sie will mich küssen, aber ich wende den Kopf ab, um ihren Lippen auszuweichen und küsse sie erst unter dem Ohrläppchen, dann taste ich mich über ihre Wange bis zum Mund vor. Ihre Haut ist weich und schmeckt salzig, wie eine wilde Jagd durch die Nacht. Tu mir einen Gefallen, flüstert sie in mein Ohr und handle nie wieder ohne Hintergedanken. Sie streckt ihre Hände nach mir aus und berührt alle Stellen, an denen ich gezeichnet bin, fährt über meinen Rücken und an meinen Seiten entlang. Ihre Fingerspitzen gleiten unter dem Bund meiner Jeans und sie zieht mich an sich. Mein Atem streift ihren Nacken und ich bin unfähig, mich zu bewegen. Endlich küssen wir uns und es ist eine Erlösung. Sie seufzt und mein Mund verzieht sich unwillkürlich zu einem übermütigen Grinsen. Ich hebe sie hoch, drücke sie gegen die Mauer. Ihre Beine schlingen sich um meine Hüfte. Sie lacht, bis wir uns wieder küssen und ich bin stark, genau wie sie. Ich spüre ihren festen Griff um meine Arme. Die Nachtluft strömt in meine Lungen und ich fühle mich, als wäre dies ein... Die Ruinen der Gebäude im Bezirk der Ferrog sehen aus wie Zugänge in andere Welten. Vor mir schraubt sich der Glasturm steil in den Himmel. In den Fingerspitzen spüre ich meinen Puls im Sekundentakt schlagen. Die Luft ist satt und schwer, obwohl der Sommer sich bereits dem Ende zuneigt. Ich habe immer gekämpft, bin immer gelaufen, um meine Muskeln zu trainieren. Inzwischen haben mir meine Füße viel zu oft das Leben gerettet und ich sehe im Laufen und Kämpfen das, was es ist. Ein Weg, vor Gefahren zu fliehen, eine Chance zu überleben. Als ich das Quartier erreiche, verlangsame ich meine Schritte, um wieder zu Atem zu kommen. Die Glasverkleidung über mir spiegelt das Licht in alle Richtungen. Irgendwo da oben steht der Stuhl, von dem aus ich die Angriffssimulation gesteuert habe. An einer dieser Wände klebt noch immer das Blut von Triss' Vater. Irgendwo hinter diesen Mauern hat Triss' Stimme mich aus der Simulation gerissen, hat ihre Hand auf meiner Brust mich wieder in die Gegenwart zurückgeholt. Ich öffne die Tür zum Raum der Angstlandschaften und ziehe eine kleine schwarze Schachtel aus meiner Hosentasche. Dann öffne ich den Deckel und werfe einen Blick auf die Spritzen. Im Polster der Schachtel sind die Nadeln eingeschlagen, die ich immer bei mir getragen habe. Ein Symptom dafür, dass etwas mit mir nicht stimmt. Oder ein Zeichen meines Mutes. Ich setze die Nadel oberhalb meiner Kehle an und schließe die Augen, während ich den Kolben nach unten drücke. Die schwarze Schachtel fällt mit einem Klappern zu Boden. Aber als ich die Augen aufschlage, ist sie verschwunden. Ich stehe auf dem Dach des Hancock-Buildings, wo die Ferox mit dem Tod flirten. Vor mir spannt sich das Drahtseil in die Tiefe. Die Wolken sind regenschwarz und der Wind nimmt mir die Luft zum Atmen. Rechts von mir reißt plötzlich das Stahlseil. Das Drahtkabel schnallt zurück und zerschmettert die Fenster unter mir. Die Dachkante zieht meinen Blick wie magisch an. Alles um mich herum verschwimmt und ich sehe die Kante wie durch eine Lochblende. Mein Atem übertönt das Heulen des Windes. Ich zwinge mich an den Rand der Dachkante zu treten. Der Regen trommelt gegen meine Schultern und meinen Kopf, als wolle er mich nach unten ziehen. Ich verlagere ein klein wenig mein Gewicht und stürze in die Tiefe. Ich schreie mit zusammengebissenen Zähnen, aber meine Angst dämpft und erstickt jeden Laut. Ich schlage am Boden auf. Zeit zum Aufatmen bleibt mir nicht, denn schon schließen mich Wände ein. Massives Holz kracht gegen meine Wirbelsäule, dann gegen meinen Kopf und die Beine. Klaustrophobie. Ich schlinge die Arme um die Brust und schließe die Augen und versuche, die aufsteigende Panik zu unterdrücken. Ich denke an Eric, der sich mit ruhigem Atem und logischem Denken einen Weg durch seine Angstlandschaft gebahnt und auf diese Weise seine Ängste überwunden hat. Oder an Triss und daran, wie sie in ihrer Angstlandschaft Waffen aus dem Licht herbeizaubern konnte, um selbst ihre dunkelsten Albträume zu besiegen. Aber ich bin nicht Eric und ich bin noch nicht Triss. Wer bin ich eigentlich? Wie kann ich meine Ängste besiegen? Ich kenne die Antwort. Natürlich kenne ich sie. Ich darf ihnen nicht erlauben, mich zu beherrschen. Ich muss mir vor Augen halten, dass ich stärker bin als meine Furcht. Ich hole Tiefluft und stemme meine Handflächen gegen die Wände rechts und links von mir. Die Kiste ächzt, dann bricht sie auseinander und die Wände krachen auf dem Betonboden. Ich stelle mich auf die Trimmer und blicke in die Dunkelheit. Amar, einer der Ausbilder während meiner Initiation, hat uns beigebracht, dass unsere Angstlandschaften sich ständig verändern, mit unseren Stimmungen schwanken und mit dem geflüsterten Schrecken unserer Albträume immer neue Gestalten annehmen. Meine Angstlandschaft ist immer gleich geblieben, bis vor ein paar Wochen, bis ich mir selbst bewiesen habe, dass ich stärker bin als mein Vater, bis ich einen Menschen kennenlernte, den ich nicht mehr verlieren wollte, um den ich Angst hatte. Ich weiß nicht, was mich als nächstes erwartet. Ich warte lange, ohne dass sich etwas tut. Der Raum ist noch immer dunkel, der Fußboden ist noch immer kalt, mein Herz schlägt noch immer schneller als gewöhnlich. Ich blicke auf meine Uhr und bemerke, dass sie am falschen Handgelenk ist. Normalerweise trage ich sie links, nicht rechts, und eigentlich ist mein Armband grau statt schwarz. Dann fällt mir ein Blick auf borstige Haare an meinen Fingern, die zuvor noch nicht da waren. Die Schwielen an meinen Knöcheln sind verschwunden und ich trage plötzlich eine graue Hose und ein graues T-Shirt. Um die Hüften habe ich zugenommen, an den Schultern bin ich schmaler geworden. Plötzlich erscheint vor mir ein Spiegel, aus dem mir Marcus entgegenblickt. Er zwinkert mir zu und ich spüre, wie sich ohne mein Zutun die Muskeln um meine Augen anspannen, genau wie seine. Ohne jede Vorwarnung schnellen seine, meine, unsere Arme auf das Spiegelglas zu und schließen sich fest um den Hals meines Ebenbilds. Dann verschwindet der Spiegel und seine, meine, unsere Hände umklammern unsere Kehle. Aus meinen Augenwinkeln schwimmen schwarze Flecken in unser Sichtfeld. Wir fallen zu Boden, aber der eiserne Griff lockert sich keine Sekunde lang. Mir fällt nichts ein. Ich sehe keinen Ausweg. Instinktiv beginne ich zu schreien. Der Klang meiner Stimme vibriert in meinen Händen und ich stelle mir meine Finger vor, wie sie eigentlich aussehen sollten. Groß, schmal, mit schwierigen Knöcheln vom stundenlangen Boxtraining am Sandsack. Ich stelle mir vor, wie mein Spiegelbild als Wasserstrahl über Marcus Haut rennt und mit jedem Tropfen ein Stück von ihm mit einem Stück von mir ersetzt. Ich erfinde mich neu, indem ich mein eigenes Bild wie Puzzleteile zusammensetze. Nicht er, ich knie auf dem Betonboden und ringe nach Luft. Mit zittrigen Fingern fahre ich mir über den Nacken, die Schultern, die Arme, nur um sicher zu gehen. Als wir vor ein paar Wochen im Zug auf Evelyn warteten, habe ich Triss erzählt, dass Marcus immer noch durch meine Angstlandschaft geistert, obwohl seine Vision sich verändert hat. Ich habe lange darüber nachgedacht. Jede Nacht beim Einschlafen kreisen meine Gedanken darum, und jeden Morgen beim Erwachen dröhnen sie neu in meinem Kopf. Ich habe immer noch Angst vor ihm, aber es ist eine andere Form von Furcht. Ich bin kein Kind mehr, das sich vor der unmittelbaren Bedrohung des Vaters fürchtet. Ich bin ein Mann, und ich weiß um die Gefahr, die mein Vater für mein Wesen, meine Zukunft, meine Identität bedeutet. Aber selbst diese Angst, das lehrt mich die Erfahrung, ist nichts im Vergleich zum Horror der nächsten Stufe. Obwohl ich weiß, was mich erwartet, würde ich mir lieber eine Ader aufschlitzen und das Serum aus meinen Venen ein Lichtkegel fällt auf den Betonboden vor mir. Zu einer Klaue gekrümmte Finger greifen in das Licht, gefolgt von einer zweiten Hand und einem Kopf mit strähnigem, blonden Haar. Eine hustende und keuchende Frau schleift sich Zentimeter um Zentimeter in den Lichtkreis. Ich will zu ihr und ihr helfen, kann mich jedoch nicht von der Stelle rühren. Die Frau dreht ihren Kopf ins Licht und ich sehe Triss. Blut quillt aus ihrem Mund und rinnt über ihr Kinn. Sie blickt mich aus blutunterlaufenden Augen an und keucht. Hilfe! Sie hustet und spuckt rot auf den Fußboden. Ich hechte zu ihr. Irgendwie spüre ich, dass ihre Augen erlöschen werden, wenn ich nicht bald bei ihr bin. Hände schließen sich um meine Arme, um meine Schultern, um meine Brust, eine Wand aus Fleisch und Knochen. Aber ich muss zu ihr. Ich verkralle mich in den Händen, die mich festhalten, zerkratze aber nur mich selbst. Ich schreie ihren Namen und sie hustet wieder. Diesmal spuckt sie mehr Blut als zuvor. Sie ruft um Hilfe und ich rufe nach ihr. Dann höre ich nichts mehr. Fühle nichts mehr, außer meinen eigenen Herzschlag. Mein eigenes Grauen. Sie stürzt zu Boden. Ihre Augen drehen sich nach innen. Es ist zu spät. Die Dunkelheit verblasst. Die Lichter kehren zurück. Die Wände des Angstraums sind mit Graffiti besprüht. Gegenüber sehe ich die verspiegelten Fenster zum Überwachungszimmer und in den Ecken die Kameras, die jede Sitzung aufzeichnen. Alles ist dort, wo es hingehört. Mein Nacken und mein Rücken sind schweißnaß. Ich wische mit dem Saum meines T-Shirts über mein Gesicht und gehe zur gegenüberliegenden Tür. Die schwarze Schachte mit der Spritze und den Nadeln lasse ich zurück. Ich muss meine Ängste nicht mehr neu durchleben. Ich brauche sie nur noch zu besiegen. Aus Erfahrung weiß ich, dass man mit genug Selbstvertrauen überall hingelangt. Auch in den Gefängnistrakt im dritten Stock des Hauptquartiers der Ken. Aber gerade heute scheint mich mein Glück verlassen zu wollen. Ein Fraktionsloser tritt mir in den Weg und hält mich mit dem Lauf seiner Pistole auf, noch ehe ich die Tür erreicht habe. Ich räuspere mich nervös. Wohin willst du? Ich lege meine Hand auf seine Pistole und schiebe sie beiseite. Nimm die Waffe weg. Ich bin auf Evelynns Befehl hier, um einem Gefangenen einen Besuch abzustatten. Ich habe von keinem genehmigten Besuch außerhalb der offiziellen Zeiten gehört. Ich senke meine Stimme, als würde ich ihm ein Geheimnis verraten. Das liegt daran, dass sie nicht will, dass das hier in den Protokollen auftaucht. Chuck, ruft jemand vom Treppenabsatz über uns. Es ist Therese. Sie wedelt mit der Hand, während sie zu uns herunterkommt. Lass ihn durch. Er ist okay. Ich nicke Therese zu und gehe weiter. Der Schutt in der Eingangshalle ist inzwischen weggefegt, aber die kaputten Glühbirnen sind noch nicht wieder erneuert worden, sodass ich auf meinem Weg zur richtigen Zelle immer wieder durch dunkle Passagen laufen muss, die die Gänge wie Schramm durchziehen. Im nördlichen Korridor gehe ich nicht direkt zur Zelle, sondern spreche zuerst die Frau am anderen Ende des Gangs an. Sie wirkt weder alt noch jung, ihre Augenwinkel hängen nach unten, ihre Lippen scheinen immer verkniffen zu sein. Sie macht den Eindruck, als sei ihr alles zu viel, mich eingeschlossen. »Hi«, sage ich, »mein Name ist Tobias Eaton. Ich bin auf Befehl von Evelyn Johnson hier, um einen Gefangenen abzuholen.« Sie verzieht keine Miene, als sie meinen Namen hört. Ein Moment lang fürchte ich, dass ich sie bewusst ausschlagen muss. Dann zieht sie ein zerknittertes Blatt aus der Tasche und streicht es in ihrer linken Hand glatt. Es ist eine Liste der Gefangenen und ihrer Zellennummern. »Name?« fragt sie. »Caleb Pryor. 308a.« »Du bist Evelyns Sohn, nicht wahr?« »Jep.« »Ich meine, ja.« Sie sieht nicht aus wie jemand, der eine lässige Sprache mag. Sie führt mich zu einer polierten Metalltür, auf der 308a steht, und ich frage mich, wofür die Nummern wohl standen, als unsere Stadt noch keine Unmengen von Gefängniszellen brauchte. Sie tippt eine Geheimzahl ein und die Tür springt auf. »Ich nehme an, ich soll so tun, als hätte ich nichts mitbekommen,« fragt sie. »Wahrscheinlich denkt sie, dass ich hier bin, um ihn zu töten. Ich lasse sie in dem Glauben.« »Ja,« antworte ich. »Tu mir einen Gefallen und leg bei Evelyn ein gutes Wort für mich ein. Ich hätte nichts gegen ein paar Nachtschichten weniger. Mein Name ist Drea. »Geht klar.« Im Weggehen zerknüllt sie den Zettel in der Faust und schiebt ihn zurück in die Tasche. Ich lasse meine Hand auf der Klinke, bis die Frau wieder ihren Posten eingenommen hat und in die andere Richtung blickt. Ich habe das Gefühl, dass sie das nicht zum ersten Mal macht und frage mich, wie viele Menschen auf Evelyns Befehl hin spurlos aus diesem Gefängnis verschwunden sind. Ich betrete die Zelle. Caleb Pryor sitzt über ein Buch gebeugt an einem Eisentisch. Die Haare stehen ihm auf einer Seite wirf und Kopf ab. »Was willst du?« fragt er. »Tut mir leid, aber...« Ich halte inne. Vor ein paar Stunden habe ich mir überlegt, wie ich an die Sache herangehen werde. Ich will Caleb eine Lektion erteilen und dazu sind ein paar Lügen unumgänglich. Wobei, so leid tut es mir nun auch wieder nicht. Deine Hinrichtung wurde ein paar Wochen vorgezogen. Auf heute Nacht. Das reißt ihn aus seiner Gleichgültigkeit. Er wirbelt in seinem Stuhl herum und starrt mich aus wilden, weit aufgerissenen Augen an wie ein Tier, das seinem Jäger gegenüber steht. »Soll das ein Witz sein?« »Ich bin richtig mies im Witze machen.« »Nein«, erschüttert den Kopf. »Nein, ich habe noch ein paar Wochen. Es kann noch nicht so weit sein. Nicht heute Nacht.« »Wenn du die Klappe hältst, dann gebe ich dir eine Stunde, um dich an den Gedanken zu gewöhnen. Wenn nicht, schlage ich dich K.O. und erschieße dich draußen auf der Straße, ehe du wieder aufwachst. Also entscheide dich, wir haben nicht ewig Zeit.« Einem Ken beim Denken zuzusehen, ist wie ein Uhrwerk bei der Arbeit zu beobachten. Alle Rädchen drehen sich, greifen ineinander, gleichen sich einander an und wirken zu einem einzigen Zweck zusammen. In diesem Fall, um zu begreifen, dass seine letzte Stunde geschlagen hat. Caleb's Blick wandert zu der offenen Tür hinter mir. Er packt seinen Stuhl, wirbelt herum und schleudert ihn auf mich. Die Stuhlbeine treffen mich hart und halten mich gerade lange genug auf, damit er mir entwischen kann. Ich sprinte hinterher auf den Gang hinaus. Meine Arme brennen, wo mich der Stuhl getroffen hat. Ich bin schneller als er. Ich werfe mich auf ihn und er stürzt mit dem Gesicht voraus auf den Boden, ohne sich abfangen zu können. Ich stemme mein Knie in seinen Rücken und fessel seine Handgelenke mit einem Kabelbinder. Er stöhnt auf und als ich ihn auf die Beine ziehe, glänzt seine Nase rot vor Blut. Drea's Blick Ich schleife ihn den Gang entlang. Ich nehme nicht den Weg, den ich gekommen bin, sondern eine Abkürzung, die direkt zu den Notausgängen führt. Wir steigen eine schmale Treppe hinab, das hohle Echo unserer Schritte heilt aus allen Richtungen. Unten angelangt, klopfe ich an die Tür nach draußen. Sieg öffnet sie mit einem dämlichen Grinsen im Gesicht. Keinen Ärger mit der Wache gehabt? Nein. Hat mir schon gedacht, dass man an Drea leicht vorbeikommt. Ihr ist so ziemlich alles egal. Sie wirkt so, als hätte sie nicht zum ersten Mal weggeschaut. Das überrascht mich nicht. Ist das Pryor? Höchstpersönlich. Warum blutet er? Weil er ein Idiot ist. Sieg reicht mir eine schwarze Jacke, auf deren Kragen das Zeichen der Fraktionslosen aufgenäht ist. Ich wusste gar nicht, dass das zu plötzlich im Nasenbluten führen kann. Ich lege Caleb die Jacke um die Schultern und schließe einen Knopf über der Brust. Er weicht meinen Blick aus. Ich glaube, es ist ein ziemlich neues Symptom, sage ich. Die Straße ist frei? Ja, hab eben erst nachgeschaut. Die Luft ist rein. Sieg hält mir den Knopf seiner Pistole hin. Vorsicht, sie ist geladen. Jetzt wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir eine reinhauen könntest, damit es überzeugender wirkt, wenn ich den Fraktionslosen erzähle, dass du mir die Pistole abgenommen hast. Du willst, dass ich dich schlage? Als hättest du das nicht schon immer gewollt. Schlag einfach zu vor. Normalerweise macht es mir nichts aus, Leute zu schlagen. Ich mag die Entladung von Kraft und Energie und das Gefühl, dass ich unantastbar bin, weil ich den Leuten wehtun kann. Aber gleichzeitig hasse ich diesen Teil meiner selbst, weil es der Teil ist, an dem ich innerlich zerbrochen bin. Sieg wappnet sich für den Schlag und ich balle die Faust. Mach schon, Waschlappen, sagt er. Ich entscheide mich, auf seinen Kiefer zu zielen. Dort ist der Knochen zu stark, um zu brechen, aber genau richtig für einen ordentlichen Bluterguss. Ich hole aus und meine Faust trifft ihn genau da, wo ich sie haben wollte. Sieg stöhnt auf und schlägt beide Hände vor's Gesicht. Ein stechender Schmerz durchzuckt meinen Arm und ich schüttle die Hand aus. Gut, Sieg spuckt gegen die Hauswand. Das war's dann wohl. Sieht ganz so aus. Wahrscheinlich werden wir uns nicht mehr wiedersehen, oder? Ich meine, die anderen kommen vielleicht zurück, aber du... Seine Stimme verliert sich, doch einen Augenblick später nimmt er den Satz wieder auf. Wie ich dich kenne, bist du wahrscheinlich heilfroh, alles hinter dir lassen zu können. Ja, wahrscheinlich. Ich blicke auf meine Schuhe. Und du willst wirklich nicht mitkommen? Ich kann nicht. Shauna kann in ihrem Rollstuhl nicht mithalten, und ich kann sie hier nicht zurücklassen, verstehst du? Er berührt seinen Kiefer und fährt vorsichtig mit den Fingern über die aufgeschrammte Haut. Pass auf, dass Uriah nicht zu viel trinkt, okay? Ja, sage ich. Nein, im Ernst, sagt er, und senkt die Stimme wie immer, wenn er ausnahmsweise etwas ernst meint. Versprichst du mir, dass du auf ihn aufpasst? Sieg und Uriah hatten schon immer ein engeres Verhältnis als andere Brüder. Sie haben ihren Vater verloren, als sie noch ziemlich jung waren, und ich nehme an, dass Sieg für Uriah sehr bald nicht mehr nur der große Bruder war, sondern auch die Rolle des Vaters eingenommen hat. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es sich für ihn anfühlen muss, seinen Bruder gehen zu lassen. Vor allem jetzt, wo für Uriah mit Marlins Tod eine Welt zusammengebrochen ist. Ich verspreche es dir, sage ich. Ich weiß, dass ich langsam aufbrechen sollte, aber ich lasse diesen Augenblick in seiner vollen Tragweite noch einen Moment auf mich wirken. Sieg war einer der ersten Freunde, die ich bei den Ferox fand, nachdem ich die Initiation überlebt hatte. Danach arbeiteten wir zusammen im Kontrollraum, beobachteten dieselben Kameras, schrieben die gleichen sinnlosen Computerprogramme, mit denen wir Worte und Buchstaben über die Monitore laufen ließen, oder Zahlenrätsel spielten. Er hat mir nie Fragen gestellt, weder nach meinem Namen noch nach dem Grund, warum jemand, der den ersten Platz im Initiationsranking errungen hat, im Sicherheitssektor und als Ausbilder für die Neuankömmlinge arbeitet, statt in der Ferox-Hierarchie steil nach oben durchzustarten. Er hat nie Antworten von mir verlangt. Okay, dann bringen wir es hinter uns. Komm schon, eine letzte Umarmung. Ohne Calebs Arm loszulassen, schlinge ich meinen freien Arm um Sieg, der die Umarmung erwidert. Dann lösen wir uns voneinander und ich schleife Calebs auf die Straße. Im Weggehen kann ich dem Drang nicht widerstehen, mich noch einmal umzudrehen. Ich werde dich vermissen, rufe ich über die Schulter. Ich dich auch, Sweetie. Er grinst und seine Zähne blitzen weiß im Halbdunkel. Sie sind das Letzte, was ich von ihm sehe, bevor ich mich abwende und wir Richtung Zug traben. Ihr wollt irgendwo hin, stößt Caleb zwischen zwei Atemzügen hervor. Du und ein paar andere. Ja. Ist meine Schwester auch dabei? Seine Frage weckt das wilde Tier in mir und ich spüre Zorn aufweilen, den ich weder mit scharfen Worten noch mit Beleidigungen stillen kann, allenfalls mit einer saftigen Ohrfeige. Er zuckt zusammen und zieht in Erwartung des nächsten Schlages die Schultern hoch. Ich frage mich, ob ich ähnlich ausgesehen habe, als mein Vater auf mich losging. Sie ist nicht deine Schwester, sage ich. Du hast sie verraten. Du hast sie gequält. Du hast ihr das letzte bisschen Familie genommen, das sie noch hatte. Und wofür das alles? Um Janines Geheimnisse für dich behalten zu können und die bequeme Geborgenheit der Stadt nicht aufgeben zu müssen? Du bist ein Feigling. Ich bin kein Feigling, sagt Caleb. Ich wüsste es, wenn ich... Wie wäre es, wenn du wieder deinen Mund halten würdest? Von mir aus gern, sagt er. Wohin schleppst du mich denn? Du kannst mich doch auch hier umbringen, oder nicht? Ich bleibe stehen. Ein Schatten huscht hinter uns den Weg entlang. Ich sehe ihn aber nur flüchtig aus dem Augenwinkel. Ich drehe mich um und bringe die Waffe in Anschlag. Ich gehe weiter, ziehe Caleb einfach mit und lausche auf Schritte hinter mir. Unter unseren Schuhen knirschen Glassplitter. Ich lasse den Blick über die dunklen Gebäude schweifen und über die Straßenschilder, die schief in ihren Angeln hängen, wie letzte Blätter des Herbstlaubs an den Bäumen. An der Zugstation angekommen, führe ich Caleb über eine Metalltreppe zur Plattform hinauf. Ich sehe den Zug schon aus der Ferne herankommen, auf seiner letzten Fahrt durch die Stadt. Früher waren die Züge immer eine Art Naturgewalt für mich. Etwas, das völlig ungerührt die vorgesehene Strecke zurücklegt. Ganz egal, was wir in der Stadt alles anstellten. Etwas, das so kraftvoll ist wie das Leben selbst. Jetzt habe ich die Männer und Frauen kennengelernt, die für das Funktionieren der Züge verantwortlich sind, und ein Teil des Mysteriums ist damit verloren gegangen. Dennoch werden die Züge immer etwas ganz Besonderes für mich sein. Meine erste Tat als Ferox bestand darin, auf einen Waggon aufzuspringen, und von da an waren sie Tag für Tag der Inbegriff von Freiheit für mich. Sie verschafften mir die Möglichkeit, mich in meiner Welt frei zu bewegen, nachdem ich so lange in den engen Grenzen des Altrundviertels gefangen gewesen war, in dem Haus, das mein persönliches Gefängnis gewesen ist. Als der Zug näher kommt, durchschneide ich mit einem Taschenmesser den Kabelbinder um Califs Handgelenk und packe ihn am Arm. Du weißt, was du zu tun hast? frage ich ihn. Spring auf den letzten Waggon auf. Er knöpft seine Jacke auf und lässt sie einfach fallen. Ja. Vom Anfang der Plattform aus rennen wir über die ausgetretenen Holzbretter und bleiben immer auf gleicher Höhe mit der geöffneten Tür. Er streckt die Hand nicht nach dem Türgriff aus, also gebe ich ihm einen Schubs. Er stolpert, aber dann hält er sich fest und zieht sich in den letzten Waggon. Ich muss mich beeilen, bald haben wir das Ende der Plattform erreicht. Rasch umklammere ich den Griff, schwinge mich hinein und federe kraftvoll bei der Landung ab. Triss steht mitten im Waggon und schenkt mir ein kleines schiefes Lächeln. Der Reißverschluss ihrer schwarzen Jacke ist ganz hochgezogen und ihr Gesicht leuchtet im Dunkel des Wageninneren. Sie packt mich am Kragen und zieht mich für einen Kuss zu sich heran. Dann lässt sie mich los und sagt, ich habe es schon immer geliebt, dir dabei zuzusehen. Ihre Worte entlocken mir ein Grinsen. Hast du das geplant? fragt Caleb hinter mir. Dass sie dabei ist, wenn du mich tötest? Das ist... Ihn töten? wiederholt Triss, ohne ihren Bruder anzusehen. Ja, ich habe ihn in dem Glauben gelassen, dass er zu seiner Exekution geht, sage ich laut genug, dass er es hören kann. So wie er es mit dir gemacht hat, damals im Hauptquartier der Ken. Ich... Es stimmt also gar nicht? Sein vom Mondlicht erhelltes Gesicht wird ganz schlaff vor Schock. Mir fällt auf, dass er sein Hemd falsch zugeknöpft hat. Nein, antworte ich. Eigentlich habe ich dir das Leben gerettet. Er will etwas sagen, aber ich lasse ihn nicht zu Wort kommen. Bevor du dich bedankst, solltest du noch etwas wissen. Wir nehmen dich mit. Auf die andere Seite des Zauns. Die andere Seite des Zauns. Einst hat er diesen Ort so sehr abgelehnt, dass er sich deswegen sogar gegen seine eigene Schwester gewendet hat. Es scheint mir eine passendere Strafe zu sein als der Tod. Der Tod ist so schnell, so gewiss. Dort, wo wir hingehen, gibt es keine Gewissheit. Er sieht eingeschüchtert aus, aber nicht so verängstigt, wie ich dachte. Langsam begreife ich, welche Rangordnung für ihn gilt. Zuerst geht es ums nackte Überleben, dann darum, sich dieses Leben nach den eigenen Vorstellungen einzurichten. Und irgendwo ganz hinten auf der Liste rangieren die Menschen, die er angeblich liebt. Er ist jener verachtenswerte Typ Mensch, der selbst gar nicht begreift, wie verachtenswert er ist, ganz egal, wie oft ich es in seinen Schädel zu hämmern versuche. Weder ich noch sonst irgendetwas wird etwas daran ändern. Aber statt wütend darüber zu sein, fühle ich mich nur matt und nutzlos. Ich will nicht mehr über ihn nachdenken. Ich nehme Triss' Hand und führe sie auf die andere Seite des Waggons, damit wir zusehen können, wie die Stadt langsam hinter uns verschwindet. Seite an Seite stehen wir an der offenen Wagentür und halten uns an den Griffen fest. Die Gebäude bilden ein dunkles, zerklüftetes Muster am Horizont. Man hat uns verfolgt, sage ich. Wir werden sehr vorsichtig sein, antwortet sie. Wo sind die anderen? In den ersten Waggons, sagt sie. Ich wollte mit dir allein sein. So allein, wie es eben geht. Sie lächelt mich an. Dies sind unsere letzten Augenblicke in der Stadt und natürlich sollten wir sie nur zu zweit verbringen. Ich werde diese Stadt vermissen, sagt sie. Tatsächlich? Also ich denke da eher an Tschüss und auf Nimmer Wiedersehen. Gibt es denn nichts, das du vermissen wirst? Keine guten Erinnerungen? Sie knufft mich. Also gut, sage ich lächelnd. Ein paar gibt es schon. Und sind darunter auch welche, in denen ich nicht vorkomme? Fragt sie. Das hört sich ziemlich egozentrisch an, aber du weißt, was ich meine. Ich schätze schon, sage ich schulterzuckend. Ich habe bei den Ferox ein neues Leben bekommen, einen anderen Namen. Ich bin zuvor geworden. Das habe ich meinem Ausbilder zu verdanken. Er hat mir den Namen gegeben. Wirklich? Sie legt den Kopf schief. Wieso habe ich ihn nie kennengelernt? Er ist tot. Er war ein Unbestimmter. Wieder zucke ich mit den Schultern, aber es lässt mich ganz und gar nicht kalt. Amar hat als erster erkannt, dass ich unbestimmt bin, und er hat mir geholfen, es vor den anderen zu verbergen. Seine eigene Unbestimmtheit konnte er allerdings nicht geheim halten, und das hat ihn das Leben gekostet. Sie berührt mich am Arm, ganz leicht nur, und sagt kein Wort. Ich zappel unbehaglich hin und her. Siehst du, sage ich, hier lauern überall schlimme Erinnerungen. Ich bin bereit, alles hinter mir zu lassen. Ich fühle mich innerlich ganz leer, allerdings nicht aus Trauer, sondern vor Erleichterung. Die große Anspannung löst sich. Evelyn ist in der Stadt, und auch Marcus und mit ihm all der Kummer und die Albträume und die schlimmen Erinnerungen und die Fraktionen, die mich in eine bestimmte Richtung zurechtgetrimmt haben. Ich drücke Triss' Hand. Sieh mal, sage ich und deute auf mehrere Gebäude in der Ferne. Da ist das Viertel der Altruan. Sie lächelt, aber ihre Augen sind glasig, so als würde die Schläfrigkeit in ihr sich endlich ausbreiten. Der Zug zischt über die Schienen, eine Träne rindt über Triss' Wange und die Stadt verschwindet in der Durst. Als wir uns dem Zaun nähern, drosselt der Zug seine Geschwindigkeit, ein Zeichen, dass es bald Zeit zum Abspringen ist. Tobias und ich sitzen in der Tür, während der Waggon langsam über die Schienen rollt. Tobias legt den Arm um mich, vergräbt die Nase in meinem Haar und atmet tief ein. Ich sehe ihn an, sein Schlüsselbein, das sich unter seinem T-Shirt abzeichnet. Seine Lippen, die sich leicht kräuseln und ich spüre, wie die Hitze in mir aufsteigt. Was denkst du gerade? flüstert er sanft in mein Ohr. Seine Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. Ich sehe ihn zwar ständig an, aber nicht immer verschlinge ich ihn mit meinen Blicken, so wie jetzt. Ich fühle mich ertappt. Nichts. Warum? Nur so? Er zieht mich näher zu sich und ich lege meinen Kopf auf seine Schulter und sauge die kalte Luft in tiefen Zügen ein. Sie riecht noch nach Sommer und trockenem Gras, das in der Mittagshitze von der Sonne verbrannt wird. Es kann nicht mehr lange dauern, bis wir am Zaun sind, sage ich. Die Silhouette der Stadt verschwindet langsam hinter den dunklen Wiesen, auf denen Leuchtkäfer blinken. Hinter mir sitzt Caleb an der anderen Tür, die Arme um die Knie geschlungen. Unsere Blicke treffen sich im falschen Moment und ich verspüre den Drang, ihn so lange und so laut anzuschreien, bis meine Stimme in die dunkelsten Tiefen seiner Seele dringt und er mich endlich hört, endlich begreift, was er mir angetan hat. Stattdessen halte ich seinem Blick stand, bis er es nicht mehr erträgt und die Augen abwendet. Ich stehe auf und halte mich am Griff fest. Tobias und Caleb folgen mir. Zuerst versucht Caleb, sich zu drücken, aber Tobias packt ihn und schiebt ihn an die Kante. Du springst als Erster, sagt er. Und los! Er versetzt Caleb einen leichten Stoß, gerade fest genug, um ihn vom Wagen zu schubsen, und mein Bruder verschwindet in der Nacht. Tobias springt hinterher. Jetzt bin nur noch ich da. Es ist albern, dass ich mich nur schweren Herzens von einem Ding trennen kann, da ich mich doch schon von so vielen Menschen verabschieden musste. Aber ich vermisse diesen Zug schon jetzt. Diesen und all die anderen Züge, die mich durch die Stadt, meine Stadt, getragen haben, nachdem ich einmal den Mut gefunden hatte, in die fahrenden Wagen zu springen. Ich streife ein letztes Mal mit den Fingerspitzen über die Waggonwand und springe. Der Zug ist in der Zwischenzeit immer langsamer geworden, weshalb ich mich bei der Landung verschätze. Normalerweise muss ich nach dem Aufschlag weiterlaufen, um die Geschwindigkeit auszugleichen und zu Boden stürze. Meine Handflächen schrammen über verdorrtes Gras. Ich stemme mich hoch und versuche, in der Dunkelheit etwas zu sehen, um Tobias und Caleb zu finden. Noch bevor ich sie entdecke, höre ich Christina. Triss! Sie und Uriah kommen auf mich zu. Er trägt eine Taschenlampe und wirkt aufmerksamer als heute Morgen. Ein gutes Zeichen. Hinter ihnen sind noch mehr Stimmen und noch mehr Lichter. Hat dein Bruder es geschafft? fragt Uriah. Ja. In dem Moment sehe ich Tobias auf uns zukommen. Er hat Caleb am Arm gepackt. Ich frage mich, warum ein Ken wie Du das nicht in seinen Schädel kriegt, sagt Tobias. Egal wie schnell du rennst, gegen mich hast du keine Chance. Stimmt, sagt Uriah. Thor ist schnell. Natürlich nicht so schnell wie ich, aber definitiv schneller als eine Birne wie Du. Christina lacht. Eine was? Eine Birne. Uriah tippt sich an den Kopf. Das ist ein Spitzname, du weißt schon. Die Ken sind die, die behaupten, was in der Birne zu haben. Das ist so ähnlich wie Stiff. Dieser Ferrox-Slang ist total abgefahren. Waschlappen, Birne. Gibt es auch einen Ausdruck für die Kandor? Klar doch, Uriah grinst. Dumpfbacken. Christina versetzt Uriah einen unsanften Stoß mit dem Ellbogen und er lässt die Taschenlampe fallen. Tobias lacht und geht zum Rest der Gruppe, die ein paar Meter weiter wartet. Tori schwingt ihre Taschenlampe ein paar Mal durch die Luft, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen, bevor sie die Stimme erhebt. Okay, bis zu Johanna und den Trucks haben wir noch etwa zehn Minuten Fußmarsch vor uns, also lasst uns aufbrechen. Falls ich von irgendjemandem auch nur einen Ton höre, schlage ich die betreffende Person bewusst los. Wir sind noch längst nicht draußen. Wir rücken näher zusammen, wie die Laschen eines Schuhs, die von Schnürsenkeln enger aneinandergezogen werden. Tori geht ein paar Schritte voraus. Von hinten und in der Dunkelheit erinnert mich ihre hagere, drahtige Gestalt, die beängstigend viel Selbstbewusstsein ausstrahlt, an Evelyn. Im Schein der Taschenlampe kann ich die Umrisse des schwarzen Falken auf ihrer Schulter gerade noch erahnen. Dieses Tattoo war das erste, worüber wir gesprochen haben, als ich den Eignungstest bei ihr ablegte. Damals erklärte sie, dass sie das Tattoo als Zeichen einer überwundenen Angst, ihre Angst vor der Dunkelheit, trägt. Ich frage mich, ob diese Angst sie auch jetzt noch begleitet, obwohl sie so unerbittlich dagegen angekämpft hat. Ich frage mich, ob Ängste überhaupt jemals verschwinden. Der Abstand zwischen uns wird immer größer, weil Tori immer schneller läuft. Sie brennt darauf, den Ort zu verlassen, wo ihr Bruder ermordet wurde. Der Ort, an dem sie sich bis ganz nach oben gearbeitet hat, nur um dann von einer Fraktionslosen, die offiziell längst tot war, ausgebotet zu werden. Sie ist inzwischen so weit vor uns, dass ich sie, als die ersten Schüsse fallen, kaum noch erkennen kann. Ich sehe nur ihre Taschenlampe fallen. Sie selbst ist längst von der Dunkelheit verschluckt worden. Verteilt euch! brüllt Tobias. Seine Stimme übertönt unsere Schreie und die ausbrechende Panik. Lauft! Ich taste im Dunkeln nach seiner Hand, kann sie jedoch nicht finden. Ich schließe meine Finger um die Pistole, die mir Uriah vor unserem Aufbruch gegeben hat, halte sie vor mich und versuche das Gefühl der Enge in meiner Kehle zu ignorieren. Ich kann mich nicht so einfach in die Dunkelheit stürzen. Ich brauche Licht. Also sprinte ich dorthin, wo Tori liegt, zu der Taschenlampe, die ihr im Fallen aus der Hand geglitten ist. Ich höre Pistolenschüsse, Schreie, trommelnde Schritte auf dem Boden, aber gleichzeitig dringt kein Laut zu mir durch. Mein Herzschlag rauscht in meinen Ohren. Ich gehe neben dem Lichtstrahl in die Knie und greife nach der Taschenlampe. Eigentlich will ich weiter rennen, da fällt der Lichtkegel auf ihr Gesicht. Schweißperlen glänzen auf ihrer Haut und ihre Augen zucken wild unter den geschlossenen Lidern, als suchten sie nach etwas. Eine der Kugeln hat sie in dem Bauch, die andere in die Brust getroffen. Jede Rettung käme zu spät. Ich war zwar nicht gut, auf sie zu sprechen, seit sie mich in Janines Labor angegriffen hat, aber sie ist immer noch Tori, die Frau, die das Geheimnis meiner Unbestimmtheit bewahrt hat. Meine Kehle ist wie zugeschnürt, als ich mich daran erinnere, wie ich ihr in den Raum für den Eignungstest gefolgt bin, dem Blick auf ihr Falken-Tattoo gerichtet. Toris Augen öffnen sich, flackern, dann bleibt ihr Blick an mir hängen. Sie zieht die Augenbrauen zusammen, aber sie sagt nichts. Ich klemme die Taschenlampe zwischen Daumen und Handfläche einer Hand und beuge mich vor, um ihre schweißnassen Finger zu drücken. Da höre ich jemanden näher kommen. Schnell richte ich die Pistole und den Strahl der Taschenlampe in seine Richtung. Der Lichtkegel fällt auf eine Frau, die die Armbinde der Fraktionslosen trägt und mit einer Pistole auf meinen Kopf zielt. Ich beiße die Zähne so fest zusammen, dass sie knirschen und drücke den Abzug. Die Kugel trifft die Frau in den Bauch. Mit einem letzten Aufschrei feuert sie blindlings in die Dunkelheit. Ich wende mich wieder Tori zu. Ihre Augen sind geschlossen. Ihre Glieder schlaff. Das Licht der Taschenlampe auf den Boden gerichtet, sprinte ich los, fort von ihr und der Frau, die ich gerade erschossen habe. Meine Beine schmerzen und meine Lungen brennen. Ich habe die Orientierung verloren und weiß nicht mehr, ob ich mich vor der Gefahr rette oder dem Feind direkt in die Arme laufe. Aber ich renne weiter, solange ich noch die Kraft dazu habe. Schließlich sehe ich in der Ferne Licht. Zuerst denke ich, es sei eine weitere Taschenlampe, doch als ich näher komme, wird der Lichtkegel größer und ist unbeweglicher. Es sind Scheinwerfer. Beim Klang von Motorengeräuschen gehe ich hinter den hohen Gräsern in Deckung, schalte die Taschenlampe aus und zücke die Pistole. Der Lastwagen bremst ab und ich höre eine Stimme. Tori? Die Stimme gehört Christina. Der Truck ist rot lackiert und rostig. Ein Fahrzeug der Amitie. Ich stehe auf und leuchte mich selbst mit der Taschenlampe an, damit Christina mich erkennen kann. Sie springt vom Beifahrersitz und umarmt mich heftig. Ich versuche, mir die vergangene Minuten ins Gedächtnis zu rufen, weil sie sich dann vielleicht realer anfühlen. Toris Körper, der auf dem Boden aufschlägt. Die fraktionslose Frau, die sich ihren Bauch hält. Es funktioniert nicht. Es ist genauso unwirklich wie zuvor. Gott sei Dank, sagt Christina. Steig ein, wir müssen Tori finden. Tori ist tot, sage ich schlicht. Und erst die Worte lassen ihren Tod Wirklichkeit werden. Ich fahre mit dem Handrücken über meine Wangen, um die Tränen abzuwischen, und versuche, die Kontrolle über meine zittrigen Atemzüge zurückzugewinnen. Ich, ich habe die Frau, die sie getötet hat, erschossen. Was? Johannas Stimme klingt schrill. Sie beugt sich vom Fahrersitz aus zu uns herüber. Was hast du gesagt? Tori ist tot, sage ich. Ich war dabei. Johannas Gesicht ist von ihrem Haar verdeckt, doch ihr nächster Atemzug klingt gepresst. Dann lasst uns jetzt nach den anderen suchen. Ich steige in die Fahrerkabine. Die Motoren jaulen auf, als Johanna das Gaspedal durchdrückt und wir über das Gras holpern. Habt ihr sonst noch jemanden von unseren Leuten gesehen? frage ich. Ein paar. Kara, Uriah. Johanna schüttet den Kopf. Nur die beiden. Ich kralle meine Finger um den Türgriff. Wenn ich die Suche nach Tobias nicht so früh aufgegeben hätte, wenn ich nicht so lange bei Tori geblieben wäre. Was, wenn Tobias es nicht geschafft hat? Ich bin sicher, die anderen sind okay, sagt Johanna. Dein Freund kann auf sich selbst aufpassen. Ich nicke halbherzig. Tobias kann auf sich aufpassen, aber während einer Blitzattacke wie dieser ist Überleben reine Glückssache. Man hat nicht in der Hand, ob man sich in der Schusslinie einer verirrten Kugel befindet oder ob der eigene Schuss im Dunkeln sein Ziel findet. Es ist eine Sache des Zufalls oder des Schicksals, je nachdem, woran man glaubt. Und ich weiß nicht, ich habe nie gewusst, woran ich wirklich glaube und woran nicht. Er ist okay, er ist okay, er ist okay. Tobias ist okay. Meine Hände zittern und Christina drückt mitfühlend meine Knie. Johanna steuert den Lastwagen zu unserem Treffpunkt, wo sie und Christina, Uriah und Cara zuletzt gesehen haben. Ich beobachte, wie die Tachonadel sich nach oben bewegt, bis sie sich bei 75 Meilen pro Stunde einpendelt. Die Schleuderfahrt über den holprigen Boden wirft uns immer wieder gegeneinander. Da! Christina deutet in die Ferne. Vor uns tauchen Lichter auf. Manche sind nur stecknadelkopfgroß wie Taschenlampen, andere rund und breit wie Scheinwerfer. Wir fahren direkt auf sie zu. Dann steckt Johanna auf die Bremse und ich sehe ihn. Tobias sitzt auf der Motorhaube des zweiten Trucks. Sein Arm ist blutüberströmt. Cara steht mit einem Erste-Hilfe-Kasten vor ihm. Caleb und Peter sitzen ein paar Meter entfernt im Gras. Noch bevor Johanna den Truck zum Stehen gebracht hat, stoße ich die Tür auf, springe hinaus und renne zu Tobias. Cara versucht ihn zurückzuhalten, aber er macht sich von ihr los und kommt mir entgegen. Auf halber Strecke treffen wir aufeinander. Er schlingt seinen unverletzten Arm um meine Schultern und reißt mich von den Füßen. Sein Rücken ist schweißnaß und sein Kuss schmeckt salzig. Der Knoten in meinem Magen löst sich auf und für einen Augenblick fühle ich mich wie neu geschaffen, wie auferstanden. Tobias lebt. Wir haben es aus der Stadt geschafft. Wo mich die Kugel gestreift hat, pocht mein Arm wie ein zweiter Herzschlag. Triss' Knöchel streifen meine, als sie ihre Hand hebt, um auf etwas zu unserer Rechten zu zeigen. Eine Reihe niedriger, langgestreckter Häuser beleuchtet vom blauen Schein der Lampen über den Notausgängen. Was sind das für Gebäude? fragt sie. Die zusätzlichen Gewächshäuser, antwortet Johanna. Sie erfordern nicht viel Personal, aber wir züchten dort im großen Stil. Tiere, Rohstoffe für Textilien, Weizen und so weiter. Ich stelle mir vor, wie hinter den Scheiben der Glashäuser, die im Licht der Sterne milchig schimmern, kleine Kostbarkeiten schlummern. Zarte Gewächse mit Zweigen voller Beeren und Reihen von Kartoffelpflanzen, deren Früchte unter der Erde vergraben liegen. Diese Gewächshäuser bekommen Fremde normalerweise nicht zu Gesicht, oder? sage ich. Wir haben sie jedenfalls nicht gesehen. Auch die Amité bewahren ihre Geheimnisse, sagt Johanna stolz. Die Straße vor uns verläuft gerade, der Asphalt ist rissig und aufgesprungen. Am Wegrand stehen abwechselnd knorrige Bäume, geknickte Laternenpfähle und alte Stromleitungen. Ab und zu entdecke ich lose Gehwegplatten, aus deren aufgesprungenem Beton Pflanzen sprießen. Hier und da türmen sich faulige Holzbohlen, die Überreste zusammengebrochener Hütten. Je länger ich diese Landschaft betrachte, die man den Feroxpatrouillen immer als normales Außengelände verkauft hat, desto besser kann ich mir hier die alte Stadt vorstellen, deren Gebäude zwar nicht so hoch, doch genauso dicht gedrängt wie in unserer Stadt standen. Ich sehe eine Stadt vor meinem inneren Auge, die vor langer Zeit in Brachland für den Ackerbau der Amité umgewandelt wurde. Eine alte Stadt, die in Schutt und Asche gelegt und bis auf die Grundmauer niedergebrannt wurde, deren Straßen in den Boden gestampft wurden, bis die Natur sie zurückerobert hatte und die letzten Spuren vernichtete. Ich halte meine Hand aus dem Fenster und der Wind streicht sanft über meine Finger. Als ich klein war, hat meine Mutter oft so getan, als könnte sie Gegenstände aus dem Wind formen, mit denen ich dann irgendetwas spielen durfte. Hammer und Nägel, Schwerter oder Rollschuhe. Mit diesem Spiel vertrieben wir uns die Abende im Garten, während wir darauf warteten, dass Marcus nach Hause kam. Es nahm uns die Angst. Hinter uns sitzen Caleb, Christina und Uriah auf der Ladefläche des Trucks. Christina und Uriah sitzen Schulter an Schulter, aber sie starren in unterschiedliche Richtungen, eher wie Fremde als wie Freunde. Robert sitzt am Steuer des zweiten Lastwagens, der dicht hinter uns fährt und in dem sich Cara und Peter befinden. Eigentlich sollte auch Tori bei ihnen sein. Beim Gedanken an sie fühle ich mich leer und stumpf. Tori hat meinen Eignungstest durchgeführt. Sie war die Erste, die mir das Gefühl gab, ich könnte, müsste die Altruan verlassen. Ich fühle mich in ihrer Schuld. Es ist eine Schuld, die ich nie mehr begleichen kann. Das ist sie, sagt Johanna. Die äußerste Grenze der Ferox-Patrouillen. Kein Zaun, keine Mauern trennen das Gelände der Amitie von der Außenwelt. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir alle Bewegungen der Patrouillen vom Kontrollraum aus überwacht haben und wie wir darauf geachtet haben, dass niemand sich über die Grenze verirrte, die mit einer Reihe von Schildern markiert ist, auf denen ein X gemalt ist. Die Patrouillen waren nach Entfernung gestaffelt, sodass den Trucks das Benzin ausging, wenn sie der verbotenen Zone zu nahe kamen. Es war ein ausgeklügeltes System der gegenseitigen Kontrolle zu unserer und ihrer Sicherheit und, wie mir jetzt erst klar wird, zum Schutz der Altruan-Geheimnisse. Hat jemals irgendwer diese Grenze überquert? fragt Triss. Mehr als nur einmal, antwortet Johanna. Wir waren für diese Fälle zuständig. Triss blickt sie von der Seite an und Johanna zuckt mit den Schultern. Jede Fraktion hat ihr eigenes Serum, sagt sie. Das Serum der Ferox entführt in Halluzinationen, dass der Kandor bringt die Wahrheit ans Licht, dass der Amitee verleiht inneren Frieden, dass der Ken führt zum Tod. Triss schaudert bei diesen Worten, aber Johanna fährt ungerührt fort. Und dass der Altruan tilgt die Erinnerung. Tilgt die Erinnerung. Wie zum Beispiel bei Amanda Ritter, sage ich. Es gibt vieles, was ich frohen Herzens vergessen werde. Das waren ihre Worte. Ja, genau, sagt Johanna. Wir nennen es Gedächtnis-Reset. Den Amitee fiel die Aufgabe zu, allen, die sich über die Grenze verirrten, das Altruan-Serum zu verabreichen. Immer nur gerade so viel, dass sie vergaßen, was sie jenseits des Zauns gesehen hatten. Sicher ist uns hier und da jemand entgangen, aber die meisten konnten wir abfangen. Nach diesen Worten herrscht Schweigen in der Fahrerkabine. Ich versuche, die Neuigkeiten zu verdauen, was nicht ganz leicht ist. Denn ich spüre, dass es nicht richtig ist, Menschen ihre Erinnerungen zu nehmen. Obwohl ich weiß, dass diese Maßnahmen notwendig waren, um die Sicherheit unserer Stadt so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, spüre ich bei dem Gedanken an einen Gedächtnis-Reset, einen Knoten in der Brust. Wer einem Menschen seine Erinnerungen raubt, nimmt ihm die Identität. Ich habe das Gefühl, gleich aus der Haut fahren zu müssen, denn je weiter wir die letzte Grenze hinter uns lassen, desto näher kommen wir der Fremde, die da beginnt, wo meine Welt aufhört. Ich bin angespannt und fieberig und verwirrt und hundert Gefühle und Gedanken schießen mir gleichzeitig durch den Kopf. Im Licht der ersten Sonnenstrahlen sehe ich etwas vor uns auf der Straße und taste nach Triss' Hand. Sieh mal! Die Welt jenseits des Zauns besteht aus Straßen, dunklen Gebäuden und schiefen Stromleitungen. Nirgends ein Lebenszeichen, keine Bewegung, kein Geräusch, nur der Wind und meine eigenen Schritte. Die Landschaft ist wie ein abgebrochener Satz. Die eine Seite hängt frei in der Luft, unvollendet, die zweite handelt von einem völlig anderen Thema. Auf unserer Seite befinden sich menschenleeres Land, Gras und Straßen. Auf der anderen Seite sind zwei Betonmauern mit einem halben Dutzend Gleisen dazwischen. Vor uns erstreckt sich eine Brücke, die über die Betonwelle führt, und an den Gleisen entlang reihen sich Gebäude aus Holz, Stein und Glas. Die Fenster sind dunkel, Bäume rahmen die Häuser ein, das Geäst ist so dicht, dass es zusammenwächst. Auf der rechten Seite steht ein Schild, auf dem 90 steht. Und was jetzt? fragt Uriah. Wir folgen den Gleisen, antworte ich, allerdings so leise, dass nur ich es hören kann. An der Nahtstelle zwischen ihrer, wer auch immer das sein mag, und unserer Welt steigen wir aus den Lastwagen. Robert und Johanna verabschieden sich kurz, wenden die Fahrzeuge und kehren in die Stadt zurück. Ich sehe zu, wie sie davonfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt noch umzukehren, aber ich schätze, sie haben einiges in der Stadt zu erledigen. Immerhin muss Johanna die Rebellion der Getreuen organisieren. Wir anderen, ich, Tobias, Caleb, Peter, Christina, Uriah und Kara, setzen unseren Weg entlang der Schienen fort, unsere wenigen Habseligkeiten im Gepäck. Die Gleise sind anders als die Schienen in der Stadt. Sie sind poliert und glatt, und statt senkrecht zum Schienenverlauf verankerter Holzbohlen sind hier gerastete Metallplatten dazwischen. Etwas weiter vorne ist direkt an der Mauer ein Zugwagen abgestellt. Vorne und auf dem Dach sind Metallverkleidungen angebracht, die wie Spiegel aussehen, und die Fenster sind getönt. Aus der Nähe sind kastanienbraun gepolsterte Bankreihen zu sehen. Bei solchen Zügen springt niemand während der Fahrt auf oder ab. Hinter mir ist Tobias. Die Arme leicht angewinkelt, um das Gleichgewicht zu halten, balanciert er auf einem Gleis. Die anderen haben sich verteilt. Peter und Caleb gehen entlang der einen Mauer, Kara entlang der anderen. Keiner spricht viel, es sei denn, um auf etwas Ungewöhnliches hinzuweisen. Ein Schild oder ein Gebäude, oder ein Hinweis darauf, wie diese Welt gewesen war, als hier noch Menschen lebten. Die Betonwelle faszinieren mich, vor allem die seltsamen Bilder, die darauf zu sehen sind. Bilder von Leuten mit so unglaublich glatter Haut, dass sie fast nicht mehr wie Menschen aussehen. Von bunten Flaschen mit Shampoo oder Spülung oder Vitaminen oder irgendwelchen mir unbekannten Substanzen. Worte, die ich nicht verstehe. Wodka und Coca-Cola und Energy Drink. Die Farben und Formen und Worte und Bilder sind so grell, so prächtig, dass sie mich vollkommen fesseln. Triss. Tobias legt seine Hand auf meine Schulter und ich bleibe stehen. Er neigt den Kopf zur Seite und sagt, Hörst du das? Ich höre Schritte und die gedämpften Stimmen unserer Begleiter. Ich höre meinen eigenen Atem und seinen. Darunter ist ein dumpfes Grollen, das mal lauter und dann wieder leiser wird. Es klingt wie das Dröhnen eines Motors. Halt! rufe ich. Zu meiner Überraschung kommen alle meiner Aufforderung nach, sogar Peter. Wir versammeln uns in der Mitte der Schienen. Als ich sehe, dass Peter seine Pistole zieht, greife ich ebenfalls nach meiner Waffe. Ich halte sie mit beiden Händen fest und denke daran, wie leicht es mir gefallen ist, sie zu benutzen. Diese Leichtigkeit ist jetzt verschwunden. Unvermittelt taucht an der vor uns liegenden Biegung ein schwarzer Lastwagen auf. Er ist viel größer als jeder Lastwagen, den ich je gesehen habe. Groß genug, um mehr als einem Dutzend Menschen auf der Ladefläche Platz zu bieten. Ein Schauder überläuft mich. Der Lastwagen rattert über die Gleise und hält etwa fünf Meter vor uns an. Ich kann den Fahrer sehen. Er hat dunkle Haut und lange Haare, die er zu einem Knoten geschlungen trägt. Gott, sagt Tobias und umklammert seine Waffe fester. Eine Frau steigt aus. Sie ist etwa in Johannas Alter, hat lauter Sommersprossen und ihre Haare sind so dunkel, dass sie fast schwarz aussehen. Sie hüpft von dem Fahrzeug herunter und hebt beide Hände, um uns zu zeigen, dass sie unbewaffnet ist. Hallo, sagt sie und lächelt nervös. Ich bin Zoe. Das ist Amar. Sie deutet mit dem Kopf zum Fahrer, der inzwischen ebenfalls ausgestiegen ist. Amar ist tot, sagt Tobias. Nein, Thor. Das bin ich nicht, sagt Amar. In Tobias Gesicht spiegeln sich seine Angst und seine Anspannung. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass jemand, den man mochte, von den Toten zurückkehrt. Die Gesichter all jener, die ich verloren habe, geistern plötzlich durch meine Gedanken. Lynn, Marlene, Will, Al, mein Vater, meine Mutter. Was, wenn auch sie noch am Leben sind, so wie Amar? Was, wenn der Vorhang, der uns trennt, nicht der Tod, sondern nur ein Drahtzaun und ein Stück Land sind? Gegen jede Vernunft weite Hoffnungen mehr auf, so dumm das auch ist. Wir arbeiten für die Organisation, die eure Stadt gegründet hat, sagt Zoe und wirft Amar einen Blick zu. Die Organisation, der auch Edith Pryor angehörte. Sie zieht ein Foto aus ihrer Tasche, das in einigen Stellen zerknittert ist und hält es hoch. Dann blickt sie mir direkt in die Augen und ignoriert dabei die Waffen, die auf sie gerichtet sind. Ich denke, du solltest dir das ansehen, Triss, sagt sie. Ich werde jetzt einen Schritt auf euch zugehen, das Foto auf den Boden legen und wieder zurücktreten. Einverstanden? Sie kennt meinen Namen. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Woher kennt sie meinen Namen? Und nicht nur meinen ursprünglichen, sondern auch den, den ich mir zugelegt habe, als ich zu den Ferox wechselte. Einverstanden, sage ich mit heiserer, gepresster Stimme. Zoe tritt vor, legt die Fotografie auf die Zuggleise und kehrt wieder an ihren Platz zurück. Ich löse mich aus der Sicherheit unserer Gruppe und kauere mich neben das Foto, ohne dabei die Frau auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Das Foto in der Hand richte ich mich auf. Es zeigt mehrere Menschen vor einem Maschendrahtzaun, die einander die Arme um Schultern und Rücken gelegt haben. Unter ihnen ist eine deutlich jüngere Version von Zoe, erkennbar an den Sommersprossen. Die anderen sind mir unbekannt. Ich will Zoe gerade fragen, was es mit dem Foto auf sich hat, als mein Blick auf eine junge Frau mit dunkelblonden Haaren und einem breiten Lächeln fällt. Meine Mutter. Was hat meine Mutter bei diesen Leuten zu suchen? Etwas nimmt mir die Luft zum Atmen, eine Mischung aus Trauer, Schmerz, Sehnsucht. Es gibt viel zu erzählen, sagt Zoe. Aber nicht hier. Wir möchten euch zu unserem Hauptquartier bringen. Die Fahrt dauert allerdings etwas länger. Die Pistole immer noch im Anschlag berührt Tobias mich mit der anderen Hand am Handgelenk, damit ich ihm das Foto zeige. Ist das deine Mutter? fragt er. Das ist Mom? sagt Caleb. Er drängt sich an Tobias vorbei und blickt mir über die Schulter. Ja, antworte ich. Meinst du, wir sollten ihnen vertrauen? fragt Tobias mich leise. Zoe sieht nicht gerade wie eine Lügnerin aus und sie hört sich auch nicht so an. Wenn sie weiß, wer ich bin und uns hier aufgespürt hat, dann deshalb, weil sie Zugang zur Stadt hat. Also sagt sie möglicherweise die Wahrheit und gehörte tatsächlich zu der Gruppe, der auch Edith Pryor angehörte. Und dann ist da auch noch Amar, der Tobias keine Sekunde aus den Augen lässt. Wir sind gekommen, um mit diesen Leuten zu sprechen, sage ich laut. Irgendjemandem müssen wir vertrauen, meint ihr nicht? Sonst stolpern wir sinnlos durch ödes, verlassenes Land und verhungern am Ende noch. Tobias lässt mein Handgelenk los und senkt seine Waffe. Ich folge seinem Beispiel, die anderen ebenso, wenn auch langsamer. Christina ist die Letzte, die ihre Pistole wegsteckt. Egal, wo ihr uns hinbringt, wir sind frei und können jederzeit wieder abhauen, verstanden? Sagt Christina. Zoe legt die Hand auf die Brust, direkt über ihrem Herzen. Ihr habt mein Wort darauf. Für uns alle kann ich nur hoffen, dass ihr verspricht. Ich stehe am Rand der Ladefläche und umklammere das Gestänge, an dem die Plane befestigt ist. Ich wünschte mir, diese neue Wirklichkeit wäre nur eine Simulation, die ich manipulieren kann, sobald ich hinter den Sinn des Ganzen gekommen bin. Aber es ist weder eine Simulation, noch erkenne ich den Sinn darin. Amar lebt. Du musst dich anpassen, so lautete einer seiner Lieblingssätze während meiner Initiation. Manchmal hat er mich angebrüllt und den Satz so oft gesagt, dass die Worte mich in meinen Träumen verfolgt haben. Ich bin davon aufgewacht, wie von einem schrillen Wecker. Und seine Anweisung umzusetzen, hat mich manchmal mehr gekostet, als ich hatte. Sich anpassen, das hieß schneller werden, besser werden, sich an Dinge anpassen, die alle Grenzen sprengen. Wie zum Beispiel, eine ganze Welt hinter sich zu lassen, um eine neue zu entdecken. Oder zu entdecken, dass der totgeglaubte Freund noch am Leben ist und den Lastwagen steuert, auf dem du gerade mitfährst. Triss sitzt hinter mir auf einer Bank, die über die gesamte Ladefläche geht und hält das zerknitterte Foto in der Hand. Ihre Finger schweben so dicht über dem Gesicht ihrer Mutter, dass sie es beinahe berühren. Rechts und links von ihr sitzen Christina und Caleb. Sie lässt ihren Bruder nur so dicht an sich heran, damit er das Foto sehen kann. Aber man sieht, dass sie vor ihm zurückweicht und sich eng an Christina drückt. »Ist das wirklich eure Mom?« fragt Christina. Triss und Caleb nicken beide. »Sie sieht jung aus. Und sie ist so hübsch,« fügt Christina hinzu. »Ja, das ist sie.« »War sie,« sollte ich sagen. »Ich hätte erwartet, dass die schmerzliche Erinnerung an die vergangene Schönheit ihrer Mutter sie traurig macht. Stattdessen wirkt sie aufgeregt und ihre Lippen sind erwartungsvoll geöffnet. Ich hoffe nur, sie gibt sich keinen falschen Hoffnungen hin. »Zeig mal her,« sagt Caleb und streckt die Hand aus. Schweigend und ohne ihn richtig anzusehen, reicht Triss ihm das Foto. »Ich wende mich der Welt zu, die wir hinter uns lassen. Unvermittelt endende Gleise, weitläufige Felder und in der Ferne die Zentrale, kaum sichtbar in dem Dunst, der die Skyline der Stadt einhüllt. Es ist seltsam, sie so von außen zu sehen und dabei das Gefühl zu haben, man könnte sie berühren, wenn man nur die Hand nachher ausstreckte. Peter kommt zu mir an den Rand der Ladefläche und hält sich dabei an der Plane fest. Die Gleise beschreiben einen Bogen und die Felder verschwinden aus meinem Blickfeld. Die Betonwelle auf beiden Seiten werden niedriger, das Land flacher und überall sind jetzt Häuser zu sehen. Einige sind klein wie die Häuser der Altruan, andere lang gestreckt, als hätte man sie auf die Seite gekippt. Große Bäume wuchern über die Zementeinfassungen hinaus, die sie eigentlich genau davon abhalten sollen. Ihre Wurzeln breiten sich über den Pflastersteinen aus. Auf einem Dachgiebel sitzen aufgereiht schwarze Vögel, die mich an das Tattoo auf Triss Schlüsselbein erinnern. Als der Lastwagen an ihnen vorbeifährt, krächzen sie und fliegen auf. Es ist eine wilde Welt. Plötzlich wird mir alles zu viel und ich lasse mich auf die Bank sinken. Ich vergrabe meinen Kopf in den Händen und schließe die Augen, um mich gegen die vielen neuen Eindrücke zu wehren. Ich spüre Triss starke Arme. Sie umschlingt meinen Rücken und zieht mich zu sich. Meine Hände sind taub. Konzentriere dich auf deine unmittelbare Umgebung, ruft Cara mir von der anderen Seite des Fahrzeugs zu. Zum Beispiel auf den fahrenden Lastwagen. Das hilft. Ich versuche es. Ich denke daran, wie hart die Sitzbank ist und wie sehr der Lastwagen vibriert, selbst wenn wir bei einem ebenen Untergrund fahren und daran, wie dieses Beben meine Glieder erfasst. Ich spüre den kleinsten Richtungsänderungen nach, links und rechts, vor und zurück und nehme jedes Häupern ganz bewusst wahr. Ich konzentriere mich so lange, bis alles um mich herum dunkel wird und weder das Verrinnen der Zeit noch die Angst vor Entdeckung von Bedeutung ist. Du kannst jetzt die Augen aufmachen, sagt Triss. Es hört sich zaghaft an. Christina und Uriah stehen da, wo ich zuvor gestanden habe, und sehen hinaus. Ich schaue über ihre Schultern, will wissen, wohin wir fahren. Ein hoher Zaun teilt die Landschaft, die hier nur spärlich besiedelt ist. Der Zaun besteht aus schwarzen Gitterstäben, die oben zugespitzt und nach außen gebogen sind, offenbar um etwaige Eindringlinge abzuschrecken. Ein paar Schritte dahinter ist ein weiterer Zaun. Dieser sieht so aus wie der Zaun um die Stadt und ist aus Maschendraht- und Stacheldrahtrollen gefertigt. Von ihm geht ein lautes Summen aus. Er steht unter Strom. Dazwischen marschieren Menschen mit Waffen, die unseren Paintball-Gewähren ähnlich sehen, die aber mit Sicherheit sehr viel wirkungsvoller und tödlicher sind. An dem ersten Zaun ist ein Schild befestigt, auf dem Amt für genetisches Sozialwesen steht. Ich höre Amman. Er redet mit den Wachen, aber ich verstehe nicht, was er sagt. Ein Tor im ersten Zaun öffnet sich für uns, dann ein Tor im zweiten Zaun. Und hinter den beiden Zäunen ist... Ordnung. Soweit das Auge reicht, erstrecken sich niedrige Gebäude. Dazwischen befinden sich gepflegte Rasenflächen mit kleinen Bäumen. Die Verbindungsstraßen sind gut instand gehalten und mit Pfeilen beschildert, die in die verschiedenen Richtungen weisen. Sicherheitsstützpunkt links, Offiziersunterkünfte rechts, Hauptgebäude geradeaus. Ich stehe auf und lehne mich weit über die Ladefläche, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen. Das Amt für genetisches Sozialwesen ist kein sehr hohes Gebäude, aber ein enorm großes. Es ist ein Mammut aus Glas und Stahl und Beton. Dahinter stehen mehrere hohe Türme, die oben eine verbreitete Plattform haben. Keine Ahnung warum, aber sie erinnern mich an unseren Kontrollraum. Und vielleicht dienen sie einem ähnlichen Zweck. Außer den Wachposten an den beiden Zäunen sind kaum Menschen zu sehen. Und die wenigen, die unterwegs sind, bleiben neugierig stehen. Aber wir fahren so schnell, dass ich ihre Gesichter nicht erkennen kann. Der Lastwagen hält vor mehreren Doppeltüren und Peter ist der erste, der vom Fahrzeug springt. Wir folgen ihm und stellen uns Schulter an Schulter auf. So eng nebeneinander, dass ich den schnellen Atem der anderen hören kann. In der Stadt waren wir durch die Fraktionen, das Alter, die Herkunft getrennt. Aber hier sind alle Unterschiede fortgewischt. Wir haben jetzt nur noch uns. Auf geht's, murmelt Triss, als Zoe und Amar auf uns zukommen. Auf geht's, sage ich zu mir selbst. Willkommen auf dem Gelände, sagt Zoe. Dieses Gebäude war einst der O'Hare Airport, einer der am meisten genutzten Flughäfen des Landes. Jetzt befindet sich hier das Hauptquartier des Amts für genetisches Sozialwesen, kurz Amt genannt. Es ist eine Regierungseinrichtung der Vereinigten Staaten. Ich spüre, wie meine Gesichtsmuskeln schlaff werden. Ich kenne alle Wörter, die sie verwendet, wobei ich nicht genau weiß, was ein Airport und die Vereinigten Staaten sind, aber sie ergeben überhaupt keinen Sinn. Ich bin allerdings nicht der Einzige, der... Verzeihung, sagt sie. Ich vergesse immer wieder, wie wenig ihr wisst. Das ist dann wohl eure Schuld, nicht unsere, stellt Peter fest. Lasst es mich anders ausdrücken, sagt Zoe und lächelt freundlich. Ich vergesse immer wieder, dass man nur sehr wenige Informationen an euch weitergegeben hat. Ein Airport ist ein Zentrum für Flugreisen und... Flugreisen? wiederholt Christina fassungslos. Eine technische Errungenschaft, die wir in der Stadt nicht notwendigerweise brauchten, erklärt Amar. Diese Art der Fortbewegung ist verblüffend sicher und schnell. Wow, sagt Triss. Sie ist fasziniert. Mir wird bei der Vorstellung, hoch in der Luft zu fliegen, richtig schlecht. Wie auch immer, als unser Projekt entwickelt wurde, machte man aus dem Airport diesen Arbeitskomplex, damit wir das Experiment aus der Ferne verfolgen konnten, sagt Zoe. Ich werde euch jetzt in den Kontrollraum führen, damit ihr David kennenlernt, den Leiter des Amts. Ihr werdet viele Dinge sehen, die euch fremd vorkommen, daher ist es wohl das Beste, wenn ich vorab einiges erkläre. Ihr könnt euch gerne Notizen machen, wenn es euch interessiert. Später können Amar und ich euch weitere Auskünfte geben. Sie steuert auf den Eingang zu, wo zwei bewaffnete Posten die Türen für sie aufhalten und sie anlächeln, als sie an ihnen vorbeigeht. Der Kontrast zwischen der freundlichen Begrüßung und ihren geschulterten Waffen lässt mich fast auflachen. Die Waffen sind sehr groß und ich frage mich, wie es sich wohl anfühlt, sie zu benutzen. Ob man die tödliche Macht, die in ihnen steckt, spürt, wenn man den Finger auf den Abzug legt. Kalte Luft streicht über mein Gesicht, als ich das Gebäude betrete. Über meinem Kopf sind hohe, halbrunde Fenster, die fahles Licht hereinlassen. Aber das ist auch schon das Ansprechendste an diesem Ort. Der gefließte Boden ist alt und schmutzig und die Wände sind grau und kahl. Vor uns ist ein Meer aus Menschen und Maschinen. Ein Hinweisschild verrät uns, dass wir uns an einer Sicherheitskontrolle befinden. Ich verstehe nicht, warum so viel Security nötig ist. Immerhin schützen zwei Zäune das Gelände, einer davon ist sogar elektrisch und es gibt jede Menge Wachen. Aber das hier ist nicht die Welt, in der ich mich auskenne. Nein, das ist ganz und gar nicht meine Welt. Triss berührt mich an der Schulter und zeigt auf den langen Gang. Sieh dir das an. Am anderen Ende der Halle, direkt vor der Sicherheitskontrolle, ist ein riesiger Felsblock mit einem Glasapparat darüber. Zweifellos ein Beispiel für all die unerklärlichen Dinge, die wir noch zu Gesicht bekommen werden. Genauso unerklärlich ist für mich die Gier in Triss Augen. Sie nimmt alles um uns herum in sich auf, verschlingt es geradezu. Manchmal spüre ich, wie ähnlich wir uns sind. Und manchmal, so wie jetzt, spüre ich den Unterschied zwischen uns, der sich wie eine Mauer zwischen uns schiebt. Christina sagt etwas zu Triss und dann fangen beide an zu grinsen. Ich höre alles nur gedämpft und verzerrt. Alles in Ordnung mit dir? fragt mich Kara. Ja, erwidere ich automatisch. Weißt du, es ist absolut verständlich, wenn dir mulmig zumute ist, sagt sie. Es gibt keinen Grund, sich ständig, wie das Paradebeispiel, an unerschütterlicher Männlichkeit aufzuführen. Als was bitte? Sie lächelt und ich merke, dass sie einen Witz gemacht hat. Die Leute am Kontrollpunkt treten beiseite und bilden eine Gasse, um uns durchzulassen. Zoe, die vorausgeht, erklärt uns, Waffen sind hier nicht erlaubt, aber wenn ihr wollt, könnt ihr sie am Kontrollpunkt abgeben und beim Verlassen des Geländes wieder mitnehmen. Nachdem ihr eure Waffen hinterlegt habt, gehen wir durch einen Scanner und das war's auch schon. Diese Frau irritiert mich, sagt Kara. Was? sage ich. Wieso denn? Sie nimmt ihr eigenes Wissen für selbstverständlich, antwortet Kara und holt ihre Waffe hervor. Sie tut andauernd so, als wäre alles offensichtlich, obwohl es das ganz offensichtlich nicht ist. Du hast recht, sage ich halbherzig. Das ist irritierend. Ein paar Schritte vor mir legt Zoe ihre Pistole in einen grauen Container und geht dann auf einen Scanner zu. Eine mannsgroße Vorrichtung, durch die man wie durch einen Tunnel hindurchgehen muss und der so schmal ist, dass man gerade so hindurch passt. Ich krame meine Pistole hervor, in der noch ein komplettes Magazin steckt und lege sie in den Container, den der Wachposten mir hinhält und in dem sich schon eine ganze Reihe von Waffen befindet. Ich sehe zu, wie Zoe durch den Scanner geht, dann Amar, Peter, Caleb, Kara und Christina. Als ich vor dem Apparat stehe und mir vorstelle, wie ich von den engen Wänden eingezwängt werde, verspüre ich einen Anflug von Panik. Meine Hände werden taub und meine Brust zieht sich zusammen. Der Scanner erinnert mich an die Holzkiste in meiner Angstlandschaft, die mich zu zerquetschen droht. Das geht nicht. Ich darf jetzt nicht in Panik verfallen. Ich zwinge mich dazu, einen Fuß vor den anderen zu setzen und gehe in die Mitte des Tunnels, so wie alle anderen. Ich höre, dass sich etwas an den Wänden links und rechts bewegt und dann erklingt ein hoher Piepton. Ich zucke zusammen, aber dann sehe ich, wie mich der Wachposten weiter winkt. Es ist okay. Ich darf wieder aus diesem Ding raus. Ich stolpere aus dem Scanner. Um mich herum ist wieder viel Platz. Kara sieht mich bedeutungsvoll an, sagt jedoch kein Wort. Dass Triss meine Hand ergreift, nachdem sie den Scanner passiert hat, nehme ich nur undeutlich wahr. Ich muss daran denken, wie ich mit ihr gemeinsam durch meine Angstlandschaft gegangen bin, wie unsere Körper in der schrumpfenden Holzkiste aneinander gepresst wurden, wie ich mit der Handfläche an ihrer Brust ihren Herzschlag gespürt habe. Das bringt mich wieder in die Gegenwart zurück. Als schließlich auch Uriah durch ist, winkt Zoe uns weiter. Jenseits des Kontrollpunkts ist es nicht mehr ganz so schmuddelig. Die Böden sind ebenfalls gefließt, jedoch blitzsauber und überall sind Fenster. Am Ende eines langen Flurs stehen Labortische und Computer und ich muss unwillkürlich an das Hauptquartier der Ken denken. Allerdings ist es hier viel heller und weniger geheimnisvoll. Zoe führt uns nach rechts in einen dunkleren Korridor. Die Leute, an denen wir vorbeikommen, bleiben stehen und sehen uns an. Ihre Blicke treffen mich wie kleine Hitzestrahlen. Mein Hals und meine Wangen fühlen sich richtig heiß an. Wir gehen scheinbar endlos weiter, bis Zoe schließlich stehen bleibt und sich zu uns umdreht. Hinter ihr stehen dunkle Bildschirme in einem Kreis und ich muss an Motten denken, die sich um eine Flamme scharen. Innerhalb des Kreises sitzen Menschen an niedrigen Tischen und tippen wie wild auf weiteren Bildschirmen herum, die allerdings so aufgestellt sind, dass sie hinaus und nicht in den Kreis hinein zeigen. Es ist ein Kontrollraum, aber er ist nach draußen ausgerichtet. Ich bin mir nicht sicher, was hier observiert wird, denn sämtliche Bildschirme sind dunkel. Vor den inneren Monitoren stehen Stühle und Bänke und Tische, so als würden sich die Leute hier versammeln, um sich zum Spaß Videos anzusehen. Ein paar Schritte vom Kontrollraum entfernt steht ein freundlicher, älterer Mann. Er trägt eine blaue Uniform, wie alle anderen auch. Als er uns kommen sieht, breitet er die Arme aus, um uns willkommen zu heißen. Ich vermute, das ist David. Auf diesen Moment haben wir die ganze Zeit gewartet. Ich krame das Foto aus meiner Tasche. Der Mann vor mir, David, ist darauf zu sehen. Er steht direkt neben meiner Mutter. Sein Gesicht ist ein bisschen weicher und seine Taille ein bisschen schlanker. Mit der Fingerspitze verdecke ich das Gesicht meiner Mutter. Alle Hoffnungen sind verpufft. Wenn meine Mutter oder mein Vater oder meine Freunde noch am Leben wären, dann hätten sie am Eingang auf uns gewartet. Ich hätte es besser wissen sollen, statt darauf zu hoffen, dass ich das, was mit Amar passiert ist, wiederholen könnte. Mein Name ist David. Wie ihr vielleicht schon von Zoe erfahren habt, bin ich der Leiter des Amts für genetisches Sozialwesen. Ich werde mich bemühen, euch alles zu erklären, sagt David. Als erstes sollt ihr wissen, dass die Informationen, die Edith Pryor euch gegeben hat, nur zum Teil der Wahrheit entsprechen. Bei dem Namen Pryor richtet er seinen Blick auf mich. Ich bebe am ganzen Körper vor lauter Ungeduld. Seit ich das Video gesehen habe, lächze ich danach, endlich Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Und jetzt endlich ist es soweit. Sie hat nur so viel an Information preisgegeben, wie nötig war, um den Erfolg unseres Experiments sicherzustellen, fährt David fort. Und dazu gehörte auch, Dinge zu vereinfachen, wegzulassen oder die Wahrheit zurechtzubiegen. Nun, da ihr hier seid, ist das nicht mehr nötig. Ständig ist von einem Experiment die Rede, sagt Tobias. Was für ein Experiment ist das? Nun ja, genau darauf wollte ich hinaus. David sieht Amar fragend an. Womit haben sie bei dir angefangen, als sie dir damals alles erklärt haben. Das spielt keine Rolle. Egal wo sie anfangen, es macht die Sache nicht leichter, sagt Amar und zupft an der Nagelhaut an einem seiner Finger. David denkt einen Augenblick nach. Dann räuspert er sich. Vor langer Zeit hat die Regierung der Vereinigten Staaten der Vereinigten was? Und da bricht Uriah ihn. Das ist ein Land, sagt Amar. Ein sehr großes. Es hat genau festgelegte Grenzen und eine eigene Regierung. Und wir gehören dazu. Wir reden später darüber. Fahren Sie fort, Sir. David presst seinen Daumen in die Handfläche und massiert seine Hand. Die ständigen Unterbrechungen haben ihn anscheinend aus dem Konzept gebracht. Er fängt noch einmal an. Vor einigen Jahrhunderten hat die Regierung dieses Landes beschlossen, bestimmte wünschenswerte Fähigkeiten ihrer Bürger zu fördern. Wissenschaftliche Studien hatten ergeben, dass beispielsweise der Hang zu Gewalttätigkeit genetische Wurzeln hat. Damals wurde das sogenannte Mörder-Gen entdeckt. Aber es gab auch Gene, die Feigheit, Unehrlichkeit oder geringe Intelligenz begünstigen. Mit anderen Worten, all jene Eigenschaften, die letztlich zum Zerfall einer Gesellschaft führen. Uns wurde immer gesagt, die Fraktionen seien entstanden, um ein Problem zu lösen. Das Problem, das in unseren menschlichen Schwächen läge. Offensichtlich haben sich die Leute, von denen David spricht, mit demselben Problem konfrontiert gesehen. Ich weiß so wenig über Genetik. Eigentlich nur das, was man sehen kann, das, was von Eltern auf ihre Kinder übertragen wird und das, was ich in meinem Gesicht und den Gesichtern meiner Freunde sehen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein einzelnes Gen für Mord oder Feigheit oder Unehrlichkeit isoliert darstellen kann. Wie sollen sich derart unklare Begriffe auf einen konkreten Bestandteil des menschlichen Körpers zurückführen lassen? Aber ich bin kein Wissenschaftler. Selbstverständlich wird die Persönlichkeit eines Menschen durch eine ganze Reihe von Faktoren geprägt, unter anderem durch die Erziehung und die Erfahrungen des Betreffenden, fährt David fort. Und obwohl fast ein Jahrhundert lang Frieden und Wohlstand in unserem Land herrschten, haben unsere Vorfahren den Entschluss gefasst, diese unerwünschten Eigenschaften in unserer Bevölkerung zu korrigieren. Und zwar, indem sie das Menschsein neu definieren. Das war die Geburtsstunde des sogenannten Experiments, bei dem es um genetische Manipulationen ging. Es braucht immer mehrere Generationen, bis sich genetische Manipulationen durchsetzen. Es wurden also gezielt und in großem Maßstab Menschen aus der gesamten Bevölkerung ausgewählt. Teils nach Herkunft, teils nach Verhalten. Ihnen wurde angeboten, dass sie den nachfolgenden Generationen ein Geschenk machen könnten. Ein Geschenk in Form einer genetischen Änderung, das ihre Nachkommen verbessern würde. Ich sehe die anderen an. Peter verzieht verächtlich den Mund. Caleb blickt finsterdrein. Caras Kinnlade ist heruntergeklappt, als können sie so ihren Wissenshunger besser stillen und die Antworten auf ihre Fragen aus der Luft schnappen. Christina hat skeptisch eine Augenbraue hochgezogen und Tobias starrt auf seine Schuhe. Ich habe das Gefühl, als hätte ich das alles schon einmal gehört. Eine ganz ähnliche Philosophie liegt unseren Fraktionen zugrunde, nur dass es hier darum geht, die Gene zu verändern, statt sich in Gruppen zusammenzuschließen, die nach Tugenden unterteilt sind. Ich kann das verstehen. Bis zu einem bestimmten Punkt bin ich sogar damit einverstanden. Aber ich begreife immer noch nicht, was das mit uns zu tun hat. Als die genetischen Manipulationen allerdings erste Wirkungen zeigten, sah man, welche katastrophalen Folgen sie hatten. Es stellte sich heraus, dass die Versuche nicht nur verbesserte Gene hervorbrachten, sondern auch beschädigte Gene, erklärt David. Wenn man einer Person die Angst nimmt, ihre durchschnittliche Intelligenz erhöht oder ihre Unehrlichkeit ausmerzt, dann raubt man ihr die Einfühlsamkeit. Nimmt man ihr die Aggression, fehlt ihr zugleich die Motivation und die Durchsetzungskraft. Nimmt man ihr den Eigennutz, mangelt es ihr an Selbsterhaltungstrieb. Wenn ihr darüber nachdenkt, werdet ihr sicher verstehen, was ich meine. Während seiner Aufzählung hake ich im Geiste alle Eigenschaften ab. Angst, mäßige Intelligenz, Unehrlichkeit, Aggression, Eigennutz. Er spricht tatsächlich über die Fraktionen. Und er hat Recht mit seiner Behauptung, dass jede Fraktion etwas dadurch verliert, dass sie eine bestimmte Tugend in den Mittelpunkt stellt. Die Ferox, mutig, aber grausam. Die Ken, intelligent, aber eitel. Die Amitee, freundlich, aber träge. Die Kandor, ehrlich, aber unbedacht. Die Altruan, selbstlos, aber einschränkend. Die Menschheit war nie perfekt, aber die genetischen Veränderungen haben alles nur noch schlimmer gemacht. Seinen Niederschlag fand dies im sogenannten Reinheitskrieg. Ein Bürgerkrieg, der von den Trägern defekter Gene angezettelt wurde und sich gegen die Regierung und die Träger reiner Gene richtete. Der Reinheitskrieg verursachte Schäden auf amerikanischem Boden in einem nie gekannten Ausmaß und kostete der Hälfte der Bevölkerung das Leben. Das Schaubild ist bereit, sagt einer der Leute an den Computertischen. Auf dem Bildschirm über Davids Kopf wird eine Karte eingeblendet. Die Konturen sind mir fremd. Ich weiß nicht, was sie darstellen, aber überall blinken pinkfarbene, rote und purpurne Lichtchen. Das ist unser Land vor dem Reinheitskrieg, erklärt David. Und so sah es danach aus. Die Lichter erlöschen und die Flecken schrumpfen wie Wasserpfützen in der Sonne. Ich brauche einen Moment, bis ich begreife, dass die Lichter Menschen darstellen. Menschen, deren Lebenslicht erlischt. Ich starre auf dem Bildschirm. Fassungslos, weil ein solcher Verlust meine Vorstellungskraft sprengt. David fährt fort. Als der Krieg zu Ende war, wurde nach einer dauerhaften Lösung für das Genproblem gesucht. Und so gründete man das Amt für genetisches Sozialwesen. Ausgestattet mit allem, was die Regierung an wissenschaftlichem Know-how aufzubieten hatte, nahmen unsere Vorfahren Experimente in Angriff, um die Menschheit zur genetischen Reinheit zurückzuführen. Sie riefen die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Genetisch defekte Personen sollten sich melden, um ihr Genmaterial ändern zu lassen. Das Amt sorgte dafür, dass sie langfristig in einer sicheren Umgebung leben konnten und rüstete sie mit der Grundversion eines Serums aus, um ihre Gesellschaftsordnung stabil zu halten. Im Laufe der Zeit und über mehrere Generationen hinweg sollten mehr und mehr genetisch gesunde Menschen hervorgebracht werden. Tori hatte mir damals gesagt, wie man jemanden wie mich nennt. Unbestimmt. Und seither habe ich mich immer wieder gefragt, was genau das bedeutet. Hier ist die simple Antwort darauf. Unbestimmt zu sein bedeutet, dass meine Gene heil sind, gesund, rein, unbeschädigt. Ich müsste eigentlich froh sein, endlich Bescheid zu wissen, aber ich habe das vage Gefühl, dass mir etwas genommen wurde. Ich war bisher der Meinung, dass Unbestimmtheit das Merkmal ist, das mein Wesen bestimmt. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Jede neue Enthüllung raubt mir den Atem, als David nach und nach die Schichten aus Lügen und Geheimnissen abträgt. Ich fasse an meine Brust, um meinen Herzschlag zu spüren, und versuche ruhig zu bleiben. Eure Stadt ist Teil dieser Genexperimente und der mit Abstand erfolgreichste. Das liegt an den verhaltensmodifizierten Gruppen, sprich den Fraktionen. David lächelt uns an, als hätte er uns soeben etwas eröffnet, auf das wir stolz sein könnten. Aber ich bin nicht stolz darauf. Sie haben uns geschaffen, sie haben unsere Welt errichtet, sie haben uns gesagt, woran wir glauben sollen. Aber wenn man uns tatsächlich unsere Glaubensgrundsätze vorgeschrieben hat, stimmen sie dann überhaupt? Ich drücke die Hand fester gegen meine Brust, um mich zu beruhigen. Die Fraktionen dienten dazu, das Experiment um den Faktor Erziehung zu erweitern. Unsere Vorfahren haben herausgefunden, dass Genkorrekturen allein nicht ausreichen, um das Verhalten der Menschen zu ändern. Von einer neuen sozialen Ordnung in Verbindung mit Genmodifikationen erhoffte man sich eine umfassende Lösung der aus Gendefekten entstandenen Verhaltensprobleme. Davids Lächeln erlischt, als er sich in der Runde umsieht. Ich weiß nicht, was er erwartet hat. Dass wir sein Lächeln erwidern? Er führt seine Erklärungen fort. Später wurde das System der Fraktionen auch auf die anderen Experimente übertragen. Drei davon laufen derzeit immer noch. Wir haben große Anstrengungen unternommen, um euch zu beschützen, zu beobachten und von euch zu lernen. Kara streicht mit den Händen über E.H., als wolle sie prüfen, ob sich auch keine Strähne gelöst hat. Ihre Frisur sitzt perfekt. Und was ist mit Edith Pryors Bitte, wonach wir, sobald sich genügend Unbestimmte zusammengefunden haben, den Menschen hier zur Hilfe kommen sollen? Unbestimmt nennen wir jene, die das gewünschte Maß an genetischer Heilung vollzogen haben, sagt David. Wir wollten sicherstellen, dass die Führer eurer Stadt diese Bevölkerungsgruppe wertschätzen. Wir haben weder damit gerechnet, dass die Führer der Ken Jagd auf Unbestimmte machen, noch dass die Altruan ihr Wissen weitergeben würden. Und anders als Edith Pryor behauptet hat, sind wir nicht ernsthaft davon ausgegangen, dass eine Armee von Unbestimmten uns zu Hilfe eilt. Im Grunde genommen brauchen wir eure Unterstützung nicht. Wir wollen lediglich, dass der Prozess der Genheilung über die nächsten Generationen fortgesetzt wird. Heißt das, jeder, der nicht unbestimmt ist, hat einen Defekt? mischt Caleb sich ein. Seine Stimme zittert. Ich habe mir nicht vorstellen können, ihn je aus einem derartigen Anlass den Tränen nahe zu sehen, aber genau das ist der Fall. Bleib ruhig, sage ich mir wieder und hole noch einmal langsam und tief Luft. Genetisch betrachtet, ja, sagt David. Wir waren allerdings überrascht über die Effektivität der Verhaltensmodifikation in eurer Stadt. Bis vor kurzem erzählten wir damit gute Erfolge hinsichtlich möglicher Auffälligkeiten aufgrund von Genmanipulation. Das Verhalten allein lässt allerdings keine gesicherten Rückschlüsse auf den Zustand des Genmaterials zu. Nur damit ich das richtig verstehe, meldet Caleb sich zu Wort. Ich bin klug und allein aus diesem Grund kann ich mich nicht in andere hineinfühlen. Schuld daran sind meine Vorfahren, die modifiziert wurden, damit sie noch klüger werden. Ich und alle andere Menschen mit Gendefekten sind beschränkt. Die Unbestimmten hingegen sind es nicht. Nun ja, sagt David und zieht eine Schulter hoch. Bei genauerer Überlegung liegt dieser Schluss nahe. Caleb sieht mich zum ersten Mal seit Tagen direkt an und ich erwidere seinen Blick. Ist das die Erklärung für Calebs Verrat? Sein Gendefekt? Eine Krankheit, von der er nicht genesen kann und gegen die es kein Mittel gibt? Das erscheint mir ziemlich fragwürdig. Es sind nicht nur die Gene, mischt Amar sich ein. Alle Menschen, ob mit Gendefekt oder nicht, treffen Entscheidungen und die allein zählen. Ich denke an meinen Vater, der als Altruan zu wechseln, der ein Leben lang gegen seine eigene Natur aufbegehrte und sie schließlich überwand. Ein Mann, der gegen sich ankämpfte, so wie ich auch. Diese Auseinandersetzung mit sich selbst kann nicht das Produkt eines Gendefekts sein. Sie ist einfach nur zutiefst menschlich. Ich sehe Tobias an. Er wirkt schlapp und abgekämpft und macht den Eindruck, als würde er jeden Moment umfallen. sind genauso überwältigt wie er. Carol zupft am Saum ihres T-Shirts, fährt mit dem Daumen darüber und runzelt nachdenklich die Stirn. Ich weiß, das ist ziemlich viel Stoff zum Nachdenken, sagt David. Das ist eine glatte Untertreibung. Christina neben mir schnaubt. Ihr habt euch die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, fährt David fort, als habe er die Unterbrechung nicht gehört. Deshalb werde ich jetzt dafür sorgen, dass ihr etwas zu essen und Ruhe bekommt. Moment, sage ich und denke an das Foto in meiner Tasche und daran, dass Zoe bei unserer ersten Begegnung meinen Namen kannte. Ich denke an das, was David uns gesagt hat, nämlich dass sie uns beobachtet und von uns gelernt haben. Ich denke an die vielen dunklen Bildschirme. Sie haben gesagt, sie beobachten uns. Wie? Zoe verzieht die Lippen. David nickt einem der Leute an den Tischen hinter sich zu. Schlagartig gehen alle Bildschirme an und zeigen jeweils verschiedene Orte der Stadt. Der Merciless Smart. Der Millennium Park. Das Hancock Building. Die Zentrale. Dass die Ferox die Stadt mit Kameras überwachen, wusstet ihr ja bereits, sagt David. Tja, und wir haben ebenfalls Zugang zu diesen Kameras. Sie haben uns die ganze Zeit über beobachtet. Ich spiele mit dem Gedanken, von hier vorzugehen. Wir folgen David, gehen am Kontrollpunkt vorbei und ich bin kurz davor wieder zurück durch die Sicherheitsdetektoren zu gehen, mir meine Pistole zu schnappen und mich aus dem Staub zu machen. Weg von diesem Ort, an dem sie mich all die Jahre beobachtet haben, seit ich klein war. Meine ersten Schritte, meine ersten Worte, mein erster Schultag, mein erster Kuss. Sie haben zugesehen, wie Peter mich angriff, wie eine Simulation meine Fraktion in eine willenlose Armee verwandelte, wie Tasche. Ich kann nicht sein. David führt uns durch das Gebäude zu einem Gang, der mit Teppichen ausgelegt und zu beiden Seiten von Topff Pflanzen gesäumt ist. Die Tapete ist alt und vergilbt und schält sich an den Ecken von der Wand. Wir folgen ihm in einen weiten Saal mit hoher Decke, holzgetefeltem Fußboden und gelb-orange glimmenden Lichtern. In der Mitte sind Liegen in zwei Reihen aufgestellt. Daneben steht je ein Schrankkoffer für unsere Habseligkeiten. Große Fenster mit eleganten Vorhängen nehmen die gegenüberliegende Wand ein. Erst als ich näher herantrete, erkenne ich, dass der Stoff zerschlissen ist und die Ränder ausgefranst sind. David erklärt uns, dass dieser Gebäudeteil früher ein Hotel war, von dem man durch einen Tunnel zum Flughafen gelangte und dass dieser Raum damals als Ballsaal genutzt wurde. Ihm scheint nicht aufzufallen, dass seine Erläuterungen aus lauter uns unbekannten Vokabeln bestehen. Natürlich ist dies nur ein vorübergehendes Quartier. Sobald ihr euch entschieden habt, wie ihr hier leben wollt, werden wir euch andere Unterkünfte suchen, ob bei uns im Gebäude oder anderswo. Zoe wird nach euch sehen und darauf achten, dass ihr gut versorgt seid, sagt er. Ich werde morgen wieder vorbeikommen, um mich selbst davon zu überzeugen, wie ihr hier zurechtkommt. Ich sehe zu Tobias, der vor den Fenstern auf und ab läuft und an seinen Fingernägeln kaut. Diese Angewohnheit ist mir noch nie zuvor bei ihm aufgefallen. Vielleicht lagen seine Nerven aber auch nie zuvor so blank. Ich könnte jetzt hierbleiben und versuchen ihn zu trösten, aber ich habe so viele Fragen zu meiner Mutter und ich kann und werde nicht länger auf die Antworten warten. Tobias wäre der Erste, der das verstehen würde. Ich folge David in den Gang. Gleich hinter der Tür lehnt er sich gegen die Wand und kratzt sich im Nacken. Hi, sage ich. Ich heiße Triss. Ich glaube, sie kannten meine Mutter. Als ich ihn anspreche, zuckt als mir Peter während unserer Initiationsphase bei den Ferox aus purer Gehässigkeit das Handtuch vom Körper gerissen hat. Entblößt, beschämt, zornig. Vielleicht ist es nicht ganz fair, all diese Gefühle auf David zu projizieren, aber ich kann nicht anders. Er ist der Chef dieser Einrichtung, des Amts für genetisches Sozialwesen. Ja, natürlich, sagt er. Ich kenne dich. Und woher? Von den abscheulichen Kameras, die jede meiner Bewegungen aufgezeichnet haben? Ich verschränke die Arme fester. Na dann. Ich warte einen Herzschlag lang, dann sage ich. Ich muss über meine Mutter Bescheid wissen. Zoe hat mir ein Foto gegeben, auf dem sie neben ihr stehen, also dachte ich, sie könnten mir weiterhelfen. Ah, sagt er. Dürfte ich einen Blick darauf werfen? Ich ziehe das Foto aus Er fährt mit den Fingerspitzen darüber, um es zu glätten, und betrachtet es mit einem seltsamen Lächeln, ja fast zärtlich. Ich verlagere mein Gewicht von einem Fuß auf den anderen und komme mir vor, als würde ich stören. Sie ist noch einmal zurückgekommen, nur für einen kurzen Besuch, sagt er, bevor sie sich für die Mutterschaft entschied. Bei dieser Gelegenheit ist das Foto entstanden. Sie ist zurückgekommen, wiederhole ich. Heißt das, sie gehörte hierher? War sie eine von ihnen? Ja, sagt David schlicht und hebt mit diesem einen Wort meine gesamte Welt aus den Angeln. Sie kam von hier. Sie wurde als junges Mädchen in die Stadt geschickt, um sich um ein Problem in unserem Experiment zu kümmern. Also wusste sie es. Ein Zittern schleicht sich in meiner Stimme, ohne dass ich es will. Sie kannte diesen Ort. Sie wusste, was hinter dem Zaun lag. David zieht ratlos die buschigen Augenbrauen hoch. Nun ja, natürlich. Das Beben meiner Stimme springt erst auf meine Arme, dann auf meine Hände über, und bald zittere ich am ganzen Leib, als würde mein Körper sich gegen ein Gift wehren. Das Gift des Wissens um diesen Ort und seine Geheimnisse und all die Lügen, auf denen mein Leben aufgebaut war. Sie wusste, dass wir jede Sekunde unseres Lebens beobachtet wurden. Sie haben zugesehen, wie sie starb und wie mein Vater starb und wie alle gegenseitig übereinander hergefallen sind. Und was haben sie unternommen? Wurde jemand zu uns geschickt, um ihr, um mir zur Hilfe zu kommen? Nein! Sie weg! Nennen sie mich nicht so! Eigentlich dürften sie diesen Namen überhaupt nicht kennen! Eigentlich dürften sie nichts von uns wissen! Zitternd wende ich mich ab und gehe in den Saal zurück. Im Schlafsaal haben sich die anderen inzwischen auf die Betten verteilt und mit dem Auspacken begonnen. Hier sind wir ganz unter uns. Nirgends sind Fremde zu sehen. Ich lehne mich gegen die Wand nahe der Tür und fahre mit den Händen über meine Jeans um meine verschwitzten Handflächen abzuwischen. Auch die anderen scheinen die Neuigkeiten nicht besonders gut zu verkraften. Peter liegt mit dem Gesicht zur Wand auf seiner Matratze. Uriah und Christina sitzen nebeneinander und unterhalten sich leise. Caleb massiert sich mit den Fingerspitzen die Schläfe. Tobias geht immer noch auf und ab und kaut Gedanken verloren an seinen Fingernägeln. Cara sitzt etwas abseits und fährt sich mit der Hand übers Gesicht. Ohne die Rüstung, mit der sich die Ken sonst umgeben, ist sie zum ersten Mal ihren Gefühlen ausgeliefert. Ich setze mich ihr gegenüber. Du siehst nicht besonders gut aus. Ihr Haar, das normalerweise glatt und zu einem perfekten Knoten geschlungen ist, wirkt so habe ich es nicht gemeint. Ich weiß, sie seufzt. Ich bin eine Ken, weißt du? Ich muss lächeln. Ja, ich weiß. Nein, Cara schüttet den Kopf. Es ist das, was mich ausmacht, eine Ken zu sein. Und jetzt erfahre ich, all das nur von irgendeinem Fehler in meinen Genen her rührt, dass die Fraktionen nichts als ein geistiges Gefängnis sind, ein Mittel zum Zweck, um uns unter Kontrolle zu halten. Genau wie Evelyn Johnson und die Fraktionslosen immer gesagt haben. Sie hält inne. Wozu dann noch die Getreuen? Mir ist nicht klar gewesen, wie viel Cara die Grundsätze der Getreuen bedeuten, wie sehr sie sich an den Gedanken geklammert hat, dem Fraktionssystem und den Absichten unserer Gründer treu zu bleiben. Für mich waren die Getreuen nicht der es mir möglich machte, die Stadt zu verlassen. Für Cara muss unsere Widerstandsgruppe weit mehr bedeutet haben. Es war trotzdem richtig, hierher zu kommen, sage ich. Wir haben die Wahrheit herausgefunden. Zählt das denn gar nichts? Natürlich, sagt Cara sanft. Aber nun brauche ich andere Begriffe für das, was ich bin. In der ersten Zeit nach dem Tod meiner Mutter habe ich mich an den Gedanken, dass ich unbestimmt bin, geklammert, wie an eine ausgestreckte Hand. Dieser Begriff sagte mir, wer ich war. Er gab mir Halt, während um mich herum meine Welt aus den Fugen geriet. Doch jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich dieses Wort für mich noch brauche. Ich frage mich, ob wir auf diese Begriffe angewiesen sind, oder ob wir nicht einfach Freunde oder Paare oder Verwandte sein können, bestimmt von unseren Entscheidungen und gebunden von Gefühlen wie Liebe und Treue. Vielleicht solltest du besser mal nach ihm sehen, sagt Kara und nickt in Richtung Tobias. Er, sage ich. Ich durchquere den Raum, trete vor die Fenster und blicke hinaus auf den Teil des Gebäudekomplexes, der von hier aus sichtbar ist. Wie überall blicke ich auch dort auf Glas und Stahl, Asphalt und Gras und Zäune. Als Tobias mich bemerkt, hält er inne und stellt sich neben mich. Alles okay mit dir? Frage ich. Ja. Er setzt sich auf das Fensterbrett, sodass wir auf Augenhöhe sind. Ich meine, nein, nicht wirklich. Gerade lässt mich der Gedanke nicht los, wie sinnlos alles war. Ich meine, das Fraktionssystem. Er reibt sich mit dem Handrücken über den und ich frage mich, ob er dabei an die Tattoos auf seinem Rücken denkt. Wir haben alles für die Fraktionen gegeben. Sie waren unser Leben, sagt er. Wir alle, auch wenn uns das selbst manchmal gar nicht bewusst war. Daran denkst du jetzt? Ich hebe die Augenbrauen. Tobias, wir wurden überwacht. Sie haben alles gesehen, was passiert ist. Alles, was sie jemals getan haben. Zeit. Er massiert mit den Fingerspitzen seine Schläfen. Wahrscheinlich, aber das ist es nicht, was mich beschäftigt. Ich muss ihn unbewusst ungläubig angeblickt haben, denn er schüttet den Kopf. Triss, ich habe im Kontrollraum der Ferrox gearbeitet. Die Kameras waren überall und zwar schon lange. Während deiner Initiationszeit habe ich versucht, dir zu verstehen zu geben, dass du unter Beobachtung stehst. weißt du nicht mehr? Ich kann mich an seine ständigen Blicke zur Decke oder in die Ecken erinnern, an seine kryptischen Warnungen, die er mir zwischen zusammengebissenen Zähnen zuraunte. Ich hatte keine Ahnung, dass er mich damit vor den Kameras warnen wollte. Der Gedanke wäre mir bis vor kurzem überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Das hat mir früher mal zu schaffen gemacht, sagt er, aber darüber bin ich schon lange weg. Wir dachten immer, dass wir auf uns allein gestellt seien. Und jetzt stellt sich heraus, dass wir recht hatten. Sie haben uns alleine gelassen. So ist es eben. Ich glaube nicht, dass ich das einfach so akzeptieren kann, sage ich. Wenn man jemanden in Not sieht, sollte man ihm zu Hilfe kommen. Experiment hin oder her. Und Gott, ich finde mich bei dem Gedanken. Was sie alles gesehen haben. Er blickt mich an. Ein leichtes Lächeln umspielt seine Lippen. Was? frage ich. Ich habe mich nur gerade an ein Paar der vielen Dinge erinnert, die sie gesehen haben, sagt er und legt seine Hand auf meine Teige. Ich versuche ihn finster anzublicken, aber ich halte es nicht besonders lange durch. Nicht wenn er mich so angrinst wie gerade eben. Nicht wenn er mich aufheitern will. Er entlockt mir ein kleines Lächeln. Ich setze mich neben ihn auf das Fensterbrett und klemme meine Hände unter meine Oberschenkel. Okay, jetzt wissen wir, dass unser Fraktionssystem vom Amt für Genetisches Sozialwesen entworfen wurde, aber im Grunde genommen ist diese Information doch gar nicht so neu. So oder so ähnlich haben wir es uns auch schon vorher vorgestellt. Vor langer Zeit haben ein paar Leute entschieden, dass das Fraktionssystem die beste Form einer Gesellschaftsordnung darstellt oder den Leuten zumindest eine Chance gibt, ihr Leben so gut wie möglich zu gestalten. Tobias antwortet nicht sofort. Stattdessen kaut er innen auf seiner Wange und starrt auf unsere Füße, die sich beinahe berühren. Meine Zehen streifen fast den Fußboden, aber nicht Lügen, die einem den Blick darauf verstellt haben, was wahr und echt war, was wirklich zählte. Ich taste nach seiner Hand und wir verschränken unsere Finger. Er legt seine Stirn an meine. Ich ertappe mich dabei, dass ich aus einer alten Gewohnheit herausdenke. Danke, Gott, für diesen Moment. Und plötzlich verstehe ich, was ihm so Kopfzerbrechen bereitet. Was wenn der Gott meiner Eltern, wenn alles, woran sie je geglaubt haben, nur das Konstrukt von Wissenschaftlern ist, die uns damit in Schach halten wollen? Und das gilt nicht nur für den Glauben an Gott und an was auch immer für Wesen, sondern für ihre Maßstäbe von richtig und falsch und ihr Ideal von Selbstlosigkeit. Geraten all diese Grundsätze ins Wanken, nur weil wir wissen, wie unsere Welt zustande gekommen ist? Ich weiß es nicht. Der Gedanke lässt mich nicht mehr los. Also küsse ich ihn. Langsam, damit ich seinen warmen Mund und den sanften Druck seiner Lippen spüren kann und seinen Atem, als wir uns wieder voneinander lösen. Warum sind wir eigentlich immer von Menschen umzingelt? frage ich. Ich weiß es nicht, sagt er. Vielleicht stellen wir uns einfach nur dumm an. Ich lache und es ist das Lachen, nicht das Licht, das die Dunkelheit in mir vertreibt und mich spüren lässt, dass ich noch lebe. Selbst an diesem seltsamen Ort, wo alles, was ich je zu wissen glaubte, mir zwischen den Fingern zerrinnt. Doch manche Dinge weiß ich sicher. Ich weiß, dass ich nicht alleine bin, dass ich Freunde habe, dass ich verliebt bin. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, dass ich nicht sterben will, was für mich eine ganze Menge heißt und mehr ist, als ich noch vor ein paar Wochen hätte behaupten können. Am Abend drücken wir unsere Pritschen ein kleines bisschen näher zusammen und blicken uns in die Augen, bis wir einschlafen. Als Tobias schließlich wegdämmert, sind unsere Finger in dem schmalen Spalt zwischen unseren Betten ineinander verschränkt. Und mit einem kleinen Lächeln lasse auch die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen, als wir einschlafen. Ein paar Stunden später, gegen Mitternacht, schrecke ich wieder hoch. Meine Gedanken lassen mich nicht ruhen und mein Kopf schwirrt vor Fragen, Problemen und Zweifeln. Triss hat meine Hand inzwischen losgelassen. Ihre Fingerspitzen streifen den Boden. Sie liegt quer auf der Matratze. Das offene Haar fällt ihr über die Augen. Ich schlüpfe in meine Schuhe und laufe mit offenen Schnürsenkeln durch die Gänge. Ich bin so an das Ferox Quartier gewöhnt, dass das Knazen der Holzdielen anstelle des vertrauten Echos von scharrenden Tritten auf Stein und dem pulsierenden Wasserrauschen der Schlucht mich bei jedem Schritt aufs Neue mit ein paar älteren Ferox zu einer Mutprobe aufgefordert. Für mich bestand die Herausforderung darin, mir in der Grube mein erstes Tattoo, die Flammen auf meinem Brustkorb stechen zu lassen. Es war eine höllische Tortur. Ich habe jede einzelne Sekunde davon genossen. Am Ende eines Ganges finde ich mich in einem Innenhof wieder. Der Geruch nasser Erde erfüllt die Luft. Überall wachsen Pflanzen und Bäume, deren Wurzeln im Wasser hängen, wie in den Gewächshäusern der Amitee. Die Mitte des Raums nimmt einen Baum in einem riesigen Wassertank ein, der hoch über dem Boden angebracht ist, sodass man auf das Wurzelgeflecht darunter blicken kann, das von unten an die Verzweigungen des menschlichen Nervensystems erinnert. Du bist nicht mehr annähernd so wachsam wie früher, höre ich Amar hinter mir sagen. Ich bin dir von der Lobby bis hierher gefolgt. Was willst du? Vorsichtig klopfe ich mit den Fingerknöcheln gegen den Tank, woraufhin sich zarte Wellen kreisförmig über die Wasseroberfläche ausbreiten. Ich dachte mir, dass du vielleicht eine Erklärung hören willst, warum ich nicht tot bin, sagt er. Ich habe darüber nachgedacht, sage ich. Wir haben deinen Leichnam nie zu Gesicht bekommen. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer, einen Tod vorzutäuschen, wenn man die Leiche verschwinden lässt. Klingt ja, als hättest du längst alles rausgefunden. Amar legt die Hände aneinander. Tja, dann kann ich ja gehen, wenn dich die Einzelheiten nicht interessieren. Ich verschränke die Arme vor der Brust. Amar fährt mit der Hand durch sein schwarzes Haar und bindet es mit einem Gummiband zurück. Mein Tod wurde vorgetäuscht, weil ich ein Unbestimmter bin und Janine gerade anfing uns zu töten. Wir versuchten so viele wie möglich zu retten, aber das war gar nicht so leicht, weil Janine allen immer einen Schritt voraus war. Also gibt es noch andere? frage ich. Ein paar, sagt er. Irgendwelche mit Namen Pryer? Sie war diejenige, die mich nach draußen gebracht hat. Sie hat noch jemand anderem geholfen. George Wu. Kennst du ihn? Er ist gerade auf Patrouille unterwegs, sonst hätte er mich begleitet, als wir euch abholten. Ist seine Schwester immer noch in der Stadt? Der Name ist wie eine Faust, die sich in meinen Magen krallt. Oh Gott, sage ich und lehne mich gegen den Tank. Was? Du kennst ihn? Ich schüttle den Kopf. Das ist unfassbar. Zwischen Torys Tod und unserer Ankunft liegen kaum mehr als ein paar Stunden. An einem normalen Tag verstreichen manchmal Stunden, ohne dass etwas passiert, und der Strom der Zeit wird nur vom gelegentlichen Blick auf die Uhr unterbrochen. Aber gestern haben genau diese Stunden zwischen Tori und ihrem Bruder eine unüberwindbare Barriere errichtet. Seine Schwester heißt Tori, sage ich. Sie wollte mit uns die Stadt verlassen. Wollte, wiederholt Amar. Oh, das ist... Wir schweigen eine Weile. George wird seine Schwester nie wiedersehen. Und sie ist in dem Glauben gestorben, dass Janine ihn ermordet hat. Was gibt es da noch zu sagen? Jedenfalls nichts, dass es wert wäre, gesagt zu werden. Jetzt, wo meine Augen sich an das Licht gewöhnt haben, bemerke ich, dass die Pflanzen in diesem Raum nach ihrer Schönheit und nicht nach Nutzen ausgewählt wurden. Blüten und Efeu und Büschel von violetten und roten Blättern. Die einzigen Blumen, die ich hier zu Gesicht bekommen habe, waren Feldblumen oder die Apfelblüten auf den Obstwiesen der Amitee. Diese Gewächse sind viel exotischer als alles, was ich kenne, leuchtend und farbenfroh, vielschichtig übereinander gefaltete Blütenblätter. Was immer dieser Ort auch sein mag, hier musste man offensichtlich nicht so pragmatisch denken, wie in unserer Stadt. Die Frau, die angeblich deine Leiche entdeckte, sage ich, hat sie einfach gelogen? Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Menschen auf Dauer an einer Lüge festhalten. Er zieht die Augenbrauen zusammen. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber so ist es eben. Man hat bei ihr einen Reset durchgeführt. Man hat ihr Gedächtnis modifiziert und die Bilder von meinem Sprung vom Glasturm unter ihre Erinnerungen geschmuggelt. Die Leiche, die sie gefunden hatte, war ziemlich verunstaltet, sodass niemand etwas bemerkt hat. Man hat einen Reset durchgeführt? Du meinst, man hat ihr das Altruanserum verabreicht. Wir nennen es Gedächtnisserum, weil es im Grunde genommen nicht wirklich den Altruan gehört, aber ja, genau das war es. Gerade noch war ich wütend auf ihn, obwohl ich mir nicht immer sicher bin, warum. Vielleicht weil die Welt plötzlich so kompliziert geworden ist und ich nicht einmal ein Bruchstück der Wahrheit geahnt habe. Oder aber ich war wütend als ich glaubte, meine Mutter sei tot. Jemanden in falsche Trauer zu stürzen ist so ziemlich das Grausamste, was man einem Menschen antun kann. Und ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal erlebt. Als ich Amar anblicke, veräppt mein Zorn langsam. An seine Stelle tritt Amar, mein Ausbilder und Freund, der wieder unter den Lebenden weilt. Ich grinse. Tja, dann bist du also putzmunter, sage ich. Was noch wichtiger ist, sagt er und zeigt auf mich, du bist nicht länger sauer auf mich. Mit einer Hand zieht er mich in eine Umarmung, während er mit der anderen auf meinen Rücken klopft. Ich versuche, seinen Enthusiasmus zu erwidern, aber ich bin einfach nicht der Typ dafür. Als wir uns lösen, fühle ich die Hitze in meinem Gesicht aufsteigen. Amars belustigtem Lachen nachzuschließen, Stiff, sagt er. Was soll's, sage ich. Also gefällt es dir hier? Amar zuckt mit den Schultern. Ich habe keine echte Alternative und ich kann mich nicht beklagen. Ich arbeite im Sicherheitssektor, wo auch sonst, da ich schließlich nichts anderes gelernt habe. Die würden sich alle um dich reißen, aber wahrscheinlich bist du hoffnungslos überqualifiziert. Ich habe mich noch nicht wirklich damit abgefunden, für immer hier zu aber trotzdem danke. Da draußen gibt es nicht wirklich was besseres, erwidert Amar. Die meisten Leute leben in Städten, in den großen Knotenpunkten, wie unsere Stadt einer war. Aber die sind schmutzig und gefährlich, wenn du nicht die richtigen Beziehungen zu den richtigen Leuten hast. Hier gibt es wenigstens genug sauberes Wasser, Essen und Schutz. Ich verlagere unbehaglich mein Gewicht von einem Ich fühle mich schon jetzt von meiner eigenen Enttäuschung eingeengt. Oft habe ich mir ausgemalt, wie es wohl wäre, mich von meinen Eltern loszureißen und die dunklen Erinnerungen an die Zeit mit ihnen hinter mir zu lassen. Das hier habe ich mir allerdings nicht vorgestellt. Aber ich will die Harmonie nicht sofort wieder stören, jetzt, da ich mit Amar einen verloren geglaubten Freund zurückbekommen habe, also sage ich einfach, ich denke darüber nach. Hör zu, es gibt da noch etwas, das du wissen solltest. Was? Noch mehr Auferstandene? Man kann mich ja wohl schlecht als Auferstanden bezeichnen, wenn ich nie richtig tot war, oder? Amar schüttet den Kopf. Nein, es geht um die Stadt. Ich habe es von jemandem aus dem Kontrollraum erfahren. Markes Prozess ist für Evelyn seine Anhörung bis zur letzten Minute hinauszögern würde, dass sie warten würde, bis er sich mit dem Wahrheitsserum in den Venen vor ihr winden und jede Minute wie ihre Henkers Mahlzeit auskosten würde. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich erneut vor die Wahl gestellt werden würde, ob ich es mit eigenen Augen sehen will oder nicht. Ich glaubte, sie endlich los zu sein, alle beide, ein für allemal. Oh, ist alles, was ich herausbringe. Ich fühle mich taub und verwirrt, als ich mich später auf den Weg zurück in den Schlafseil mache und wieder unter meine Decke krieche. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheide. Ich erwache kurz vor Sonnenaufgang. Von den anderen regt sich noch niemand. Tobias hat den Arm über die Augen gelegt, aber jetzt hat er Schuhe an. Vermutlich ist er mitten in der Nacht aufgestanden und durch die Schuhe schlüpfe und mit den Fingern meine Haare glätte. Die Gänge sind wie leer gefegt, nur hier und da sehe ich jemanden. Wahrscheinlich beenden sie demnächst ihre Nachtschicht. Jedenfalls sitzen sie an Bildschirmen, das Kinn in die Hand gestützt oder hängen über ihren Besen, ohne überhaupt noch etwas von ihrer Arbeit mit zu bekommen. Ich strecke meine Hände in die Taschen und folge den Schildern Richtung Eingang. Ich will mir die Skulptur, die ich gestern im Vorübergehen bemerkt habe, genauer ansehen. Wer auch immer dieses Gebäude entworfen hat, muss ein besonderes Faible für Licht gehabt haben. Glasflächen schließen die gewölbten Decken ab und auch die Wandsockel sind aus Glas. Selbst jetzt, am frühen Morgen ist das Gebäude von Licht durchflutet. Ich krame die Ausweismarke, die ich gestern beim Abendessen von Zoe bekommen habe, aus der Hosentasche und zeige sie am Kontrollpunkt vor, um durchgelassen zu werden. Ein paar hundert Meter vom Eingang entfernt steht die Skulptur. Von hier aus wirkt sie düster und gewaltig und rätselhaft und fast wie ein lebendes Wesen. Sie graue Oberfläche mich an die Schlucht bei den Ferox erinnert. Mitten durch den an den Rändern von hellen Adern durchsetzten Stein zieht sich ein großer Riss. Über der Platte hängt ein beinahe ebenso großer Tank, gefüllt mit Wasser. Direkt über dem Tank ist ein Licht angebracht, dessen heller Schein das Wasser durchdringt und sich an der Oberfläche in den Wellen bricht. In der Stille höre ich das leise Geräusch eines Wassertropfens, der auf den Stein trifft. Er kommt aus einem schmalen Rohr, das durch die Mitte des Tanks verläuft. Zuerst denke ich an ein Leck im Tank, doch dann höre ich einen weiteren Tropfen, gefolgt von einem dritten und einem vierten, in immer gleichen Abständen. Das tropfende Wasser ist also gewollt. Hallo. Zoe taucht auf der anderen Seite der Skulptur auf. Tut mir leid, ich war gerade auf dem Weg zu dir in den Schlafsaal, als ich dich hier sah und mich fragte, ob du dich verlaufen hast. Nein, ich habe mich nicht verlaufen, sage ich. Ich wollte hierher. Ah. Zoe gesellt sich zu mir und verschränkt die Arme vor der Brust. Sie ist ungefähr so groß wie ich, aber sie steht aufrechter, sodass sie größer wirkt. Ja, ziemlich abgefahren, oder? Während sie spricht, fällt mir ein Blick auf ihre Sommersprossen, die ihre Wangen sprengen, wie Sonnenstrahlen die Blätter eines Baums. Hat diese Skulptur irgendeine Bedeutung? Sie ist das Wahrzeichen des Amts für genetische Sozialwesen, sagt sie. Die Steinplatte versinnbildlicht die Aufgabe, vor der wir stehen. Der Wassertank symbolisiert das Potenzial, das wir zur Lösung dieses steht für das, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich ausrichten können. Ich kann nicht anders, ich muss lachen. Nicht sehr ermutigend, oder? Sie lächelt. Das ist nur eine Sichtweise der Dinge. Ich sehe es ein wenig anders. Stete Wassertropfen können die Struktur des Felsens verändern, und das ist dann für alle Zeiten in Stein gemeißelt. Sie zeigt auf den Mittelpunkt der Platte, wo sich eine kleine Vertiefung abzeichnet, wie eine in den Stein gegrabene flache Mulde. Die hier war zum Beispiel noch nicht von Anfang an in der Platte. Ich nicke und beobachte, wie der nächste Wassertropfen sich löst und herunterfällt. Obwohl ich dem Amt und den Leuten, die hier arbeiten, immer noch nicht traue, spüre ich die ruhige Atmosphäre der Hoffnung, die diese Skulptur ausstrahlt. Es ist ein Symbol, das die innere Einstellung der Menschen versinnbildlicht, die hier schon so lange geduldig ausharren, beobachten und abwarten. Trotzdem muss ich nachfragen. Wäre es nicht effektiver, den ganzen Tank auf einmal zu öffnen? Ich stelle mir vor, wie die Flutwelle auf die Steinplatte trifft, sich über die Bodenfliesen ergießt und über meine Schuhe schwappt. Mit kleinen Schritten kommt man auch ans Ziel. Aber wenn ich vor einem echten Problem stehe, dann liegt es mir näher, alle Kräfte aufzubieten und sämtliche zur Verfügung stehende Mittel einzusetzen, um es zu lösen. Für den Moment ja, sagt sie. Aber dann ist kein Wasser mehr da und alle Ressourcen sind aufgebraucht. Gendefekte gehören nicht zu der Art von Problemen, die man in einem Abwasch erledigt. Das verstehe ich, sage ich. Ich frage mich nur, ob es wirklich das Beste ist, sich auf so kleine Schritte zu beschränken, wenn man manchmal mit größeren Sprüngen schneller vorankäme. Und das wären? Ich zucke mit den Schultern. Das weiß ich auch nicht. Aber es ist eine Überlegung wert. Das stimmt. Okay, du hast gesagt, du wolltest mich sprechen, sage ich. Worum geht's? Oh, Zoe greift sich an die Stirn. Das hätte ich beinahe vergessen. David hat mich gebeten, dich zu den Labors zu bringen. Es geht um etwas, das deiner Mutter gehört hat. Meiner Mutter? Meine Stimme klingt Zoe führt mich fort von der Skulptur und ich folge ihr zurück zum Kontrollpunkt. Nur damit du gewarnt bist, es könnte sein, dass dich die Leute anstarren, sagt Zoe, als so schön, sage ich und spüre einen bitteren Geschmack im Mund. Ich war die ganze Zeit nur darauf aus, eine Heldin zu werden. Der Kampf ums Überleben war da fast nebensächlich. Zoe bleibt stehen. Tut mir leid, ich wollte das, was du durchgemacht hast, nicht herunterspielen. Beim Gedanken daran, dass mich alle diese Leute beobachtet haben, fühle ich mich unbehaglich. Es ist, auch nicht helfen, also lasse ich es gut sein. Die Menschen, denen wir auf den Gängen begegnen, sind in verschiedene Varianten derselben Uniform in dunkelblau oder schlammgrün gekleidet. Manche tragen die Reißverschlüsse ihrer Jacken oder Overalls offen, darunter sind T-Shirts in den unterschiedlichsten Farben zu sehen, einige sogar mit aufgedruckten Bildern. Haben die Farben der Uniformen etwas zu bedeuten? Die Leute mit grünen Uniformen sind für die Wartung und Instandhaltung zuständig. Also sind sie das, was bei uns die Fraktionslosen gewesen sind? Nein, sagt sie. Nein, das Gefüge ist hier anders. Jeder bringt sich mit dem, was er kann in unsere Mission ein. Jeder wird wertgeschätzt. Zoe hat recht. Ich werde tatsächlich angestarrt. Die meisten Leute blicken mich nur einen Wimpernschlag zu lange an, bevor sie sich abwenden. Aber manche zeigen auf mich oder sagen sogar meinen Namen, als stünde ihnen das zu. Ich fühle mich gehemmt und beengt, als könnte ich mich unter ihren Blicken nicht frei bewegen. Viele aus unserem Betreuerstab kommen aus dem Experiment in Indianapolis, eine andere Stadt nicht weit von hier, sagt Zoe. Für sie war die Umgewöhnung etwas leichter, als sie für euch sein wird, denn Indianapolis hat nicht die gleichen Verhaltenskomponenten wie in eurer Stadt. Sie hält inne. Die Fraktionen, meine ich. Als sich im Laufe mehrerer Generationen herausstellte, dass eure Stadt nicht zerfällt wie die anderen, wurde das Fraktionssystem auch auf andere Städte übertragen. St. Louis, Detroit und Minneapolis. Das Experiment in Indianapolis Knotenpunkte hier weiter auseinander liegen. Im Osten ist alles viel gedrängter. Also bestand das Indianapolis Experiment einfach darin, dass Leute mit korrigierten Genen in irgendeine Stadt abgeschoben wurden? Ohne die Fraktionen? Sie hatten ein komplexes Regelsystem, aber ja, so ungefähr könnte man es ausdrücken. Aber es hat nicht sonderlich gut funktioniert. Nein, sie presst die Lippen aufeinander. Genetisch anders als in der Gemeinschaft der Fraktionen keine neue Lebensperspektive erfahren, können eine ganze Menge Schaden anrichten. Dieses Experiment scheiterte bereits nach etwa drei Generationen. Chicago, eure Stadt und die anderen Städte mit Fraktionskomponenten bestehen inzwischen schon viel länger. Chicago, so heißt der Ort, der bisher immer nur mein Zuhause war. Der Name klingt in meinen Ohren fremd und macht die Stadt in meiner Vorstellung kleiner. Also läuft dieses Experiment schon ziemlich lange, stelle ich fest. Eine ganze Weile, ja. Das Amt unterscheidet sich in seiner fest umrissenen Aufgabenstellung und durch die abgeschiedene Lage von den meisten anderen Regierungseinrichtungen. Wir geben unser Wissen und unseren Auftrag an unsere Kinder weiter, statt uns auf angestelltes Personal zu verlassen. Ich zum Beispiel wurde mein ganzes Leben lang für die Aufgabe, die ich jetzt erfülle vorbereitet. Mein Blick fällt durch die weiten Fensterfronten auf ein seltsames Fahrzeug. Es hat die Form eines Vogels mit zwei Flügelkonstruktionen und einer spitz zulaufenden Nase, steht aber gleichzeitig auf Rädern wie ein Auto. Ist das ein Gerät für die Flugreisen? Frage ich und deute darauf. Ja, Zoe lächelt, ein Flugzeug. Vielleicht lässt sich ein Rundflug für euch einrichten, falls das keine zu große Mutprobe für eine Ferox ist. Ich gehe nicht auf ihre Stichelei ein. Ich habe noch immer nicht vergessen, wie sie mich gleich auf den ersten Blick erkannt hat. David steht etwas weiter vorne neben einer Tür. Er winkt uns zu sich, als er uns kommen sieht. Hallo Triss, sagt er. Danke, dass du sie hergebracht hast, Zoe. Keine Ursache, Sir, sagt Zoe. Ich lasse euch dann mal alleine. ich habe noch eine Menge zu tun. Sie lächelt mich an und geht. Ich will das nicht. Ohne sie bin ich alleine mit David und der Erinnerung daran, wie ich ihn gestern angeschrien habe. Aber er erwähnt den Zwischenfall mit keinem Wort, sondern hält nur seine Ausweismarke vor einen Sensor, woraufhin sich eine Tür öffnet. Dahinter befindet sich ein fensterloses Büro. Ein junger Mann, ungefähr so alt wie Tobias, sitzt an einem Schreibtisch. Ein weiterer Tisch am anderen Ende des Raums ist unbesetzt. Der junge Mann blickt hoch, als wir eintreten, tippt etwas in seinen Computer Bildschirm und steht auf. Hallo Sir, sagt er. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Matthew, wo ist der Vorgesetzter? In der Cafeteria beim Essen, sagt Matthew. Tja, vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Ich brauche Natalie Wrights Datei auf einem tragbaren Bildschirm. Könntest du das für mich erledigen? Wright? War das der Nachname meiner Mutter? Natürlich, sagt Matthew und setzt sich wieder hin. Er tippt etwas in seine Tastatur und ruft eine Reihe von Dokumenten auf, die ich aus der Ferne nicht richtig erkennen kann. Okay, jetzt müssen die Hattelys Tochter Beatrice. Er stützt das Kinn in die Hand und mustert mich. Seine Pupillen sind so dunkel, dass sie beinahe schwarz wirken, und seine Augen stehen leicht schräg. Er wirkt weder beeindruckt noch überrascht, mich zu sehen. Du siehst ihn nicht gerade ähnlich. Triss, korrigiere ich ihn automatisch. Es ist beinahe tröstlich, dass er meinen neuen Namen nicht kennt, was wahrscheinlich heißt, dass er nicht zu jenen Leuten gehört, die pausenlos vor den Bildschirmen sitzen und sich unser Leben wie eine Unterhaltungsshow reinziehen. Und ja, das weiß ich. Stuhlbeine quietschen über die Bodenfliesen, als David einen Stuhl heranschiebt und auf die Sitzfläche klopft. Nimm Platz, ich werde dir ein Lesegerät mit einer kompletten Übersicht von Nathalys Dateien geben, die du und dein Bruder dann in Ruhe studieren könnt. Aber während der Datentransfer läuft, kann ich dir die Geschichte auch gleich erzählen. Ich setze mich auf die Stuhlkante und David nimmt hinter den Tisch von Matthews Chef Platz, wo er eine halbleere Kaffeetasse über die metallene Arbeitsfläche kreisen lässt. Lass mich dir zuerst sagen, dass deine Mutter eine fantastische Entdeckung war. Wir stießen beinahe zufällig inmitten der zerstörten Welt auf sie und ihre Gene waren geradezu perfekt, sagt David mit einem breiten Lächeln. Wir haben sie aus schwierigen Umständen herausgeholt und sie hierher gebracht. Sie blieb ein paar Jahre, aber dann kam es in eurer Stadt zu einer Krise und sie erklärte sich bereit hinein zu lösen, um das Problem von innen heraus zu lösen. Aber bestimmt erzähle ich dir da nichts Neues. Für ein paar Sekunden kann ich ihn nur sprachlos anblinzeln. Meine Mutter kam weder aus der Stadt noch von hier, sondern stammte aus der Welt draußen. Und woher genau? Beim Gedanken daran, dass sie durch diese Gänge gelaufen ist und auf den Bildschirmen im Kontrollraum das Leben in unserer Stadt beobachtet hat, bleibt mir auch jetzt wieder die Spucke All, an jeder Wand, jeder Türklinke und jeder Säule unsichtbare Spuren meiner Mutter zu sehen. Ich kralle meine Finger um die Stuhlkante und versuche, meine rotierenden Gedanken so weit in den Griff zu schreien. Nein, ich weiß nichts davon, sage ich. Von welcher Krise sprechen Sie? Natürlich von der Krise, die damit begann, dass der Fraktionsführer die ersten Unbestimmten tötete, sagt David. Sein Name war Norman? Norton, korrigiert ihn Matthew. Er war Janines Vorgänger und wie es scheint, hat er seine Mission, die Unbestimmten auszulöschen, in Janines Hände gelegt, bevor er an einem Herzinfarkt starb. Danke. Jedenfalls sollte Natalie der Situation in der Stadt auf den Grund gehen und weitere Morde verhindern. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass sie so lange in der Stadt bleiben würde, aber sie war uns wirklich von großem Nutzen. Wir hatten vorher nie daran gedacht, welche Möglichkeiten uns ein Insider in der Stadt eröffnen würde. Sie konnte so viele Dinge tun, die für unser Projekt von unschätzbarem Wert waren. Und sie konnte sich ein eigenes Leben aufbauen, bei dem du offensichtlich auch eine Rolle spieltest. Ich runzle die Stirn. Aber bei meiner Initiation lebten die Unbestimmten immer noch gefährlich. Das Morden hatte noch lange nicht aufgehört. Du weißt nur von jenen, die gestorben sind, sagt David. Nicht von denen, die rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen wurden. Manche von ihnen leben hier bei uns. Wenn ich mich nicht täusche, hast du Amar bereits kennengelernt. Er ist einer von ihnen. Manche der geretteten Unbestimmten wollten lieber auf Abstand Leben der Menschen, die sie einst kannten und geliebt hatten, auch ohne sie weiter ging. Deshalb wurden sie in speziellen Kursen auf das Leben jenseits unseres Labors vorbereitet. Aber ja, deine Mutter hat ganze Arbeit geleistet. Sie hat auch eine ganze Menge Lügen und ziemlich wenig Wahrheiten erzählt. Ich frage mich, ob mein Vater wusste, wer sie wirklich war, woher sie wirklich stammte. immerhin war er ein Anführer der Altruan und als solcher kannte und hütete er die Wahrheit. Plötzlich durchzuckt mich ein schrecklicher Gedanke. Was, wenn sie ihn nur geheiratet hat, weil ihre Mission dies vorsah? Was, wenn die Beziehung meiner Eltern nur ein riesengroßer Schwindel war? Also war sie gar keine gebürtige Ferox, sage ich, während ich in Gedanken die Lebenslügen durchgehe, Schleust, denn sie hatte schon vorher Tattoos und das wäre anders kaum zu erklären gewesen und hätte die Stadtbewohner nur misstrauisch gemacht. Sie war damals 16, aber wir ließen sie als 15-Jährige durchgehen, um ihr etwas Zeit zur Eingewöhnung zu geben. Eigentlich hatten wir vorgesehen, dass sie ... Er zieht eine Schulter hoch. Nun ja, vielleicht solltest du das lieber in ihren Dateien nachlesen. Ich glaube, ich werde der Sichtweise einer 16-Jährigen nicht gerecht. Wie auf ein Stichwort öffnet Matthew eine Schreibtischschublade und zieht eine schmale, flache Glasscheibe daraus hervor. Er tippt mit dem Finger darauf und es erscheint ein Bild. Es ist die Kopie eines der Dokumente, die er gerade auf seinem Bildschirm geöffnet hat. Er reicht mir das kleine Gerät. Es ist unerwartet stabil und fühlt sich hart und fest an. Keine Sorge, es ist so gut wie unverwüstlich, sagt David. Bestimmt möchtest du jetzt zu deinen Freunden zurückkehren. Matthew, würdest du Miss Pryor bitte zurück ins Hotel begleiten? Ich habe noch einiges zu erledigen. Aber ich habe alle Zeit der Welt oder was? sagt Matthew. Dann fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu. Nur ein Scherz, Sir. Ich begleite sie. Danke, sage ich zu David, als er sich zum Gehen wendet. Gerngeschehen, sagt er. Lass mich wissen, wenn du irgendwelche Fragen hast. Fertig? fragt Matthew. Er ist hochgewachsen, ungefähr so groß wie Caleb, und sein schwarzes Haar ist kunstvoll über der Stirn zerzaust. Offenbar hat er eine Menge Zeit und Energie darauf verwendet, seine Frisur so aussehen zu lassen, als wäre er gerade erst aufgestanden. Unter seiner Uniform trägt er ein schlichtes schwarzes T-Shirt und um den Hals ein schwarzes Band, das ihm beim Schlucken über den Adams Apfel rutscht. Ich folge ihm aus dem kleinen Büro hinaus und zurück durch die Gänge. Die Menge hat sich gelichtet. Wahrscheinlich sitzen die meisten Leute inzwischen über ihrer Arbeit oder beim Frühstück. Hier spielen sich ganze Menschenleben ab. Die Leute schlafen, essen, arbeiten, aber sie bringen hier auch ihre Kinder zur Welt, ziehen Familien auf und verbringen ihren Lebensabend. Dieser Ort war einst das Zuhause meiner Mutter. Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis du ausflippst, sagt Matthew, jetzt, wo du all diese Dinge auf einmal herausgefunden hast. Ich habe nicht vor, auszuflippen, erwidere ich abwehrend. Das habe ich schon hinter mir, denke ich, obwohl ich das nie zugeben würde. Matthew zuckt mit den Schultern. Ich an deiner Stelle würde ausflippen, aber wie du meinst. Am Ende des Flurs sehe ich ein Schild mit der Aufschrift Eingang Hotel. Ich presse den Glasbildschirm an meine Brust. Plötzlich kann ich es kaum erwarten, in den Schlafseil zurückzukehren und Tobias zu erzählen, was ich gerade über meine Mutter erfahren habe. Hör mal, mein Chef und ich arbeiten mit Gentests, sagt Matthew. Ich habe mich gefragt, ob du und dieser andere Typ, er ist Marcus Eatons Sohn, oder? Also, ob ihr eure Gene von mir testen lassen würdet. Warum? Aus Neugier, er zuckt mit den Schultern. Wir hatten noch nie die Gelegenheit, jemanden aus einer späten Generation auf seine Gene zu testen. Und bei dir und Tobias treten manchmal etwas ungewöhnliche Symptome auf. Ich hebe die Augenbrauen. Du zum Beispiel bist außerordentlich resistent gegen Sehren. Die meisten Unbestimmten können sich nicht so ausdauernd und effektiv dagegen wehren wie du, sagt Matthew. Tobias hingegen kann zwar den Bann von Simulationen brechen, aber ihm fehlen einige charakteristische Merkmale, die wir von Unbestimmten kennen. Später kann ich das ausführlicher erklären. Ich zögere. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine oder und mit beinahe kindlicher Vorfreude an, dass ich schließlich nachgebe. Ich weiß, wie sich Neugierde anfühlt. Ich frage ihn, ob er Lust hat, sage ich. Ich jedenfalls wäre bereit. Wann hast du Zeit? Würde euch heute Vormittag passen? fragt er. Ich kann euch in einer guten Stunde hier abholen, wenn das für euch okay wäre. Ihr kommt ohnehin nur in meiner Begleitung in die Labors hinein. Ich nicke. Plötzlich bin ich gespannt darauf, meine Gene entschlüsselt zu sehen. Es ist fast wie im Tagebuch meiner Mutter zu lesen. Beides wird mich eher ein Stück zu sehen. Es ist merkwürdig, wenn man Leute, die man nicht gut kennt, am Morgen sieht, mit verschlafenen Augen und Kissen abdrücken auf den Wangen. Jetzt weiß ich, dass Christina sofort ein bisschen zerzaust ist und dass Cara bestenfalls zu einem Grunzen in der Lage ist, sich langsam aus dem Bett quält und nach Kaffee lächzt. Ich gehe zuerst unter die Dusche und ziehe dann die Kleidung an, die man uns gegeben hat und die sich nicht viel von dem unterscheidet, was ich heute ist die Gerichtsverhandlung meines Vaters. Ich bin noch unentschlossen, ob ich sie mir ansehe oder nicht. Bei meiner Rückkehr von den Duschen ist Triss bereits fertig angezogen und sitzt auf dem Bettrand, bereit, jeden Moment aufzuspringen. So wie Evelyn. Ich angle mir einen Muffin von dem Frühstückstablett, das uns jemand gebracht hat, und setze mich ihr gegenüber aufs Bett. Guten Morgen. Du bist schon früh wach gewesen. Ja, sie schiebt ihren Fuß vor und verhakt ihn mit meinem. Zoe hat mich heute Morgen an der großen Skulptur aufgegabelt. David wollte mir etwas zeigen. Sie nimmt einen kleinen gläsernen Bildschirm in die Hand, der neben mir auf dem Bett gelegen hat. Als sie ihn berührt, leuchtet er auf, und man sieht einen Text. Das ist die Datei meiner Mutter. Sie rutscht hin und her, als würde sie sich unwohl fühlen. Ich habe nur einen kurzen Blick darauf geworfen. Aha, sage ich. Und warum liest du es nicht? Keine Ahnung. Sie legt ihn beiseite und der Bildschirm schaltet sich automatisch aus. Vermutlich habe ich Angst davor. Altruan Kinder kennen ihre Eltern nicht sehr gut, weil Altruan Eltern nichts von sich preis geben, nicht so wie andere Eltern, wenn die Kinder größer werden. Sie verschanzen sich hinter ihrer grauen Rüstung und ihrer Selbstlosigkeit, weil sich hemmungslos mitzuteilen gleichbedeutend mit Selbstsucht wäre. Das Tagebuch würde nicht nur Triss Mutter in die Gegenwart holen, es ist vermutlich auch der letzte und einzige Blick auf das wahre Wesen von Natalie Pryor. Ich kann gut verstehen, warum Triss das kleine Gerät wie einen verzauberten Schatz in den Händen hält, der sich jeden Augenblick in Luft auflösen könnte und warum sie sein Geheimnis nicht sofort lüften will. So ähnlich geht es mir mit dem Prozess gegen meinen Vater. In beiden Fällen könnten wir etwas erfahren, das wir lieber nicht wissen wollen. Ich folge ihrem Blick durch den Raum zu Caleb, der da sitzt und mürrisch auf seinen Haferflocken herumkaut wie ein schmollendes Kind. Hast du vor, es ihm zu zeigen? Frage ich. Sie antwortet nicht. Normalerweise würde ich nicht auf die Idee kommen, mich für ihn einzusetzen, sage ich. Aber in diesem Fall, das Tagebuch gehört nicht dir allein. Das weiß ich, erwidert sie kurz angebunden. Natürlich zeige ich es ihm, aber zuerst möchte ich es eine Weile für mich haben. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, Informationen für mich zu behalten und sie gründlich zu durchdenken. Der Wunsch zu teilen ist neu für mich. Der Drang zu verbergen dagegen so selbstverständlich wie das Atmen. Sie seufzt. Dann stibitzt sie sich ein Stück von meinem Muffin. Ich schnippe gegen ihre Finger. Hey, es gibt jede Menge davon. Du musst nur selbst ein paar Schritte gehen. Wenn das so ist, kannst du dir jederzeit Nachschub holen, also beschwere dich nicht, erwidert sie grinsend. Schon gut. Sie zieht mich an meinem Shirt zu sich und küsst mich. Ich umfasse ihr Kinn und erwidere den Kuss. Als ich sie dabei ertappe, wie sie unauffällig ein weiteres Stück von dem Muffin abbricht, lehne ich mich zurück und funkle sie an. Also wirklich, sage ich entrüstet. Ich hole dir einen, es dauert nur eine Sekunde. Sie grinst. Ach, ich wollte dich noch etwas fragen. Hättest du etwas dagegen heute einen kleinen Gentest machen zu lassen? Kleiner Gentest? Das scheint mir ein Widerspruch in sich zu sein. Warum? frage ich. Die Zusammensetzung meiner Gene offen zu legen, Na ja, dieser Typ, den ich kennengelernt habe, er heißt Matthew und arbeitet in einem der Labors. Er sagt, sie wären hier sehr interessiert daran, aus wissenschaftlichen Gründen einen Blick auf unser Genmaterial zu werfen, antwortet sie. Er hat insbesondere nach dir gefragt, weil du eine Anomalie hast. Eine Anomalie? Anscheinend weist du einige Anzeichen von Unbestimmtheit auf, andere jedoch nicht, erklärt sie. Keine Ahnung, die Sache interessiert ihn einfach. Du kannst natürlich auch ablehnen. Die Luft um meinen Kopf herum erscheint mir plötzlich wärmer und schwerer. Um das unangenehme Gefühl loszuwerden, reibe ich mir den Nacken. Irgendwann innerhalb der nächsten Stunde werden Marcus und Evelyn auf den Bildschirm zu sehen sein. Plötzlich weiß ich, dass ich das nicht mit ansehen kann. Und obwohl ich Okay, ich bin einverstanden. Toll, sagt sie und nascht wieder an dem Muffin. Eine Haarsträhne fällt über ihre Augen und bevor sie es merkt, streiche ich sie zurück. Sie bedeckt meine Hand mit ihrer, die warm und stark ist und ihre Mundwinkel deuten ein Lächeln an. Die Tür geht auf und ein schwarzhaariger junger Mann mit schmalen, leicht schräg stehenden Augen kommt herein. Ich erkenne ihn sofort. Es ist George Wu, Torys jüngerer Bruder, den sie immer Georgie nannte. Er lächelt verschmitzt und ich würde am liebsten wegrennen, um seine Trauer nicht mit ansehen zu müssen. Bin gerade erst zurückgekommen, sagt er atemlos. Man hat mir gesagt, dass meine Schwester mit euch die Stadt verlassen hat und Triss und ich sehen uns besorgt an. Die Gespräche um uns herum verstummen schlagartig und es tritt plötzlich eine Ruhe ein, wie ich sie nur von Begräbnissen bei den Altruan kenne. Sogar Peter, der sich nicht gerade um die Gefühle anderer schert, wirkt verlegen. Abwechslend vergräbt er die Hände in den Taschen und stemmt sie in die Hüfte. Was ist? fragt George. Warum starrt ihr mich so an? Cara macht einen Schritt auf ihn zu, aber ich bezweifle, dass sie die richtige ist, um die Deine Schwester hat mit uns zusammen die Stadt verlassen. Unterwegs wurden wir von Fraktionslosen angegriffen und Tori hat es leider nicht geschafft. Diese Umschreibung verschweigt so vieles. Wie schnell alles ging, das Geräusch, als sie zu Boden fiel, das Chaos, als alle kreuz und quer durch die Nacht rannten und durch das hohe Gras stolperten. Ich bin nicht zu ihr zurückgekehrt. Ich hätte es tun sollen. Von uns allen war ich derjenige, der Tori am besten kannte. Ich muss daran denken, wie entschlossen sie die Tattoo-Nadel führte und wie rau ihr Lachen konnte. George lehnt sich Halt suchend gegen die Wand. Was? Sie hat ihr Leben für uns geopfert, sagt Triss ungewohnt sanft. Ohne sie hätte keiner von uns die Flucht geschafft. Sie ist tot? fragt George Matt. Er lehnt sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Wand. Seine Schultern sacken nach unten. Ein Stück Toast in der Hand kommt Amar den Gang entlang. Sein Lächeln ist wie weggewischt, als er uns sieht. Er legt den Toast auf einen Tisch neben der Tür. Ich Ich dich schon die ganze Zeit gesucht, um es dir zu sagen, erklärt er ruhig. Am Abend zuvor hat er den Namen von George nur flüchtig erwähnt. Es hatte nicht den Anschein, als würden sie sich gut kennen, aber so ist es offenbar nicht. Die Augen von George werden glasig und Amars streckt seinen Arm aus und zieht ihn an sich. George verkallt seine Finger in Amars Shirt, sodass die Knöchel weiß hervortreten. Ich höre keinen Laut und vielleicht weint er auch gar nicht. Vielleicht braucht er nur irgendeinen Halt. Ich habe nur verschwommene Erinnerungen daran, wie ich damals um meine Mutter getrauert habe, als ich dachte, sie sei tot. Am besten erinnere ich mich an dieses Gefühl, von allem losgelöst zu sein und daran, dass ich immer wieder schlucken musste. Ich weiß nicht, wie es anderen in dieser Situation geht. Nach einer Weile führt Amar George hinaus. Ich sehe ihnen nach, wie sie nebeneinander den Gang entlang gehen und leise miteinander reden. Mir fällt erst wieder ein, dass ich diesem Gentest zugestimmt habe, als jemand an der Tür des Schlafseils auftaucht. Ein Junge oder besser gesagt kein Junge, denn er scheint etwa in meinem Alter zu sein. Als er Triss entdeckt, winkt er ihr zu. Oh, das ist Matthew, sagt sie. Schätze, es ist soweit. Sie nimmt meine Hand und wir gehen zum Ausgang. Hat sie irgendwann einmal erwähnt, dass Matthew so ungefähr das Gegenteil eines mürrischen alten Wissenschaft das ist oder habe ich es lediglich überhört? Hat sie absichtlich nichts davon gesagt? Bin nämlich nicht wie ein Idiot, denke ich. Matthew streckt die Hand aus. Hi, ich freue mich dich kennenzulernen. Ich heiße Matthew. Tobias, sage ich. Thor klingt unpassend an diesem Ort, hier, wo niemand auf die Idee käme, sich seinen Namen nach der Zahl seiner Ängste auszusuchen. Hallo. Am besten, wir gehen gleich ins Labor, sagt er. Hier entlang. An diesem Morgen ist auf dem Gelände viel los. Alle Leute tragen grüne oder dunkelblaue Uniformen, die sich entweder an den Fußknöcheln bauschen oder eine Handbreit über den Schuhen enden, je nachdem, wie groß die Person ist. In dem Komplex stößt man immer wieder auf offene Flächen, von denen aus Gänge in alle Richtungen führen und ich muss unwillkürlich an Herzkammern und Blutgefäße denken. Alle Bereiche sind mit einem Buchstaben und einer Zahl versehen. Die Menschen bewegen sich zielstrebig. Manche haben Apparate bei sich, wie das kleine Gerät, das Triss mir heute Morgen gezeigt hat. Andere eilen mit leeren Händen an uns vorbei. Was bedeuten die Zahlen? fragt Triss. Sind alle Bereiche durchnummeriert? Das waren früher sogenannte Gates, erklärt Matthew. Auf dem Weg durch ein Tor und einen Gang gelangte man zu einem Flugzeug, mit dem man einen bestimmten Zielort anfliegen konnte. Als der Airport für unsere Zwecke umgebaut wurde, hat man die Stuhlreihen, auf denen die Passagiere bis zum Start ihrer Flüge gewartet haben, herausgerissen und stattdessen Laboreinrichtungen installiert, die man hauptsächlich aus den Schulen der Stadt herbeigeschafft hat. Dieser gesamte Bereich ist im Grunde genommen ein gigantisches Labor. Und woran wird geforscht? Ich dachte, von hier aus werden die Experimente überwacht, frage ich und beobachte, wie eine Frau die Halle durchquert. Auf ihren Handflächen liegt ein kleines Bildschirmgerät und sie trägt es vor sich her wie ein kostbares Geschenk. Durch die schrägen Dachfenster fallen Lichtstrahlen und spiegeln sich auf den polierten Fliesen. Draußen sieht alles friedlich aus. Der Rasen ist feinsäuberlich getrimmt, in der Ferne wiegen sich wild wuchernde Bäume. Wenn man das hier so sieht, käme man nie auf den Gedanken, dass sich da draußen Menschen aufgrund von Gendefekten gegenseitig zerstören oder sich in der Stadt Evelynns strengen Regime unterwerfen. Einige unserer Mitarbeiter sind mit der Überwachung beschäftigt. Alles, was sich in den noch laufenden Experimenten ereignet, wird aufgezeichnet und ausgewertet. Dazu sind ziemlich viele Leute nötig. Aber einige von ihnen arbeiten auch an Behandlungsmethoden bei genetischen Schädigungen oder versuchen, ein Serum für unsere eigenen Zwecke zu entwickeln. Mehrere Dutzend Projekte werden hier betreut. Sobald jemand eine gute Idee hat, schart er ein Team um sich und stellt sein Vorhaben dem Rat vor, der unter Davids Führung die Geschicke dieses Unternehmens lenkt. In der Regel wird alles genehmigt, solange es nicht allzu riskant ist. Ja, sagt Triss und verdreht leicht die Augen. Wer möchte schon gern ein Risiko eingehen? Unsere Bestrebungen kommen nicht von ungefähr, sagt Matthew. Bevor es die Fraktionen und die verschiedenen Seren gab, bestand permanent die Gefahr, dass die Experimente von innen heraus scheitern. Die Seren ermöglichen es, innerhalb des Experiments die Kontrolle zu behalten. Besonders das Gedächtnisserum leistet hier gute Dienste, wobei momentan niemand daran arbeitet. Es wird im Waffenlabor aufbewahrt. Im Waffenlabor. Er sagt das ganz vorsichtig, als wären die Worte aus Glas und so ehrfurchtsvoll, als Ja, sagt er. Danach haben die Kennes weiterentwickelt und perfektioniert. Unter anderem auch dein Bruder. Um ehrlich zu sein, haben wir einige unserer Seren nur deshalb entwickeln können, weil wir von unserem Kontrollraum aus Einblick in deren Labore hatten. Mit dem Gedächtnisserum oder dem Serum der Altruan wussten sie allerdings nicht allzu viel anzufangen. Wir haben da noch ganz andere Sachen gemacht. Nicht umsonst ist es unsere wirksamste Waffe. Eine Waffe, wiederholt Triss. Naja, die Städte haben das Serum zum Schutz gegen eigene Rebellen verwendet. Man konnte die Erinnerung der Leute ausradieren und musste sie nicht gleich töten. Sie vergaßen einfach, aus welchem Grund sie einen Aufstand angezettelt hatten. Außerdem wird es gegen die Aufständischen in der Randzone eingesetzt, die etwa eine Stunde keine Verluste an Menschenleben in Kauf nehmen. Das ist stotterig. Immer noch schrecklich genug, beendet Matthew den Satz für mich. Ja, das ist es. Aber für die Leute in den Chefetagen ist es eine Art Rettungsring, ein Beatmungsgerät. Ich ziehe erstaunt die Augenbrauen hoch. Täusche ich mich oder hat er sich gerade kritisch gegenüber seinen Vorgesetzten geäußert? Ich frage mich, ob man eine andere Meinung in aller Öffentlichkeit äußern kann, im Verlauf eines ganz normalen Gesprächs, statt in aller Heimlichkeit und nur leise geflüstert. Er biegt nach links ab und legt seinen Ausweis auf den Scanner vor einer massiven Tür. Dann gehen wir einen weiteren Korridor entlang. Diesmal ist er schmal und nur von einem schwachen fluoreszierenden Licht erhellt. Matthew bleibt vor einer Untersuchungstisch gegen ein Neues auszutauschen. Ihre Haut ist hellbraun und sie trägt einen grünen Overall. Das ist Juanita, die Labortechnikerin. Juanita, das ist... Schon gut. Ich weiß, wer die beiden sind, sagt sie lächelnd. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Triss sich verkrampft, weil die Bemerkung sie daran erinnert, dass unser ganzes Leben von Kameras aufgezeichnet worden ist. Aber sie sagt nichts. Das Mädchen streckt die Hand zur Begrüßung aus. Matthews Chef ist der Einzige, der mich Juanita nennt. Er und Matthew. Für alle anderen bin ich Nita. Ich nehme an, ich soll zwei Tests vorbereiten. Matthew nickt. Ich hole sie. Sie durchquert den Raum, öffnet mehrere Schranktüren und nimmt verschiedene Utensilien heraus. Alle sind in Plastik und das Knistern und Raschen erfüllt den ganzen Raum. Und wie gefällt es euch hier? fragt sie uns. Es ist eine ziemliche Umstellung, sage ich. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Nita lächelt mich an. Ich bin von einem der fehlgeschlagenen Experimente hierher gekommen, von Indianapolis. Oh, ihr wisst ja gar nicht, wo Indianapolis ist, oder? Es ist nicht sehr weit weg, weniger als eine Flugstunde. Sie hält inne. Aber ich fürchte, damit könnt ihr auch nicht viel anfangen. Wisst ihr was? Vergesst das Ganze. Es ist nicht wichtig. Sie nimmt eine Spritze und eine Nadel aus der Verpackung. Triss zuckt zusammen. Wozu ist das? fragt sie. Damit können wir eure Gene lesen, erklärt Matthew. Alles in es nur nicht mit unbekannten Substanzen vollgepumpt zu werden. Matthew nickt. Ehrenwort, wir lesen lediglich eure Gene ein, sonst nichts. Nita kann das bestätigen. Nita nickt. Okay, sagt Triss. Aber kann ich es nicht selbst machen? Selbstverständlich, sagt Nita und bereitet die Spritze vor, indem sie eine Flüssigkeit aufzieht und sie dann Triss gibt. Ich will versuchen, euch mit einfachen Worten zu erklären, wie das der Triss Arm mit einem Antiseptikum einreibt. Der Geruch ist säuerlich und brennt in meiner Nase. In der Flüssigkeit befinden sich jede Menge Mikrocomputer, mit deren Hilfe wir spezielle Genmarke aufspüren und die Daten dann an einen Computer übermitteln. Es dauert etwa eine Stunde, bis ich alle nötigen Informationen habe. Euer gesamtes Genmaterial einzulesen, würde natürlich wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Triss sticht sich die Nadel in den Arm und drückt den Kolben herunter. Neter nimmt meinen ausgestreckten Arm und treibt mit der orange getränkten Gase über meine Haut. Die Flüssigkeit in der Spritze ist silbergrau wie Fischschuppen und während sie durch die Nadel fließt, stelle ich und wonach genau suchen sie hacke ich nach. Matthew nickt. Als unsere Vorgänger euren Vorfahren korrigierte Gene einsetzten, integrierten sie einen sogenannten Gen Tracker, der anzeigt, ob eine Person bereits genetisch geheilt ist oder nicht. In unserem Fall geht es dabei um die Frage, ob man während einer Simulation bei Wachen Bewusstsein ist. Das lässt sich leicht testen und es beweist, ob Eignungstest machen müssen. Wenn sie dabei hellwach bleiben, ist das ein Hinweis auf intakte Gene. In Gedanken setze ich den Eignungstest auf die Liste jener Dinge, die für mich einmal sehr wichtig gewesen sind, sich aber als Täuschung herausgestellt haben, weil sie diesen Leuten lediglich die gewünschten Informationen und Forschungsergebnisse liefern sollen. Ich kann nicht fassen, dass ausgerechnet die Verhaltensweise während einer Simulation, auf die ich stolz war, weil sie mich zu etwas Besonderem gemacht hat und deretwegen Genien und die Ken sogar Menschen ermordet haben, dass ausgerechnet diese Verhaltensweise nur das Zeichen für einen Heilungsprozess ist. Ein spezielles Codewort, an dem man ablesen kann, ob ich zur genetisch besseren Gesellschaft gehöre. Matthew fährt mit seinen Erklärungen fort. Es gibt dabei allerdings ein Problem. Wahrheit während Zehren heißt nicht automatisch, dass jemand unbestimmt ist. Es ist allenfalls ein starkes Anzeichen dafür. Manche Menschen sind während der Simulation hellwach und immun gegen das Serum, obwohl sie eigentlich einen Gendefekt haben. Er zuckt mit den Schultern. Das ist der Grund, warum mich deine Gene so interessieren, Tobias. Ich möchte herausfinden, ob du ein Unbestimmter bist oder ob bei dir lediglich die Simulationsserien nicht wirken. Nita, die gerade dabei ist, den Labortisch aufzuräumen, presst die Lippen zusammen, als unterdrücke sie eine Bemerkung. Mich beschleicht ein ungutes Gefühl. Kann es sein, dass ich gar kein Unbestimmter bin? So, und jetzt heißt es hinsetzen und warten, sagt Matthew. Ich werde uns Frühstück besorgen. Möchte jemand von euch etwas essen? Triss und ich sehen uns an und schüttet in den Kopf. Ich bin gleich wieder da, Nita. Leiste du ihnen so lange Gesellschaft, ja? Matthew geht, ohne Nitas Antwort abzuwarten, und Triss setzt sich auf den Untersuchungstisch. Das Papier verrutscht und reißt an der Stelle ein, wo sie die Beine baumeln lässt. Nita vergräbt ihre Hände in den Taschen ihres Overroutes und sieht uns an. Ihre Augen sind dunkel. Sie glänzen wie eine Öllache unter einem kaputten Motor. Sie reicht mir einen Wattebausch und ich drücke ihn auf den Blutstropfen in der Beuge meines Ellbogens. Du kommst also auch aus einer Stadt, in der das Experiment lief, sagt Triss. Seit wann bist du schon hier? Seit Indianapolis aus dem Versuchsprogramm genommen wurde. Das war ungefähr vor acht Jahren. Ich hätte mich in eine der größeren Bevölkerung außerhalb des Projekts integrieren können. Aber irgendwie war mir das alles zu viel, sagt Nita und lehnt sich gegen den Labortisch. Stattdessen habe ich mich freiwillig hier gemeldet. Anfangs war ich Hausmeisterin. Wie ihr seht, arbeite ich nach oben. Sie sagt das mit einer gewissen Bitterkeit, was mich vermuten lässt, dass nicht nur bei den Ferox, sondern auch hier dem ich mich für den Job im Kontrollraum entschieden habe. Und in deiner Stadt gab es keine Fraktionen? fragt Triss. Nein, wir waren die Kontrollgruppe, anhand derer sie überprüfen konnten, wie effektiv die Fraktionen tatsächlich waren. Es gab natürlich jede Menge Regeln. Ausgangssperren, feste Wegzeiten, Sicherheitsbestimmungen. Waffen waren selbstverständlich strikt verboten. Was ist passiert? Nithas Mundwinkel gehen nach unten, als würden sie von einer kaum zu ertragenden Erinnerung nach unten gedrückt. Naja, es gab unter uns immer noch Leute, die wussten, wie man Waffen herstellt. Sie haben eine Bombe gebaut, mit Sprengstoff und so weiter, und sie im Regierungsgebäude hochgehen lassen, sagt sie. Es gab viele Tote. Daraufhin hat das Amt unser Experiment als Fehlschlag eingestuft. Die Erinnerung der Bombenliga ausgelöscht und uns alle umgesiedelt. Ich bin eine der ganz wenigen, die hierher kommen wollten. Das tut mir leid, sagt Triss sanft. Manchmal vergesse ich, dass sie einen weichen Kern hat. Viel zu lange habe ich nur ihre Stärke gesehen, die so offensichtlich ist, wie die Muskeln ihrer Arme oder die schwarze Farbe, die den Vogel auf ihr Schlüsselbein zaubert. Schon in Ordnung, ist ja nicht so, als hättet ihr nicht eure eigenen Erfahrungen gemacht, sagt Nita. Nach allem, was Janine Matthews euch angetan hat. Warum haben sie unser Experiment noch nicht abgebrochen, fragt Triss. So wie bei euch. Das kommt vielleicht noch, sagt Nita. Ich vermute, das Chicago Experiment ist so lange ein Erfolg gewesen, dass sie zögern, es einfach zu beenden. Immerhin war es die erste Stadt, in der sie die Fraktionen ausgetestet haben. Ich nehme den Wattebausch weg. An der Einstichstelle ist ein kleiner roter Punkt, aber es blutet nicht mehr. Ich stelle mir gerne vor, dass ich mich für die Ferox entschieden hätte, sagt Nita. Aber wahrscheinlich hätte ich nicht den Mumm dazu gehabt. Du wärst überrascht, wie viel Mumm du hast, wenn es darauf Menschen zu den unglaublichsten Dingen antreiben. Das wissen wir beide. Matthew kehrt pünktlich nach einer Stunde zurück und setzt sich an den Computer, wo er eine ganze Weile den Blick über den Bildschirm wandern lässt, ohne etwas zu sagen. Hin und wieder brummt er bedeutungsvoll Hm oder Aha. Je länger er uns zappeln lässt, desto größer wird meine Anspannung. Meine Schultermuskeln sind schon dieses Programm wertet die Daten aus. Was ihr hier seht, ist eine vereinfachte Darstellung eines bestimmten Teils der DNA in Tris Gen Material, erklärt er uns. Auf dem Monitor sind Linien und Zahlen zu sehen. Alles sieht ziemlich kompliziert aus. Manche Abschnitte sind gelb und rot markiert. Der Rest ist mischleierhaft. Das Ganze ist eindeutig zu hoch für mich. Diese Abschnitte weisen auf deutet auf verschiedene Stellen der Abbildung. Ich habe keine Ahnung wovon er spricht, was ihm gar nicht auffällt, so sehr ist er mit seinen Erklärungen beschäftigt. Diese Bereiche sind für den Gentracker signifikant und er bemisst sich in unserem Fall an der Wachheit bei Simulationen. Die Kombination aus intakten Genen und Wachheit ist genau das, was für Unbestimmte typisch ist. Er berührt erneut den Schirm, das Bild wechselt und wieder sind nur unverständliche Linien und Zahlen Kombinationen zu sehen. Hier sind Tobias Gene dargestellt, sagt Matthew. Wie ihr seht, hat er die richtigen Gen Komponenten für Wachheit bei Simulationen, jedoch keine intakten Gene, wie es bei Triss der Fall ist. Ich kann kaum schlucken, so trocken ist mein Mund, denn mir ist klar, dass das schlechte Neuigkeiten sind, obwohl ich noch nicht ganz begreife, wieso. Was hat das zu bedeuten, frage ich. Es bedeutet, dass du kein Unbestimmter bist, sagt Matthew. Deine Gene sind immer noch defekt, du hast lediglich eine genetische Anomalie, die es dir ermöglicht, während einer Simulation bei vollem Bewusstsein zu bleiben. Mit anderen Worten, du scheinst zwar ein Unbestimmter zu sein, bist es aber nicht. Langsam, Stück für Stück, sickern die Informationen zu mir durch. Ich bin nicht unbestimmt. Ich bin nicht wie Triss. Ich habe ein Gendefekt. Defekt? Das Wort ist schwer wie Blei. Ich schätze, ich habe schon immer gewusst, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist. Aber ich dachte, das läge an meinem Vater oder an meiner Mutter und an den Qualen, die mir die beiden zugefügt haben. Eine Art, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das einzig Gute, das mein Vater vorzuweisen hat, seine Unbestimmtheit, genau das habe ich nicht von ihm geerbt. Ich kann Triss nicht ansehen. Ich bringe es einfach nicht über mich. Stattdessen blicke – sagt sie. Willst du die Daten nicht in deinem Labor analysieren? Naja, eigentlich wollte ich mit unseren beiden Testpersonen darüber sprechen, erwidert Matthew. Ich halte das für keine gute Idee, sagt Triss schneidend. Matthew murmelt etwas, das ich nicht verstehe. Ich habe genug damit zu tun, meinem Herzschlag zuzuhören. Er tippt den Bildschirm an, das Bild meiner DNA verschwindet und der Monitor wird wieder dunkel. Mit der Aufforderung, uns jederzeit mit Fragen an ihn zu wenden, geht Matthew hinaus und lässt Triss, Nita und mich in der Stille des Labors allein. Das ist keine große Sache, sagt Triss mit fester Stimme. Okay? Erzähl du mir nicht, dass es keine große Sache ist, erwidere ich lauter als beabsichtigt. Nita macht sich am Labortisch zu schaffen, schiebt Behälter hin und her, obwohl sie bereits alle ordentlich in Reih und Glied stehen. Doch, genau das tue ich, ruft Triss. Du bist immer noch derselbe Mensch, der du vor fünf Minuten gewesen bist, oder vor vier Monaten, oder vor 18 Jahren. Das alles sagt nicht das Geringste über dich aus. Ich höre aus ihren Worten etwas Richtiges heraus. Trotzdem fällt es mir schwer, ihr in diesem Moment zu glauben. Willst du mir weismachen, dass sich nichts ändert? Frage ich. Dass die Wahrheit nichts ändert? Von welcher Wahrheit sprichst du? fragt sie mich. Diese Leute erzählen dir, etwas mit deinen Genen nicht stimmt und du glaubst ihnen einfach so? Da steht es schwarz auf weiß, sage ich und deute auf den Bildschirm. Du hast es doch selbst gesehen. Ich sehe dich, sagt sie leidenschaftlich und packt meinen Arm. Und ich weiß wer du bist. Ich schüttle den Kopf. Ich kann sie immer noch nicht ansehen. Ich kann überhaupt nirgendwo hinsehen. Ich muss an die frische Luft. Bis später. Tobias warte! Als ich den Raum verlasse, lässt der Druck etwas nach. Der Gang kommt mir den noch viel zu eng vor. Ich habe immer noch nicht genug nicht. Inzwischen ist der Himmel hellblau. Ich höre Schritte hinter mir. Sie sind etwas schwerfällig und ich weiß, es kann nicht Triss sein. Hey! Nicht das Sohlen quietschen auf den Fliesen, als sie vor mir steht und nervös mit einem Fuß herumzappelt. Ich will dich nicht bedrängen, aber ich aber vielleicht ist es besser, wenn du ohne sie kommst. Warum? Sie ist eine GP, was so viel heißt wie genetisch perfekt. Es ist schwer zu beschreiben, aber sie kann das nicht verstehen. Vertraue mir einfach, okay? Es ist besser für sie, wenn sie eine Weile außen vor bleibt. Okay. Okay, Nita nickt. Ich muss jetzt gehen. Ich beobachte, wie sie wieder zurückrennt. und dann setze ich meinen Weg fort. Ich weiß nicht genau, wohin ich gehe, aber mit jedem Schritt lässt die Wucht dessen, was ich heute erfahren habe, etwas nach. Und die Informationen wirbeln nicht mehr so wild durcheinander. Ich laufe ihm nicht hinterher, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Damals, als etwas, das mich von anderen abhob und mich besser und stärker machte als sie. Jetzt, wo ich meine und Tobias DNA auf einem Computerbildschirm nebeneinander gesehen habe, ist mir klar geworden, dass der Begriff unbestimmt nicht so viel bedeutet, wie ich dachte. Er bezeichnet lediglich eine bestimmte Sequenz meiner DNA, und das ist ungefähr so, als gäbe es ein bestimmtes Wort für alle Menschen mit braunen Augen oder blondem Haar. Ich stütze den Kopf in die Hände. Diese Leute hier sind der Ansicht, dass es mehr bedeutet. Sie sind davon überzeugt, dass ich als Unbestimmte geheilt bin, und Tobias nicht. Und sie wollen mich glauben machen, dass das die Wahrheit ist. Aber das nehme ich ihnen nicht ab. Ich frage mich, warum Tobias so bereitwillig glaubt, dass er in irgendeiner Weise defekt ist. Ich will nicht mehr darüber nachdenken. Gerade als ich den Gentherapie-Raum verlassen will, kommt Nita zurück. Was hast du zu ihm gesagt? frage ich. Sie sieht ziemlich gut aus. Sie ist groß, aber nicht zu groß, schlank, aber nicht zu schlank, und ihre Haut schimmernd in einem warmen Bronzeton. Ich wollte nur sicher gehen, dass er sich nicht verirrt, sagt sie. Die Gänge hier sind ziemlich unübersichtlich. Das kann man so sagen. Dann laufe ich los, ohne zu wissen wohin. Hauptsache weg von Nita, dem hübschen Mädchen, das unter vier Augen mit meinem Freund redet. Nicht, dass es ein besonders langes Gespräch gewesen wäre. Nach wenigen Schritten entdecke ich Zoe, und sie winkt mich zu sich. Sie wirkt entspannter als heute Morgen, die Falten auf ihrer Stirn sind verschwunden und das Haar fällt ihr lose über die Schultern. Sie vergräbt die Hände in den Taschen ihres Overalls. Die anderen wissen es schon, sagt sie. Für alle, die Lust haben, findet in zwei Stunden ein kleiner Rundflug statt. Bist du dabei? Da sind sie wieder. Die Angst und die Aufregung, genau wie damals, als ich in die Gurte auf dem Dach des Hancock Buildings gestiegen bin. Ich stelle mir vor, wie ich in einem Fahrzeug mit Flügeln in den Himmel aufsteige, höre das Dröhnen des Motors und das Heulen des Windes und male mir aus, wie gegen jede Wahrscheinlichkeit gerade bei uns etwas schief geht und ich in die Tiefe stürze. Ja, sage ich. Wir treffen uns am Gate B14. Folge einfach den Schildern. Sie lächelt kurz und geht. Ich blicke durch die Deckenfenster über mir. Der Himmel ist klar und blass, wie meine Augen. Ich denke, dass es mir wohl vorher bestimmt war, so als hätte der Himmel schon immer auf mich gewartet. Vielleicht liegt es daran, dass ich Höhen liebe, die andere bereits fürchten. Vielleicht aber auch daran, dass, wenn man so viel gesehen hat wie ich, nur noch diese eine Grenze zu erforschen bleibt. Die Stufen der Metalltreppe, die hinunter auf den Asphalt führt, quietschen bei jedem Tritt. Ich muss den Kopf in den Nacken legen, wenn ich das Flugzeug richtig sehen will. Es schimmert silbrig weiß und ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Gleich unter dem Flügel sehe ich einen riesigen Zylinder mit Rotoren, die Bucken. Wie kann ein so großes Monstrum eigentlich am Himmel bleiben? fragt Uriah, der hinter mir läuft. Ich schüttle den Kopf. Ich weiß es nicht und ich will auch gar nicht darüber nachdenken. Zoe führt uns eine weitere Treppe hinauf, von der aus man durch eine Luke in das Flugzeug steigen kann. Meine Hände zittern, als ich sie auf das Geländer lege. Ich werfe habe ihn seit der Sache mit den Gentests nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ich ziehe den Kopf ein, als ich durch die Luke klettere, obwohl der Einstieg größer ist als ich. Im Inneren des Flugzeugs reihen sich Sitze an Sitze. Alle sind mit dem gleichen durchgescheuerten blauen Stoff überzogen. Ich setze mich an einen der vorderen Fenster Plätze. Eine Metallstange gräbt sich an meinen Rücken. Der Sitz fühlt sich an wie ein Skelett ohne Fleisch auf den Metallrippen. Kara nimmt an der Reihe hinter mir Platz und Peter und Caleb verziehen sich in den rückwärtigen Teil des Flugzeugs, wo sie sich nebeneinander ans Fenster setzen. Ich wusste gar nicht, dass die beiden befreundet sind, aber sie passen ziemlich gut zueinander, so verabscheuungswürdig wie sie beide sind. Wie alt ist die Maschine? frage ich Zoe, die vorne im Gang steht. Ziemlich alt, sagt sie. Aber wir haben die wichtigsten Bauteile komplett überholt und dieses Flugzeug hat genau die richtige Größe für unsere Zwecke. Wofür setzt ihr es ein? Hauptsächlich zur Luftüberwachung. Wir wollen wissen, was in der Randzone vorgeht, falls uns von dort Gefahr droht. Zoe und Milwaukee. Das ist die nächste Großstadt unter Regierungsaufsicht. Sie ist etwa drei Stunden mit dem Auto entfernt. Mir liegt die Frage auf der Zunge, was genau in der Zone vorgeht. Aber dann setzen sich Uriah und Christina neben mich und der Moment ist vorüber. Uriah klappt eine Armlehne zwischen uns herunter und beugt sich über mich, um aus dem Fenster zu sehen. Wenn die Ferox von den Flugzeugen wüssten, wären sie ganz scharf darauf zu lernen, wie man diese Dinger fliegt, sagt er. Mich eingeschlossen. Nein, sie würden sich gleich außen an die Flügel binden, Christina knufft ihn. Weißt du so wenig über deine eigenen Leute? Als Antwort kneift ihr Uriah in die Wange und wendet sich wieder zum Fenster. Habt ihr Tobias in der letzten Zeit gesehen? frage ich. Nein, ich bin ihm heute noch nicht begegnet, sagt Christina. Alles okay mit ihm? Bevor ich etwas erwidern kann, taucht im Gang eine ältere Frau mit Falten um den Mund auf und klatscht kurz in die Hände. Mein Name ist Karen und ich bin die Pilotin dieses Flugzeugs, verkündet sie. Manche denken Fliegen sehr gefährlich, aber die Wahrscheinlichkeit abzustürzen ist viel geringer als die in einen Autounfall verwickelt zu werden. Genauso gering wie die Wahrscheinlichkeit zu überleben, falls wir doch abstürzen, murmelt Uriah, allerdings mit einem breiten Grinsen. Seine dunklen Augen blitzen und er wirkt aufgedreht wie ein zappeliges Kind. Ich habe ihn seit Marlins Tod nicht mehr so gesehen. Er sieht wieder gut aus. Karen verschwindet im vorderen Teil des Flugzeugs und Zoe setzt sich auf der anderen Seite des Gangs in einen Sitz gegenüber von Christina. Sie beugt sich über die Armlehne, um uns Anweisungen zu erteilen, wie etwa bitte anschnallen und nicht aufstehen, bis wir unsere Flughöhe erreicht haben. Ich weiß nicht genau, was sie unter Flughöhe versteht und sie hält es anscheinend nicht für nötig, es zu erklären. Typisch Zoe Das Flugzeug rollt rückwärts und ich bin überrascht, wie weich die Bewegung ist. Man könnte fast meinen, wir schwebten bereits über dem Boden. Es wendet und gleitet über den Asphalt, auf dem Dutzende von Linien und Symbolen aufgemalt sind. Mein Herz schlägt immer schneller, je weiter wir uns vom Gebäude entfernen. Und dann höre ich Karens Stimme durch eine Sprechanlage. Fertigmachen zum Abheben. Ich kralle meine Finger in die Armlehnen, als das Flugzeug nach vorn schießt. Die Schubkraft presst mich in den Sitz und vor dem Fenster zerfließen die Farben. Dann spüre ich den Auftrieb. Das Flugzeug hebt ab. Ich sehe den Boden, der sich unter uns in alle Richtungen ausbreitet. Alles bleibt zurück, wird von Sekunde zu Sekunde kleiner. Meine Kinnlade klappt herunter und für einen Augenblick vergesse ich sogar das Atmen. Der Komplex sieht von oben ein bisschen wie das Neuronenmodell aus, das ich in meinem Schulbuch gesehen habe. Ich erkenne den Zaun, der das Gelände einschließt. Dahinter zieht sich ein Netz von Betonstraßen. Dazwischen ganz viele Häuser. Und dann kann ich plötzlich nicht einmal mehr die Straßen oder Gebäude sehen, weil unter uns alles zu einem grau-grün und braun gemusterten Flickenteppich verschwimmt und ich nichts anderes sehe als Land, Land, Land. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Hatte ich gehofft, das Ende der Welt sehen zu können, da, wo die Erde sich in einen gigantischen Abgrund zum Himmel öffnet? Was ich jedenfalls nicht erwartet habe, ist dieses Gefühl, dieses Wissen, Straßen gelaufen bin. Was ich nicht erwartet hätte, ist, dass ich mich plötzlich so unglaublich winzig fühle. Wir sollten nicht zu hoch fliegen und wir dürfen der Stadt nicht zu nahe kommen, wenn wir unbemerkt bleiben wollen. Daher müssen wir uns mit einem Blick aus der Ferne begnügen. Links von uns sehen wir jetzt die Spuren der Verwüstung aus dem Reinheitskrieg. Damals, als wegblinzeln, um wieder etwas erkennen zu können. Es wirkt auf den ersten Blick wie eine Ansammlung dunkler Gebäude. Als ich genauer hinsehe, erkenne ich, warum die Gebäude so dunkel sind. Sie sind bis zur Unkenntlichkeit verkohlt. Manche wurden dem Erdboden gleich gemacht, der Asphalt ist aufgebrochen wie eine rissige Eierschale. Der Anblick erinnert mich an einige Gebiete unserer Stadt, und doch ist er mit nichts zu vergleichen, was ich je gesehen habe. Die Zerstörung unserer Stadt kann man sich als Menschenwerk vorstellen. Das hier kann nur von etwas anderem, Größerem stammen. Und jetzt werfen wir einen kurzen Blick auf Chicago, sagt Zoe. Wie ihr gleich seht, wurde zwar ein Teil des Sees für die Errichtung des Zauns trockengelegt, aber wir haben so viel Zeugzacken in der Ferne auf, und die zerklüftete Skyline von Chicago erhebt sich aus dem Meer vom Beton. Hinter der Stadt dehnt sich eine endlos braune Fläche aus, das Sumpfland, und dahinter kommt Blau. Als ich an dem Stahlseil vom Dach des Hancock Buildings in die Tiefe sauste, habe ich mir vorzustellen versucht, wie das Sumpfland früher ausgesehen haben muss, voller Wasser, das Blaugrau im Sonnenlicht glitzert. Jetzt, wo ich weiter als je zuvor sehen und über alle Grenzen der Stadt hinweg blicken kann, ist es genau, wie ich es mir vorgestellt habe. In der Ferne spiegeln sich die Sonnenstrahlen im schimmernden See, und die Wellen verschwimmen zu einem gekräuselten Muster, das die Wasseroberfläche überzieht. Alle im Flugzeug schweigen, die Stille wird nur vom gleichmäßigen Brummen des Motors gestört. Boah, sagt Uriah. Psch, antwortet Christine. Wie groß ist das hier im Vergleich zum Rest der Welt, fragt Peter von seinem Platz aus. Seine Stimme klingt gepresst, als brächte er die Worte nur mit Mühe über die Lippen. Unsere Stadt, meine ich, wie viel Prozent der Landfläche nimmt sie ein? Chicago umfasst ungefähr 227 Quadratmeilen, sagt Zoe. Die Erdoberfläche hat knapp 200 Millionen Quadratmeilen. Demnach wäre der Landanteil von Chicago in Prozent ausgedrückt verschwindend gering. Sie spricht die Fakten gelassen aus, als wären sie ohne Bedeutung. Aber für mich sind ihre Worte wie ein Schlag in den Magen. Plötzlich fühle ich mich zusammengedrückt, als würde ich unter meinem eigenen Gewicht zerquetscht werden. So unendlich viel Raum und Fläche. Ich denke an all die fernen dort leben. Ich blicke wieder aus dem Fenster und atme tief ein und aus, um meine verkrampften Glieder zu entspannen und mich aus meiner Erstarung zu lösen. Mein Blick gleitet über das weite Land und ich denke, dass dies vielleicht mehr als alles andere ein Beweis für den Gott meiner Eltern ist. Die Welt ist so unendlich, dass sie unsere Macht weit übersteigt, dass wir längst nicht so groß sein können, wie wir glauben. Verschwindend gering. So merkwürdig es klingt, aber bei diesen Gedanken fühle ich mich irgendwie frei. Am Abend, als alle anderen beim Essen sind, setze ich mich auf das Fensterbrett im Schlafsaal und schalte das Lesegerät ein, das David mir gegeben hat. Meine Finger zittern, als ich den Ordner mit dem Namen Tagebuch öffne. Der erste Eintrag lautet David bittet mich andauernd aufzuschreiben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich rechnet er mit irgendwelchen schrecklichen Geschichten und vielleicht ist es genau das, was er hören will. Manches war wirklich schrecklich, aber das war es für alle. Es ist also nicht, dass meine Geschichte etwas Besonderes wäre. Ich bin in einem Einfamilienhaus in Milwaukee, Wisconsin aufgewachsen. Ich wusste nie besonders viel über das Gebiet außerhalb der Stadt, das von allen hier Randzone genannt wird, außer dass es verbotenes Terrain war. Meine Mutter arbeitete im Strafvollzug. Sie war aufbrausend und man konnte ihr nie etwas recht machen. Mein Vater war leerer. Er war nachgiebig und hilfsbereit und nutzlos. Eines Tages gerieten sie im Wohnzimmer aneinander. Der Streit eskalierte und er packte sie, und sie erschoss ihn. während ich meine Habseligkeiten zusammenpackte und mich durch die Vordertür davon machte. Ich habe sie nie wieder gesehen. Dort, wo ich aufgewachsen bin, spielen sich täglich Tragödien ab. Die meisten meiner Freunde hatten Eltern, die sich um den Verstand soffen, zu viel brüllten oder deren Liebe längst erloschen war. So lief es eben. Das war keine große Sache. Meine Flucht von zu Hause war also nur ein weiterer Punkt auf der langen Liste der grässlichen Dinge, die sich im vergangenen Jahr in unserer Nachbarschaft ereignet hatten. Mir war klar, dass ich nicht an einem offiziellen Ort wie zum Beispiel einer anderen Stadt Unterschlupf suchen konnte, denn dort hätten mich die Regierungstypen über kurz oder lang geschnappt und zu meiner Mom zurückgeschickt. Aber ich hätte ihr nie wieder in die Augen blicken können, ohne die Blutspur zu sehen, die der Kopf meines Vaters auf dem Teppich im Wohnzimmer hinterlassen hatte. Also habe ich alle offiziellen Orte gemieden. Ich ging in die Zone, wo zwischen den Kriegsruinen ein paar Leute in einer kleinen Siedlung aus Abdeckplanen und Blech leben. Sie ernähren sich von Essensresten und verbrennen alte Zeitungen, um es ein bisschen gerissen hat. Vielleicht will die Regierung aber nicht verprügelte. Eines Tages sah ich, wie ein erwachsener Mann ein Kind verprügelte. Ich zog ihm mit einer Holzplanke eins über, damit er aufhörte. Und er starb. Einfach so. Mitten auf der Straße. Ich war damals erst 13. Ich floh. Dann fing mich ein Typ in einem Van ab, jemand, der wie ein Polizist aussah. Aber er zehrte mich nicht an den Straßenrand, um mich zu erschießen. Und er steckte mich auch nicht ins Gefängnis. Stattdessen brachte er mich in ein sicheres Gebiet und testete meine Gene. Dann erzählte er mir etwas von Stadtexperimenten und davon, dass meine Gene reiner seien als die anderer Leute. Als Beweis zeigte er mir sogar ein Bild davon. Aber ich hatte einen Mann getötet, genau wie meine Mutter. David sagt, dass das okay sei, weil ich es nicht mit Absicht getan hätte und weil der Mann drauf und dran gewesen wäre, das kleine Kind umzubringen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass meine Mutter meinen Dad auch nicht absichtlich getötet hat. Welchen Unterschied macht es dann noch, ob man etwas absichtlich tut oder nicht? Unfall oder Vorsatz? Das Ergebnis bleibt gleich. Ein Menschenleben weniger. Das sind also die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und wenn man David so zuhört, könnte man beinahe glauben, dass all das passieren musste, weil vor langer, langer Zeit einige Leute versucht haben, an der menschlichen Natur zu drehen und alles nur noch schlimmer gemacht haben. Ich schätze, das macht irgendwie Sinn. Hoffe ich zumindest. Ich beiße mir auf die Unterlippe. In diesem Ria und Essen, Trinken, Lachen. In der Stadt wahrscheinlich genauso. Ich bin von Alltag umgeben und doch bin ich alleine mit meinen Entdeckungen. Ich presse das Lesegerät an meine Brust. Meine Mutter kam von hier. Dieser Ort ist sowohl mit den jüngsten Entwicklungen in meinem Leben als auch mit meiner Familien Geschichte verknüpft. Ich spüre meine Mutter in den Wänden, in der Luft. Der Tod konnte sie nicht auslöschen. Dieser Teil von ihr bleibt. Der Glasbildschirm fühlt sich kalt an. Ich spüre es durch mein T-Shirt und fröstle. Uriah und Christina kommen in den Schlafsaal. Ich höre sie lachen. Uriahs klare Augen und seine festen Schritte erfüllen mich mit Erleichterung. Und plötzlich kommen mir die Tränen. Er und Christina blicken mich besorgt an und lehnen sich rechts und links von mir an das Fensterbrett. Alles in Ordnung mit dir? fragt sie. Ich nicke und blinzle die Tränen weg. Was habt ihr heute so getrieben? Nach dem Flug sind wir in den Kontrollraum gegangen, um ein bisschen Überwachungskameras zu gucken, sagt Uriah. Es ist echt verrückt zu sehen, was in der Stadt passiert, jetzt wo wir da weg sind. Eigentlich läuft alles weiter wie vorher. Evelyn ist immer noch eine Idiotin, genau wie all ihre Handlanger und so weiter. Es war wie Nachrichten gucken. Ich glaube nicht, dass ich das sehen will, sage ich. Es ist zu aufdringlich und irgendwie gruselig. Uriah zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht. Wenn sie mich unbedingt dabei beobachten wollen, wie ich mit den Hintern kratze oder zu Abend esse, dann sagt das mehr über sie aus als über mich. Ich lache. Wie oft kratzt du denn so den Hintern? Er knüpft mich mit dem Ellbogen. Ich will das Gespräch ja nicht von Hintern abbringen, die unumstritten ein unglaublich wichtiges Thema sind. Ein leichtes Lächeln spielt um Christinas Lippen. Aber ich stimme dir zu, Triss. Ich hatte kein gutes Gefühl beim Zusehen. Es war, als würde ich unseren Leuten in der Stadt hinterher spionieren. Ich glaube, mir hat dieses eine Mal gereicht. Sie zeigt auf das Gerät, auf dem mir die Worte meiner Mutter immer noch entgegenschimmern. Was ist das? Es hat sich herausgestellt, dass meine Mutter von hier kommt, antworte ich. Naja, ursprünglich kam sie aus der Welt draußen, aber dann Deine Mutter war von hier? fragt Christina fassungslos. Ich nicke. Ja, ziemlich verrückt, oder? Und dann hat sie den Leuten hier auch noch ihre Tagebucheinträge überlassen. Ich habe gerade darin gelesen, als ihr reingekommen seid. Wow, sagt Christina sanft. Das ist gut, oder? Ich meine, dass du auf diese Weise mehr von ihr erfährst. Ja, das ist gut. Und nein, ich bin nicht mehr geschockt. Du kannst also aufhören, mich so anzusehen. Der besorgte Ausdruck in Uriahs Gesicht verschwindet. Ich habe den Eindruck, dass ich irgendwie hierher gehöre, seufze ich. Vielleicht könnte dieser Ort mein Zuhause werden. Christina zieht die Augenbrauen zusammen. Kann sein, sagt sie, und ich habe das Gefühl, dass sie mir ihre Zweifel nur nicht zeigen will, was eigentlich ziemlich nett von ihr ist. Ich weiß nicht, sagt Uriah plötzlich ganz ernst. Ich frage mich, ob wir uns jemals wieder an irgendeinem Ort zuhause fühlen werden, selbst wenn wir in die Stadt zurückkehren würden. Vielleicht hat er recht. Vielleicht bleiben wir Fremde, egal wohin es uns verschlägt. Ob wir hier bleiben oder in die Welt draußen ziehen oder in die Stadt zurückkehren. Nichts ist mehr wie es war und alles wird sich weiter verändern. Aber vielleicht kann es uns trotzdem gelingen, ein inneres Zuhause zu finden, das wir dann für immer in uns tragen, genau wie ich meine Mutter immer bei mir habe. In diesem Moment betritt Caleb den Schlafsaal. Auf seinem Hemd ist ein Fleck, der verdächtig nach Soße vom Abendessen aussieht, doch Caleb aktueller Faszination erkenne und für einen Moment frage ich mich, was er gelesen oder beobachtet hat. Hi, sagt er und macht Anstalten in unsere Richtung zu gehen, aber dann muss er den Ausdruck von Abscheu in meinen Augen bemerkt haben, denn er hält mitten im Schritt inne und zögert. Ich decke den Bildschirm mit meiner Hand ab, obwohl er von der anderen Seite des Saals unmöglich sehen kann, was darauf ist, und starre ihn wortlos an. Ich kann, ich will ihm nicht antworten. Hast du eigentlich vor, jemals wieder mit mir zu reden, sagt der Matt. Ich sehe, wie seine Mundwinkel nach unten sacken. Wenn sie das tut, trifft mich der Schlag, sagt Christina kalt. Ich wende den Blick ab. Die Wahrheit ist, dass ich mich manchmal danach sehne, alles zu können, wie sie vor der Wahl der Fraktionen war. Selbst wenn er mich damals immer verbessert und ständig zur Selbstlosigkeit gemahnt hat. Alles war besser als jetzt, wo ich das Gefühl habe, sogar das Tagebuch meiner Mutter vor ihm verstecken zu müssen, damit er es nicht vergiften kann, wie alles andere davor. Ich stehe auf und schiebe das Lesegerät unter mein Kissen. Hey, sagt Hattet ihr denn keinen? frage ich. Und wenn schon? Uriah verdreht die Augen, legt den Arm um meine Schulter und schiebt mich zur Tür. Zu dritt machen wir uns auf den Weg zur Cafeteria. Während mein Bruder alle ... Ich hätte keine Wetten darauf abgeschlossen, dass du kommen würdest, sagt Nita. Als sie sich umdreht und mich, wer weiß wohin führt, fällt mir auf, dass ihr weites Shirt am Rücken etwas kurz ist und dass sie ein Tattoo an der Wirbelsäule hat. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Lässt man sich hier auch Tattoos stechen? frage ich. Manche schon, antwortet sie. Das Tattoo auf meinem Rücken zeigt zerbrochenes Glas. Sie zögert kurz. Eine Pause, die jemand macht, während er überlegt, ob er etwas soll ein Witz sein. Zerstörung. Das lässt mich an Defekt denken. Jenes Wort, das seit meinem Gentest immer wieder in meinen Gedanken auftaucht, versinkt, nur um gleich darauf wieder an die Oberfläche zu kommen. Wenn das ein Witz sein soll, dann ist es jedenfalls kein guter. Nicht einmal Nita kann darüber lachen. Sie spuckt diese Erklärung aus, als hätte sie einen bitteren Beigeschmack. Menschen leer ist. Dann steigen wir eine Reihe von Treppen hinunter. Blaue, grüne, purpurfarbene und rote Lichter tanzen auf den Wänden und andauernd ändern sich die Farben. Der Tunnel, der am Ende der Treppe beginnt, ist dunkel und geräumig. Nur im Schein der merkwürdigen Lichter können wir uns orientieren. Die Bodenfliesen sind alt und sogar durch meine Schuhsohlen hindurch spüre ich den Staub und den Schmutz. Dieser Teil des Flughafens wurde völlig umgebaut und erweitert, als die ersten von uns hier einzogen, berichtet Nita. Nach den Reinheitskriegen wurden alle Laboratorien für eine Weile unterirdisch betrieben, damit sie im Falle eines Angriffs geschützt sind. Jetzt hat hier unten nur noch das technische Personal zu tun. Und mit jemandem von ihnen soll ich mich treffen? Sie nickt. Techniker ist mehr als nur ein Job. Beinahe alle von uns sind GDs, genetisch defekt, Überbleibsel des gescheiterten Experiments in der Stadt, oder die Nachkommen von anderen Überlebenden des Experiments, oder einfach Leute, die von draußen hierher gezogen sind, wie zum Beispiel Triss Mutter, allerdings ohne, dass wir ihre genetischen Vorzüge haben. Alle Wissenschaftler und Anführer sind GPs, also genetisch perfekt. Sie sind die Nachkommen jener Menschen, die dem Bestreben, die Gene anzupassen, widerstanden haben. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber es sind so wenige, dass ich sie dir aus dem Stand aufzählen könnte. Ich will Sie fragen, weshalb die Trennung zwischen den beiden Gruppen so strikt ist, aber eigentlich kann ich es mir denken. Die sogenannten GPs sind in dieser Gemeinschaft aufgewachsen, umgeben von wissenschaftlichen Versuchen, Beobachtungen und Studien. Die GDs sind mitten in den Experimenten groß geworden. Sie mussten nur so viel wissen, dass sie überleben konnten, bis die nächste Generation herangewachsen war. Die Trennung beruht auf Wissen, auf den Fähigkeiten der Menschen. Aber wie ich bei den Fraktionslosen gesehen habe, ist ein System, das sich auf eine Gruppe von Ungebildeten verlässt, die die Drecksarbeit verrichten und keine Chance haben aufzusteigen, wohl kaum gerecht zu nennen. Weißt du, ich glaube, deine Freundin hat recht, sagt Nita. Es hat sich nichts verändert. Jeder Mensch hat seine Grenzen, sogar GPs. Also gibt es eine Obergrenze für, ja, für was eigentlich? Für mein Mitgefühl, mein Gewissen? frage ich. Soll das ein Trost für mich sein? Nita blickt mich nachdenklich an, aber sie gibt keine Antwort. Das ist doch lächerlich, fahre ich fort. Was berechtigt dich oder sie oder wen auch immer, solche Grenzen festzusetzen? So ist es eben, Tobias, entgegnet Nita. Es sind die Gene, nicht mehr und nicht weniger. Das ist eine Lüge, widerspreche ich ihr. Hier geht es um mehr als nur um Gene und das weißt du. Ich habe das Bedürfnis wegzulaufen und zurück zum Schlafsaal zu rennen. Mir wird richtig heiß, weil die Wut in mir hochkocht und ich weiß noch nicht einmal auf wenig wütend bin. Alle Als wir am Ende des Tunnels ankommen, öffnet Nita eine schwere Holztür, indem sie sich mit der Schulter dagegen stemmt. Dahinter liegt eine quirlige, blinkende Welt. Der Raum wird von kleinen, hellen, von der Decke hängenden Glühlampen erleuchtet. Sie hängen so dicht nebeneinander, dass ein Geflecht aus gelben und weißen Lichtern entsteht. An einer Seite des Raums befindet sich ein Holztresen. Dahinter reihen sich Flaschen in leuchtenden Farben. Darüber ist ein Meer aus Gläsern. An der linken Wand stehen Tische und Stühle. Rechts sehe ich eine Gruppe von Menschen mit Musik Instrumenten. Der Raum ist voller Musik. Aber bei meinen bescheidenen Erfahrungen, die ich auf diesem Gebiet bei den Amitee gemacht habe, höre ich nicht viel mehr als gezupfte und man wartet nur darauf, dass ich mich bewege, etwas sage, irgendetwas tue. Einen Moment lang ist es schwierig, aus der Musik und dem Stimmengewirr etwas herauszuhören. Aber nach kurzer Zeit habe ich mich daran gewöhnt und ich höre Nita, die zu mir sagt, hier entlang, willst du was trinken? Ich will gerade antworten, als jemand in den Raum stürmt. Der Mann ist klein und sein T-Shirt hängt an ihm herunter, als wäre es zwei Nummern zu groß. Er macht den Musikern ein Zeichen und sie hören auf, sodass er ... Der halbe Raum springt auf und stürzt zur Tür. Ich werfe Nita einen fragenden Blick zu und sie runzelt die Stirn. Wer wird verurteilt? frage ich. Markus, wer sonst? sagt sie. Aber da bin ich längst losgerannt. Ich sprinte durch den Tunnel zurück, suche mir Lücken, durch die ich zwischen den Menschen hindurch schlüpfen kann, und wenn ich keine Lücken finde, dann remple ich die Leute weg. Nita folgt mir auf den Fersen und ruft, ich solle stehen bleiben, aber ich kann nicht. Ich spüre nichts mehr von meiner Umgebung, nichts mehr von den anderen Menschen, nichts mehr von mir selbst. Außerdem war ich schon immer Beurteilung, seinen Freispruch? Hoffe ich, dass Evelyn ihn schuldig spricht und ihn hinrichten lässt, oder hoffe ich, dass sie ihn verschont? Ich weiß es nicht. Wie es auch ausgeht, ich führe es auf dieselbe Ursache zurück. Alles ist entweder ein Zeichen von Marcus Bosheit oder Beweis seiner Falschheit und das gleiche trifft auch auf Evelyn zu. Ich brauche nicht lange zu überlegen, wo der Weg in die vorderste Reihe und da sind sie. Meine Eltern. Ihre Bilder sind auf der Hälfte aller Monitore zu sehen. Die Leute rücken von mir ab, alle bis auf Nita, die sich nach Luft schnappend neben mich stellt. Jemand dreht die Lautstärkerregler auf, damit wir sie alle gut hören können. Sie krächzen, das Mikrofon verzerrt ihre Stimme. Aber ich kenne die entscheidenden Stellen hebt, wie er immer die richtige Betonung wählt. Ich ahne seine Worte schon im Voraus. Du hast dir viel Zeit gelassen, sagt er spöttisch. Genießt du den Augenblick? Ich erstarre. Das ist keine der Rollen, die Markus sonst immer spielt. Dies ist nicht der Mensch, den die Stadt kennt, den geduldigen, abgeklärten Anführer der Altruan, der niemandem etwas zuleide tun würde, am wenigsten seinem eigenen Sohn oder seiner eigenen Frau. Dies ist der Mann, der seinen Gürtel Schlaufe um Schlaufe aus seiner Hose zieht und um seine Hand wickelt. Dies ist der Markus, wie ich ihn am besten kenne. Und sein Anblick jetzt, wie auch sein Anblick in meine Angstlandschaft, lässt mich wieder zum Kind werden. Natürlich nicht, Markus, erwidert meine Mutter. Du hast dieser Stadt viele Jahre lang gute Dienste erwiesen. Das ist keine Entscheidung, die ich oder einer meiner Ratgeber leichten Herzens getroffen hätte. Markus verstellt sich nicht, Evelyn schon, aber sie klingt so echt, dass ich ihr um ein Hage glaubt hätte. Ich und die früheren Vertreter der Fraktionen mussten vieles in unsere Überlegungen einbeziehen. Die Jahre, die du der Stadt gedient hast, die Treue, die du unter den Anhängern deiner Fraktion genießt, meine Gefühle, die ich dir als meinem früheren Ehemann immer noch entgegenbringe, ich schnaube verächtlich. Ich bin immer noch dein Mann, sagt Markus. Bei den Altruern ist es nicht erlaubt, sich scheiden zu lassen. Oh doch, wenn gegen die Frau Gewalt ausgeübt wird, widerspricht Evelyn. Und da ist es wieder, dieses hohle, niederdrückende Gefühl. Ich mag nicht glauben, dass sie es gerade in aller Öffentlichkeit zugegeben hat. Andererseits will sie natürlich, dass die Menschen in der Stadt ein bestimmtes Bild von ihr bekommen. Sie will nicht als die herzlose Frau dastehen, die das Leben der Menschen kontrolliert, sondern als eine Frau, die das Opfer von Markus Willkür geworden ist, der hinter einem anständigen Haus und frisch gebügelter grauer Kleidung ein Geheimnis verbirgt. In diesem Moment weiß ich, wie es ausgehen wird. Sie wird ihn umbringen, sage ich. Tatsache ist, fährt sie beinahe liebenswürdig fort, dass du unerhörte Verbrechen gegen diese Stadt begangen hast. Du hast unschuldige Kinder dazu angestiftet, ihr Leben, um deiner Ziele willen aufs Spiel zu setzen. Aufgrund deiner Weigerung, mir und Tori Wu, der ehemaligen Anführerin der Ferox, gehorsam zu leisten, mussten zahllose Menschen in den darauf folgenden Angriffen der Kent sterben. Du hast die deinen betrogen, weil du entgegen unseren Abmachungen gehandelt und nicht gegen Janine Messias gekämpft hast. Du hast deine eigene Fraktion verraten, weil du ausgeplaudert hast, was ein gut gehütetes Geheimnis bleiben sollte. Das habe ich nicht, ich bin noch nicht fertig, unterbricht Evelyn ihn. Angesichts deiner Verdienste um die Stadt haben wir uns für eine ungewöhnliche Lösung entschieden. Im Gegensatz zu den ehemaligen Anführern der Fraktionen wird man dir nicht verzeihen und dich weiterhin an den Versammlungen über die Belange der Stadt teilnehmen lassen. Du wirst allerdings auch nicht hingerichtet. Stattdessen werden wir dich auf die andere Seite des Zauns schicken. Dorthin, wo das Amitee Gebiet aufhört und du darfst nicht wieder zurückkehren. Markus wirkt überrascht. Ich kann es ihm nicht übel nehmen. Glückwunsch, sagt Evelyn. Du darfst noch einmal ganz von vorne anfangen. Soll ich jetzt erleichtert sein, dass mein Vater nicht hingerichtet wird? Oder wütend, dass ich wie ein Schwert über meinem Kopf schwebt? Ich weiß es nicht. Ich fühle überhaupt nichts. Meine Hände werden taub, woran ich merke, dass ich in Panik verfalle. Aber ich spüre es nicht, jedenfalls nicht so wie sonst. Ich will nur noch wo anders sein. Deshalb wende ich mich ab und lasse meine Eltern und Nita und die Stadt, in der ich einst gelebt habe, hinter mir. Wir sitzen beim Frühstück, als sie über die Lautsprecheranlage eine Übung für den Angriffsfall ankündigen. Eine spröde Frauenstimme fordert uns auf, sämtliche Türen von innen zu verschließen, die Fenster zu verhängen und still sitzen zu bleiben, bis der Alarm verstummt. Die Übung wird pünktlich zur vollen Stunde beginnen, sagt sie. Tobias wirkt bleich und erschöpft. Er hat dunkle Ringe Stückchen ab. Manchmal ist er sie, manchmal vergisst er es auch. Die meisten von uns haben lange geschlafen und sind erst gegen zehn aufgewacht. Vermutlich, weil es keinen Grund gab, früher aufzustehen. Als wir die Stadt verließen, haben wir mit ihr auch unsere Fraktionen und unsere Entschlossenheit verloren. Hier haben wir nichts anderes zu tun, als zu warten, dass etwas geschieht. Aber das beruhigt mich nicht, im Gegenteil, es macht mich kribbelig und nervös. Ich bin es gewohnt, dass ich etwas zu tun habe, dass ich immer zu kämpfen muss. Ich versuche mich zu erinnern, wie man sich entspannt. Gestern haben sie uns in einem Flugzeug mitgenommen, sage ich zu Tobias. Wo bist du denn gewesen? Ich brauchte etwas Bewegung, musste mir über verschiedene Dinge klar werden. Er ist kurz angebunden und gereizt. Wie war es denn? Wirklich toll. Ich sitze ihm gegenüber, sodass sich unsere Knie in dem Raum zwischen den Betten berühren. Die Welt ist viel größer, als ich sie mir vorgestellt habe. Er nickt. Mir hätte es wahrscheinlich nicht gefallen. Die Höhe und so. Ich weiß nicht, warum, aber seine Reaktion enttäuscht mich. Ich hätte mir gewünscht, dass er sagt, wie gerne er mich begleitet hätte, wie gerne er dieses Erlebnis mit mir geteilt hätte. Wenigstens könnte er mich fragen, was genau mir daran gefallen hat. Hat er wirklich nicht mehr zu sagen, außer dass er es nicht gemocht hätte? Ist alles in Ordnung mit dir? frage ich. Du siehst aus, als hättest du kaum ein Auge zugetan. Tja, der Tag gestern meinetwegen kannst du dich aufregen, worüber du willst, sage ich stirnrundelnd. Aber so wie ich es sehe, gibt es nicht viel, worüber du dich aufregen müsstest. Ich weiß, dass es ein Schock für dich war, aber du bist immer noch derselbe wie gestern und vorgestern. Egal, was diese Leute reden. Er schüttelt den Kopf. Ich spreche nicht von meinen Genen. Ich meine Marcus. Du hast wirklich keine Ahnung, oder? Seine Frage ist ein Vorwurf, aber sein Ton ist nicht vorwurfsvoll. Er steht auf und wirft den Muffin in den Mülleimer. Ich bin verletzt und frustriert. Natürlich weiß ich von der Sache mit Marcus. Gleich nach dem Aufwachen war es das Gesprächsthema Nummer eins. Aber aus irgendeinem Grund habe ich nicht geglaubt, dass es ihn aufregen würde, wenn er erfährt, dass man seinen Vater nicht hinrichtet. Anscheinend habe ich mich geirrt. Es passt mal wieder, dass genau in diesem Moment der Alarm beginnt und ich nicht mehr mit ihm reden kann. Die Sirene ist laut, mir tun die Ohren weh und ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen, geschweige denn mich bewegen. Ich lege eine Hand über ein Ohr, mit alle bleiben auf ihren Pritschen sitzen. Cara legt sich ein Kissen über den Kopf. Peter lehnt sich einfach mit dem Rücken an die Wand und schließt die Augen. Ich weiß nicht, wo Caleb ist. Vielleicht verfolgt er die Sache, die ihn gestern so beschäftigt hat. Ich weiß auch nicht, wo Christina und Uriah sind. Wahrscheinlich erkunden sie das Gelände. Gestern nach dem Essen schienen sie wild entschlossen, jeden Winkel auszukundschaften. Ich hingegen habe mich dafür entschieden, die Gedanken meiner Mutter zu entdecken. Sie hat mehrere Seiten über die ersten Eindrücke geschrieben, die sie von diesem Ort hatte. Wie seltsam steril er war, wie jeder immer zu lächelte, wie sie sich in die Stadt verliebt hat, während sie sie im Kontrollraum überwachte. Ich schalte das Gerät ein, um mich von dem Lärm abzulenken. Heute habe ich mich freiwillig gemeldet, um in die Stadt zu gehen. David sagt, dass die Unbestimmten alle sterben sollen und dass jemand dem ein Ende machen muss, denn auf diese Weise verschleudern wir unser bestes Genmaterial. Das hört sich ziemlich schräg an, aber David meint es nicht so. Er meint einfach, wenn es keine Unbestimmten wären, dann würden wir nicht einschreiten, solange es nicht übertriebene Ausmaße annimmt, aber da es Unbestimmte sind, kann man nicht mehr tatenlos zusehen. Nur für einige Jahre, hat er gesagt. Hier habe ich kaum Freunde, keine Familie und ich bin jung genug, um mich unauffällig einzuschleusen. Man muss nur die Erinnerungen von ein paar Leuten ausradieren und sie mit neuen Erinnerungen füttern und schon bin nicht drin. Zuerst werden sie mich zu den Ferox stecken, weil ich schon Tattoos habe, denn das würde man allen anderen nur schwer erklären können. Das einzige Problem besteht darin, dass ich mich bei meiner Zeremonie der Bestimmung im nächsten Jahr den Kennern schließen muss, denn zu dieser Fraktion gehört der Killer. Und ich weiß nicht, ob ich schlau genug bin, um die Initiation zu schaffen. David sagt, das spiele keine Rolle, er könne meine Ergebnisse manipulieren, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Das Amt meint zwar, dass die Fraktionen nichts zu bedeuten hätten, weil es dabei nur um notwendige Verhaltensmodifikationen geht, aber die Leute glauben daran, und deshalb muss man sie ernst nehmen. Ich beobachte sie nun schon seit ein paar Jahren, deshalb brauche ich nicht mehr viel zu wissen, um dort nicht aufzufallen. Ich wette, dass ich jetzt die Stadt besser kenne als die Bewohner. Aber es könnte schwierig für mich werden, meine Berichte abzuliefern. Jemand könnte dahinter kommen, dass ich mich an einem fremden Server anmelde, statt den internen zu benutzen. Also werde ich wohl seltener, wenn überhaupt meine Beiträge schreiben können. Es wird schwierig werden, alles, was ich weiß, zu ignorieren. Aber vielleicht hat es ja auch etwas Gutes. Vielleicht ist es ein neuer Anfang. Ich könnte ihn wirklich brauchen. Mein Kopf schwirrt. So viel stürmt auf mich ein. Und wie gebannt lese ich immer wieder den einen Satz. Das einzige Problem besteht darin, dass ich mich bei meiner Zeremonie der Bestimmung im nächsten Jahr den Ken anschließen muss. Denn zu dieser Fraktion gehört der Killer. Ich weiß nicht, welchen Killer sie meint. Vielleicht Janine Matthews Vorgänger. Aber noch mehr verwirrt mich, dass sie nicht zu denen kennengangen ist. Was ist passiert, dass sie sich stattdessen den Altruan angeschlossen hat? Der Alarm verstummt und in der Stille merke ich, dass ich fast taub bin. Die anderen verlassen nach und nach das Zimmer. Nur Tobias trötet noch einen Moment herum und trommelt mit den Fingern gegen seinem Bein. Ich spreche nicht mit ihm. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was er zu sagen hat, gerade jetzt, wo unsere Nerven zum Zerreißen gespannt sind. Aber er sagt nur, darf ich dir einen Kuss geben? Ja, antworte ich erleichtert. Er beugt sich zu mir und streicht mir über die Wange. Dann küsst er mich zärtlich. Wenigstens weiß er, wie er sage ich. Er zuckt die Schultern. Es ist vorbei. Aber ich weiß, dass es nicht vorbei ist. Markus werden wir niemals los. Die Verbrechen, die er begangen hat, wiegen viel zu schwer. Doch ich belasse es für den Augenblick dabei. Noch mehr Tagebucheinträge? fragt er. Ja, antworte ich. Bis jetzt geht es nur um das, was hier war. Aber es wird langsam interessant. Schön, sagt er. Dann überlasse ich dich dem Tagebuch. Er lächelt ein wenig, aber ich weiß genau, dass er immer noch müde, immer noch aufgewühlt ist. Ich versuche gar nicht erst, ihn aufzuhalten. Es kommt mir vor, als würden wir uns in unserem Kummer allein lassen. Ich ihn, weil er nicht unbestimmt ist und weil er sich, was auch immer, von Markus Verfahren erhofft hat. Er mich, weil ich meine Eltern verloren habe. Ich tippe auf den Bildschirm, um den nächsten Eintrag zu lesen. Lieber David, ich ziehe die Augenbrauen hoch, schreibt sie jetzt an David? Lieber David, es tut mir leid, aber die Dinge laufen nicht so, wie wir sie geplant haben. Ich kann es nicht. Ich weiß, du wirst mich jetzt für einen albernen und wenn ich viele Jahre hier verbringe, dann nur so, wie ich es will. Ich kann meine Aufgabe auch erfüllen, wenn ich nicht bei den kennen bin. Morgen bei der Zeremonie der Bestimmung werde ich mich zusammen mit Andrew für die Altruan entscheiden. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich und selbst wenn werde ich davon nichts mitbekommen. Natalie Ich lese den Eintrag immer wieder und lasse ihre Worte auf mich wirken. Bei der Zeremonie der Bestimmung werde ich mich zusammen mit Andrew für die Altruan entscheiden. Ich lächle, lehne den Kopf gegen die Fensterscheibe und lasse still meinen Tränen ihren Lauf. Meine Eltern haben sich geliebt, so sehr, dass sie sich nicht um Pläne und Fraktionen gekümmert haben, so sehr, dass sie den Leitsatz Fraktion vor Blut missachtet haben. Die Stimme ihres Blutes war ihnen wichtiger als die Fraktion. Nein, die Liebe war ihnen wichtiger als die Fraktion. Und zwar für immer. Ich schalte das Gerät aus. Ich möchte nichts lesen, das dieses Gefühl in mir zerstören könnte. Dieses Gefühl, als schwebte ich in stillem Wasser. Es ist seltsam. Obwohl ich eigentlich traurig sein müsste, kommt es mir vor, als kehrte mit jedem Wort und mit jeder Zeile meine Mutter zu In der Datei sind nur ein Dutzend weitere Einträge und sie verraten mir nichts, was ich wissen will, sondern werfen nur weitere Fragen auf. Es sind keine Gedanken oder Eindrücke, sondern sie sind alle an jemanden geschrieben. Lieber David, ich dachte, du bist mein Freund und nicht mein Aufseher, aber da habe ich mich wohl geirrt. Was hast du geglaubt, was geschehen würde? Dass ich keine eigenen Entscheidungen treffe? Ich habe alles hinter mir gelassen, um hierher zu kommen, als niemand sonst es tun wollte. Du solltest mir danken, statt mir vorzuwerfen, ich hätte meine Mission aus den Augen verloren. Damit wir uns richtig verstehen. Ich werde nicht vergessen, warum ich hier bin, nur weil ich die Altruan gewählt habe und heiraten werde. Ich verdiene ein eigenes Leben. eins, das ich wähle und nicht du oder das Amt. Du müsstest eigentlich wissen und verstehen, warum dieses Leben, nach allem, was ich gesehen und durchgemacht habe, so verlockend für mich ist. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass es dir wirklich etwas ausmacht, dass ich mich nicht wie geplant für die kennentschieden habe. Ich vermute, du bist einfach eifersüchtig. Aber wenn du willst, dass ich dich weiter auf dem Laufenden halte, wirst du dich dafür entschuldigen, dass du an mir gezweifelt hast. Wenn nicht, werde ich dir keine weiteren Berichte schicken und ich werde erst recht nicht die Stadt verlassen, um dich zu besuchen. Es liegt bei dir, Natalie. Ich frage mich, ob sie recht hatte, was David betrifft. Der Gedanke lässt mir keine Ruhe. War er wirklich eifersüchtig auf meinen Vater? Hat sich seine Eifersucht im Laufe der Zeit gelegt? Ich kann ihre Beziehung nur durch die Augen meiner Mutter sehen und ich bin mir nicht sicher, ob sie diesbezüglich die beste Informationsquelle ist. Man merkt, dass sie im Laufe der Einträge älter wird. Ihre Sprache wird kultivierter, je länger ihr Leben in der Zone zurückliegt und ihre Reaktionen werden milder. Sie wird erwachsen. Ich checke das Datum auf dem nächsten Eintrag. Er ist einige Monate später, aber er ist nicht an David adressiert. Auch der Ton ist anders, nicht so vertraut, sondern direkter. Ich tippe auf den Bildschirm und blättere in den Einträgen. Ich muss zehnmal tippen, um wieder auf einen Eintrag zu stoßen, der an David gerichtet ist. Dem Datum nach sind in der Zwischenzeit volle zwei Jahre vergangen. Lieber David, ich habe deinen Brief bekommen. Ich verstehe, warum du nicht länger der Empfänger dieser Berichte sein kannst, und ich werde deine Entscheidung respektieren. Aber ich werde dich vermissen. Ich wünsche dir alles Glück dieser Welt. Natalie. Ich versuche vorwärts zu blättern, aber die Tagebuch Enträge sind zu Ende. Das letzte Dokument in der Datei ist ein Totenschein. Als Todesursache werden mehrere Schusswunden angegeben. Ich wiege mich ein wenig hin und her, um das Bild aus dem Kopf zu bekommen, wie sie auf der Straße zusammenbricht. Ich will nicht an ihren Tod denken. Ich will mehr über sie und meinen Vater wissen und über sie und David. Alles, was mich von ihrem Tod ablenkt. Es zeigt, wie verzweifelt ich mich nach Informationen und Aktivitätssäne, dass ich später an diesem Morgen mit Zoe in den Kontrollraum gehe. Sie redet mit dem dortigen Leiter über ein Meeting mit David, während ich angestrengt auf meine Füße starre, weil ich die Bildschirme nicht sehen will. Ich habe das Gefühl, als würde ich, wenn ich mir auch nur für einen Moment gestatte, die Bilder anzusehen, süchtig nach ihnen werden und mich in der alten Welt verlieren, weil ich nicht weiß, wie ich mich in der neuen zurechtfinden soll. Als Zoe ihr Gespräch beendet, kann ich meine Neugier nicht länger bezähmen. Ich wage einen Blick auf den großen Bildschirm, der über den Schreibtischen hängt. Evelyn sitzt auf ihrem Bett und streicht mit den Händen über etwas auf ihrem Nachttisch. Ich gehe näher heran, um zu sehen, was es ist. Die Frau vor dem Monitor sagt, das ist die Evelyn Kamera. Wir beobachten sie rund um die Uhr. Könnt ihr sie auch hören? Nur wenn wir die Lautstärke hochdrehen, antwortet die Frau. Meistens lassen wir den Ton ausgeschaltet. Es ist anstrengend, sich den ganzen Tag so viel Geschnatter anzuhören. Ich nicke. Was berührt sie da gerade? Irgendeine Skulptur, keine Ahnung. Die Frau zuckt mit den Schultern. Aber sie starrt sie oft an. Ich kenne sie von irgendwoher, aus Tobias Zimmer, wo ich nach meiner beinahe Hinrichtung und der Flucht aus dem Hauptquartier der Ken geschlafen habe. Die Skulptur ist aus blauem Glas und abstrakt in der Zeit eingefroren ist. Ich tippe mit den Fingerspitzen an mein Kinn, während ich in meine Erinnerungen krame. Von Tobias weiß ich, dass Evelyn ihm die Skulptur geschenkt hat, als er noch klein war. Sie hatte ihn ermahnt, sie vor seinem Vater zu verstecken, der als überzeugter Altruan ein nutzloses, schönes Ding nicht gebilligt hätte. Ich habe mir damals nicht viel dabei gedacht, aber der Gegenstand muss ihr etwas bedeuten, wenn sie ihn den ganzen Weg vom Sektor der Altruan bis ins Hauptquartier der Ken getragen hat, um ihn dort auf ihrem Nachttisch aufzubewahren. Vielleicht ist es ihre Art, gegen das Fraktionssystem zu rebellieren. Auf dem Bildschirm balanciert Evelyn das Kinn auf der Hand und starrt die Skulptur einen Moment lang an. Dann steht sie auf, schüttet die Hände aus und verlässt den Raum. Nein, die Skulptur ist kein Zeichen von Rebellion. Sie ist wohl einfach eine Erinnerung an Tobias. Irgendwie war mir nie klar, dass Tobias, als er mit mir die Stadt verließ, nicht nur ein Rebell war, der gegen seinen Anführer auf begehrte, sondern auch ein Sohn, der seine Mutter verließ. Und sie solche Bande zerreißen niemals ganz. Das ist gar nicht möglich. Zoe berührt mich an der Schulter. Du wolltest mich etwas fragen? Ich nicke und wende mich von den Bildschirmen ab. Zoe war noch sehr jung auf dem Foto, als sie neben meiner Mutter stand. Aber sie war da, also muss sie etwas wissen. Ich könnte auch David fragen, aber als Chef dieser Institution ist er andauernd beschäftigt. Ich wollte etwas über meine Eltern wissen, beginne ich. Ich lese Moms Tagebuch und ich kann mir nicht recht vorstellen, wie sie sich überhaupt kennengelernt haben oder warum sie gemeinsam zu den Altruern gegangen sind. Zoe nickt langsam. Ich werde dir erzählen, was ich weiß. Hast du was dagegen, mit mir zu den Labors zu gehen? Ich habe eine Nachricht für Matthew. Sie hat die Hände hinter ihrem Rücken verschränkt. Ich halte noch immer das Lesegerät, das David mir gegeben hat. Es ist voller Fingerabdrücke und warm vor meinen Händen. Ich verstehe, warum Evelyn immer wieder diese Sculptur berührt. Sie ist der letzte Gegenstand, der sie mit ihrem Sohn verbindet. Genau wie dies das letzte Erinnerungsstück an meine Mutter ist, das ich noch besitze. Ich fühle bin mir nicht sicher, ob ich es schon aus der Hand geben kann. Sie haben sich in einem Kurs kennengelernt, sagt Zoe. Obwohl dein Vater ein sehr kluger Mann war, hat er Psychologie nie ganz kapiert und der Lehrer, natürlich ein Ken, war sehr hart zu ihm. Also hat deine Mutter angeboten, ihm nach der Schule zu helfen und er hat seinen Eltern erzählt, er mache eine Art Schulprojekt. Sie haben das einige Wochen lang durchgehalten und dann angefangen sich heimlich zu treffen. Wenn ich mich richtig erinnere, war einer ihrer Lieblingsplätze der Springbrunnen südlich des Millennium Parkes. Buckingham Fountain, direkt am Sumpf. Ich stelle mir meine Mutter und meinen Vater vor, wie sie neben einem Springbrunnen sitzen, unter dem Wasserschleier und ihre Füße über dem Boden Wasser niemals da, aber das Bild ist hübscher so. Die Zeremonie der Bestimmung stand kurz bevor und dein Vater wollte die Ken sehr gern verlassen, weil er etwas Schreckliches gesehen hatte. Was? Was hat er gesehen? Naja, dein Vater war ein guter Freund von Janine Matthews, antwortet Zoe. Er hat gesehen, wie sie ein Experiment an einem fraktionslosen Mann durchführte, im Gegenzug für Sie hat das angstinduzierende Serum getestet, das später für die Initiation der Ferox verwendet wurde. Früher wurden die Angstsimulationen nicht durch die individuellen Ängste einer Person generiert, es ging eher um ganz allgemeine Ängste, vor Höhen oder Spinnen und so weiter. Norton, damals der Repräsentant der Ken, war vor der Tür zu den Labors bleibt sie stehen und öffnet sie mit ihrer Ausweismarke. Wir betreten das unordentliche Büro, wo David mir das Tagebuch meiner Mutter gegeben hat. Matthew sitzt, die Nase fast am Computer Bildschirm, mit zusammengekniffenen Augen an seinem Schreibtisch. Er registriert unsere Anwesenheit kaum. Ich fühle mich überwältigt von dem Drang, gleichzeitig zu lachen und zu weinen. Mein Vater war ein schwieriger Mann, aber er war auch ein guter Mann. Dein Vater wollte weg von ihn kennen und deine Mutter wollte nicht zu ihnen, ganz gleich, wie ihre Mission lautete. Vor allem jedoch wollte sie in der Nähe von Andrew sein. Daher bilden sie gemeinsam die Altruhe an. Zoe hält kurz inne. Dies hat zu einem Bruch zwischen deiner Mutter und David geführt, wie nehmen. Den Grund kenne ich nicht und David wollte ihn auch nicht nennen. Danach waren ihre Berichte kurz und informativ, weshalb sie sich auch nicht in diesem Tagebuch befinden. Aber sie konnte ihre Mission doch auch bei den Altruhen ausführen. Ja, und ich nehme an, sie war dort viel glücklicher, als sie es bei den Ken je gewesen wäre, sagt Zoe. Wie sich allerdings herausgestellt hat, waren die Altruhen in mancher Hinsicht nicht viel besser. Offensichtlich sind Gendefekte weiter verbreitet als gedacht. Selbst die Führer der Altruhen blieben davon nicht verschont. Ich runzle die Stirn. Sprichst du von Marcus? Er ist ein Unbestimmter. Bei ihm kann es also nicht an irgendwelchen Gendefekten liegen. Ein Mann, der umgeben ist von Gendefekten, kann nicht umhin, in seinem eigenen Verhalten wieder zu spiegeln, erklärt Zoe. Matthew, David will ein Treffen mit deinem Laborleiter vereinbaren, um über die Entwicklung eines bestimmten Serums zu sprechen. Beim letzten Mal hat Alan das Meeting vollkommen vergessen, daher habe ich mich gefragt, ob du ihn begleiten könntest. Sicher, antwortet Matthew, ohne den Blick von seinem Computer zu heben. Ich bringe ihn dazu, mir einen festen Termin zu nennen. Wunderbar. So, ich muss gehen. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten, Triss. Sie lächelt mich an und huscht zur Tür hinaus. Die Ellbogen auf die Knie gestützt, sitze ich zusammengekauert da. Marcus ist unbestimmt, genetisch perfekt, genau wie ich. Aber ich lasse mir nicht einreden, dass er nur deshalb ein schlechter Mensch ist, weil er unter Menschen mit Gendefekten aber keiner von uns hat sich gegen die Menschen gewandt, die wir lieben. Ihre Argumentation ist ziemlich löchrig, nicht wahr? bemerkt Matthew. Er beobachtet mich von seinem Schreibtisch aus und trommelt mit den Fingern auf die Armlinie seines Stuhls. Ja, sage ich. Einige Leute hier führen alles auf die Gendefekte zurück, fährt er fort. Das ertragen sie eher als die Wahrheit, dass sie nämlich nicht alles über die Menschen wissen können und über die Beweggründe ihres Handelns. Jeder sucht einen Schuldigen für den Zustand der Welt, stelle ich fest. Für meinen Vater waren es die Ken. Dann sollte ich dir wohl besser nicht erzählen, dass die Ken immer mein Favorit waren, sagt Matthew mit einem schwachen Lächeln. Wirklich? Ich richte mich auf. Warum? Keine Ahnung, ich schätze, ich bin ihrer Meinung, dass alle Menschen, wenn sie nur fleißig genug etwas über die Welt lernten, viel weniger Probleme hätten. Ich habe ihnen nie richtig über den Weg getraut, gestehe ich und stütze das Kinn auf die Hand. Mein Vater hasste die Ken, also lernte ich, sie ebenfalls zu hassen. Sie und alles, womit sie sich beschäftigten. Erst jetzt denke ich, dass er sich beides. So viele Ken haben mir geholfen, obwohl ich sie nicht darum gebeten habe. Will, Fernando, Kara, allesamt Ken und einige der besten Menschen, die ich kenne oder gekannt habe. Und allen ging es darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich schüttle den Kopf. Was Janine getan hat, hat nichts mit Wissenslust zu tun, der zu Machthunger führt, wie mein Vater es mir immer erzählt hat. Nein, sie hatte Angst davor, wie groß die Welt ist und wie machtlos sie im Vergleich dazu ist. Vielleicht haben die Ferox das als einzige richtig verstanden. Es gibt ein altes Sprichwort, sagt Matthew. Wissen ist Macht. Macht, Böses zu tun, wie in Janines Fall. Oder Macht, Gutes zu tun, wie das, was wir tun. Macht an sich ist nicht böse. Also ist Wissen an sich auch nicht böse. Ich beidem zu misstrauen, der Macht und dem Wissen, antworte ich. Aus Sicht der Altruan darf Macht nur den Menschen gegeben werden, die sie nicht wollen. Das hat etwas für sich, sagt Matthew. Aber vielleicht ist es Zeit, diesen Argwohn abzulegen. Er greift unter den Tisch und holt ein Buch hervor. Es ist dick, mit einem abgenutzten Einband und ausgefransten Kanten und darauf dass es heißt, ein Mensch zu sein, erklärt er. Eine komplizierte, mysteriöse, biologische Maschine, die, und das ist am erstaunlichsten, die Fähigkeit hat, sich selbst zu analysieren. Das ist das Besondere und in der gesamten Evolutionsgeschichte einzigartiger am Menschen. Unsere Fähigkeit, etwas über uns selbst und die Welt zu wissen, das ist es, was uns menschlich macht. Er erreicht mir das Buch und widmet sich wieder seinem Computer. über die Seiten ränder. Bei Matthew wird aus dem Erwerb von Wissen etwas Geheimes und Schönes und Altes. Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich dieses Buch lese, rückwärts greifen kann, durch alle Generationen der Menschheit bis zur allerersten, dass ich verloren hatte, noch bevor ich es je besessen habe. Die Hotellobby riecht nach kandierten Zitronen und Bleichmittel, eine beißende Kombination, die mir in der Nase brennt. Ich gehe an einer Topfpflanze mit einer grellen Blüte vorbei zum Schlafsaal, der vorübergehend unser Zuhause geworden ist. Unterwegs wische ich mit dem Saum meines Shirts einige meiner Fingerabdrücke von dem kleinen Bildschirm als ich den Raum betrete und wirft das Biologiebuch auf mein Bett. Ich verspüre ein scheußliches Ziehen im Magen und presse den kleinen Bildschirm mit der Datei unserer Mutter an mich. Er ist ihr Sohn. Er hat das Recht, ihre Tagebücher zu lesen, genau wie du. Wenn du etwas zu sagen hast, beginnt er, dann sag es lieber gleich. Mom hat hier gelebt. Ich kam aus der Zone. Sie brachten sie hierher. Sie lebte einige Jahre hier, dann ist sie in die Stadt gegangen, um die Ken daran zu hindern, die Unbestimmten zu töten. Caleb lenzelt wieder. Bevor ich den Mut verliere, halte ich ihm das Lesegerät hin. Hier ist ihre Datei. Sie ist nicht sehr umfangreich, aber du solltest sie lesen. Er steht auf und schließt die Hand um das gläserne Ding. Er ist so viel größer als früher, so viel größer als ich. Während unserer Kindheit war ich einige Jahre lang größer als er, obwohl ich fast ein Jahr jünger bin. Das waren einige unserer besten Jahre, in denen ich nicht das Gefühl hatte, er sei größer oder besser oder klüger oder selbstloser als ich. Wie lange weißt du das Ich erzähle es dir jetzt. Du kannst es übrigens verhalten, ich bin fertig damit. Er wischte den Bildschirm mit seinem Ärmel ab und navigiert mit geschickten Fingern zu dem ersten persönlichen Eintrag unserer Mutter. Ich warte darauf, dass er sich hinsetzt und zu lesen anfängt und so das Gespräch beendet. Aber stattdessen seufzt er und sagt Ich muss dir auch etwas zeigen. Es geht Zuneigung zu ihm, der mich dazu bringt, ihm zu folgen. Er führt mich aus dem Schlafsaal und durch den Flur und um mehrere Ecken zu einem Raum, der anders ist als alles, was ich bisher auf dem Gelände gesehen habe. Der Raum ist lang und schmal. An den Wänden reihen sich Regale, auf denen identische blaugraue Bücher stehen, dick und schwer, wie Lexika. Zwischen den ersten beiden Reihen befindet sich ein langer Holztisch mit Stühlen. Caleb drückt auf den Lichtschalter. Fahles Licht erfüllt den Raum und erinnert mich an das Hauptquartier der Ken. Ich habe eine Menge Zeit hier verbracht, sagt er. Es ist der Aufzeichnungsraum. Hier werden einige der Daten des Chicago Experiments aufbewahrt. Er geht an der rechten Regalreihe vorbei und streicht mit heraus und legt ihn auf den Tisch, sodass er aufklappt und man den Text und Bilder sieht. Warum speichern sie das nicht in Computern? Ich nehme an, diese Unterlagen wurden erstellt, lange bevor sie ein wirksames Sicherheitssystem auf ihrem Netzwerk hatten, antwortet er, ohne aufzuschauen. Daten verschwinden niemals ganz, aber Papier kann für immer zerstört werden. Daher kann man es loswerden, wenn seine grünen Augen flackern hin und her, während er nach der richtigen Stelle sucht und seine geschickten Finger sind wie geschaffen dafür, Seiten umzuglättern. Ich denke daran, wie er diesen Teil seiner Persönlichkeit verborgen hat, wie er in unserem Altruanhaus Bücher zwischen Kopfbrett und Wand versteckt hat, bis er am Tag unserer Zeremonie sein Blut in das Kennwasser tropfen ließ. Schon damals als hätte ich wissen müssen, dass er ein Lügner ist, dessen einzige Loyalität ihm selbst gilt. Ich verspüre wieder diesen scheußlichen Schmerz. Ich kann es kaum ertragen, mit ihm hier zu sein, hinter verschlossener Tür und mit nichts als dem Tisch zwischen uns. Ah, hier, er deutet auf eine Seite, dann dreht er das Buch um, um es mir zu zeigen. Es sieht aus wie die Kopie eines Vertrags, allerdings von Hand und mit Tinte geschrieben. Ich, Amanda Marie Ritter aus Peoria, Illinois, gebe meine Zustimmung zu folgenden Prozeduren. Prozedur der genetischen Heilung, so wie sie das Amt für genetisches Sozialwesen definiert. Eine genetische Prozedur, dazu gedacht, die Gene zu korrigieren, die auf Seite 3 dieses Formulars als defekt spezifiziert werden. Die Reset-Prozedur, wie vom Amt für genetisches Sozialwesen definiert, eine Prozedur zum Löschen des Gedächtnisses, um Teilnehmer des Experiments für ihre Aufgabe zu optimieren. Ich erkläre, dass ich von einem Mitglied des Amts für genetisches Sozialwesen gründlich über die Risiken und Vorteile dieser Prozeduren informiert wurde. Mir ist bewusst, dass man mir eine neue Lebensgeschichte und eine neue Identität geben wird, damit ich an dem Experiment in Chicago- teilnehmen kann, wo ich den Rest meiner Tage verbringen werde. mich mindestens zweimal zu reproduzieren, um meinen korrigierten Genen die bestmögliche Überlebenschance zu geben. Mir ist klar, dass man mich ausdrücklich dazu ermutigen wird, sobald ich nach der Reset- Prozedur umerzogen worden bin. Ich gebe außerdem meine Zustimmung, dass meine Kinder und die Kinder meiner Kinder etc. dieses Experiment fortsetzen, bis das Amt für genetisches Sozialwesen das Experiment für beendet erklärt. Erst dann werden sie über die falsche Lebensgeschichte informiert werden, die man mir nach der Reset- Prozedur gegeben hat. Gezeichnet Amanda Marie Ritter Amanda Marie Ritter Sie war die Frau in dem Video. Edith Pryor, meine Vorfahrin. Ich schaue zu Caleb hoch, dessen Augen wie elektrisiert und voller wispig leuchten. Unsere Vorfahrin. Ich ziehe einen der Stühle heraus und setze mich. Sie war Dads Vorfahrin? Er nickt und nimmt mir gegenüber Platz. Vor sieben Generationen, ja. Eine Tante. Ihr Bruder ist derjenige, der den Namen Pryor trug. Und das ist ein Zustimmungsformular, sagt er. Ihr Zustimmungsformular, um an dem Experiment teilzunehmen. Die Anmerkungen weisen darauf hin, dass es sich um einen ersten Entwurf handelt. Sie war einer der Begründer des Experiments. Ein Mitglied des Amts, von denen sich damals nur sehr wenige Unmittelbar an dem Experiment beteiligten. Die meisten Teilnehmer arbeiteten nicht direkt für die Regierung. Ich lese die Worte noch einmal und versuche ihnen einen Sinn abzugewinnen. Als ich die Frau in dem Video sah, erschien es mir nur logisch, dass sie in unsere Stadt gekommen ist, dass sie sich in unsere Fraktion integriert hat, dass sie freiwillig alles hinter sich gelassen hat. Aber damals wusste ich noch nicht, wie das Leben außerhalb der Stadt ist. Auf mich wirkt es nicht so grauenhaft wie das, was Ides in ihrer Nachricht an uns geschildert hat. Ihr Video ist also eine geschickte Manipulation, die darauf abzielte, dass wir in der Stadt blieben und uns ganz den visionären Plänen des Amts verschrieben. Ihre Botschaft lautet, der Welt außerhalb der Stadt droht der Verfall und die Unbestimmten müssen herauskommen und sie heilen. Es ist nicht direkt eine Lüge, weil die Leute hier tatsächlich glauben, dass geheilte Gene gewisse Dinge in Ordnung bringen und dass die Welt ein besserer Ort wird, wenn wir uns unter die Bevölkerung mischen und unsere Gene weitergeben. Aber anders als Ides behauptet hat, braucht man die Unbestimmten nicht, damit sie wie eine Armee aufmarschieren, um gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und alle retten. Ich frage mich, ob Ides Pryor das wirklich geglaubt hat oder ob sie es einfach nur gesagt hat, weil sie es sagen musste. Auf der nächsten Seite ist ein Foto von ihr. Braune Haarsträhnen fallen ihr ins Gesicht und ihr Mund ist zu einer festen Linie zusammengepresst. Sie muss etwas Schreckliches erlebt haben, dass sie sich freiwillig gemeldet hat, damit man ihr Gedächtnis löscht und ihr Leben neu erschafft. Weißt du, warum sie beigetreten ist? Frage ich Caleb. Er schüttelt den Kopf. Die Unterlagen legen die Vermutung nahe, obwohl sie in diesem Punkt ziemlich vage sind, dass manche Leute an dem Experiment teilgenommen haben, um ihre Familien aus extremer Armut zu befreien. Die Familien der Teilnehmer erhielten eine monatliche Unterstützung über zehn Jahre hinweg. Aber Edith hat für das Amt gearbeitet, also können das nicht ihre Beweggründe gewesen sein. Ich nehme an, sie hatte irgendein traumatisches Erlebnis, das sie ein für allemal vergessen wollte. Stirnrunzend betrachte ich ihr Foto. Ich kann mir nicht vorstellen, wie drückend die Armut sein muss, damit jemand sich selbst und alle die er liebt, freiwillig vergessen will, um auf diese Weise seine Familie zu unterstützen. Ich habe den größten Teil meines Lebens vom Brot und Gemüse der Altruan gelebt und da blieb nie viel übrig. Aber so verzweifelt war ich nie. Die Situation dieser Menschen muss viel schlimmer gewesen sein als alles, was ich in der Stadt gesehen habe. Ebenso wenig kann ich mir vorstellen, warum Edith so verzweifelt war. Vielleicht hatte sie einfach niemanden, für den es sich gelohnt hätte, ihr Gedächtnis zu bewahren. Ich bin an den rechtlichen Aspekten des Präzedenzfalls interessiert, bei dem es darum geht, eine Zustimmung im Namen der Nachkommen zu erteilen, sagt Caleb. Es ist im Grunde genommen eine Erweiterung der Befugnis, mit der man für seine Kinder unter 18 eine Zustimmung gibt. Trotzdem scheint es mir ziemlich ungewöhnlich zu sein. Ich schätze, wir alle entscheiden über das Schicksal unserer Kinder, einfach indem wir unsere eigenen Lebensentscheidungen treffen, sage ich vage. Wer weiß, ob wir unsere beiden Fraktionen gewählt hätten, wenn Mom und Dad nicht zu den Altruern gegangen wären, füge ich schulterzuckend hinzu. Vielleicht hätten wir uns nicht so erdrückt gefühlt. Vielleicht wären wir andere Menschen geworden. Der Gedanke schlängelt sich wie ein Kriechtier in meinen Kopf hinein. Vielleicht wären wir bessere Menschen geworden. Menschen, die nicht ihre eigene Schwester verraten. Ich starre auf den Tisch vor mir. Während der letzten paar Minuten fiel es mir nicht schwer so zu tun, als ein Caleb und ich einfach nur Bruder und Schwester. Aber ein Mensch kann die Wirklichkeit und seinen Zorn nur für eine begrenzte Zeit in Schach halten, bevor die Wahrheit ihn wieder einholt. Als ich Caleb jetzt in die Augen sehe, erinnere ich mich daran, wie ich ihn als Gefangene im Hauptquartier der Ken in die Augen gesehen habe. Ich merke, dass ich zu müde bin, um noch länger mit ihm zu streiten oder mir seine Ausreden anzuhören. Zu müde, um mich darüber aufzuregen, dass mein Bruder mich im Stich gelassen hat. Ides ist den Ken beigetreten? frage ich knapp. Obwohl sie einen Altruan-Namen angenommen hat? Ja. Er scheint meinen Ton nicht zu bemerken. Tatsächlich waren die meisten unserer Vorfahren bei den Ken. Es gab einige Altruan darunter und ein oder zwei Kandor, aber im Großen und Ganzen gehörten sie der einen Fraktion an. Mir ist kalt und ich denke mir, wenn ich erst einmal anfange zu zittern, zerspringe ich vielleicht. Ich nehme an, dass du dir das in deinem verdrehten Hirn als Entschuldigung für das, was du getan hast, zurechtlegst, erwidere ich mit fester Stimme. Dafür, dass du ein Ken geworden bist und deiner Fraktion gegenüber loyal bist. Ich meine, wenn es von vornherein darauf hinaus lief, dass du einer von ihnen wirst, dann liegst du mit Fraktion vor Blut ja genau richtig, oder? Triss Seine Augen fliehen um Verständnis, aber genau das habe ich nicht und werde es nie haben. Ich stehe auf und sage, ich weiß jetzt über Ides Bescheid und du weißt über unsere Mutter Bescheid. Gut, wir sollten es einfach dabei belassen. Wenn ich ihn ansehe, spüre ich manchmal eine Zuneigung für ihn, die fast schon wehtut. Und dann wieder würde ich ihn am liebsten erwürgen. Aber in diesem Moment will ich einfach nur weg und so tun als sei nichts geschehen. Meine Schuhe quietschen auf dem gefließten Boden, als ich das Archiv verlasse und zum Hotel zurücklaufe. Ich laufe, bis ich süßen Citrusduft rieche. Dann halte ich an. Tobias steht draußen vor dem Schlafsaal. Ich bin außer Atem und kann meinen Herzschlag in den Fingerspitzen spüren. Ich bin überwältigt von meinen Gefühlen, von Verlust und Staunen und Zorn und Sehnsucht. Triss, sagt Tobias und runzelt besorgt die Stirn. Geht's dir gut? Immer noch nach Luft schnappend schüttle ich den Kopf und presse Tobias mit meinem ganzen Gewicht an die Wand. Und dann finden meine Lippen seine. Er versucht kurz mich wegzuschieben, aber dann scheint er zu beschließen, ist. Wir sind seit Tagen nicht mehr allein gewesen, seit Wochen, Monaten. Er fährt mit den Fingern in mein Haar und ich halte mich an seinen Armen fest, um das Gleichgewicht zu behalten, während wir uns aufeinander stürzen. Er ist stärker als jeder andere, den ich kenne und wärmer, als man meint. Er ist ein Geheimnis, das ich gehütet habe und hüten werde seine Hände über meinen Körper wandern, bis sie auf meiner Taille liegen. Ich hake die Finger in seine Gürtelschlaufen und schließe die Augen. In diesem Moment weiß ich genau, was ich will. Ich will alle Stoffschichten zwischen uns wegschälen, will alles entfernen, was uns voneinander trennt, die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft. Ich höre Schritte und Gelächter am Ende des Flurs aber sein Pfiff übertönt kaum das Dröhnen in meinen Ohren. Tobias sieht mir in die Augen und es ist wie damals, als ich ihn nach meiner Angstsimulation zum ersten Mal richtig wahrgenommen habe. Unsere Blicke dauern zu lange, sind zu eindringlich. Klappe halten, bluffe ich Uriah an, ohne ihn anzusehen. Uriah und Christina gehen in den Schlafsaal und Tobias und ich folgen ihn, als sei nichts geschehen. Als mein Kopf, schwer von Gedanken an diesem Abend das Kissen berührt, knistert etwas an meiner Wange. Unter meinem Kissen ist ein Brief. Triff mich um elf, draußen vor dem Hotel Eingang. Ich muss mit dir reden. Nita. Ich sehe zu Triss Bett hinüber. Sie liegt ausgestreckt auf dem Rücken. Eine Haarsträhne bedeckt Nase und Mund und bewegt sich mit jedem Atemzug. Ich will sie nicht wecken, aber es ist seltsam, sich mitten in der Nacht mit einem anderen Mädchen zu treffen, ohne ihr davon zu erzählen. Vor allem jetzt, da wir uns so große Mühe geben, ehrlich zueinander zu sein. Ich sehe auf meine Armbanduhr. Es ist zehn vor elf. Nita ist einfach eine Freundin. Du kannst es Triss morgen erzählen. Es könnte dringend sein. Ich schiebe die Decke zurück und schlüpfe in meine Schuhe. Neuerdings schlafe ich in meinen Kleidern. Ich gehe an Peters Pritsche vorbei, dann an Uriahs. Unter Uriahs Kissen lugt der Kopf einer Flasche hervor. Ich nehme sie zwischen Daumen und Zeigefinger und trage sie zur Tür, wo ich sie unter das Kissen auf eine der leeren Pritschen schiebe. Ich habe mich nicht so gut um ihn gekümmert, wie ich es sieg versprochen hatte. Draußen im Flur binde ich mir die Schuhe und streiche mein Haar glatt. Ich habe irgendwann aufgehört, es wie die Altruhen zu schneiden, weil ich wollte, dass die Ferox mich als einen potenziellen Anführer sehen. Aber ich vermisse das Ritual, das Summen des Rasierers und die behutsamen Bewegungen in meiner Hände und dass man mehr durch Berührung sieht als mit den Augen. Früher, als ich noch klein war, hat mein Vater es für mich gemacht, im Flur des obersten Stocks unseres Altruhen Hauses. Er war mit der Klinge immer zu unvorsichtig und verletzte meinen Nacken oder Schnitt in mein Ohr. Aber er hat sich nie darüber beklagt, dass er mir die Haare schneiden musste. Ich schätze, das ist immerhin etwas. Nita tippt mit dem Fuß auf den Boden. Diesmal trägt sie ein weißes kurzärmeliges Shirt und hat sich das Haar zurückgekämmt. Sie lächelt, aber es reicht nicht ganz bis zu ihren Augen. Du wirkst besorgt, sage ich. Das liegt daran, dass ich besorgt bin, antwortet sie. Komm mit, ich möchte dir etwas zeigen. Sie führt mich durch schwach beleuchtete, menschenleere Flure und nur gelegentlich begegnen wir Hausmeistern. Sie alle scheinen Niete zu kennen, sie winken ihr zu oder lächeln. Sie schiebt die Hände in ihre Taschen und wendet den Blick rasch ab, wann immer wir einander zufällig ansehen. Wir gehen durch eine unverschlossene Tür ohne Sicherheitssensor. Der große Raum dahinter ist bedeckt, die im Licht glänzen. In die Bronzetafeln sind Namen eingraviert, Dutzende von Namen. Niete steht unter dem Glaskronleuchter und streckt die Arme weit aus, wie um den ganzen Raum zu umfassen. Dies sind die Stammbäume der Chicagoer Familien, erklärt sie. Deine Familienstammbäume. Ich gehe zu einer Wand und lese die Namen durch, auf der Suche nach einem, den ich Gielpidret. Neben beiden Namen steht ganz klein FF und neben Uriahs Name ist er offenbar erst vor kurzem eingravierter Punkt. Wahrscheinlich markiert er ihn als unbestimmt. Weißt du, wo meiner ist? frage ich Nita. Sie durchquert den Raum und berührt eine der Tafeln. Die Generationen sind matrilinear, das heißt von der Mutter ausgehend dargestellt. Das erklärt auch, warum in Janines Unterlagen wird, weil ihre Mutter von außerhalb der Stadt gekommen ist. Ich frage mich, woher Janine das wusste, aber das werden wir wohl nie erfahren. Mit einem beklommenen Gefühl nähere ich mich der Tobias Tobias Eton Die kleinen Buchstaben neben meinem Namen lauten AF. Daneben ist ebenfalls ein Punkt, obwohl inzwischen klar ist, dass ich kein unbestimmter bin. Der erste Buchstabe ist deine Herkunftsfraktion, erklärt Nita. Und der zweite ist die Fraktion deiner Wahl. Sie dachten, wenn sie den Überblick über die Fraktionen behalten, würde ihnen das helfen, den Weg der Gene nachzuvollziehen. Die FR steht vermutlich für fraktionslos. Die Buchstaben meines Vaters AA mit einem Punkt. Ich berühre die Linie, die mich mit ihnen verbindet und die Linie, die Evelyn mit ihren Eltern verbindet. Dann die Linie zwischen ihren Eltern. Durch acht Generationen zurück, meine eigene mitgezählt. Dies ist eine Karte dessen, was ich egal, wie weit ich wegrenne. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass du mir das zeigst, sage ich, und fühle mich traurig und müde. Aber ich frage mich, warum es mitten in der Nacht sein muss. Ich dachte, du würdest es vielleicht sehen wollen. Außerdem gibt es etwas, worüber ich mit dir reden will. Noch mehr Beteuerung, dass ich mich nicht durch meine Grenzen definiere. widert sie. Aber ich bin froh, dass du das gesagt hast. Sie lehnt sich gegen die Bronze Tafel und verdeckt Evelyns Namen mit der Schulter. Ich trete zurück, weil ich ihr nicht so nah sein will, dass ich den Ring helleren Brauen zum ihrer Pupillen sehen kann. Unser Gespräch gestern Nacht war ein Test. Ich wollte herausfinden, wie du auf das reagieren würdest, was ich über Gendefekte gesagt habe, damit ich weiß, ob ich dir vertrauen kann oder nicht, fährt sie fort. Wenn du meine Bemerkung über deine persönlichen Grenzen hingenommen hättest, wäre die Antwort Nein gewesen. Sie rückt ein wenig näher an mich heran, so dass ihre Schulter jetzt auch Markes Namen verdeckt. Verstehst du, ich bin nicht einverstanden damit, als defekt klassifiziert zu werden. Ich denke daran, wie sie mir erklärt hat, dass ihr Tattoo zerbrochenes Glas darstellt. Sie hat die Worte ausgespuckt wie Gift. Mein Herz schlägt schneller und ich spüre meinen Puls in der Kehle. Verbitterung hat die Freundlichkeit in ihrer Stimme ersetzt und ihre Augen haben ihre Wärme verloren. Ich habe Angst vor ihr, Angst vor dem, was sie sagt. Und zugleich bin ich fasziniert, Augen bin. Ich gehe davon aus, dass du ebenfalls nicht damit einverstanden bist, sagt sie. Nein, bin ich nicht. Dieser Ort birgt eine Menge Geheimnisse, sagt sie. Eines davon ist, dass man die GDs für entbehrlich hält. Ein anderes ist, dass einige von uns sich das nicht länger gefallen lassen werden. Was meinst du mit entbehrlich? frage ich. Sie haben schwere Verbrechen gegen Menschen wie uns begangen, erklärt Nita. Es geschieht alles im Verborgenen. Ich kann dir Beweise zeigen, aber das wird noch etwas warten müssen. Für den Moment kann ich dir sagen, dass wir gegen das Amt arbeiten, und zwar Deinen Schutz sagt sie. Ich gehe an einen gefährlichen Ort und ich kann niemandem sonst davon erzählen. Du bist ein Außenseiter, deshalb kann ich dir eher vertrauen. Außerdem weißt du, wie man sich verteidigt. Und wenn du mitkommst, liefere ich dir die versprochenen Beweise. Sie tippt leicht an ihre Brust, wie bei einem Schwur. Meine Zweifel sind groß, aber meine Neugier ist Bisher hat jede Regierung, die ich gekannt habe, schlimme Dinge getan. Sogar die Altruanführung, deren Oberhaupt mein Vater war. Abgesehen von diesem begründeten Verdacht wächst in mir die verzweifelte Hoffnung, dass ich nicht defekt bin, dass ich mehr wert bin, als die korrigierten Gene, die ich an Kinder weitergebe, die ich vielleicht einmal haben werde. Also beschließe ich, mitzumachen. Vorerst. Bevor ich dir irgendetwas zeige, musst du mir versichern, dass du dicht hältst und es niemandem erzählst. Nicht einmal Triss. Bist du damit einverstanden? Glaub mir, sie ist vertrauenswürdig. Ich habe Triss versprochen, keine Geheimnisse mehr vor ihr zu haben. Ich will nicht in Situationen geraten, in denen ich dieses Versprechen brechen muss. Warum darf ich es ihr nicht erzählen? Ich bezweifle ja gar nicht, dass sie vertrauenswürdig ist. Sie hat nur nicht die Fähigkeiten, die wir brauchen und wir wollen niemanden unnötig in Gefahr bringen. Verstehst du, das Amt will nicht, dass wir uns zusammentun. Wenn wir uns weigern, als defekt zu gelten, dann sagen wir damit auch, dass alles, was sie tun, die Experimente, die genetischen Veränderungen, einfach alles, reine Zeitverschwendung ist. Und niemand hört gern, dass sein Lebenswerk ein einziger Schwindel ist. Ich weiß genau, was sie meint. Es ist so, wie die plötzliche Entdeckung, dass die Fraktionen ein künstliches, von Wissenschaftlern entwickeltes System sind, um uns so lange wie möglich unter Kontrolle zu halten. Sie stößt sich von der Wand ab und dann sagt sie das Einzige, zu einer Mitverschwörerin zu werden. Indem du es vor ihr verborgen hältst, beschützt du sie. Ich streiche über meinen in die Metalltafel eingeritzten Namen. Tobias Eaton. Es sind meine Gene und es ist allein mein Problem. Ich will Triss nicht mit hineinziehen. In Ordnung, sage ich. Zeig es mir. Ich beobachte den Strahl ihrer Taschenlampe, der mit ihren Schritten auf und ab hüpft. Wir haben gerade eine Tasche aus einem Besenschrank geholt. Das heißt, sie hat alles genau geplant. Sie führt mich tief in die unterirdischen Gänge, vorbei an dem Ort, an dem die Gd's sich versammeln, zu einem Korridor, in dem es keinen elektrischen Strom mehr gibt. An einer bestimmten Stelle hockt sie sich hin und tastet den Fluchttunnel, erklärt sie. Sie haben ihn gleich nach ihrer Ankunft hier gegraben, damit sie im Notfall immer entkommen können. Sie nimmt ein schwarzes Rohr aus ihrer Tasche und dreht den oberen Teil ab. Das Rohr sprüht Funken, die rot gegen ihre Haut leuchten. Sie wirft es in die Luke. Es fällt nicht allzu tief und hinterlässt einen Lichtstreifen hinter meinen Augen gliedern. Dann setzt sie sich an den Rand des Lochs, den Rucksack fest um die Schultern geschnallt und stößt sich ab. Ich weiß, es ist nur ein kurzer Weg nach unten, aber es fühlt sich länger an, wenn man oben ist. Ich sitze da, die Umrisse meiner Schuhe heben sich dunkel gegen die roten Funken ab und ich springe in die Tiefe. Interessant, bemerkt Nita, als ich lande. Ich nehme die Taschenlampe und sieh das rote Fackellicht. Dann gehen wir einen Tunnel entlang, der gerade genug Platz für zwei Personen bietet und gerade hoch genug ist, dass ich mich aufrichten kann. Es riecht stark nach Fäulnis und Moda und toter Luft. Ich habe vergessen, dass du Höhenangst hast. Es gibt nicht viel, wovor ich Angst habe, erwidere ich. Du brauchst dich nicht zu verteidigen, sie lächelt. Da ist etwas, das ich dich schon immer mal fragen wollte. Ich steige über eine Pfütze, meine Schuhsäulen finden auf dem kiesigen Tunnelboden Halt. Deine dritte Angst, sagt sie, wenn du die Frau erschießen musst, wer ist sie? Die Fackel erlischt, uns bleibt nur noch die Taschenlampe. Ich nehme sie in die andere Hand, um mehr Raum zwischen uns zu schaffen. Ich will verhindern, dass ich ihren Arm in der Dunkelheit streife. Niemand bestimmt es, antworte ich. Die Angst besteht darin, sie zu erschießen. Du hattest Angst davor, auf Menschen zu schießen? Nein, erwidere ich. Ich hatte Angst vor meiner ungeahnten Fähigkeit zu töten. Sie schweigt. Und ich auch. Das ist das erste Mal, dass ich es laut ausgesprochen habe. Und ich merke, wie seltsam es sich anhört. Wie viele junge Männer haben Angst, dass in ihnen ein Monster schlummert. Die Menschen sollten einander fürchten, nicht sich selbst. Die Menschen sollten danach trachten, wie ihre Väter zu werden, und nicht bei dem bloßen Gedanken daran erschaudern. Ich habe mich immer gefragt, wie meine Angstlandschaft wohl Manchmal denke ich, es gibt so vieles, wovor man sich fürchten muss, und manchmal kann ich mir nicht vorstellen, dass es überhaupt noch etwas gibt, wovor man sich fürchten müsste. Ich nicke, obwohl sie mich nicht sehen kann, und wir gehen weiter. Der Strahl der Taschenlampe hüpft auf und ab, unsere Schuhe scharren über den Boden, die modrige Luft rauscht vom anderen Ende des Tunnels zu uns herein, und ich frage mich, was dort wohl auf mich wartet. Nach einem zwanzigminütigen Fußmarsch biegen wir um eine Ecke, und ich rieche frischen Wind, der so kalt ist, dass ich fröstle. Ich schalte die Taschenlampe aus, denn das Mondlicht am Ende des Tunnels führt uns zum Ausgang. Der Tunnel entlässt uns in die Ödnis, durch die Schritte entfernt parkt ein alter Truck, dessen Ladefläche mit einer abgewetzten Plane bedeckt ist. Nita tritt gegen einen der Reifen, um ihn zu prüfen. Dann setzt sie sich auf den Fahrersitz. Die Schlüsse stecken im Zündschloss. Wem gehört der Truck? erkundige ich mich, während ich auf den Beifahrersitz klettere. Den Leuten, die wir treffen werden. Ich habe sie gebeten, ihn hier zu parken, sagt sie. Und was sind das für Leute? Freunde von mir. Ich weiß nicht, wie sie sich in dem Straßenlabyrinth zurechtfindet, aber sie tut es. Sie lenkt den Truck um Baumwurzeln und umgeknickte Straßenlaternen und richtet die Scheinwerfer auf Tiere, die ich aus dem Augenwinkel umherhuschen sehe. Ein langbeiniges Tier mit einem braunen, schlanken Körper überquert Niete tritt vorsichtig auf die Bremse, um ihm auszuweichen. Seine Ohren zucken und die dunklen, runden Augen beobachten uns mit der ernsten Neugier eines Kindes. Sie sind schön, nicht wahr? sagt sie. Bevor ich hierher kam, hatte ich noch nie ein Reh gesehen. Ich nicke. Das Tier ist elegant, aber zögerlich und wachsam. Niete haut auf die Hupe und das Reh geht aus dem Weg. Wir beschleunigen wieder und gelangen schließlich auf eine breite, offene Straße, die über Eisenbahnen führt, an denen ich vor nicht allzu langer Zeit entlang gegangen bin. Auf unserem Weg von der Stadt hierher. Ich sehe die Lichter des ehemaligen Airports. Er ist der einzig helle Fleck in der Dunkelheit. Wir fahren nach Nordosten, in die entgegengesetzte Richtung. Es dauert lange, bevor ich wieder elektrisches Licht sehe. Wir sind mittlerweile auf einer schmalen, holprigen Straße und die Glühbirnen baumeln von einer Schnur, die entlang der alten Straßenlaternen gespannt ist. Wir machen hier halt. Nita reißt das Lenkrad herum und fährt den Truck in eine Gasse zwischen zwei Ziegelstein Gebäuden. Sie zieht die Schlüssel ab und sieht mich an. Sieh mal ins Handschuhfach. Ich habe den alten Bonbonpapieren liegen zwei Messer. Wie gut kannst du damit umgehen? will sie wissen. Lange bevor Max als Anführer der Ferox Neuerungen eingeführt hat, gehörte Messerwerfen bereits zur Ausbildung der Initianten. Mir hat es allerdings nie gefallen, weil es den Hang der Ferox zum Dramatischen noch verstärkt und weil es weit sinnvollere Fähigkeiten gegeben hätte, die man sich hätte aneignen können. Ich bin ganz gut, antworte ich grinsend. Aber ich hätte nie gedacht, dass mir das eines Tages nützlich sein könnte. Für irgendetwas müssen die Ferox sehr gut sein. Vor, sagt Nita mit einem leichten Lächeln. Sie wählt das größere der beiden Messer und ich nehme das kleinere. Nervös drehe ich den Griff in den Fingern, während wir die Gasse hinunter gehen. Über mir in den erkenne ich wuscheliges Haar und dunkle Augenhüllen, die zurückstarren. Hier leben also tatsächlich Menschen, sage ich. Dies ist sozusagen der äußerste Rand der Zone, erklärt Nita. Wir sind etwa zwei Stunden mit dem Auto von Milwaukee entfernt, einer Metropole nördlich von hier. Und ja, hier leben Menschen. Zur Zeit wagen sich die Leute nicht allzu weit weg von den Städten, selbst wenn sie sich dem Einflussbereich der Regierung entziehen wollen. Und warum wollen sie das? Ich weiß, wie es ist, außerhalb der Gemeinschaft zu leben, weil ich die Fraktionslosen beobachtet habe. Sie hatten immer Hunger, haben im Winter immer gefroren und im Sommer geschwitzt, haben immer ums Überleben gekämpft. Es ist kein einfaches Leben. Man braucht einen guten Grund, um sich freiwillig dafür zu entscheiden. Weil sie genetisch defekt sind, antwortet Nita und sieht mich an. Genetisch defekte Menschen sind, rein rechtlich gesehen, gleichberechtigt mit genetisch perfekten Menschen. Aber das ist nur auf dem Papier so. In Wirklichkeit sind sie ärmer, die Wahrscheinlichkeit, dass sie für Verbrechen verurteilt werden, ist größer, und die Wahrscheinlichkeit, einen guten Job zu bekommen, ist geringer. Egal, wie man die Menschen in der Zone wenden sich lieber ganz von der Gesellschaft ab, statt das Problem von innen heraus anzugehen, so wie ich es vorhabe. Ich denke an ihr Glassplittertattoo und frage mich, wann sie es machen ließ und woher dieser gefährliche Blick in ihren Augen kommt und wieso sie mit so viel Dramatik spricht und nicht zuletzt was sie dazu veranlasst hat, eine Rebellin zu werden. Wie willst du von seiner Macht wegnehme? Die Gasse führt zu einer breiten Straße. Einige Menschen stehen an den Seiten, andere gehen in der Mitte in Gruppen, taumelnd und flaschenschwenkend. Alle, die ich sehe, sind jung. Offensichtlich treibt es nicht viele Erwachsene hierher. Ich höre laute Rufe, dann das Splittern von Glas auf Pflasterstein. Eine Schar Leute bildet einen Kreis um zwei sich boxende und tretende gestalten. Ich will hingehen, aber Nita packt mich am Arm und zerrt mich auf eins der Gebäude zu. Jetzt ist keine gute Zeit, um hier den Helden zu spielen, sagt sie. Wir gehen zum Eingang eines Eckgebäudes. Ein großer Mann steht vor der Tür und spielt mit einem Messer herum. Als wir die Stufen hinaufgehen, hört er damit auf und wirft das Messer lässig in seine andere Hand, die knorrig und vernarbt ist. Seine Größe, seine Geschicklichkeit mit der Waffe, sein vernarbtes, etwas heruntergekommenes Aussehen, das alles soll einschüchtern. Aber seine Augen sind wie die eines Rehs, groß und wachsam und neugierig. Wir möchten mit Ruffy sprechen, begrüßt Nita ihn. Wir kommen vom Amt. Ihr könnt reingehen, aber eure Messer bleiben hier, entgegnet der Mann. Seine Stimme ist höher und heller als erwartet. An einem anderen Ort könnte er sogar ein sanfter Mann sein. Aber in unserer Zeit ist er nicht sanft. Er weiß vermutlich nicht einmal, was das bedeutet. Obwohl Sanftheit nicht gerade mein Ding ist, finde ich, dass etwas Wichtiges verloren geht, wenn dieser Mann dazu gezwungen ist, seine Natur zu verleugnen. Niemals, sagt Nita stur. Nita, bist du das? Ertönt eine Stimme aus dem Inneren. Sie ist ausdrucksstark, melodisch. Der Mann, dem sie gehört, ist klein und hat ein gewinnendes Lächeln. Er kommt zur Tür. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst sie reinlassen? Kommt mit, kommt mit. Hi, Raffi, sagt Nita. Ihre Erleichterung ist offensichtlich. Vor, das ist Raffi. Er ist ein wichtiger Mann hier. Freut mich, dich kennenzulernen, sagt Raffi und bedeutet uns, ihm zu folgen. Drinnen gehen wir in einen großen, offenen Raum, der von Reihen von Kerzen und Laternen erhält wird. Überall stehen Holzmöbel, alle Tische bis auf einen sind leer. Eine Frau sitzt im hinteren Teil des Raums und Raffi lässt sich auf den Stuhl neben ihr gleiten. Obwohl die beiden sich nicht ähnlich sehen, sie ist eher üppig und hat rotes Haar, während er dunkel und drahtig ist, sind sie von der gleichen Art, wie zwei Steine, die vom selben Meißel behauen wurden. Waffen auf den Tisch, verlangt Raffi. Diesmal gehorcht, Nita. Sie legt ihr Messer vor sich nah an die Tischkante und nimmt Platz. Ich folge ihrem Beispiel. Die rothaarige Frau legt ebenfalls ihre Waffe ab. Wer ist das? fragt sie und deutet mit dem Kopf ruckartig auf mich. Das ist mein Verbündeter, antwortet Nita. Vor. Was für ein Name ist das? Vor. Anders als so viele vor ihr fragt sie das nicht höhnisch. So einen Namen bekommt man in der Stadt des Experiments, erklärt Nita. Dafür, dass man nur vier Ängste hat. Mich beschleicht der Verdacht, dass sie mich vielleicht nur deshalb mit diesem Namen vorgestellt hat, um die anderen wissen zu lassen, woher ich komme. Hat sie damit irgendeine Art Trumpf in der Hand? Macht meine Herkunft mich für diese Menschen vertrauenswürdiger? Interessant. Die Frau tippt mit dem Zeigefinger auf den Tisch. Nun vor. Mein Name ist Mary. Mary und Raffi führen die Gidee-Gruppe im Mittleren Westen an, erklärt Nita. Wenn du Gruppe sagst, dann klingt das, als wären wir alte Damen, die Karten spielen, sagt Raffi glatt. Wir sind Rebellen. Unsere Reichweite erstreckt sich quer durchs Land. Es gibt ein Kommando für jede Metropole und regionale Überwacher für den Mittleren Westen, den Süden und den Osten. Gibt es auch einen Westen? Frage ich. Nicht mehr, sagt Nita ruhig. Das Gebiet war schwer zugänglich und die Städte zu weit voneinander entfernt, um dort nach dem Krieg leben zu können. Jetzt ist es wildes Land. Es stimmt also tatsächlich, stellt Mary fest. Ihre Augen fangen das Licht auf wie Glassplitter. Die Menschen in dieser Stadt wissen wirklich nicht, was draußen los ist. Natürlich nicht. Wie sollten sie auch, sagt Nita. Müdigkeit überfällt mich und meine Augen werden schwer. Ich war in meinem Leben schon in zu viele Aufstände verwickelt. Gerade waren es noch die Fraktionslosen und jetzt sind es die GD-Rebellen. Ich will den Austausch der Nettigkeiten ja nicht unterbrechen, sagt Mary. Aber wir sollten hier nicht unnötig lange bleiben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand kommt und herumschnüffelt. Also gut, sagt Nita und sieht mich an. For, kannst du dafür sorgen, dass draußen alles ruhig bleibt? Ich muss kurz allein mit Mary und Raffi reden. Wären wir unter uns, würde ich sie jetzt fragen, warum ich nicht bleiben kann und warum sie sich überhaupt erst die Mühe gemacht hat, mich mitzunehmen, wenn ich dann vor der Tür wache stehen soll. Natürlich habe ich noch nicht endgültig zugestimmt, ihr zu helfen, aber sie muss einen Grund dafür gehabt haben, dass die anderen mich kennenlernen sollten. Also stehe ich einfach auf, nehme mein Messer und gehe zur Tür, wo Raffis Wachposten in die Straße beobachtet. Der Kampf auf der anderen Straßenseite ist zu Ende. Eine einsame Gestalt liegt auf dem Pflaster. Für einen Moment sieht es aus, als würde sich die Gestalt noch bewegen, aber dann wird mir klar, dass jemand die Taschen des Toten durchwühlt. Das da drüben ist eindeutig eine Leiche. Tod? Ja, wenn man sich hier nicht verteidigen kann, überlebt man nicht mal eine Nacht. Warum kommen dann immer wieder Leute hierher? frage ich stirnrunzelnd. Warum gehen sie nicht in die Städte zurück? Er schweigt so lange, dass ich schon denke, er hat meine Frage nicht gehört. Ich beobachte, wie der Dieb die Taschen des Toten umstülpt und dann den Leichnam liegen lässt und in einem der nahen Gebäude untertaucht. Inzwischen scheint Raffis Wachposten seine Sprache wiedergefunden zu haben. Wenn du hier stirbst, kannst du davon ausgehen, dass irgendjemand Anteil daran nimmt. Raffi zum Beispiel oder einer der anderen Anführer. In den Städten ist es allen scheißegal, jedenfalls wenn man ein GD ist. Ein GP hingegen kann noch so schlimme Verbrechen begehen. Die Anklage wird allerhöchstens auf Totschlag lauten. Was für ein Bullshit. Totschlag? Das bedeutet, dass ein Verbrechen als Unfall durchgeht, höre ich Raffis glatte, melodische Stimme hinter mir sagen. Oder zumindest nicht als so schwerwiegend erachtet wird, wie, sagen wir, Mord ersten Grades. Offiziell werden wir natürlich alle gleich behandelt. Die Praxis sieht allerdings anders aus. Er steht neben mir, die Arme vor der Brust verschränkt. Als ich ihn anschaue, sehe ich einen König, der sein eigenes Königreich betrachtet, das er für wunderschön hält. Ich schaue auf die Straße, auf die brüchigen Pflastersteine, auf den Leichnam mit seinen nach außen gedrehten Taschen und auf die Fenster, in denen Licht flackert. Und ich weiß, dass diese Schönheit einfach Freiheit ist. Freiheit, als ganzer Mensch gesehen zu werden und nicht nur als Träger defekter Gene. Auch mir ist diese Freiheit schon einmal begegnet, als Evelyn mich aus meiner Fraktion zu sich und den Fraktionslosen lockte, mit dem Versprechen, dass ich dort ein vollständiges »Du kommst aus Chicago?« erkundigt sich Raffi. Ich nicke, dem Blick auf die dunkle Straße gerichtet. »Und wie ist es für dich hier draußen? Was für einen Eindruck macht die Welt auf dich?« fragt er. »Da ist kein großer Unterschied«, antworte ich. »Hier wie dort sind die Menschen verschieden und hier wie dort führen sie Kriege. Drinnen knarren Nieters Schritte auf den Dielenbrettern und als ich mich umdrehe, steht sie direkt hinter mir, die Hände in ihren Taschen vergraben. »Danke, dass du das arrangiert hast«, Nieter nickt Raffi zu. »Es wird Zeit, dass wir gehen. Wir machen uns wieder auf den Rückweg. Ich drehe mich ein letztes Mal nach Raffi um. Er hat die Hand gehoben und winkt uns zum Abschied. Als wir zum Truck zurückgehen, höre ich wieder Schreie. Aber diesmal sind es die Schreie eines Kindes. Im Vorbeilaufen höre ich das Schnüffeln und Wimmern und denke an die Zeit, als ich jünger war, in meinem Schlafzimmer hockte und mir die Nase an meinem Hemdsärmel abwischte. Meine Mutter schrubbte die Manschetten mit einem Schwamm, bevor sie das Hemd in die Wäsche tat. Sie hat niemals ein Wort darüber verloren. Als ich in den Truck steige, bin ich bereits taub gegen diesen Ort und seinen Schmerz. Und ich bin bereit, zu dem Traum zurückzukehren, den das Amt verspricht. Zu der Wärme und zu den Lichtern und zu dem Gefühl der Sicherheit. Ich verstehe nicht ganz, warum jemand lieber hier als in der Stadt leben will, sage ich laut. Ich bin nur ein einziges Mal in einer Stadt gewesen, in der kein Experiment lief, antwortet Nita. Es gibt dort Elektrizität, aber sie ist streng rationiert. Jede Familie bekommt pro Tag nur eine begrenzte Anzahl von Stunden. Das gleiche gilt für Wasser. Und überall werden Verbrechen verübt, was man natürlich auf die genetischen Defekte zurückführt. Sie haben zwar Polizei, aber die kann nicht viel ausrichten. Bleibt nur noch das Gelände der Behörde, sage ich. Dort lebt es sich demnach am besten. Was Ressourcen betrifft, ja, gibt Nita mir recht. Aber dort herrscht dasselbe Gesellschaftssystem wie in den Städten. Es ist nur etwas schwerer zu durchschauen. Ich beobachte, wie die letzten Häuser der Zone im Rückspiegel verschwinden. Von den verlassenen Gebäuden ringsum unterscheiden sie sich nur durch das Kabel mit den elektrischen Lichtern, das entlang der schmalen Straße gespannt ist. Wir fahren an dunklen Häusern vorbei, deren Fenster mit Brettern zugenagelt sind. Ich versuche mir vorzustellen, wie sie früher einmal ausgesehen haben. Blitz sauber und poliert, die eingezäunten Gärten gepflegt und grün, die Fenster abends erleuchtet. Ich stelle mir vor, dass die Leben, die hier gelebt wurden, friedlich waren und ruhig. Was genau wolltest du eigentlich mit deinen Freunden besprechen, erkundige ich mich. Ich bin hergekommen, um unsere Pläne festzuklopfen, antwortet Nita. Im Lichtschein des Armaturenbretts sehe ich Kerben auf ihrer Unterlippe. Offenbar verbringt sie viel Zeit, damit draufzubeißen. Und ich wollte, dass sie dich kennenlernen. Mit dir erhalten die Fraktionen sozusagen ein Gesicht. Mary hatte den Verdacht, dass Menschen wie du mit der Regierung kollaborieren, was natürlich nicht stimmt. Ruffy hingegen, er war der Erste, der mir einen Beweis dafür geliefert hat, dass das Amt und die Regierung uns belügen und uns im Unklaren über unsere Geschichte lassen. Sie hält inne, um mir die Gelegenheit zu geben, die Tragweite dieser Worte zu erfassen. Aber ich brauche weder Zeit noch Raum noch Schweigen. Ich glaube ihr auch so. Ich bin mein Leben lang von der Regierung belogen worden. Das Amt berichtet von einem goldenen Zeitalter der Menschheit, als es noch keine Genmanipulationen gab und alle genetisch perfekt waren und miteinander in Frieden lebten, sagt Nita. Aber Ruffy hat mir alte Fotos gezeigt. Fotos vom Krieg. Ich warte einen Herzschlag lang ab. Na und? Na und? wiederholt Nita ungläubig. Wenn es stimmt und die genetisch perfekten Menschen in der Vergangenheit genauso viel Krieg und Vernichtung verursacht haben, wie die genetisch defekten Menschen es angeblich heute tun, wieso dann noch Ressourcen und Zeit darauf verschwenden, um Gendefekte zu beheben? Welchen Sinn haben die Experimente dann überhaupt noch? Geht es vielleicht nur darum, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Regierung etwas tut, um unser Leben zu verbessern, obwohl das gar nicht der Fall ist? Die Wahrheit ändert alles. War Triss nicht genau aus diesem Grund so versessen darauf gewesen, das Prior-Video zu zeigen, dass sie sich dafür sogar mit meinem Vater verbündet hat? Sie wusste genau, dass die Wahrheit unseren Kampf verändern und unsere Prioritäten für immer verschieben würde. Und das passiert immer wieder. Auch hier und jetzt. Eine Lüge verändert den Kampf und verschiebt die Prioritäten. Statt gegen die wachsende Armut und das Verbrechen anzugehen, führen die Menschen einen Kampf gegen angeblich falsche Gene. Warum? Warum so viel Zeit und Energie darauf verwenden, gegen etwas zu kämpfen, das nicht wirklich ein Problem ist? Frage ich scharf, weil mich der Gedanke frustriert. Die Menschen tun das, weil man ihnen eingeredet hat, dass es ein Problem ist. Auch dafür hat Ruffy die Beweise geliefert. Beispiele von Regierungspropaganda, bei denen es um Gendefekte geht, sagt Nita. Worum es ursprünglich ging? Keine Ahnung. Vermutlich gab es verschiedene Gründe. Vorurteile gegen GDs, Kontrolle vielleicht, man hält die Gendefekte Bevölkerung in Schach, indem man den Menschen eintrichtert, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, und lullt die genetisch Perfekten ein, indem man ihnen vorgaukelt, sie seien geheilt und unversehrt. Diese Dinge geschehen nicht über Nacht und sie geschehen nicht nur aus einem einzigen Grund. Ich lehne den Kopf gegen das kalte Fenster und schließe die Augen. Zu viele Informationen summen durch mein Gehirn. Ich kann mich kaum auf einen Gedanken konzentrieren. Daher gebe ich den Versuch auf und döse vor mich hin. Als ich nach unserem Rückweg durch den Tunnel endlich vor meinem Bett stehe, ist es kurz vor Sonnenaufgang. Triss Arm hängt über die Bettkante und ihre Fingerspitzen streifen den Boden. Ich setze mich ihr gegenüber, beobachte für einen Moment ihr Gesicht im Schlaf und denke daran, was wir in jener Nacht im Millennium Park ausgemacht haben. Keine Lügen mehr. Sie hat es mir versprochen und ich habe es ihr versprochen. Wenn ich ihr verschweige, was ich heute Nacht gehört und gesehen habe, werde ich dieses Versprechen brechen. Und wofür? Um sie zu beschützen? Für Niete, ein Mädchen, das ich kaum kenne? Ich streiche die Haarsträhne aus ihrem Gesicht, ganz sanft, um sie nicht zu wecken. Sie braucht meinen Schutz nicht. Sie ist allein stark genug. Peter ist in einer Ecke des Raums, stapelt Bücher übereinander und schiebt sie in eine Tasche. Er kaut auf einem roten Stift und trägt die Tasche weg. Ich höre, wie die Bücher gegen seine Beine klatschen, als er den Flur entlang geht. Ich warte, bis das Geräusch verstummt ist, bevor ich mich zu Christina umdrehe. Ich habe versucht, dich nicht zu fragen, aber ich gebe es auf, sage ich. Was läuft zwischen dir und Uriah? Christina, die ausgestreckt auf ihrer Pritsche liegt und eines ihrer langen Beine über die Kante baumeln lässt, wirft mir einen Blick zu. Was denn? Ihr habt viel Zeit miteinander verbracht, sage ich. Ziemlich viel sogar. Heute ist ein sonniger Tag und das Licht leuchtet durch die weißen Vorhänge. Ich weiß nicht wie, aber der Schlafseil riecht nach Schlaf wie Wäsche und Schuhe und Nachtschweiß und Morgenkaffee. Einige Betten sind gemacht, andere haben zerknitterte Laken, die zusammengeknüllt am Fußende oder auf der Seite liegen. Die meisten von uns kommen von den Ferox, aber mir fällt auf, wie verschieden wir trotzdem sind. unterschiedliche Angewohnheiten, unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Ansichten. Du wirst mir vielleicht nicht glauben, aber so ist es nicht. Christina stützt sich auf einen Ellbogen. Er trauert. Wir sind beide gelangweilt. Außerdem ist der Uriah. Na und? Er sieht gut aus. Das stimmt, aber er kann kein ernsthaftes Gespräch führen, selbst wenn sein Leben davon abhinge. Christina schüttet den Kopf. Verstehe mich nicht falsch, ich lache gerne, aber ich will auch, dass eine Beziehung etwas bedeutet, weißt du? Ich nicke. Ich weiß genau, was sie meint. Vermutlich sogar besser als die meisten anderen, denn Tobias und ich sind auch nicht gerade für unsere Witze bekannt. Außerdem, fährt sie fort, entwickelt sich nicht jede Freundschaft automatisch zu einer Romanze. Ich habe noch nicht versucht, dich zu küssen. Ich lache. Stimmt. Wo bist du in letzter Zeit gewesen? Will Christina wissen. Sie wackelt mit den Augenbrauen. Du und vor. Habt ihr ein wenig addiert? Multipliziert? Ich schlage die Hände vors Gesicht. Das war der schlechteste Witz, den ich je gehört habe. Weicht der Frage nicht aus. Ums addieren ging es nicht, sage ich. Jedenfalls noch nicht. Er ist viel zu sehr mit diesen Gendefekten beschäftigt. Ah, damit also. Sie richtet sich auf. Was denkst du darüber? Frage ich. Keine Ahnung. Es macht mich wütend, mehr weiß ich nicht. Sie rundsit die Stirn. Niemand bekommt gern unter die Nase gerieben, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Vor allem, wenn es um die eigenen Gene geht, die man nicht ändern kann. Denkst du allen Ernstes, mit dir stimmt etwas nicht? Ich schätze ja. Das ist wie eine Krankheit, nicht wahr? Man kann sie in den Genen sehen. Das ist unbestreitbar, oder? Kann sein, dass deine Gene anders sind, erwidere ich. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie defekt sind. Die Gene für blaue Augen und braune sind ebenfalls unterschiedlich. Aber sind blaue Augen deshalb defekt? Es ist reine Willkür, wenn sie behaupten, dass die haben, stellt Christina fest. Was durch eine Menge Dinge verursacht sein könnte, erwidere ich. Ich weiß gar nicht, warum ich mit dir streite, denn es wäre mir lieber, du hättest recht, lacht Christina. Du meinst also nicht, dass ein Haufen kluger Leute in ihren Wissenschaftslabors die Ursache für schlechtes Benehmen herausfinden können? Gut möglich, sage ich. Aber egal, wie klug die Menschen sind, Meistens sehen sie nur das, wonach sie Ausschau halten. Vielleicht bist du voreingenommen, wendet sie ein, weil du Freunde hast, vor allem einen ganz bestimmten Freund, der dieses genetische Problem hat. Kann sein. Ich weiß ja selbst, wie verzweifelt ich nach einer Erklärung suche, einer, die ich vielleicht selbst nicht glaube, aber ich sage es trotzdem. Ich sehe keinen vernünftigen Grund, warum ich an diese Sache mit den Gendefekten glauben soll. Hilft es mir dabei andere Menschen besser zu behandeln? Nein. Vielmehr ist vielleicht das Gegenteil der Fall. Und außerdem sehe ich, was es mit Tobias macht, wie es ihn dazu bringt, an sich selbst zu zweifeln, und ich lässt sich der Wert eines Glaubens nicht auch dadurch abschätzen, zu welchen Ergebnissen er führt? Du klingst genau wie eine Stiff, sie hält inne. Und ich höre mich an wie eine Kandor. Gott, wir können den Fraktionen wirklich nicht entkommen, egal wohin wir gehen, oder? Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ihnen zu entkommen, erwidere ich und zucke mit den Schultern. Tobias kommt in den Schlafsaal, er sieht blass und erschöpft aus, so wie neuerdings immer. Sein Haar steht an einer Seite hoch, wo er auf dem Kissen gelegen hat, und er trägt immer noch die Sachen vom Vortag. Seit wir hier sind, schläft er in seinen Kleidern. Christina steht auf. Okay, ich gehe und überlasse euch zwei diesen großen Raum, euch zwei ganz allein. Sie zwinkert sie mir verschwörerisch zu, bevor sie den Schlafsaal verlässt. Tobias lächelt ein wenig, aber nicht genug, dass man denken könnte, er sei glücklich, und statt sich neben mich zu setzen, bleibt er am Fußende meines Betts stehen und zupft am Saum seines Shirts herum. Es gibt da etwas, worüber ich mit dir reden will, beginnt er. In Ordnung, erwidere ich, Du darfst nicht sauer sein, das musst du mir versprechen, fährt er fort. Aber aber du weißt, dass ich keine dummen Versprechen gebe, sage ich und spüre, wie meine Kehle eng wird. Richtig, jetzt setzt er sich doch auf sein eigenes, noch ungemachtes Bett. Er meidet meinen Blick. Nita hat mir einen Brief unters Kissen gelegt und mir darin mitgeteilt, dass ich sie gestern Nacht treffen soll. Das habe ich getan. Ich richte mich auf und merke, wie mir ganz heiß wird vor Zorn. Ich male mir Nitas hübsches Gesicht aus, Nitas anmutige Füße, wie sie auf meinen Freund zugeht. Ein hübsches Mädchen will sich spät in der Nacht mit ihr treffen. Und du gehst hin? Frage ich scharf. Und dann verlangst du auch noch, dass ich nicht sauer und sieht mich endlich an. Sie wollte mir nur etwas zeigen. Sie glaubt nämlich nicht an die Sache mit den Gendefekten. Sie tut nur so. Sie hat einen Plan, wie sie gegen das Amt aufbegehren kann, damit die Gides nicht länger benachteiligt werden. Wir sind in die Zone gefahren. Er erzählt mir von dem unterirdischen Tunnel, der baufälligen Stadt und von dem Gespräch mit Ruffy und Mary. Er spricht von dem Krieg, den die Regierung geheim gehalten hat, damit niemand weiß, dass die genetisch perfekten Menschen zu unglaublicher gewaltfähig sind und davon, wie die GDs in den großen Städten leben, wo die Regierung immer noch das Sagen hat. Während er spricht, wächst mein Misstrauen gegenüber Nita. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ist es das Bauchgefühl, dem ich für gewöhnlich vertraue oder ist es nur die Eifersucht? Als er fertig ist, sieht er mich erwartungsvoll an und ich versuche, mich zu entscheiden. Woher weißt du, dass sie dir die Wahrheit sagt, frage ich. Gar nicht, antwortet er. Sie hat versprochen, mir Beweise zu zeigen. Heute Nacht. Er nimmt meine Hand. Ich möchte, dass du mitkommst. Und Nita ist damit einverstanden? Das ist mir egal. Er verschränkt seine Finger mit meinen. Wenn sie meine Hilfe braucht, muss sie sich wohl oder übel damit abfinden. Ich betrachte unsere ineinander verschlungenen Finger, sein ausgefranstes graues Shirt und die abgewetzte Stelle am Knie seiner Jeans. Ich habe keine Lust, Zeit mit Nita und Tobias zusammen zu verbringen, erst recht nicht, seit die beiden durch den angeblichen Gendefekt eine Gemeinsamkeit haben, die mich außen vor lässt. Aber diese Sache ist ihm wichtig. Und wenn es tatsächlich Beweise für gewisse Machenschaften des Amts gibt, will ich das genauso wissen wie er. Einverstanden, sage ich. Ich komme mit. Aber denk ja nicht, dass ich auch nur eine Sekunde lang glaube, dass sie nur an deinem genetischen Code interessiert ist. Ist gut, sagt er. Aber denk ja nicht, dass ich auch nur für eine Sekunde an irgendjemand anderem als dir interessiert bin. Er legt die Hand in meinen Nacken und zieht mich zu sich. Der Kuss und seine Worte trösten mich. Aber mein Unbehagen bleibt. Triss und ich treffen uns nach Mitternacht mit Nita in der Hotel Lobby, inmitten der zahmen Wildnis der Topfpflanzen mit den geöffneten Blüten. Als Nita Triss an meiner Seite sieht, verzieht sie das Gesicht, als hätte sie einen bitteren Geschmack auf der Zunge. Du hast versprochen, es ihr nicht zu erzählen, sagt sie und deutet auf mich. Ich dachte, du wolltest sie beschützen. Ich habe meine Meinung geändert. Triss lacht rau. Das hast du ihm also erzählt, dass er mich beschützen würde? Ein ziemlich geschickter Schachzug. Nicht schlecht. Ich blicke sie mit gehobenen Augenbrauen an. Der Gedanke, dass Nita mich manipulieren könnte, ist mir nie gekommen. Und das macht mir ein wenig Angst. Für gewöhnlich kann ich mich auf mich selbst verlassen, wenn es darum geht, die Hintergedanken einer Person zu durchschauen. Aber an den Gedanken, Triss beschützen zu wollen, bin ich, vor allem, seit ich sie beinahe verloren hätte, so gewöhnt, dass ich keine Sekunde gezweifelt habe. Oder vielleicht bin ich auch nur so daran gewöhnt zu lügen, statt schwierige Wahrheiten laut auszusprechen, dass ich froh war, eine Notlüge nutzen zu können. Es war kein Schachzug, sondern die Wahrheit. Nita wirkt nicht länger wütend, sondern nur noch müde. Sie fährt sich mit den Händen übers werden, weil du hiervon weißt und es nicht meldest. Ich dachte, wäre besser, dich nicht unnötig in diese Situation zu bringen. Tja, zu spät, sage ich. Triss kommt mit. Ist das ein Problem? Wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich lieber alle beide als keinen von euch dabei. Und ich wette, das ist die unausgesprochene Bedingung, erwidert Nita und verdreht die Augen. Lasst uns gehen. Triss, Nita und ich laufen durch das stille Gebäude zu den Labors, wo Nita arbeitet. Keiner von uns spricht ein Wort. Ich höre jedes Quietschen meiner Schuhe, jede Stimme in der Ferne, jede Tür, die ins Schloss fällt. Ich habe das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, obwohl ich eigentlich keinen Grund dazu habe. Noch nicht. Nita bleibt an der Tür zu den Labors stehen und hält ihre Ausweiskarte vor den Scanner. Wir folgen ihr, vorbei am Gentherapie Raum, wo ich meinen genetischen Code vorgeführt bekommen habe, und tiefer, mitten in das Herz des Gebäudes hinein. Die Gänge sind dunkel und trist und unsere Schritte wirbeln Staubwolken vom Boden auf. Nita stemmt mit der Schulter eine weitere Tür auf und wir betreten einen Lagerraum. An den Wänden reihen sich matte Metallschubladen, deren Papieretiketten mit verblaster Tinte beschriftet sind. In der Mitte des Raums steht ein Computer und ein Mikroskop auf einem Labortisch. Daneben wartet ein junger Mann. Er hat seine blonden Haare mit Gel nach hinten gekämmt. Tobias, Triss, das ist mein Freund Reggie, sagt Nita. Er ist ebenfalls ein GD. Freut mich, euch kennenzulernen, begrüßt Reggie uns lächelnd und reicht erst Triss, dann mir die Hand. Zeigen wir ihnen zuerst die Dias, schlägt Nita vor. Reggie tippt auf den Computer Bildschirm und winkt uns näher. Ich beiße nicht. Triss und ich sehen uns kurz an, dann treten wir hinter Reggie an den Tisch, um den Bildschirm besser sehen zu können. Auf scharnig und unscharf. Sie müssen ziemlich alt sein. Nach wenigen Sekunden begreife ich, dass es Bilder des Leidens sind, schmale, verhärmte Kinder mit riesigen Augen, gräben voller Leichen, riesige Berge brennender Papierseiten. Die Fotos blättern sich wie Buchseiten in der Brise vor unseren Augen auf, jedes einzelne so schnell und flüchtig, dass nur albtraumhaftes Grauen zurückbleibt. Als ich es nicht mehr ertrage, wende ich den Blick ab. Ein tiefes Schweigen erfüllt mich. Ich blicke zu Triss. Ihr Gesichtsausdruck ist ungerührt wie stilles Wasser, als hätten die Bilder, die wir gerade gesehen haben, nicht das leiseste Kräuseln verursacht. Aber dann sehe ich, wie ihre Lippen zittern. Sie presst den Mund zusammen, um es zu verbergen. Seht euch die Waffen an! Reggie lädt ein Foto hoch, das einen bewaffneten Mann in Uniform zeigt und deutet darauf. Diese Waffe ist unglaublich alt. Die Waffen, die im Reinheitskrieg benutzt wurden, waren viel weiter entwickelt. Das kann niemand abstreiten, auch das Amt nicht. Die Waffe muss also aus einem sehr alten Krieg stammen. Aus einem Krieg, der nur von genetisch perfekten Menschen geführt worden sein kann, da genetische Manipulation damals überhaupt noch nicht hungern, antwortet Nita ruhig. Sie wissen nur, was sie gesagt bekommen. Sie haben nur die Informationen, die man ihnen zur Verfügung stellt. Und wer hat das in der Hand? Die Regierung. Okay, Triss Kopf wippt nervös auf und ab und sie spricht schnell und atemlos. Also lügen sie, was eure, unsere Geschichte betrifft. Deswegen sind sie noch lange nicht unsere Feinde. Es bedeutet lediglich, dass sie ziemlich schlecht informierte Leute sind, die versuchen, die Welt zu verbessern. Wenn auch mit den falschen Mitteln. Nita und Reggie werfen sich einen Blick zu. Genau das ist der springende Punkt, sagt Nita. Sie scheuen nicht davor zurück, ihre Ziele auf Kosten der Menschen zu verfolgen. Sie stützt sich auf der Theke ab und beugt sich zu uns. Und wieder einmal sehe ich, wie die revolutionäre Entschlossenheit in ihr das Kommando übernimmt, über die junge Frau, die GD, die Laborangestellte. Als die Altruan die Wahrheit über ihre Welt früher als geplant offenbaren wollten, fährt sie langsam fort, und Janine sie daran hindern wollte, da hat das Amt ihr nur allzu gerne ein unglaublich wirksames Serum zur Verfügung gestellt, für den Simulationsangriff, der den Geist der Ferox versklavt und die ihre Worte zu mir durchdringen. Das kann nicht wahr sein, widerspreche ich ihr. Janine zufolge haben die Altruan die meisten Unbestimmten in ihren Reihen. Gerade hast du noch behauptet, die GPs seien dem Amt wichtig genug, um jemanden zu ihrer Rettung in die Stadt zu schicken. Warum sollte es Janine dabei helfen, sie zu töten? Janine hat sich geirrt, sagt Triss Geistes abwesend. Evelyn hat es uns erklärt. Die meisten Unbestimmten finden sich unter den Fraktionslosen und nicht bei den Altruan. Ich wende mich Nita zu. Ich sehe immer noch keinen Grund, weshalb sie so viele Unbestimmte opfern würden, sage ich. Ich brauche Beweise. Was denkst du, wozu wir hier sind? Nita schaltet mehrere Lichter ein, die die Schubladen beleuchten und geht an der linken Wand entlang. Ich habe lange gebraucht, um den Zutritt zu diesem Raum zu bekommen, erklärt sie. Noch länger habe ich gebraucht, um das Wissen zu erwerben, damit ich verstehen kann, was ich hier gesehen habe. Außerdem hatte ich Hilfe von einem der GPs, einem Sympathisanten. Ihre Hand schwebt über einer der unteren Schubladen. Sie nimmt eine Ampulle mit orangefarbener Flüssigkeit heraus. Kommt Angriff verabreicht wurde, unmittelbar bevor die letzte Phase von Triss Initiation beginnen sollte. Max hat mir die Nadel in den Hals gestochen, wie ich selbst es dutzende Male zuvor getan habe. Ich weiß noch, wie die Spritze das Licht eingefangen hat und die Injektionsflüssigkeit in einem kräftigen Orangeton leuchtete. Orange wie das, was Nita nun in der Hand hält. Die Farbe passt, Reggie nimmt einen Objektträger von dem Tablett neben dem Computer und gibt mit einer Pipette zwei Tropfen der orangefarbenen Flüssigkeit darauf, bevor er sie mit einem zweiten Scheibchen versiegelt. Mit vorsichtigen, aber geübten Bewegungen schiebt er die Probe unter das Objektiv. Es sind die Handgriffe eines Menschen, der das schon hunderte Male zuvor getan hat. Reggie tippt mehrmals auf den Computerbildschirm und öffnet ein Programm namens Mikroscan. Diese Information steht jedem zur Verfügung, der mit dem Equipment umgehen kann und über das Systempasswort verfügt, das mir der GP-Sympathisant zugespielt hat, sagt Nita. Mit anderen Worten, es ist nicht allzu schwer, sich Zugang zu diesen Materialien zu verschaffen, aber niemand würde auf den Gedanken kommen, sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Und GDs haben keine Systempasswörter, also wissen wir offiziell gar nichts von diesen Dingen. Das hier ist der Lagerraum für eingestellte Experimente, fehlgeschlagene Projekte, überholte Entwicklungen oder nutzlose Dinge. Sie blickt durch das Mikroskop und fokussiert die Linse über einen Drehknopf an der Seite. Mach weiter, sagt sie. Reggie drückt auf eine Taste, woraufhin Textabschnitte im Mikroscan- Programmfenster erscheinen. Er zeigt auf einen Absatz in der Mitte der Seite und ich lese ihn laut vor. Simulationsserum V42 koordiniert Zielobjekte in großem Maßstab, sendet Signale über lange Distanzen, Halluzinogen der ursprünglichen Zusammensetzung herausgefiltert, simulierte Realität wird von Programm bestimmt. Das ist es. Das ist das Serum für die Angriffssimulation. Wie ist das Amt an dieses Serum gekommen? Das ist ein Rätsel. Es sei denn, es wurde hier entwickelt, sagt Nita. Unsere Wissenschaftler waren diejenigen, die die Seren für die Experimente zur Verfügung gestellt haben. In der Regel haben sie sich danach aus den Angelegenheiten der Städte herausgehalten und es den dortigen Bewohnern überlassen, die Seren weiterzuentwickeln. Hätte Janine das Serum für die Angriffssimulation entwickelt, hätten sie es ihr garantiert nicht gestohlen. Wenn also das Serum hier ist, dann nur deshalb, weil es aus diesen Labors stammt. Ich starre unverwandt auf den beleuchteten Objektträger im Mikroskop, auf den orangefarbenen Tropfen im Okular und stoße einen zittrigen Atemzug aus. Warum? fragt Triss atemlos. Die Altruan standen kurz davor, der ganzen Stadt die Wahrheit zu offenbaren. Ihr seht ja selbst, was jetzt passiert, wo die Wahrheit kein Geheimnis mehr ist. Evelyn regiert als Diktatorin, die Fraktionslosen unterdrücken alle anderen, und ich bin mir sicher, dass die Fraktionen sich früher oder später gegen dieses Regime erheben werden. Es wird viele Menschenleben kosten. Die Wahrheit gefährdet die Sicherheit des Experiments. So viel ist klar, Fertnita fort. Also hat das Amt vor einigen Monaten, als die Altruan im Begriff waren, das Edith Pryor Video zu zeigen und damit das System erst ins Schwanken und dann zu Fall zu bringen, eine Entscheidung getroffen. Im Zweifelsfall würde man große Verluste auf Kosten der Altruan in Kauf ringen. Also wandten sich die Leute vom Amt an jemanden, von dem sie wussten, dass er ihre Ziele teilt. Janine Matthews. Ihre Worte hüllen mich ein und dringen tief in mich. Ich lege die Hände auf den Labortisch, spüre das kühle Metall auf meiner Haut und betrachte mein verzerrtes Spiegelbild in der Edelstahloberfläche. Ich mag meinen Vater die meiste Zeit Die Routine der Altruan habe ich immer als etwas Positives empfunden. Und jetzt sind die meisten dieser freundlichen großzügigen Menschen tot. Ermordet von den Ferox. Auf Befehl von Janine. Mit der Autorität des Amts im Rücken. Triss Mutter und Vater waren unter ihnen. Triss steht reglos da. Die Arme hängen schlaff an ihren Seiten herab und ihre Hände laufen rot an, während Hingabe an die Experimente, höre ich Nithas Stimme, die direkt in die Taubheit in unseren Köpfen dringt. Dem Amt sind die Experimente mehr wert als das Leben von GDs. Das ist offensichtlich. Und bald könnte das alles noch schlimmer werden. Schlimmer? Wiederhole ich. Schlimmer als der Massenmord an den Altruan? Wie soll das gehen? Die Regierung droht schon seit knapp einem Jahr damit, einen Rückschlag nach dem anderen, weil keine der Gemeinschaften in Frieden leben kann. Aber David findet immer wieder neue Wege, um den Frieden gerade noch rechtzeitig wiederherzustellen. Wenn in Chicago erneut etwas schiefläuft, greift er zum letzten Mittel. Er kann die Experimente jederzeit resetten. Sie resetten, murmel ich. Mit dem Gedächtnisserum der Altruan, erklärt Reggie. Naja, im Grunde genommen ist es das Gedächtnisserum des Amts. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind wird von Null anfangen müssen. Ihr ganzes Leben wird ausgelöscht gegen ihren Willen, nur um angebliche genetische Defekte zu reparieren, die gar nicht wirklich existieren, erklärt Nita knapp. Diese Leute haben die Macht, das zu tun. Niemand sollte so viel Macht haben. Ich erinnere mich an die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, als Johanna mir erzählte, wie die Amitee den Ferox Patrouillen das Gedächtnisserum verabreichen, dass der Mensch, dem man die Erinnerung nimmt, nie wieder so ist wie früher. Plötzlich ist mir egal, wie Nita's Plan aussieht, solange wir dem Amt damit den größtmöglichen Schaden zufügen. Nach allem, was ich in den letzten Tagen hier erfahren musste, habe ich das Gefühl, dass nichts an diesem Ort wert wäre, gerettet zu werden. Wie lautet der Plan? fragt Triss. Ihre Stimme klingt tonlos, beinahe mechanisch. Ich werde meine Freunde aus der Zone durch den unterirdischen Tunnel hereinlassen, antwortet Nita. Tobias, du wirst gleichzeitig das Sicherheitssystem ausschalten, damit wir nicht geschnappt werden. Es ist fast die gleiche Technologie wie die, mit der du im Kontrollraum der Ferox gearbeitet hast. Du dürftest also keine Schwierigkeiten damit haben. Dann werden Raffi, Mary und ich ins Waffenlabor einbrechen und das Gedächtnisserum stehlen, damit das Amt es nicht mehr verwenden kann. Reggie hat bisher hinter den Kulissen mitgeholfen, aber am Tag des Angriffs wird er den Tunnel für uns öffnen. Was wollt ihr mit so viel Gedächtnisserum anfangen? frage ich. Es vernichten, antwortet Nita ruhig. Ich fühle mich seltsam leer, wie ein Ballon, aus dem die Luft herausgelassen wurde. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, als Nita von ihrem Plan erzählt hat, aber das war es nicht. Es fühlt sich so klein an. Es ist ein so schwacher Racheakt gegen die Menschen, die für den Simulationsangriff verantwortlich sind. Die Menschen, die mir gesagt haben, dass mit mir etwas nicht stimmt, dass mein genetischer Code defekt ist. Das ist alles? Triss wendet den Blick endlich vom Mikroskop ab. Sie sieht Nita mit zusammengekniffenen Augen an. Ihr wisst, dass das Amt für die Ermordung hunderter von Menschen verantwortlich ist, und ihr wollt ihnen das Gedächtnisserum wegnehmen und sonst nichts? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dich gefragt habe, ob dir etwas an meinem Plan nicht gefällt. Ich kritisiere deinen Plan nicht, gibt Triss zurück. Ich sage nur, dass ich dir nicht glaube. Du hast diese Leute. Ich höre es dir an, wenn du von ihnen sprichst. Was immer du vorhast, es geht garantiert nicht darum, ein paar Ampullen zu stehlen. Das Gedächtnisserum ist das Mittel, mit dem sie ihre Experimente am Laufen halten. Es garantiert ihnen die für sie. Ich würde sagen, das genügt, um sie für den Moment außer Gefecht zu setzen. Nita spricht mit sanfter Stimme, als würde sie einem Kind etwas erklären. Ich habe nie behauptet, dass ich nicht noch mehr tun würde. Aber es ist nicht immer das klügste, schon bei der ersten Gelegenheit, die schwersten Geschütze aufzufahren. Das hier ist ein langes Rennen, kein Sprint. Triss schüttelt nur den Kopf. Tobias, bist du dabei? fragt Nita. Ich schaue von Triss, die steif und angespannt dasteht, zu Nita, die gelassen und fest entschlossen wirkt. Ich sehe nicht, was Triss zu sehen glaubt, und ich höre auch nichts Verdächtiges aus den Worten heraus. Bei dem Gedanken daran abzulehnen, zieht sich alles in mir zusammen. Ich muss etwas tun. Selbst wenn es sich klein anfühlt, ich muss etwas tun, und ich verstehe nicht, warum Triss nicht das gleiche verzweifelte Verlangen spürt. Ja, antworte ich. Triss dreht sich zu mir um und blickt mich aus großen Augen ungläubig an. Ich ignoriere sie. Ich kann das Sicherheitssystem lahm legen. Allerdings werde ich dazu das Friedensserum der Amitée benötigen. Kannst du das beschaffen? Kein Problem. Ein leichtes Lächeln umspielt Nietas Lippen. Ich werde dir eine Nachricht mit den genauen Angaben zum Timing schicken. Komm Reggie. Lassen wir die beiden allein, damit sie sich aussprechen können. Reggie nickt erst mir, dann Triss zu, bevor die beiden den Raum verlassen und sich die Tür lautlos hinter ihnen schließt. Triss dreht sich zu mir um, die Arme wie eine Mauer vor sich verschränkt, die mich von ihr fernhält. Ich kann nicht fassen, dass du das wirklich tust, sagt sie. Sie lügt. Warum begreifst du das nicht? Weil es nichts zu begreifen gibt, erwidere ich. Du bist nicht die Einzige, die Lügen durchschauen kann, und in diesem Fall könnte dein Urteil von etwas anderem getrübt sein. Zum Beispiel von Eifersucht. Ich bin nicht eifersüchtig, widerspricht sie und sieht mich finster an. Ich bin nur nicht auf den Kopf gefallen. Sie plant etwas Größeres und wenn ich du wäre, würde ich niemandem trauen, der mich für eine Sache entspannt, ohne mir zu sagen, was er vorhat. Tja, du bist aber nicht ich. Ich schüttle den Kopf. Gott, Triss, diese Leute haben deine Eltern ermordet und du willst nichts unternehmen? Ich habe nie behauptet, dass ich nichts unternehmen will, erwidert sie gereizt. Aber das heißt nicht, dass ich mich dem erstbesten Plan anschließen muss, den ich Taren nicht getraut hast, erwidert Triss kalt. Du musstest einsehen, dass ich recht hatte. Ich hatte recht, damit das Edith Pryors Video alles ändern würde. Ich hatte recht, was Evelyn betraf und ich hatte recht, was das hier angeht. Ja, du hast immer recht und du machst alles richtig, sage ich. War es richtig, dich ohne Waffen in Gefahr zu begeben? War es richtig, mich zu belügen und mitten in der Nacht zum Hauptquartier der Kennen und in deinen Tod zu gehen? Hattest du recht, was Peter betrifft? Wage es nicht, mir das alles vorzuhalten. Sie zeigt auf mich und ich fühle mich wie ein Kind, das von seiner Mutter belehrt wird. Ich habe nie behauptet, perfekt zu sein, aber du, dir steht deine eigene Verzweiflung im Weg. Du hast Evelyn zugestimmt, weil du dich nach deiner Mutter gesehnt hast und jetzt machst du hiermit, weil du nicht defekt sein willst. Das Wort fegt durch mich hindurch. Ich bin nicht defekt, sage ich leise. Ich kann nicht glauben, dass du so wenig Vertrauen in mich hast, dass du mir sagst, ich solle mir selbst nicht vertrauen. Ich schüttle den Kopf. Ich brauche deine Erlaubnis nicht. Ich gehe zur Tür und als ich meine Hand auf den Griff lege, höre ich Triss sagen, einfach zu gehen, um das letzte Wort zu behalten, das ist wirklich erwachsen. Genauso erwachsen, wie jemandem böse Absichten zu unterstellen, nur weil er hübsch ist, sage ich. Was das angeht, sind wir also quitt. Mit diesen Worten verlasse ich den Raum. Ich bin kein verzweifeltes unsicheres Kind, das jedem blind vertraut. Ich bin nicht defekt. Ich presse die Stirn gegen das Okular des Mikroskops. Das Serum verschwimmt orangebraun vor meinen Augen. Ich war so damit beschäftigt, nie das Lügen aufzudecken, dass die Wahrheit kaum zu mir durchgedrungen ist. Die Tatsache, dass sich dieses Serum hier befindet, beweist, dass das Amt es selbst entwickelt und anschließend Janine zugespielt hat. Ich trete von dem Mikroskop zurück. Aber warum hat Janine mit dem Amt zusammen gearbeitet, wo sie doch alles daran gesetzt hat, in unserer Stadt zu bleiben, weit weg von der Außenwelt. Die Leute vom Amt und Janine hatten gemeinsame Interessen. Beide wollten das Experiment am Laufen halten. Beide hatten Angst vor einem Zuhause werden. Aber auch hier lauern überall Killer. Der Gedanke trifft mich mit einer solchen Wucht, dass ich zurückzucke, als hätte mich eine unsichtbare Kraft vor die Brust gestoßen. Mit klopfendem Herzen verlasse ich den Raum. Ich ignoriere die wenigen Menschen, die vor mir durch die Gänge schlendern und laufe immer weiter in das Gebäude des Amts hinein, bringe tiefer und tiefer ins Herz der Bestie ein. Vielleicht könnte dieser Ort mein Zuhause werden, höre ich mich zu Christina sagen. Diese Leute haben deine Eltern ermordet, hallen Tobias Worte in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wohin ich laufe, nur dass ich Platz brauche und Luft. Ich kralle die Finger um meinen Sicherheits Ausweis und verfalle auf Höhe des Kontrollpunkts in einer Art Laufschritt, bis ich die Skulptur erreiche. Jetzt ist der Tank nicht beleuchtet, aber es tropft immer noch Wasser auf den Stein, Sekunde um Sekunde. Eine Weile stehe ich einfach nur da und schaue zu. Dann sehe ich auf der anderen Seite des Steinquaders meinen Bruder. Alles in Ordnung mit dir? fragt er zaghaft. Nichts ist in Ordnung. Eine Zeit lang habe ich wirklich Umstürzen, Korruption und Kontrollsucht. Einen Ort, an den ich gehöre. Dabei sollte ich doch langsam begriffen haben, dass ein solcher Ort nicht existiert. Nein, antworte ich. Er kommt um den Steinblock herum auf mich zu. Was ist denn los? Was los ist? Ich lache auf. Sagen wir es mal so. Ich habe gerade herausgefunden, dass du nicht der schlechteste Mensch bist, den ich kenne. Ich gehe in die Knie und fahre mir mit den Fingern durchs Haar. Ich fühle mich benommen. Diese Benommenheit erschreckt mich. Das Amt ist für den Tod meiner Eltern verantwortlich. Warum muss ich mir das immer wieder in Erinnerung rufen, um es zu glauben? Was stimmt nicht mit mir? Oh, murmelt er. Es tut mir leid. Ich ächze leise. Zu mehr bin ich nicht im Stande. Weißt du, was Mom mir einmal erzählt hat? Fährt er fort, und die Art, wie er Mom sagt, als hätte er sie nicht verraten, macht mich rasend. Sie sagte, dass alle Menschen in ihrem Inneren etwas Böses tragen, und dass der erste Schritt, jemanden zu lieben, darin besteht, das gleiche Böse in sich selbst zu erkennen, so dass man es dem anderen verzeihen kann. Ist es das, was du von mir willst? frage ich tonlos, während ich aufstehe. Ich mag schlimme Dinge getan haben, Caleb, aber ich würde dich niemals zu deiner eigenen Hinrichtung führen. Das kannst du so nicht sagen, begehrt er auf. Er klingt flehentlich, als hoffte er von mir zu hören, dass ich auch nicht besser bin als er. Du kannst dir nicht vorstellen, wie überzeugend Janine war. Etwas in mir reißt wie ein brüchiges Gummiband. Ich schlage ihn ins Gesicht. Ich sehe immer noch vor mir, wie die Ken mir Armbanduhr und Schuhe abgenommen und mich zu dem kahlen Tisch geführt haben, auf dem ich sterben sollte. Ein Tisch, den Caleb ebenso gut selbst hätte aufstellen können. Ich dachte, ich hätte den Zorn hinter schreie ihn an, dass er ein Feigling und ein Verräter ist und dass ich ihn umbringen werde. Eine Sicherheitsfrau kommt auf mich zu, legt mir ihre Hand auf den Arm und der Bann ist gebrochen. Ich lasse Calebs Shirt los und schüttle meine schmerzende Hand aus. Dann kehre ich ihm den Rücken zu und gehe davon. Ein beiges Sweatshirt hängt über den leeren Stuhl im Matthews Labor. Einer der Ärmel berührt den Boden. Ich habe seinen Vorgesetzten noch nie zu Gesicht bekommen. Langsam hege ich den Verdacht, dass Matthew der Einzige ist, der den Laden hier am Laufen hält. Ich setze mich auf das Sweatshirt und mustere meine Fingerknöchel. Von meinem Schlag in Calebs Gesicht ist meine Haut an einigen Stellen aufgerissen und von bläulichen Schrammen überzogen. Es passt irgendwie, dass der Schlag bei uns beiden Spuren hinterlassen hat. So läuft es eben. Als ich gestern Nacht in den Schlafseil zurückkehrte, war Tobias nicht da und ich zu aufgebracht, um zu schlafen. Während ich stundenlang wach lag und zur Decke starrte, beschloss ich, dass ich Nieters Plan zwar nicht unterstützen, aber auch nicht vereiteln will. Die Wahrheit über die Angriffssimulation hat in mir einen solchen Hass auf das Amt entfacht, dass ich sehen will, wie es von innen heraus zerbricht. Matthew erzählt irgendwas und verliert sich in Wissenschaft Skauder Welch. Es fällt mir schwer, ihm zuzuhören. Sie führten einige genetische Analysen durch und das hat auch geklappt, aber vorher mussten wir eine Methode entwickeln, damit sich das Gedächtnispräparat wie ein Virus verhält, erklärt er. Also mit der gleichen Replikationsrate und der Fähigkeit, sich über die Luft auszubreiten. Dann haben wir einen Impfstoff dagegen entwickelt. Seine Wirkung ist zeitlich begrenzt. Sie hält nur etwa 48 Stunden an, aber immerhin. Ich nicke. Also das macht ihr alles, um Experimente in anderen Städten effizienter anlegen zu können? Frage ich. Warum den Bewohnern das Gedächtnisserum spritzen, wenn man es einfach freisetzen kann, damit es sich von selbst ausbreitet? Genau. Er ist ganz aufgeregt, weil ich mich tatsächlich für das, was er sagt, zu interessieren scheine. Außerdem haben wir bei diesem weiterentwickelten Modell die Option, spezielle Teile der Bevölkerung auszuklammern. Sie werden geimpft? Das Virus breitet sich innerhalb von 24 Stunden aus und hat keinerlei Wirkung auf sie. Ich nicke wieder. Bist du okay? fragt Mund, dann stellt er die Tasse weg. Ich habe gehört, dass die Wache dich gestern von jemandem weggezerrt hat. Von meinem Bruder, Caleb. Ah, Matthew hebt eine Augenbraue. Was hat er diesmal getan? Eigentlich gar nichts. Ich zwirble den Ärmel meines Sweatshirts zwischen meinen Fingern. Der Saum ist ganz zerfranzt, der Stoff ausgeleiert. Ich war ohnehin kurz vorm Ausflippen. Er ist mir einfach zum falschen Zeitpunkt in die Quere gekommen. Man sieht Matthew an, welche Frage ihm auf den Lippen liegt, und ich möchte ihm am liebsten alles erklären, alles, was Nita mir gezeigt und erzählt hat. Ich frage mich, ob ich frage ich. Hast du das zufällig von Nita gehört? fragte zurück. Ja, woher weißt du das? Ich habe ihr hin und wieder geholfen, antwortet er. Ich weiß, der ihr den Zugang zum Lagerraum verschafft hat. Hat sie dir noch irgendetwas anderes erzählt? Matthew ist Nitas Informant? Ich starre ihn an. Ich hätte nie gedacht, dass Matthew Nita helfen würde. Matthew, der uns so eifrig den Unterschied zwischen meinen perfekten und Tobias defekten Genen erklärt hat. Ja, von einem Plan, sage ich langsam. Matthew steht auf und kommt näher. Plötzlich ist er seltsam angespannt. Instinktiv weiche ich vor ihm zurück und lehne mich nach hinten. Ist es soweit? fragt er. Weißt du wann? Was ist los? frage ich. Warum sollte jemand wie Nita helfen? Weil dieses ganze Gerede über defekte Gene lächerlich ist, erwidert er. Beantworte meine Frage, davon hängt sehr viel ab. Ja, es ist soweit. Ich weiß nicht genau wann, aber lange kann es nicht mehr dauern. Verfluchter Mist. Matthew vergräbt sein Gesicht in den Händen. Das geht nach hinten los. Wenn du nicht endlich aufhörst in Rätseln zu sprechen, haue ich dir eine runter. Drohe ich und stehe auf. Ich habe Nita geholfen, bis sie mir verraten hat, was sie und die Leute aus der Zone planen, sagt Matthew. Sie wollen ins Waffenlabor und das Gedächtnisserum stehlen, ja, das habe ich mitbekommen. Nein, er schüttet den Kopf. Nein, sie wollen nicht das Gedächtnisserum. Sie haben es auf das Todesserum abgesehen. Es funktioniert so ähnlich wie das Serum der Ken, mit dem sie dich hinrichten wollten. Sie wollen es für Attentate einsetzen und zwar nicht nur einmal. Kurz auf die Sprühdose drücken und das war's. In den falschen Händen löst dieses Serum Chaos und Gewalt aus. Und genau darauf warten die Leute aus der Zone. Ich weiß, was er meint. Ich sehe, wie sich eine Ampulle leert und ein Knopf an einer Sprühdose gedrückt wird. Ich sehe die Leichen der Altruan und der Ken auf den Straßen und Treppen. Ich sehe die kleinen Bruchstücke dieser Welt, an die wir uns geklammert haben, in Flammen aufgehen. Ich dachte, ich würde ihr bei etwas Sinnvollem helfen, sagt Matthew. Wenn ich gewusst hätte, dass ich ihr geholfen habe, einen weiteren Krieg anzuzetteln, hätte ich es nicht getan. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Ich habe es ihm gesagt, murmle ich, mehr zu mir selbst als zu Matthew. Ich habe ihm gesagt, dass sie lügt. Mag sein, dass in unserem Land etwas schief läuft, und es ist nicht richtig, wie wir die GDs behandeln, aber dieses Problem lösen wir nicht, indem wir Menschen töten, sagt er. Komm, wir gehen zu David. Ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist. Ich weiß nichts über dieses Land oder darüber, wie die Dinge hier laufen oder was verändert werden müsste. Aber ich weiß, dass etwas so gefährliches wie das Todesserum in den Händen von Nita und ihren Helfern aus der Zone auch nicht besser aufgehoben ist als im Waffenlabor des Amts. Also folge ich Matthew durch den Haupteingang. Wir gehen mit schnellen Schritten in Richtung Haupteingang, durch den ich dieses Gebäude zum ersten Mal betreten habe. Auf der Höhe des Kontrollpunkts entdecke ich Uriah, der in der Nähe der Skulptur steht. Er winkt mir zu, den Mund zu einer Linie zusammengepresst, denn für ein Lächeln reicht es nicht ganz. Über seinem Kopf bricht sich das Licht im Wassertank, um den langsamen, sinnlosen Kampf des Amts zu symbolisieren. Als ich den Kontrollpunkt hinter mir lasse, sehe ich, wie die Mauer neben Uriah explodiert. Die Flammen sehen aus wie Blüten, die aus einer Knospe schießen. Glassplitter und Metallscherben stäuben aus der Feuerblume. Und mittendrin Uriah, der wie ein lebloses Geschoss durch die Luft geschleudert wird. Ein tiefes Beben geht mir durch und durch. Mein Mund ist offen. Ich schreie seinen Namen, aber das Rauschen in meinen Ohren übertönt meine Stimme. Um mich herum kauern sich alle auf dem Boden und halten die Arme schützend über den Kopf. Nur ich bin auf den Beinen. Mein Blick ist auf das klaffende Loch an der Mauer gerichtet, wo niemand mehr steht. Sekunden später ist alles um mich herum in Aufruhr. zu Uriah. Ein Ellbogen trifft mich in die Seite. Ich verliere das Gleichgewicht und pralle gegen etwas Hartes und Metallisches. Eine Tischkante. Ich rapple mich hoch und wische mir mit dem Ärmel das Blut von der Stirn. Leute rempeln mich an. Ich spüre den Stoff ihrer Kleidung an den Armen und ich sehe nur noch Arme Beine Haare und vor Angst weit aufgerissene Augen und ein Schild über unseren Köpfen auf dem Ausgang steht. Löst den Alarm aus, ruft einer der Wachposten am Kontrollpunkt. Ich ducke mich unter einem Arm hindurch und stolpere zur Seite. Hab ich schon, ruft ein anderer Wachposten. Er funktioniert nicht. Matthew packt mich an der Schulter und brüllt mir ins Ohr. Was tust du da? Das ist die falsche Ich laufe immer schneller, zwänge mich durch Lücken. Matthew rennt hinter mir her. Nein, nicht darüber. Wer auch immer hinter dem Anschlag steckt, ist vermutlich schon längst im Gebäude, stößt er hervor. Zum Waffenlabor, schnell! Das Waffenlabor. Heilige Worte. Ich denke an Uriah, der zwischen Glasscherben und Metallsplittern auf dem Boden liegt. Alles in mir drängt mich zu ihm. aber mir ist klar, dass ich im Moment nichts für ihn tun kann. Wichtiger ist, dass ich meine Erfahrung mit solchen Situationen, mit Angriffen nutze, um Nita und ihre Freunde davon abzuhalten, das Todesserum an sich zu bringen. Matthew hat recht. Das Ganze geht nach hinten los. Matthew übernimmt die Führung und stürzt sich kopfüber in die Menge, fast wie in einen Swimmingpool. Ich versuche, mich nur auf seinen Hinterkopf zu konzentrieren, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren, aber dann bleibt mein Blick an den Gesichtern der entgegenkommenden Menschen hängen, deren Münder und Augen starr vor Entsetzen sind. Für einige Sekunden verliere ich Matthew, bis ich ihn einige Meter weiter entfernt entdecke, gerade als er nach rechts abbiegt. Matthew, rufe ich und drängele mich durch die Menge. Endlich hole ich ihn ein und packe ihn hinten an seinem T-Shirt. Er dreht sich um und ergreift meine Hand. Bist du okay? fragt er, den Blick auf einen Punkt direkt über meine Augenbraue geheftet. In der Aufregung habe ich die Platzwunde fast vergessen. Ich presse den Ärmel darauf und als ich meinen Arm senke, ist der Stoff rot, aber ich nicke. Ich bin okay. Lass uns gehen. Wir rennen Seite an Seite den Gang entlang. Hier ist weniger Gedränge, aber ich sehe auf den ersten Blick, dass wer immer in das Gebäude eingedrungen ist, bereits hier gewesen ist. Auf dem Boden liegen Wachen, einige leben noch, andere sind tot. Neben einem Trinkwasserbrunnen liegt eine Waffe auf dem Boden. Ich löse meine Hand aus Matthews und schlittere darauf zu. Ich greife nach der Waffe und halte sie Matthew hin. Er schüttet den Kopf. Ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehalten. Um Himmels Willen! Ich lege den Finger an den Abzug. Diese Waffe ist anders als die jenigen, die wir in der Stadt hatten. Das Magazin lässt sich nicht zur Seite drehen. Der Abzug ist leichter zu spannen und der Lauf liegt anders in der Hand. Deshalb fällt es mir leichter, die Waffe zu halten. Sie weckt nicht dieselben Erinnerungen. Matthew ringt nach Luft. Auch ich atme schwer, allerdings nehme ich das kaum noch wahr, so oft wie ich schon durch Angriffe und Chaos sprinten musste. Der nächste Flur ist menschenleer. Bis auf eine gefallene Soldatin. Sie liegt reglos auf dem Boden. Nicht mehr weit, keucht er. Ich lege einen Finger auf die Lippen, damit er still ist. Wir verlangsamen unsere Schritte und ich schließe die Finger fester um die Waffe, damit sie nicht aus meinem verschwitzten Griff gleitet. Ich weiß weder, wie viele Kugeln im Magazin sind, noch wie ich das herausfinden kann. Als wir an der Soldatum vorbeikommen, bleibe ich kurz stehen und suche nach ihrer Waffe. Ich finde eine Pistole unter ihrer Hüfte, wo die Frau auf ihr Handgelenk gefallen ist. Matthew starrt wie gebannt auf die Tote, während ich ihre Waffe nehme. Hey, sage ich leise, bleib einfach nur in Bewegung. Lauf jetzt, denke später. Ich stoße ihn mit dem Ellbogen an und übernehme die Führung. Hier sind etwas weiter vorne höre ich Stimmen. Jetzt weiß ich auch ohne Matthews gewisperte Anleitung, wo es lang geht. Als wir den Punkt erreichen, wo der Gang in den nächsten mündet, presse ich mich flach gegen die Wand, gehe vorsichtig in Deckung und spähe um die Ecke. Vor uns sind doppelwandige Glastüren, die so schwer und massiv wirken wie Metalltüren. Sie stehen weit offen. dahinter ist ein enger Durchgang zu sehen und drei Gestalten in schwarz. Sie tragen schwere Kleidung und Waffen, die so groß sind, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich sie überhaupt halten könnte. Ihre Gesichter sind von schwarzem Stoff verdeckt, nur die Augen sind ausgespart. David kniet vor der Doppeltür. Ich sehe den Waffenlauf an seiner Schläfe und das rote Blut, das ihm über das Kinn rinnt. Zwischen den Eindringlingen steht ein maskiertes Mädchen mit dunklem Pferdeschwanz. Lass uns rein, David, sagt Nita. Die Maske verzerrt ihre Stimme. Davids Augen wandern träge zur Seite, zu dem Mann, der die Waffe auf ihn richtet. Du wirst mich nicht erschießen, sagt er. Ihr wollt das Serum und ich bin der Einzige, der weiß, wie man hier reinkommt. Es muss ja kein Kopfschuss sein, antwortet der Mann. Es gibt noch andere Stellen. Der Mann und Nita sehen sich kurz an. Dann richtet er die Waffe auf Davids Füße und feuert. Ich schließe die Augen, als Davids Schreie durch den Flur hallen. Er ist zwar einer derjenigen, die Janine Matthews das Serum für die Angriffssimulation verschafft haben, aber seine Schmerzensschreie gehen mir trotzdem durch und durch. Ich starre auf die Waffen, die ich bei mir trage, eine in jeder Hand. Meine Finger schimmern bleich auf den schwarzen Abzügen. Ich stelle mir vor, wie ich meine wuchernden Gedanken stutze und mich nur auf diesen Ort konzentriere, nur auf das Hier und Jetzt. Ich beuge mich ganz nah zu Matthew und murmele ihm ins Ohr. Hol Hilfe. Schnell. Matthew nickt und eilt davon. Eines muss man ihm lassen. Er bewegt sich schnell und lautlos. Am Ende des Gangs schaut er sich noch einmal nach mir um. Dann verschwindet er um die Ecke. Ich bin diesen Scheiß Leid, sagt die rothaarige Frau. Spreng endlich die Tür. Nein, eine Explosion aktiviert eine besondere Sicherheitsmaßnahme, sagt Nita. Wir brauchen den Code. Ich spähe wieder um die Ecke und diesmal fange ich Davids Blick auf. Sein Gesicht ist bleich und glänzt von Schweiß und neben seinem Knöchel breitet sich eine Blutlache aus. Die Aufmerksamkeit der anderen ist auf Nita gerichtet, die eine schwarze Schachtel aus ihrer Tasche nimmt, in der sich eine Spritze und eine Nadel befinden. Hast du nicht gesagt, das Zeug funktioniert bei ihm nicht? fragt der Mann mit der Waffe. Ich habe nur gesagt, dass er ihm widerstehen kann. Nicht, dass es gar nicht funktioniert, erwidert sie. David, das ist eine hochwirksame Mischung aus Wahrheitsserum und Angstserum. Ich werde es dir spritzen, wenn du uns den Code nicht verrätst. Ich weiß, dass es nur an deinen Genen liegt, Nita, sagt David Matt. Wenn du jetzt aufhörst, kann ich dir helfen. Ich kann... Nita lächelt verzerrt, stößt ihm genüsslich die Nadel in den Hals und drückt den Kolben. David fällt vorn über, ein Zittern durchläuft ihn, dann ein weiteres. Er reißt die Augen weit auf und schreit, starrt in die Luft. Ich weiß, was er sieht, weil ich es selbst gesehen habe, im Hauptquartier der Ken unter dem Einfluss des Angstserums. Ich habe am eigenen David sagt sie drängend. Ich kann dafür sorgen, dass es aufhört, aber dazu musst du uns sagen, wie wir in den Raum kommen. Hörst du mich? Er keucht und seine Augen sind nicht auf sie fokussiert, sondern auf etwas über ihrer Schulter. Tu es nicht, ruft er und macht einen Satz nach vorn, auf irgendein Phantom zu, dass das Serum ihm vorgaukelt. Nita schüttelt ihn. Ich werde sie davon abhalten, es zu tun, wenn du mir sagst, wie wir reinkommen. Sie ruft David und Tränen glänzen in seinen Augen. Der der Name wessen Name? Uns läuft die Zeit davon, sagt der Mann, der die Waffe auf David gerichtet hält. Entweder er gibt uns das Serum oder wir legen ihn um. Sie wiederholt David, streckt den damit auf mich. Ich bleibe in Deckung, schiebe nur beide Arme um die Ecke und schieße zweimal. Die erste Kugel trifft die Wand, die zweite Kugel trifft den Mann am Arm. Seine riesige Waffe fällt scheppernd zu Boden, die rothaarige Frau richtet ihre Waffe auf mich oder auf das, was sie von mir sehen kann und Nita schreit Nicht schießen! Triss, sagt Nita, du antworte ich und schieße erneut. Diesmal ist meine Hand ruhiger und ich ziele besser. Ich treffe Nita an der Seite direkt über der Hüfte. Sie schreit in ihrer Maske und hält sich die Wunde. Langsam sinkt sie auf die Knie. Ihre Hände sind blutig. Mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelt David auf mich zu, das Gewicht auf sein unverletztes Bein verlagert. Ich schlinge die Arme um seine Taille und drehe ihn, sodass er zwischen mir und den Eindringlingen steht. Dann halte ich ihm meine Waffe an den Hinterkopf. Keiner rührt sich. Ich spüre meinen Herzschlag in der Kehle, in den Händen, hinter den Augen. Schießt und ich verpasse ihm eine Kugel, drohe ich. Du würdest deinen eigenen Anführer nicht töten, sagt die Rothaarige. Er ist nicht mein Anführer. Es ist mir egal, ob er lebt oder stirbt, sage ich. Aber wenn ihr glaubt, ich würde zulassen, dass ihr das Todesserum in die Finger bekommt, habt ihr euch gründlich getäuscht. Ich gehe langsam rückwärts, während David unter dem Einfluss des Serum-Cocktails vor sich hin wimmert. Geduckt wende ich Sie trifft David direkt über dem Knie. Diesmal ist es das andere Bein. Mit einem Aufschrei bricht er zusammen und ich stehe ungeschützt da. Ich lasse mich fallen, schlage mir am Boden die Ellbogen auf, als eine Kugel an mir vorbeizischt. Das Geräusch vibriert in meinem Kopf. Mein linker Arm wird ganz heiß. Da ist Blut. Ich scharre mit den Füßen, um Ecke, während ein heftiger Schmerz durch meinen linken Arm schießt. Ich höre schnelle Schritte und lautes Stöhnen. Aber die Schritte sind nicht hinter mir, sondern vor mir. Menschen stehen um mich herum, darunter auch Matthew. Einige helfen David auf und laufen mit ihm den Flur entlang. Matthew streckt die Hand nach mir aus. Meine Ohren klingeln. Ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Das Krankenhaus ist voller Menschen, die schreien oder hin und herrennen oder hektisch die Vorhänge zu ziehen. Bevor ich mich hingesetzt habe, habe ich in allen Betten nachgesehen, ob Tobias irgendwo liegt, doch ich habe ihn nicht gefunden. Ich zittere immer noch für Erleichterung. Uriah ist ebenfalls nicht hier. Er ist in einem anderen Zimmer, dessen Tür geschlossen ist. Kein gutes Zeichen. Die Krankenschwester, die meinen Arm mit einem Antiseptikum betupft, sieht nicht meine Wunde an, sondern beobachtet das Treiben um uns herum. Man hat mir gesagt, es sei nur ein Kratzer. Kein Grund zur Sorge. Ich kann warten, wenn andere Dinge zu tun sind, sage ich. Ich bin ohnehin auf der Suche nach jemandem. Sie presst die Lippen zusammen, dann sagt sie, das muss genäht werden. Es ist nur ein Kratzer. Nicht der Arm, die Stirn, sagt sie und zeigt auf eine Stelle über meinem Auge. In all dem Tumult habe ich die Platzwunde fast vergessen, aber sie blutet immer noch. Na schön. Ich werde dir ein Betäubungsmittel geben, erklärt sie und hält eine Spritze hoch. Ich bin so an Nadeln gewöhnt, dass ich nicht einmal mit der Wimperzucke. Sie tupft Antiseptikum auf meine Stirn. Sie sind hier sehr vorsichtig, was Keime betrifft, und ich spüre den Stich und das Kribbeln der Nadel, das aber innerhalb von Sekunden nachlässt, als die Wirkung des Betäubungsmittels einsetzt. Während sie meine Wunde näht, beobachte ich die vorbeieilenden Menschen. Ein Arzt zieht blutbefleckte Gummihandschuhe aus. Ein Krankenpfleger trägt ein Tablett mit Gase. Seine Schuhe rutschen fast auf den Fliesen aus. Das Familienmitglied eines Verletzten ringt die Hände. Die Luft riecht nach Chemikalien und altem Papier und warmen Körpern. Irgendwas Neues von David? frage ich. Er wird überleben, aber es wird lange dauern, bis er wieder gehen kann, sagt sie. Ihr zusammengekniffener Mund entspannt sich, aber nur für einige Sekunden. Hätte erheblich schlimmer ausgehen können, wenn du nicht da gewesen wärst. So, das war's. Ich nicke. Gerne würde ich ihr sagen, dass ich keine Heldin bin, dass ich ihn als Schutzschild benutzt habe, wie eine Mauer aus Fleisch und Blut. Ich würde ihr gestehen, dass ich das Amt aus tiefstem Herzen hasse und auch David und dass ich es in Kauf nehmen würde, dass ein anderer mit Kugeln durchlöchert wird, nur um mich selbst zu retten. Meine Eltern würden sich für mich schämen. Sie legt einen Verband über die Stiche, um die Wunde zu schützen und sammelt die Verpackungsfolie und die durchweichte Baumwolle ein, um sie wegzuwerfen. Bevor ich mich bei ihr bedanken kann, ist sie fort, beim nächsten Bett, beim nächsten Patienten, bei der nächsten Verletzung. Verletzte Menschen säumen den Flur vor der Notaufnahme. Soweit ich gehört habe, gab es offenbar nicht nur eine, sondern gleich zwei Explosionen. Beide waren Ablenkungsmanöver. Unsere Angreifer sind durch den unterirdischen Tunnel gekommen, wie Nita es geplant hatte. Dass sie Löcher in die Wände sprengen, hat sie nicht erwähnt. Die Türen am Ende des Flurs schwingen auf und mehrere Menschen eilen herein. Sie tragen eine junge Frau, Nita. Sie legen sie auf eine Pritsche an der Wand. Sie stöhnt und umklammert einen Packen Gase, der auf die Wunde gepresst ist. Irgendwie berührt mich ihr Schmerz nicht wirklich. Ich habe auf sie geschossen. Ich musste es tun. Damit ist der Fall erledigt. sitzen tragen grün. Mit wenigen Ausnahmen gehören sie alle zum Wartungspersonal. Sie halten sich blutender Arme oder Beine oder Köpfe, die meistens sind ungefähr so schwer verletzt wie ich. Manche von ihnen hat es aber auch schlimmer erwischt. Ich betrachte mein Spiegelbild in den Fenstern am Ende des Hauptflors. Mein Haar ist strähnig und schlaff und der Verband verdeckt einen Großteil meiner Stirn. Meine Kleider sind mit meinem und Davids Blut verschmiert. Ich muss duschen und mich umziehen, aber zuerst will ich Tobias und Christina sprechen. Seit dem Beginn des Angriffs habe ich keinen von beiden gesehen. Christina entdecke ich sofort. Sie sitzt im Wartezimmer der Notaufnahme und ihre Knie zittern so heftig, dass die Person neben ihr sie verärgert anstarrt. Christina hebt die Hand, als sie mich sieht, aber ihr Blick schweift zur Tür. Bist du in Ordnung? fragt sie mich. Ja, sage ich. Es gibt immer noch nichts Neues von Uriah. Sie haben mich nicht zu ihm gelassen. Diese Leute machen mich verrückt, weißt du, sagt sie. Sie wollen einem nichts sagen. Sie erlauben uns nicht zu ihm zu gehen. Sie tun so, als gehörte er ihnen und als könnten sie mit ihm machen, was sie wollen. Sie arbeiten hier anders. Bestimmt geben sie dir Bescheid, wenn sie etwas wissen. Dir würden sie Bescheid geben, sagt sie finster. Mich werden sie vermutlich keines zweiten Blickes würdigen. Vor einigen Tagen hätte ich ihr widersprochen. Aber damals wusste ich noch nicht, welche Konsequenzen und welche Bedeutung Gendefekte haben können. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wie ich mit ihr reden soll. Jetzt, da ich zu dem Begünstigten gehöre und sie nicht und wir nichts dagegen unternehmen können. Ich kann nur für sie da sein, mehr nicht. Ich muss mit Tobias reden, aber dann komme ich zurück und bleibe bei dir, okay? Endlich sieht sie mich an und ihre Knie hören aufzubeben. Sie haben es dir nicht erzählt? Mein Magen krampft sich zusammen. Mir was erzählt? Tobias ist verhaftet worden, sagt sie leise. Auf dem Weg hierher habe ich ihn bei den Angreifern sitzen sehen. Einige Leute haben ihn unmittelbar vor dem Angriff im Kontrollraum gesehen und sie behaupten, er habe das Alarmsystem lahm gelegt. Ihr Blick ist traurig und voller Mitleid. Wo sind sie? frage ich. Ich muss mit ihm reden und meine Handgelenke brennen von dem Kabelbinder, mit dem der Wachposten sie gefesselt hat. Ich taste mit den Fingerspitzen mein Kinn ab, um herauszufinden, ob es blutet. Alles in Ordnung? fragt Reggie. Ich nicke. Ich habe schon schlimmere Verletzungen gehabt und härtere Treffer abgekriegt als den Schlag des Soldaten. Der mir bei meiner Verhaftung den Knauf seiner Waffe gegen das Kinn gerammt hat. Seine Augen waren wild vor Zorn gewesen, als er es tat. Mary und Raffi sitzen einige Schritte entfernt. Raffi presst eine Handvoll Gase auf seinen blutenden Arm. Eine Aufpasserin steht zwischen uns, hält uns voneinander fern. Als ich zu ihnen hinüber sehe, blickt Raffi mich an und nickt, als wolle er sagen, gut gemacht. Wenn ich es gut gemacht habe, warum ist mir dann Spei übel? Hört zu, murmelt Reggie und rutscht näher an mich heran. Nita und ihre Zonenleute werden die Schuld auf sich nehmen. Es wird alles gut. Ich nicke wieder, wenn auch ohne Überzeugung. Wir hatten einen Plan B für unsere mögliche Verhaftung. Was das angeht, mache ich mir keine Sorgen. Mir macht Sorgen, wie lange es gedauert hat, bis sich überhaupt jemand mit uns befasst hat, und wie flüchtig. Seit sie die Eindringlinge vor mehr als einer Stunde geschnappt haben, sitzen wir hier, und bisher ist niemand gekommen, um uns mitzuteilen, was mit uns geschehen wird, oder um uns irgendwelche Fragen zu stellen, und Nita ist auch nirgendwo zu sehen. Wenn ich daran denke, habe ich einen sauren Geschmack im Mund. Was immer wir getan haben, es hat sie tief erschüttert, und es gibt nichts, was so sehr erschüttert, wie der Verlust von Menschenleben. Wie viele habe ich auf dem Gewissen, weil ich diese Sache unterstützt habe? Nita hat mir erzählt, dass sie das Gedächtnis serum stehlen würden, sage ich zu Reggie und habe Angst davor, ihn anzusehen. Stimmt das? Reggie mustert unsere Bewacherin, die einige Schritte entfernt steht. Wir sind bereits einmal dafür angebrüllt worden, dass wir uns unterhalten haben. Ich kenne die Antwort auch so. Es stimmt also nicht, sage ich. Triss hatte recht. Nita hat gelogen. Hey! Die Wachfrau kommt auf uns zu und schiebt den Lauf ihres Gewehres zwischen uns. Auseinander! Gespräche sind nicht gestattet. Reggie rutscht ein Stück nach rechts und ich sehe die Frau an. Was ist los? frage ich. Was ist passiert? Oh, als ob du das nicht selbst wüsstest, antwortet sie. Jetzt halt den Mund. Ich schaue ihr nach, als sie davon geht. Und dann sehe ich ein zierliches blondes Mädchen am Ende des Flurs. Triss. Sie hat einen breiten Verband über der Stirn und an ihren Kleidern blutige Handabdrücke. Sie hält ein Stück Papier in der Faust. Hey, blafft die Wache. Was machst du hier? Shelley, mischt sich der andere Wachposten ein und kommt herbeigelaufen. Immer mit der Ruhe, das ist das Mädchen, das David gerettet hat. Das Mädchen, das David gerettet hat? Und wovor? Oh, Shelley lässt ihre Waffe sinken. Es ist trotzdem eine berechtigte Frage. Sie haben mich gebeten, euch auf den neuesten Stand zu bringen, sagt Triss und hält Shelley das Stück Papier hin. David ist auf der Krankenstation. Er wird überleben, aber sie sind sich nicht sicher, wann er wieder laufen kann. Die meisten anderen Verletzten sind inzwischen versorgt. Der saure Geschmack in meinem Mund nimmt zu. David kann nicht laufen. Und die ganze Zeit waren sie damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen. So viel Zerstörung. Und wofür? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Wahrheit nicht. Was habe ich getan? Gibt es schon Opferzahlen? erkundigt Shelley sich. Noch nicht, antwortet Triss. Danke, dass du uns Bescheid gegeben hast. Hör zu, Triss verlagert das Gewicht auf einen Fuß. Ich muss mit ihm reden. Sie nickt in meine Richtung. Wir können wirklich nicht, beginnt Shelley. Nur für eine Sekunde versprochen, sagt Triss. Bitte. Lass sie, mischt sich der andere Wachposten ein. Was soll es schon schaden? Na schön, sagt Shelley und nickt mir zu. Zwei Minuten, mehr nicht. Da meine Hände immer noch gefesselt sind, stütze ich mich mit dem Rücken an der Wand ab, um aufzustehen. Triss kommt zwar näher, bleibt aber in sicherer Entfernung stehen. Der Abstand zwischen uns und ihre vor der Brust verschränkten Arme bilden eine Barriere, als würde sie eine Mauer zwischen uns aufziehen. Sie richtet den Blick auf irgendeinen Punkt unterhalb meiner Augen. Triss, ich. Willst du wissen, was seine Freunde getan haben? fragt sie. Ihre Stimme zittert, aber ich weiß, dass dies kein Zeichen von Tränen ist. Ihre Stimme zittert vor Zorn. Sie waren gar nicht auf das Gedächtnisserum aus. Sie wollten das Gift, das Todesserum, damit sie möglichst viele wichtige Regierungsleute töten und einen Krieg anzetteln können. Ich blicke auf meine Hände, auf die Kacheln, auf die Spitzen ihrer Schuhe. Ein Krieg. Ich wusste nicht. Ich hatte Recht. Ich hatte Recht und du hast nicht zugehört. Wieder einmal, sagt sie leise. Ihre Augen fixieren mich und ich stelle fest, dass ich den herbeigesehnten Blickkontakt nicht will. Uriah stand direkt neben einer Sprengladung. Er ist ohne Bewusstsein und es ist noch nicht je wieder aufwachen wird. Seltsam, wie sich ein Wort, ein Begriff, einen Satz anfühlen können, wie ein Schlag auf den Kopf. Was? Ich sehe Uriahs Gesicht vor mir, als er nach der Zeremonie der Bestimmung um Netz aufschlug. Sein triumphierendes Lächeln, als Sieg und ich ihn danach auf die Plattform zogen. Uriah beim Tätowieren, sein Ohr nach vorn geklappt, damit das Tori nicht in die Quere kam, während sie eine Schlange auf seiner Haut zeichnet. Uriah, nie wieder bei wachem Bewusstsein? Uriah fort für immer? Und ich habe es versprochen. Ich habe Sieg versprochen, auf ihn aufzupassen. Ich habe es versprochen. Er ist einer der wenigen Freunde, die ich noch habe. Ihre Stimme bricht. Ich weiß nicht, ob sie dreht sich um und geht weg. Ich höre Shellys gedämpfte Stimme, die mir befiehlt, mich zu setzen. Die Handgelenke auf die Oberschenkel gestützt, sinke ich auf die Knie. Ich kämpfe darum, dem Grauen zu entfliehen, dem Entsetzen über das, was ich getan habe. Aber es gibt keine raffinierte Logik, die mich erlösen kann. Es gibt keinen Ausweg. Ich schlage die Hände vors Gesicht und versuche, nicht zu denken. Die Deckenlampe im Verhörraum wirft einen verschwommenen Kreis auf die Mitte des Tisches. Dorthin richte ich den Blick, während ich die Geschichte herunterbete, die Niete mir eingetrichtert hat, und die der Wahrheit so nahe kommt, dass ich keine Probleme habe, sie zu erzählen. Als ich fertig bin, tippt der Mann, der alles mitschreibt, meinen letzten Satz ein. Der kleine Bildschirm wird jedes Mal hell, wenn seine Finger ihn berühren. Dann sagt Angela, Davids Stellvertreterin, du hast also nicht gewusst, warum Juanita dich gebeten hat, das Sicherheitssystem außer Kraft zu setzen. Nein, bestätige ich wahrheitsgemäß. Ich wusste den Grund wirklich nicht. Ich kannte nur eine Lüge. Sie haben alle anderen unter Wahrheitsserum gesetzt, nur mich nicht. Die genetische Anomalie, die dazu führt, dass ich während Simulationen bei Bewusstsein bleibe, legt auch die Vermutung nahe, dass ich resistent gegen Seren sein könnte. Daher wäre meine Aussage unter dem Einfluss des Wahrheitsserums nicht verlässlich genug. Solange meine Geschichte zu den Aussagen der anderen passt, wird sie nicht angezweifelt. Die Leute hier wissen ja Impfserum versorgt. Wie hat sie dich dazu gezwungen, es zu tun? Sie sind Freunde, antworte ich. Sie ist, war eine der wenigen Freunde, die ich je hatte. Sie hat mich gebeten, ihr zu vertrauen und mir versichert, dass es um eine gute Sache geht. Also habe ich es getan. Und wie denkst du jetzt darüber? Ich sehe sie endlich an. Ich habe noch nie im Leben etwas so sehr bereut. Angelas harte glänzende Augen werden ein wenig weicher. Sie nickt. Nun, deine Geschichte passt zu dem, was die anderen uns erzählt haben. Angesichts der Tatsache, dass du neu in dieser Gemeinschaft bist und angesichts deiner Unkenntnis des Masterplans und deiner genetischen Unzulänglichkeit sind wir geneigt, nachsichtig zu sein. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Du musst zum Wohl dieser Gemeinschaft arbeiten und dich von deiner besten Seite zeigen, und zwar ein Jahr lang. Es wird dir nicht gestattet sein, irgendwelche privaten Laboratorien oder Räume zu betreten. Du wirst dieses Gelände nicht ohne Erlaubnis verlassen. Du wirst dich jeden Monat bei einem Bewährungshelfer melden, der dir beim Abschluss unseres Verfahrens zugewiesen wird. Verstehst du diese Bedingungen? Während die Worte genetische Unzulänglichkeit in meinem Kopf herumspuken, nicke ich und sage, ja. Dann sind wir hier fertig. Es steht dir frei zu gehen. Sie erhebt sich und schiebt ihren Stuhl zurück. Der Schriftführer steht ebenfalls auf und verstaut den kleinen Bildschirm in seiner Tasche. Angela tippt kurz auf den Tisch und fordert meine Aufmerksamkeit ein. Ich blicke sie an. Sei nicht so hart zu dir, sagt sie. Du bist sehr jung, weißt du? Ich denke nicht, dass meine Jugend das entschuldigt, aber ich nehme ihren Versuch, freundlich zu sein, ohne Einwände hin. Darf ich fragen, was mit Nita passiert? Angela press die Lippen zusammen. Sobald sie sich von ihren beträchtlichen Verletzungen erholt hat, wird man sie in unser Gefängnis überführen, wo sie sie. Sie wird nicht hingerichtet? Nein, wir halten nichts von Todesstrafen für die genetisch Beschädigten. Angela geht zur Tür. Wir können für sie nicht die gleichen Verhaltensmaßstäbe ansetzen, wie für Menschen mit Reinen gehen. Mit einem traurigen Lächeln verlässt sie den Raum und schließt die Tür nicht hinter sich. Ich bleibe für einige Sekunden auf meinem Stuhl sitzen und lasse ihre Worte, die sich wie ein Stachel in mich graben, auf mich wirken. Ich habe so sehr gehofft, dass sie sich bei mir irren, dass ich nicht durch meine Gene eingeschränkt bin, dass ich ebenso wenig beschädigt bin wie jede andere. Aber wie soll das möglich sein, wenn meine Taten dazu geführt haben, dass Uriah im Krankenhaus liegt, Triss mir nicht mal mehr in die Augen sehen kann und so viele Menschen gestorben sind. Ich schlage die Hände vors Gesicht und presse die Zähne zusammen. Die Tränen fallen und die Welle der Verzweiflung trifft mich wie eine Faust. Als ich aufstehe, um hinauszugehen, sind die Ärmel, mit denen ich mir die Wangen abgewischt habe, feucht und mein Kiel warst du schon drin? Kara steht neben mir, die Arme vor der Brust verschränkt. Gestern ist Uriah von seinem abgeschotteten Raum in ein Zimmer mit Blickfenster verlegt worden, vermutlich um zu verhindern, dass wir ständig darum bitten, ihn sehen zu dürfen. Christina sitzt jetzt an seinem Bett und hält seine schlaffe Hand. Ich hatte mir vorgestellt, dass er aussehe wie eine aufgetrennte Stoffpuppe, die in Fetzen fällt, aber abgesehen von den Verbänden und Kratzern sieht er gar nicht so anders aus als sonst. Eher so, als könne er jeden Moment aufwachen, lächeln und fragen, warum wir ihn alle anstarren. Ich war gestern Nacht bei ihm, sage ich. Es schien mir nicht richtig, ihn allein zu lassen. Es gibt Hinweise darauf, dass er je nach Ausmaß seiner Gehirnverletzung bis zu einem gewissen Grad hören und fühlen kann, sagt Kara, obwohl man mir einfach nur Ohrfeigen, als wüsste ich nicht selbst, dass Uriahs Genesung unwahrscheinlich ist. Ja, schon klar. Nach meinem Besuch an Uriahs Krankenbett bin ich spätabends ziellos über das Gelände gewandert. Ich hätte an meinen Freund denken sollen und an das, was ihm bevorsteht. Stattdessen habe ich darüber nachgedacht, was ich zu Tobias gesagt habe und daran, wie ich mich gefühlt habe, als ich ihn angesehen habe und etwas in mir zerbrach. Ich habe ihm nicht gesagt, dass es das Ende unserer Beziehung ist. Ich wollte es tun, aber ich habe es nicht geschafft. Ich spüre, wie Tränen in meine Augen schießen, was seit gestern andauernd passiert. Ich wische sie weg und schlucke sie herunter. Du hast also das Amt gerettet, sagt Cara und dreht sich zu mir. Du scheinst von einem Konflikt in den nächsten zu stolpern. So wie es aussieht, können wir alle froh sein, dass du in all dem Chaos die Ruhe bewahrst. Ich habe das Amt nicht gerettet. Ich habe kein Interesse daran, es zu retten, widerspreche ich ihr. Ich habe dafür gesorgt, dass eine gefährliche Waffe nicht in die falschen Hände gerät. Das ist alles. Ich warte einen Herzschlag ab. Hast du mir gerade ein Kompliment gemacht? Ich bin sehr wohl dazu in der Lage, die Stärken eines anderen zu erkennen. Cara lächelt. Außerdem denke ich, dass unsere Probleme gelöst sind, sowohl auf einer logischen als auch auf einer emotionalen Ebene. Sie räuspert sich, und ich überlege, ob ihr Unbehagen davon kommt, dass sie sich endlich Gefühle zugesteht, oder ob es einen anderen Grund dafür gibt. Kann es sein, dass du etwas über das Amt weißt und du deshalb wütend bist? Ich frage mich, ob du es mir erzählen würdest. Christina legt den Kopf an die Kante von Uriahs Matratze und schmiegt ihren schlanken Körper neben seinen. Ich sage trocken. Das frage ich mich auch. Wir werden es vielleicht nie erfahren. wie immer, wenn sie die Stirn runzelt. Und in diesem Moment ähnelt sie Will so sehr, dass ich den Blick abwenden muss. Vielleicht sollte ich bitte sagen? Schön, du kennst Janines Simulationsserum. Aber es ist gar nicht ihres. Ich seufze. Komm, ich zeige es dir. Das ist am einfachsten. Genauso einfach wäre es, ihr zu erzählen, was ich in dem alten Lagerraum gesehen habe. Aber um ehrlich zu sein, damit ich nicht an Uriah denken muss. Oder an Tobias. Die ganzen Täuschungsmanöver nehmen wohl nie ein Ende, sagt Cara auf unserem Weg zum Lagerraum. Die Fraktionen, Edith Pryors Video, alles Lügen, die uns dazu bringen sollen, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu benehmen. Ist das deine ehrliche Meinung zu den Fraktionen? frage ich. Ich habe dich immer für eine absolut überzeugte kennengehalten. Das war ich auch. Sie kratzt sich am Nacken. Ihre Fingernägel hinterlassen kleine rote Linien auf der Haut. Aber das Amt hat mir das Gefühl gegeben, eine Nerrin zu sein, weil ich für all das gekämpft habe, wofür die Fraktionen und die Getreuen stehen. Und ich will mich nicht wie eine Närrin fühlen. Also hat es sich in deinen Augen nicht gelohnt? frage ich. die Sache mit den Getreuen. Was denkst du? Es hat uns immerhin aus der Stadt gebracht, antworte ich. Und es hat uns die Wahrheit gebracht. Und es war besser als die fraktionslose Gemeinschaft, die Evelyn im Sinn hat, wo niemand mehr eine Wahl hat. Vermutlich ist das so, sagt sie. Und ich bin stolz darauf, mich zu denjenigen zählen zu können, die die Dinge durchschauen, das Fraktionssystem eingeschlossen. Du weißt, was die Altruan über Stolz sagen. Etwas Abwertendes nehme ich an. Ich lache. Natürlich. Sie sagen, Stolz mache Menschen blind, das zu erkennen, was sie wirklich sind. Wir erreichen die Tür zu den Laboratorien und ich klöpfe mehrmals an, damit Matthew mich hört und uns herein lässt. Während ich darauf warte, dass er die Tür öffnet, wirft Cara mir einen seltsamen Blick zu. Die alten Kennschriften sagen mehr oder weniger das Gleiche, stellt sie fest. Ich hatte nie gedacht, dass Ken sich über Stolz Gedanken machen, dass sie sich überhaupt Gedanken über Moral machen. Anscheinend habe ich mich geirrt. Gerade als ich Cara dazu etwas fragen will, geht die Tür auf. Matthew steht im Flur und kaut an einem Apfelkern Gehäuse. Lässt du mich in den Lagerraum, bitte ich ihn. Ich muss Cara etwas zeigen. Er beißt das Ende des Kern Gehäuses ab und nickt. Natürlich. Ich zucke zusammen, als ich mir den bitteren Geschmack von Apfelkernen vorstelle. Ich kann nicht zurück zu den anklagenden Blicken und den unausgesprochenen Fragen, die mich im Schlafsaal erwarten. Ich weiß, dass ich auch nicht an den Schauplatz meines großen Verbrechens zurückkehren sollte, selbst wenn der Kontrollraum nicht zu den Sicherheitsbereichen gehört, die ich nicht betreten darf. Aber ich habe das Gefühl, einen Blick auf die Stadt werfen zu müssen, um mir ins Gedächtnis zu rufen, dass es eine Welt gibt da draußen. Eine Welt, in der man mich nicht hasst. Ich gehe zum Kontrollraum und setze mich auf einen der Stühle. Jeder Monitor über mir zeigt einen anderen Ausschnitt Pavillon, draußen vor dem Hancock Building. Eine Weile beobachte ich die Menschen, die im Hauptquartier der Kennen auf und ablaufen. Sie tragen die Binden der Fraktionslosen an den Armen und Waffen an den Hüften und wechseln hastig Worte oder reichen sich Dosen mit ihrem Abendessen, eine alte Angewohnheit von ihnen. Dann höre ich, wie jemand an den Pulten im Kontrollraum zu einem Kollegen sagt, da ist er. Ich lasse meinen Blick über die Bildschirme schweifen, um herauszufinden, wovon die Rede ist. Da sehe ich ihn, auf dem Monitor für das Hancock Building. Marcus steht vor der Eingangstür und blickt auf seine Uhr. Ich stehe auf und tippe mit dem Zeigefinger an den Bildschirm, um den Ton einzuschalten. Für einen Moment dringt nur das Rauschen des Windes durch die Lautsprecher. Doch dann höre ich Schritte. Johanna Reyes kommt auf meinen Vater zu. Er reicht ihr die Hand, aber Johanna ergreift sie nicht, sondern lässt ihn mit ausgestrecktem Arm dastehen. Diesen Köder hat sie nicht geschluckt. Ich wusste, dass du in der Stadt geblieben bist, stellt sie fest. Sie suchen dich überall. Ein paar Leute, die im Kontrollraum hin- und hergelaufen sind, versammeln sich jetzt hinter mir, um ebenfalls zuzuschauen. Ich nehme sie kaum wahr. Stattdessen beobachte ich, wie mein Vater seinen Arm mit geballter Faust zurückzieht. Habe ich etwas getan, das dich gekränkt hat? fragt Marcus. Ich habe mich an dich gewandt, weil ich dich für eine Freundin gehalten habe. Und ich dachte, du hättest dich an mich gewandt, weil du weißt, dass ich noch immer die Anführerin der Getreuen bin und du eine Verbündete brauchst, antwortet Johanna. Eine Haarsträhne fällt über ihr vernarbtes Auge, als sie den Kopf zur Seite neigt. Und je nachdem, was du willst, bin ich das noch immer Marcus, aber unsere Freundschaft ist vorüber. Marcus zieht die Augenbrauen zusammen. Mein Vater hat das Aussehen eines Mannes, der früher einmal attraktiv war, aber inzwischen gealtert ist. Seine Wangen sind eingefallen, seine Züge hart und kantig. Auch seine Haare, die nach Art der Altruan kurz geschoren sind, machen es nicht gerade besser. Ich verstehe nicht, sagt Marcus. Ich habe mit einigen meiner Kandor-Freunden gesprochen, erwidert Johanna. Sie haben mir erzählt, was dein Sohn unter Einfluss des Wahrheitsserums ausgesagt hat. Dieses abscheuliche Gerücht, das Janine Matthews über dich und deinen Sohn in Umlauf gebracht hat. Es ist die Wahrheit, oder? Mein Gesicht fühlt sich heiß an. Ich schrumpfe in mich selbst zusammen und meine Schultern sacken nach vorne. Marcus schüttet den Kopf. Nein, Tobias ist. Johanna hebt die Hand. Sie spricht mit geschlossenen Augen, Bitte. Mir ist nicht entgangen, wie dein Sohn sich verhält, wie deine Frau sich verhält. Ich weiß, wie Menschen aussehen, die von Gewalt gezeichnet sind. Sie streicht sich das Haar hinters Ohr. Wir erkennen unseres Gleichen. Du kannst unmöglich glauben, fängt Marcus an und schüttet den Kopf. Ich lege Wert auf Disziplin, ja, aber ich wollte immer nur das Beste. Ein Ehemann sollte seine Frau nicht bestrafen, schneidet Johanna ihm das Wort ab. Nicht einmal bei den Altruern. Und was deinen Sohn betrifft, das traue ich dir durchaus zu. Johanna fährt flüchtig über die Narbe auf ihrer Wange. Mein eigener hämmernder Herzschlag überwältigt mich. Sie weiß es. Sie weiß es, nicht weil sie mein beschämendes Geständnis im Verhörraum der Kando mit angehört hat, sondern weil sie es spürt. Sie hat es selbst erlebt, da bin ich mir sicher. Ich frage mich, wer es bei ihr gewesen ist. Die Mutter? Der Vater? Jemand anderes? Ich habe mich immer wieder gefragt, wie mein Vater reagieren würde, wenn jemand ihm die Wahrheit ins Gesicht sagt. Ich bin davon ausgegangen, dass er sich von dem zurückhaltenden Anführer der Altruan in den Albtraum verwandeln würde, als den ich ihn zu Hause erlebte. Ich dachte, er würde vielleicht um sich schlagen und sein wahres Wesen offenbaren. Es wäre befriedigend gewesen, ihn so zu sehen. Stattdessen steht er einfach da und wirkt verwirrt. Und für einen Moment frage ich mich, ob er tatsächlich verwirrt ist, ob er in seinem kranken Herzen seine eigenen Lügen glaubt und denkt, dass er mich nur diszipliniert hat. Der Gedanke weckt einen Orkan in mir, ein Donner Grollen und Sturmbrausen. Jetzt, da ich offen zu dir war, fährt Johanna ein wenig gelassener fort, kannst du mir sagen, weshalb du mich hierher gebeten hast? Markus wechselt das Thema, als habe es das eben nie gegeben. Und wieder einmal sehe ich einen Mann, der sich in verschiedene Persönlichkeiten aufspaltet, zwischen denen er wie auf Kommando wechseln kann. Eine dieser Seiten zeigte er nur meiner Mutter und mir. Die Leute im Kontrollraum zoomen das Bild näher heran, sodass das Hancock Building zu einem schwarzen Hintergrund verschwimmt, vor dem die Oberkörper von Markus und Johanna zu sehen sind. Ich konzentriere mich auf einen Balken, der quer zum Bildschirm verläuft. Evelyn und die Fraktionslosen sind Tyrannen, fährt Markus fort. Der Friede, dem vor Janines erstem Angriff gewährte, kann wieder hergestellt werden. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich will versuchen, ihn wieder herzustellen. Ich denke, was das angeht, wollen wir das Gleiche. So ist es, bestätigt Johanna. Aber wie sollen wir deiner Meinung nach vorgehen? Das ist der Teil des Plans, der dir vielleicht nicht gefallen wird. Aber ich hoffe, dass du der Sache aufgeschlossen gegenüber stehst, sagt Marcus. Evelyn kontrolliert die Stadt, weil sie die Waffen kontrolliert. Wenn wir ihr diese Waffen nehmen, hat sie nicht mehr annähernd so viel Macht. Dann wird sie angreifbar. Johanna nickt und fährt mit dem Schuh über die Pflastersteine. Ich kann nur die unversehrte Seite ihres Gesichtes sehen, das lockere, gewählte Haar, den vollen Mund. Was willst du von mir? fragt sie. Erlaube mir, an deiner Seite die Führung der Getreuen zu übernehmen, sagt er. Ich war ein Anführer der Altruan. Ich stand praktisch an der Spitze der gesamten Stadt. Die Leute werden sich um mich scharen und sich zusammenschließen. Die Leute haben sich bereits zusammengeschlossen, bemerkt Johanna. Aber nicht du vereinst sie, sondern der Wunsch, die Fraktionen wiederherzustellen. Wer sagt, dass ich dich brauche. Nichts gegen deine Bemühungen, aber die Getreuen sind immer noch zu bedeutungslos, um mehr als nur ein kleiner Haufen aufständischer zu sein, sagt Marcus. Es gibt mehr Fraktionslose als wir dachten. Du brauchst mich und du weißt es. Die Art meines Vaters, ohne einen Funken Charme Menschen zu überzeugen, verblüfft mich immer wieder. Er stellt seine Meinungen dar, als seien sie bereits Tatsachen. Und irgendwie bringt sein absoluter Mangel an Selbstzweifel einen dazu, ihm zu glauben. Dieser Zug an ihm macht mir jetzt Angst, denn ich weiß, was er mir gesagt hat, dass ich zu nichts zu gebrauchen bin, wertlos bin, ein Nichts. Wie viel davon hat sich in meinem Kopf festgesetzt, bis ich sie an die Gruppe denkt, die mit Cara die Stadt verlassen hat, und von der sie nie wieder gehört hat, wenn sie daran denkt, wie alleine sie ist, und welcher erfahrenen Anführer sie mit Marcus für sich gewinnen könnte. Ich will ihr durch die Bildschirme zurufen, dass sie ihm nicht vertrauen darf, will sie warnen, dass er die Fraktionen nur deshalb zurück will, weil er weiß, dass er dann wieder seinen Platz an der Spitze der Gesellschaft einnehmen kann, aber meine Stimme kann sie nicht erreichen, und meine Worte würden selbst dann nicht zu ihr durchdringen, wenn ich direkt neben ihr stünde. Kannst du mir versprechen, dass du versuchen wirst, den Schaden, den wir anrichten werden, so gering wie möglich zu halten, sagt Johanna vorsichtig. Natürlich. Sie nickt abermals, aber diesmal für den Frieden kämpfen, sagt sie, und sieht dabei das Pflaster und nicht Marcus an. Ich denke, jetzt ist diese Zeit gekommen, und ich glaube tatsächlich, dass du helfen könntest, die Menschen zu vereinen. Es ist der Beginn der Rebellion der Getreuen, auf die ich gewartet habe, seit ich zum ersten Mal von dieser Gemeinschaft gehört habe. Obwohl mir klar war, dass es so kommen würde, seit ich erlebt habe, wie Evelyn ihre Macht durchgesetzt hat, wird mir bei dem Gedanken übel. Es scheint, als würden die Rebellionen niemals aufhören, in der Stadt, hier auf dem Gelände, überall. Zwischen diesen Rebellionen sind nur Atemzüge, die wir naiv Frieden nennen. Ich wende mich von dem Bildschirm ab, um den Kontrollraum zu verlassen und irgendwo ein wenig frische Luft zu schnappen. Aber noch im Gehen fällt mein Blick auf einen anderen Bildschirm, der eine dunkelhaarige Frau zeigt. Sie geht in einem Büro im Hauptquartier der Kennen auf und ab. Evelyn Natürlich laufen die Aufnahmen von Evelyn auf den größten Monitoren im Kontrollraum. Das ist nur logisch. Evelyn streicht sich mit den Händen durchs Haar und krallt die Finger in ihre dicken Locken. Sie geht in die Knie. Der Boden um sie herum ist von Papieren übersät. Bei ihrem Anblick denke ich unwillkürlich. Sie weint. Ich weiß selbst nicht, wie ich darauf komme, da ich ihre Schulter nicht beben sehe. Durch die Bildschirm Lautsprecher höre ich ein Klopfen an der Bürotür. Evelyn richtet sich auf, streift sich übers Haar, fährt sich über das Armbinde sitzt schief um ihre Schulter. Ich habe gerade eine Statusmeldung der Patrouillen bekommen. Keine Spur von ihm. Na toll. Evelyn schüttet den Kopf. Ich schicke ihn in die Verbannung und er bleibt in der Stadt. Das macht er nur, um mich zu ärgern. Oder er hat sich den Getreuen angeschlossen und sie lassen ihn bei sich untertauchen. Therese sirft sich Eveline stützt ihren Arm gegen die Fensterscheibe und lehnt sich nach vorne, lässt ihren Blick über die Stadt und die Sümpfe dahinter schweifen. Danke für die Meldung. Wir werden ihn finden, sagt Therese. Er kann nicht weit gekommen sein. Wir werden ihn auftreiben, das schwöre ich dir. Ich will einfach, dass er verschwindet, erwidert Eveline. Ihre Stimme klingt gepresst und dünn wie die eines Kindes. Ich frage mich, ob sie immer noch Angst vor ihm hat, so wie ich ihn immer noch fürchte wie einen Albtraum, der tagsüber immer wieder aus der Tiefe der Nacht auftaucht. Ich frage mich, wie sehr meine Mutter und ich uns ähneln, tief im Inneren, wo es wirklich zählt. Ich weiß, sagt Therese, before sie den Raum verlässt. Ich bleibe noch eine ganze Weile stehen und beobachte Evelyn, wie sie aus dem Fenster starrt. Ihre zuckenden Finger kommen nicht zur Ruhe. Ich habe das Gefühl, als sei ich irgendwo auf halbem Wege zwischen meiner Mutter und meinem Vater hängen geblieben, aufbrausend und impulsiv, verzweifelt und voller Angst. Ich habe das Gefühl, die Kontrolle darüber verloren. David lässt mich am nächsten Tag in sein Büro rufen. Ich fürchte, er erinnert sich daran, wie ich ihn bei meinem Rückzug aus dem Labor als Schutzschild missbraucht habe oder wie ich die Pistole auf seinen Kopf gerichtet und gesagt habe, dass sein Leben mir nichts bedeutet. Zoe erwartet mich in der Hotel Lobby und führt mich durch den Hauptgang in einen Korridor. Er ist lang das Glas und schmelzen binnen Sekunden. Ein früher Vorbote des Winters. Im Gehen werfe ich Zoe verstohlene Blicke zu, um herauszufinden, wie sie ist, wenn sie sich unbeobachtet fühlt. Doch sie wird genau wie immer, munter, aber geschäftsmäßig, als hätte es den Angriff nie gegeben. Er sitzt jetzt im Rollstuhl, sagt sie, als wir das Ende des Schmalengangs erreichen. Am besten, du machst keine große Sache daraus. Er hat es nicht gern, wenn man ihn bemitleidet. Ich bemitleide ihn nicht. Ich versuche mir meinen Ärger nicht anmerken zu lassen. Das würde sie nur misstrauisch machen. Er ist nicht der erste Mensch, der von einer Kugel getroffen wurde. Ich vergesse immer, dass ihr viel mehr Gewalt erlebt habt als wir, erwidert Zoe. Sie scannt ihre Ausweiskarte am nächsten Kontrollpunkt. Durch die Glasscheibe sehe ich die Wachen, sie stehen stocksteif da, die Waffen an den Schultern, den Blick gerade ausgerichtet. Langsam habe ich das Gefühl, dass diese Leute den ganzen Tag in dieser Haltung verharren. Ich fühle mich schwer und meine Glieder tun weh, als würden sogar meine Muskeln den Schmerz spüren, den ich tief in meinem Innern fühle. Uriah liegt noch immer im Koma und ich kann Tobias noch immer nicht in die Augen blicken, wenn ich ihn im Schlafsaal in der Cafeteria im Gang treffe, ohne gleichzeitig Uriah vor der explodierenden Wand zu sehen. Ich weiß nicht wann oder ob es jemals besser werden wird, ob diese Wunden zu jenen zählen, die überhaupt jemals heilen. Wir lassen die Gemälde mit vergoldeten Rahmen schmücken die Wände und direkt vor Davids Büro steht ein Blumengesteck auf einem Podest. Es sind kleine Dinge, aber sie bewirken, dass ich unwillkürlich das Gefühl habe, meine Kleider seien schmuddelig. Zoe klopft an und eine Stimme ruft herein. Zoe öffnet mir die Tür, ohne mir in den Raum zu folgen. Davids Büro ist geräumig und warm. Jeder freie Fleck Wand zwischen den Fenstern ist mit Büchern vollgestellt. Links steht ein Schreibtisch, über dem gläsene Bildschirme hängen, und auf der rechten Seite ist ein kleines Labor, das mit Möbeln aus Holz statt Metall ausgestattet ist. David sitzt in einem Rollstuhl. Seine Beine stecken in einem steifen Korsettverband, der wahrscheinlich seine Knochen zusammenhalten soll, damit sie ist, dass er bei dem Simulationsangriff und den Morden die Finger im Spiel hatte, fällt es mir schwer, diese Gräueltaten mit dem Mann in Verbindung zu bringen, den ich vor mir sehe. Ich frage mich, ob alle bösen Menschen wie gute Menschen aussehen, genauso sprechen und ebenso sympathisch wirken. Triss Er schiebt sich in seinem Rollstuhl zu mir und nimmt meine Hände in seine. Ich lasse meine Finger in stößt. Du bist so mutig, sagt er und lässt mich los. Was machen deine Verletzungen? Ich zucke mit den Schultern. Ich hatte schon Schlimmere. Wie geht es Ihnen? Es wird eine Weile dauern, bis ich wieder laufen kann, aber die Ärzte sind zuversichtlich. Einige unserer Leute arbeiten ohnehin gerade an der Entwicklung von Beinschienen. Daher kann ich ihr erstes Versuchskaninchen sein, wenn es denn sein muss, sagt er und kleine Fältchen erscheinen um seine Augenwinkel. Könntest du mich wieder hinter den Schreibtisch schieben? Ich habe noch etwas Probleme mit der Steuerung. Ich rangiere seine steifen Beine unter die Tischplatte, bevor ich den Rollstuhl näher an die Kante schiebe. Als ich sicher bin, dass alles passt, setze ich mich auf den Stuhl ihm gegenüber und versuche zu lächeln. Wenn ich einen Weg finden will, meine Eltern zu rächen, dann muss ich mir sein Vertrauen und seine Zuneigung erhalten, und das erreiche ich nicht, indem ich ihn finster anstarre. Ich habe dich hauptsächlich hierher gebeten, um dir zu danken, fährt er fort. Ich kenne nicht viele junge Leute, die mir zur Hilfe geeilt wären, anstatt sich selbst in Sicherheit zu bringen, oder die in der Lage gewesen wären, das Amt und alle Mitarbeiter zu retten. Vor meinem inneren Auge sehe ich, wie ich ihm eine Waffe an den Kopf halte und muss schlucken. Du und deine Leute, mit denen du gekommen bist, ihr müsst seit eurer Ankunft hier im ungewissen leben, sagt er. Um ehrlich zu sein, wissen wir nicht so recht, was wir mit euch anfangen sollen, genauso wenig wie ihr selbst, nehme ich an. Aber mir ist etwas eingefallen, was ich mir für dich vorstellen könnte. Ich bin der offizielle Chef des Amts, aber eigentlich haben wir ein Regierungssystem, das dem der Altruan ähnelt. Daher werde ich von einem engen Kreis von Ratgebern unterstützt. Ich würde mir wünschen, dass du dich für diese Position ausbilden lässt. Ich kralle meine Finger um die Armlehnen. Nach diesem Angriff muss sich einiges verändern, weißt du, fährt er fort. Wir müssen entschlossener für unsere Sache eintreten und unsere Reihen stärker aufstellen. Und ich denke, mit solchen Angelegenheiten kennst du dich aus. Da kann ich die Ausbildung aussehen? Zum einen würdest du an unseren Sitzungen teilnehmen, sagt er, und dich in alles einarbeiten, die genauen Abläufe kennenlernen, unsere Geschichte, unsere Wertvorstellungen und so weiter. Ich kann dich nicht in einem so jungen Alter als offizielles Mitglied in den Rat aufnehmen. Der Weg ist genau vorgeschrieben. Du musst einem der gegenwärtigen Ratsmitglieder assistieren, aber ich gebe Er stellt die Frage nicht laut, sondern mit den Augen. Wahrscheinlich waren es eben jene Ratsmitglieder, die den Simulationsangriff durchgewingt und dafür gesorgt haben, dass das Serum zur richtigen Zeit an Janine weitergeleitet wurde, und David will mich in ihre Reihen aufnehmen, damit ich lerne, wie sie zu werden. Obwohl mir bei diesem Gedanken bittere Galle aufsteigt, antworte ich ohne zu zögern. Natürlich, sage ich mit einem Lächeln. Es wäre mir eine Ehre, wenn sich einem die Gelegenheit bietet, in die inneren Kreise des Feindes vorzudringen, dann ergreift man sie. Das weiß ich, ohne es von irgendjemandem gelernt zu haben. Er nimmt mir mein Lächeln ab und erwidert es mit einem Grinsen. Ich weiß 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 dass ich das Richtige gesagt habe. Sie standen meiner Mutter nahe, als sie noch hier war? frage ich. Ich habe ihr Tagebuch gelesen. Sie war nicht gerade gesprächig. Nein, das hätte auch gar nicht zu ihr gepasst, oder? Natalie war immer sehr direkt. Ja, wir standen uns nahe, deine Mutter und ich. Seine Stimme wird weicher, wenn er über sie spricht. Seine Worte lassen ihn vom unerbittlichen Anführer zu einem alten Mann werden, der über eine schönere längst vergangene Zeit nach sind. Die Zeit, bevor er sie ermorden ließ. Wir hatten eine ähnliche Vergangenheit. Auch ich wurde als Kind mitten aus der zerfallenen Welt gerissen. Ich wuchs in einer zerrütteten Familie auf. Meine Eltern landeten beide im Gefängnis, als ich noch jung war. Statt uns in ein Adoptionssystem zu fügen, dass der Flut von Waisenkindern nicht einmal ansatzweise gewachsen war, flohen meine Geschwister und ich in die Zone, wo deine Mutter später ebenfalls Zuflucht gesucht hat. Ich war der Einzige von uns, der lebendig wieder herausgekommen ist. Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll, und ich bin mir nicht sicher, wie ich mit diesem Mitgefühl umgehen soll, das sich in mir regt. Mitgefühl für einen Mann, von dem ich weiß, dass er schreckliche Taten begangen hat. Ich starre auf meine Hände und stelle mir vor, dass mein Inneres aus flüssigem Metall besteht, das an der Luft hart wird und eine starre bleibende Gestalt annimmt. Wenn du morgen unsere Patrouillen begleitest, kannst du dir dort selbst ein Bild machen, fährt er fort. Als zukünftiges Ratsmitglied musst du es mit eigenen Augen gesehen haben. Das würde mich sehr interessieren, antworte ich. Schön. Nun, es tut mir leid, unsere Unterhaltung beenden zu müssen, aber ich habe eine Menge Arbeit aufzuholen, sagt er. Ich werde jemanden schicken, der dir wegen der Patrouillen Bescheid gibt, und unsere nächste Ratssitzung findet am Freitag morgen um zehn statt. Daher werden wir uns bald wieder sehen. Ich überlege fieberhaft. Ich bin die Frage, die ich ihm stellen wollte, noch nicht los geworden. Ich wollte auf die passende Gelegenheit warten, aber die hat es nicht gegeben. Jetzt ist es ohnehin zu spät. Ich stehe auf und gehe zur Tür. Da sagt er plötzlich, Triss, ich denke, dass ich offen zu dir sein sollte, wenn wir Seine Augen sind groß wie die eines Kindes. Eine Sekunde später ist der Ausdruck verschwunden. Auch wenn ich gestern unter dem Einfluss eines Serum Cocktails stand, fährt er fort. Ich weiß, was du zu ihnen gesagt hast, um sie daran zu hindern, auf uns zu schießen. Mir ist bewusst, dass du gesagt hast, du würdest mich töten, um das Waffenlabor zu schützen. Meine Chance angeboten habe. Warum? Du hast eine Eigenschaft gezeigt, auf die ich mich bei meinen Beratern verlassen können muss, sagt er. Nämlich die Fähigkeit, Opfer für das große Ganze zu bringen. Wenn wir unseren Kampf gegen den Gendefekt gewinnen wollen, wenn wir verhindern wollen, dass die Experimente ein vorzeitiges Ende finden, werden wir Opfer bringen müssen. Das verstehst du doch, oder? Ich spüre, wie mich der Zorn packt, aber ich zwinge mich zu einem Nicken. Nieder hat ja bereits angedeutet, dass die Experimente kurz vor dem Aus stehen, daher überraschen mich seine Worte nicht. Aber Davids verzweifelter Wille, sein Lebenswerk zu retten, rechtfertigt nicht den Mord an einer ganzen Fraktion, meiner Fraktion. Für einen Moment stehe ich da, die Hand am Tür knauf und versuche Was wäre passiert, wenn sie sich mit einer weiteren Explosion Zugang zum Waffenlabor verschafft hätten, frage ich. Nieder sagte etwas von Sicherheitsmaßnahmen für den Notfall. Es wäre ein Serum freigesetzt worden. Eines vor dem die Masken sie nicht geschützt hätten, da es über die Haut aufgenommen wird, antwortet David. Ein Serum, dem nicht einmal die genetisch Perfekten etwas entgegen zu setzen haben. Ich frage mich, woher Nieder davon wusste, da es eigentlich nicht an die Öffentlichkeit hätte gelangen dürfen. Aber ich nehme an, das werden wir ein andermal herausfinden. Was bewirkt dieses Serum? Sein Lächeln wird zur Grimasse. Sagen wir es so, es ist schlimm genug, dass Nieder lieber den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringt, als damit in Kontakt zu kommen. Er hat recht. Seht mal, wer da ist, sagt Peter, als ich in den Schlafsaal komme. Der Verräter. Auf seiner Pritsche und auf der daneben sind Karten ausgebreitet. Sie sind weiß und hellblau und sumpfgrün und üben eine seltsame Anziehungskraft aus. Auf jede Karte hat Peter einen wackeligen Kreis gezeichnet, um die Stadt herum, um Chicago herum. Er markiert die Grenzen der Orte, an denen er gewesen ist. Mit jeder neuen Karte schrumpft der Kreis, bis er nur noch ein leuchtend roter Punkt ist und aussieht wie ein Blutstropfen. Dass ich so klein sein soll, passt mir nicht und macht mich nervös. Wenn du glaubst, dass du moralisch über mir stehst, hast du falsch gedacht, sage ich zu Peter. Wozu all die Karten? Die Größe der Welt will mir einfach nicht in den Kopf gehen, antwortet er. Einige Leute vom Amt haben mir alles erklärt. Planeten und Sterne und Gewässer und solche Sachen. Er sagt es beiläufig, aber die hektischen Kritzeleien auf den Karten verraten mir, dass sein Interesse nicht beiläufig ist, sondern zwanghaft. Früher war ich selbst genauso zwanghaft in Bezug auf meine Ängste. Immer habe ich versucht, sie zu verstehen. Immer und immer wieder. Hilft es? frage ich. Mir fällt auf, dass ich nie ein Gespräch mit Peter geführt habe, bei dem nicht gebrüllt wurde. Nicht, dass er es nicht verdient hätte, aber ich weiß so gut wie nichts über ihn. Ich erinnere mich kaum an seinen Nachnamen. Hayes, so stand es auf Er nimmt eine der größeren Karten. Sie zeigt den ganzen Globus, flachgepresst wie gekneteter Teig. Ich starre sie an, bis sich die Umrisse allmählich als blaue Gewässer und vielfarbige Landflächen herauskristallisieren. Peter deutet auf den kleinen roten Punkt auf dem Land. Dieser Punkt deckt sämtliche Orte ab, an denen wir gewesen sind. Man könnte dieses Stück Land herausschneiden und in diesem Ozean versenken und niemand würde es bemerken. Da ist es wieder, dieses Unbehagen angesichts meiner eigenen Größe. Richtig. Und? Und? Alles, worüber ich mir je Sorgen gemacht habe, was ich je gesagt oder getan habe, all das soll jetzt immer noch eine Rolle spielen? Er schüttet den Kopf. Das ist unmöglich. Ist es nicht, widerspreche ich. Dieses Land ist voller Menschen, die sich voneinander unterscheiden. Und es ist ganz bestimmt nicht egal, was sie miteinander machen. Er schüttet wieder den Kopf. Ich frage mich, ob es für ihn nicht auch eine Art Trost ist, wenn er sich einredet, dass die schlimmen Dinge, die er getan hat, keine Rolle spielen. Mir wird klar, dass der Mammutplanet, der mich einschüchtert, für ihn wie eine sichere Zuflucht ist. Ein Ort, an dem er im endlos großen Raum aufgehen kann und nie für seine Taten verantwortlich gemacht wird. Er bückt sich, um sich die Schuhe zuzubinden. Hat dein kleiner Fanklub dich verstoßen? Nein, antworte ich automatisch. Dann füge ich hinzu, vielleicht, aber sie sind nicht meine Fans. Ich bitte dich, sie gehören zum Kult des Vor. Gegen meinen Willen muss ich lachen. wie ein Kult von Psychopathen für dich selbst? Eine seiner Augenbrauen zuckt in die Höhe. Wenn ich ein Psychopath wäre, hätte ich dich längst im Schlaf getötet und meine Augäpfel deiner Kollektion hinzugefügt. Peter lacht ebenfalls. Und mir wird bewusst, dass ich ausgerechnet mit dem Initianten plaudere und scherze, der Edward ins Auge gestochen hat und meine Freundin umbringen wollte, falls sie beenden und der Triss vor einem schrecklichen Tod bewahrt hat. Ich bin mir nicht sicher, welche Taten schwerer wiegen. Vielleicht sollte ich sie alle vergessen und ihm einen Neuanfang zugestehen. Du solltest dich meiner kleinen Gruppe von verhassten Leuten anschließen, sagt Peter. Bisher sind Caleb und ich die einzigen Mitglieder. Aber wenn man bedenkt, wie einfach es ist, es sich mit diesen Mädchen zu verscherzen, bin ich mir sicher, dass unsere Zahl wächst. Ich versteife mich. Du hast recht. Man hat es sich schnell mit ihr verscherzt. Man muss nur versuchen, sie umzubringen. Mein Magen krampft sich zusammen. Auch ich hätte sie beinahe umgebracht. Wenn sie näher an der Explosionsstelle gewesen wäre, wäre sie jetzt vielleicht im gleichen Zustand wie Uriah, würde im Krankenhaus an Schläuchen will oder nicht. Die entspannte Stimmung ist schlagartig verschwunden. Ich kann nicht vergessen, was Peter getan hat, denn er hat sich nicht geändert. Er ist immer noch derjenige, der bereit war, zu töten und zu verstümmeln und zu zerstören, um auf den ersten Platz seiner Initiantenklasse zu klettern. Und ich kann auch nicht vergessen, was ich getan habe. Ich stehe auf. Peter lehnt an der Wand und verschränkt die Hände über dem Bauch. Ich sag ja nur, wenn sie beschließt, dass jemand wertlos ist, folgen alle anderen ihrem Beispiel. Das ist ein ungewöhnliches Talent für jemanden, der früher eine langweilige Stiff gewesen ist, findest du nicht? Und es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel Macht für eine einzige Person. Ihr Talent besteht darin, andere Leute zu beeinflussen, widerspreche ich ihm. Ihr Talent besteht darin, mit ihrer Einschätzung von anderen Leuten meistens richtig zu liegen. Er schließt die Augen. Ganz wie du meinst, Thor. Meine Glieder fühlen sich brüchig an, vor lauter Anspannung. Ich verlasse den Schlafseil und lasse die Karten mit den roten Kreisen hinter mir, auch wenn ich nicht genau weiß, wohin ich gehen soll. Auf mich hat Triss immer eine magische Anziehungskraft ausgeübt, die ich nicht beschreiben kann und der sie sich nicht bewusst ist. Ich habe sie dafür niemals gefürchtet oder gehasst, so wie Peter es tut. Andererseits war ich immer in einer starken Position und habe mich von ihr nicht bedroht gefühlt. Jetzt, da ich diese Position verloren habe, spüre ich meinen eigenen Unmut ihr gegenüber so stark und Atrium Garten wieder und diesmal leuchtet Licht hinter den Fenstern. Die Blumen sehen im Tageslicht schön und wild aus, wie grimmige Kreaturen, die reglos in der Zeit schweben. Kara kommt auf mich zugelaufen. Ihre Frisur ist unordentlich, Strähnen fallen ihr in die Stirn. Da bist du ja. Hier kann man jemanden erschreckend leicht aus den Augen verlieren. Was gibt es denn? Geht's dir gut vor? Ich beiße mir so heftig auf die Lippe, dass es wehtut. Halten ein Treffen ab und deine Anwesenheit ist erforderlich. Wer genau ist wir? GDs und GD-Sympathisanten, die nicht wollen, dass das Amt mit bestimmten Dingen durchkommt. Sie legt den Kopf schief. Aber wir sind bessere Plane als die, auf die du reingefallen bist. Ich frage mich, wer ihr das erzählt hat. Du weißt über die Angriffssimulation Bescheid? Ich habe das Serum sogar unter dem Mikroskop identifiziert, als Triss es mir gezeigt hat, sagt Kara. Ja, ich weiß Bescheid. Ich schütte den Kopf. Tja, ich werde mich nicht noch einmal verantwortlich für den Tod vieler Altruan, die geistige Versklavung der Ferox und die Vernichtung unserer Lebensart und dagegen müssen wir etwas unternehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Triss im selben Raum sein will, jetzt wo ich weiß, dass unsere Beziehung vielleicht kurz vor dem Ende steht. Das ist, als stünde man am Rand einer Klippe. Es ist einfacher zu verdrängen, sodass ich nicht anders kann, als ihr zu stimmen. Ja, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Sie nimmt meine Hand und führt mich den Hotelflur entlang. Ich weiß, sie hat recht, aber ein instinktives Unbehagen lässt mich zögern, mich erneut auf so etwas einzulassen. Dabei habe ich schon längst damit angefangen und ein Teil von mir lechzt danach, wieder etwas zu tun, statt in Erstarrung zu versinken. Als sie sicher sein kann, dass ich mitkomme, lässt sie meine Hand los und schiebt die losen Strähnen hinter die Ohren. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass du kein Blau mehr trägst, sage ich. Ich finde, es wird Zeit, sich davon zu lösen, antwortet sie. Selbst wenn ich könnte, würde ich momentan nicht zurückkehren Zeit seit Wills Tod vergangen, dass ich ihn nicht länger sehe, wenn ich sie anschaue. Ich sehe nur Cara. Ich kenne sie viel länger, als ich ihn gekannt habe. Sie hat etwas von seiner Gutmütigkeit, dass ich es wagen kann, sie zu necken, ohne sie gleich zu kränken. Mir hat es bei den Ken gut gefallen. So viele Menschen, die sich der Forschung und Innovation verschrieben haben. Es war wunderschön. Aber jetzt weiß ich, wie groß die Welt ist und ich nehme an, ich bin zu groß für meine Fraktion geworden. Sie runzelt die Stirn. Tut mir leid, war das arrogant? Wen kümmert das? Ich könnte dir den einen oder anderen nennen. Aber es ist schön, dass du nicht zu ihnen gehörst. Mir fällt auf, dass einige Leute, denen wir begegnen, mich böse ansehen oder einen großen Bogen um mich machen. Ich bin schon früher gehasst und gemieden worden, als der Sohn von Evelyn Johnson, der fraktionslosen Tyrannin. Aber jetzt macht es mir mehr zu schaffen als damals. Jetzt weiß ich, dass ich etwas getan habe und ihren Hass verdiene. Ich habe sie alle verraten. Kara sagt, ignoriere sie, sie wissen nicht, was es heißt, eine schwierige Entscheidung treffen zu müssen. Ich wette, du hättest es nicht getan. Nur weil man mir beigebracht hat, vorsichtig zu sein, solange ich nicht alle Informationen habe. Dir hat man beigebracht, dass Risiken sich lohnen können. Sie sieht mich von der Seite an. Oder auch nicht. Sie hält an der Tür zu den Laboratorien inne und klopft an. Matthew öffnet die Tür und beißt währenddessen Unbestimmter bin. Triss ist da. Sie steht neben Christina, die mich ansieht, als sei ich etwas Vergammeltes, das in den Müll geworfen werden muss. Und in der Ecke an der Tür ist Caleb. Er hat blaue Flecken im Gesicht. Ich will gerade fragen, was mit ihm passiert ist, als mir auffällt, dass Triss Knöchel ebenfalls verfärbt sind und dass sie ganz bewusst nicht in seine Richtung schaut. Oder in meine. Ich denke, jetzt sind alle da, beginnt Matthew. Okay, also, ähm, Triss, ich bin nicht gut bei sowas. Stimmt, antwortet sie mit einem Grinsen. Eifersucht durchzuckt mich. Sie räuspert sich. Also wir wissen, dass das Amt den Angriff auf die Altruan zu verantworten hat und wir nicht länger darauf vertrauen können, dass sie unsere Stadt beschützen. Wir wissen, dass wir etwas dagegen unternehmen müssen und dass der vorangegangene Versuch ihr Blick wandert zu mir und lässt mich zu einem Zwerg schrumpfen. Unklug wahr, beendet sie ihren Satz. Wir können es besser. Was schlägst du vor? fragt Cara. Im Moment weiß ich nur, dass ich die Verantwortlichen bloßstellen will, sagt Triss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle wissen, was ihre Anführer getan haben und ich denke, wir sollten es ihnen zeigen. Vielleicht wählen sie dann neue Anführer. Leute, die andere Menschen nicht einfach als entbehrlich einstufen. Vielleicht hilft uns ja eine groß angelegte Infektion mit dem Wahrheitsserum. Ich erinnere mich an die Schwere, die das Serum bei mir ausgelöst hat. Sie hat sich auf mich gelegt, mich ausgefüllt, meine Lunge, meinen Bauch, mein abstreifen konnte, um zu lügen. Wird nicht funktionieren, sage ich laut. Sie sind GPs, schon vergessen? GPs können dem Wahrheitsserum widerstehen. Das ist nicht zwangsläufig so, sagt Matthew. Er greift nach dem Band um seinen Hals und verdreht es. Das Unbestimmte dem Wahrheitsserum widerstehen können, kommt nicht allzu häufig vor. In jüngster Zeit war es nur Triss. Manche Menschen scheinen eine höhere Serumresistenz zu haben als andere. Du selbst bist das beste Beispiel dafür, Tobias. Matthew zuckt mit den Schultern. Das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, Caleb. Du hast bereits mit den Seren gearbeitet und kennst sie fast so gut wie ich. Vielleicht gelingt es dir, ein Wahrheitsserum zu entwickeln, dem man so gut wie gar nicht widerstehen kann. Ich will eine solche Caleb und Triss sehen sich an. Die Haut auf seinem Gesicht und auf ihren Knöcheln hat fast die gleiche Farbe. Popo blau grün, wie mit Tinte gemalt. So ist es, wenn Geschwister zusammenstoßen. Sie verletzen einander auf die gleiche Art und Weise. Caleb sinkt gegen die Labortheke und berührt mit dem Hinterkopf die Metallschränke. Na schön, sagt Caleb. Solange du versprichst, es nicht gegen mich einzusetzen, Beatrice. Warum sollte ich, erwidert Triss. Ich kann dir helfen, meldet Cara sich zu Wort und hebt die Hand. Ich habe bei den Ken ebenfalls daran geforscht. Hervorragend, Matthew klatscht in die Hände. In der Zwischenzeit spielt Triss Spionin. Was ist mit mir, will Christina wissen. Ich hatte gehofft, dass du und Tobias euch mit Reggie zusammentun könntet, sagt Triss. David wollte mir nichts von den geheimnisvollen Sicherheitsmaßnahmen im Waffenlabor erzählen, aber Nita kann nicht die Einzige sein, die darüber Bescheid weiß. Du verlangst allen Ernstes von mir, dass ich mich mit dem Kerl abgebe, der die Sprengstoffe gezündet hat, die Uriah ins Koma befördert haben? fragt Christina. Ihr müsst keine Freunde werden, sagt Triss. Du sollst nur herausfinden, was er weiß. Tobias kann dir helfen. Ich brauche vor nicht. Das kann ich allein, wehrt Christina ab. Sie rutscht auf dem Untersuchungstisch hin und her, zerreißt das Papier mit dem Oberschenkel und wirft mir einen säuerlichen Blick zu. Ich weiß, dass sie jedes Mal, wenn sie mich anschaut, Uriahs ausdrucksloses Gesicht vor sich sieht. Und bei dem Gedanken daran habe ich einen dicken Kloß im Hals. Du brauchst mich, denn er vertraut mir bereits, sage ich. Diese Leute sind sehr verschwiegen, da ist subtiles Vorgehen gefragt. Ich kann subtil sein, behauptet Christina. Nein, kannst du nicht. Was das angeht, hat er nicht ganz Unrecht, sagt Triss schmunzelnd. Christina schlägt ihr auf den Arm, und Triss schlägt zurück. Dann ist also alles geregelt, ergreift Matthew das Wort. Ich denke, wir sollten uns am Freitag noch einmal treffen, nachdem Triss bei der Ratssitzung war. Kommt um fünf hierher. Er gesellt sich zu Cara und Caleb und sagt etwas über chemische Komponenten, was ich nicht verstehe. Christina geht hinaus und rempelt mich dabei an. Triss sieht mir in die Augen. Wir sollten reden, sage ich. Na schön, sagt sie, neben der Tür, bis alle anderen weg sind. Sie zieht die Schultern ein, als wolle sie sich noch kleiner machen oder am besten gleich in Luft auflösen. Wir stehen weit auseinander. Die ganze Breite des Flures liegt zwischen uns. Ich versuche mich an das letzte Mal zu erinnern, als ich sie geküsst habe und kann es nicht. Endlich sind wir allein. Es ist still im Flur. Meine Hände kribbeln und fangen an taub zu werden, so wie sie es immer tun, wenn ich in Panik gerate. Wirst du mir jemals verzeihen? frage ich. Sie schüttelt den Kopf, sagt aber, ich weiß es nicht. Ich werde es wohl erst herausfinden müssen. Du weißt, dass ich das nicht gewollt habe. Ich habe nie gewollt, dass Uriah verletzt wird, das weißt du doch. Mein Blick fällt auf die Verletzung an ihrer Stirn. Oder du. Ich wollte auch nicht, dass du verletzt wirst. Sie tippt mit dem Fuß auf den Boden. Sie nickt. Das weiß ich. Ich musste irgendetwas tun, sage ich. Ich musste. Eine Menge Leute sind verletzt worden, sagt sie. Und das nur, weil du nicht auf mich gehört hast, weil, und das ist das schlimmste, Tobias, weil du dachtest, ich sei kleinlich und eifersüchtig. Nur irgendeine dumme 16-Jährige, mehr nicht. Sie schüttet den Kopf. Ich würde dich niemals dumm oder kleinlich nennen, antworte ich schroff. Ich habe vielleicht kurz an deinem Urteilsvermögen gezweifelt, aber das ist auch alles. Das ist genug. Sie fährt sich mit den Fingern durchs Haar und wickelt einzelne Strähnen darum. Es ist wieder genau wie damals, nicht wahr? Du respektierst mich nicht so, wie du immer behauptest. Wenn es darauf ankommt, denkst du immer noch, ich könne nicht rational denken. Das stimmt doch gar nicht, sage ich hitzig. Ich respektiere dich mehr als irgendjemanden sonst. Aber im Moment frage ich mich, was dich mehr stört. Dass ich eine du zwar gesagt hast, wir sollen ehrlich zueinander sein, aber tatsächlich etwas ganz anderes willst, nämlich, dass ich immer deiner Meinung bin. Ich fasse es nicht, du hast dich geirrt. Ja, ich habe mich geirrt. Ich schreie jetzt und ich weiß nicht, woher der Zorn gekommen ist, nur dass er in mir aufweilt, heftig und bösartig und stark, wie seit langer Zeit nicht mehr. Ich war im Unrecht, ich habe einen Riesenfehler gemacht, der Bruder meines besten Freundes ist so gut wie tot und du benimmst dich wie eine Mutter und bestrafst mich, weil ich nicht getan habe, was man mir gesagt hat. Aber du bist nicht meine Mutter Triss und du wirst mir nicht sagen, was ich tun und wie ich entscheiden soll. Hör auf mich an zu brüllen, sagt sie leise und sieht mich endlich an. Früher habe ich alle möglichen Dinge in ihren Augen entdecken können, Liebe und Sehnsucht und Neugier. Aber jetzt ist da nur Zorn. Hör einfach auf! Als ich ihre leise Stimme höre, verpufft meine Wut. Ich lehne mich an die Wand und schiebe die Hände in die Taschen. Ich hatte nicht vor, sie anzubrüllen. Ich hatte überhaupt nicht vor, wütend zu werden. Entsetzt sehe ich die Tränen auf ihren Wangen. Ich habe sie lange nicht weinen sehen. Sie schnieft und schluckt und versucht normal zu klingen, aber sie klingt nicht normal. Ich brauche einfach etwas Zeit, stößt sie mit erstickter Stimme hervor. Okay? Okay, sage ich. Sie wischt sich die Wangen ab und geht den Flur entlang. Ich starre auf ihren blonden Haarschopf, bis sie um die Ecke verschwindet. Und ich fühle mich nackt und wehrlos gegen den Schmerz. Ihre Ab ... Da ist sie, sagt Emma, als ich auf die Gruppe zugehe. Ich werde dir eine Weste holen, Triss. Eine Weste? Wie von David angekündigt, ist heute Nachmittag ein Abstecher in die Zone geplant. Ich weiß nicht, was mich erwartet und so etwas macht mich normalerweise nervös, aber ich bin zu erschöpft von den Ereignissen der vergangenen Tage, um überhaupt viel zu fühlen. Kugelsichere Weste. Die Vorsichtsmaßnahme ist nicht unbegründet, antwortet Amar. Er wühlt in einer Kiste, in der ein Stapel dicker schwarzer Westen liegt, um die richtige Größe zu finden. Er präsentiert ein Exemplar, das immer noch viel zu groß für mich ist. Tut mir leid, wir haben nicht viel Auswahl, aber es wird schon gehen. Arme hoch. Er hilft mir beim Anlegen der Weste und zieht die Riemen an beiden Seiten zu. Ich wusste nicht, dass du mitkommst, sage ich. Tja, was hast du gedacht, was ich hier mache? Dass ich durch die Gegend laufe und Witze reiße? Er lächelt. Sie haben eine gute Verwendung für mich gefunden. Meine Erfahrung als Ferox bringe ich jetzt im Security Team ein. Genau wie George. Wir kümmern uns in der Regel um Sicherheit auf dem Gelände. Aber wann immer jemand in die Zone gehen will, melde ich mich freiwillig. Redet ihr über mich? fragt George, der bei der Gruppe gestanden hat. Hi Triss. Ich hoffe, du sagst nichts Schlechtes über mich. George legt den Arm um Amars Schultern und sie grinsen einander an. George sieht besser aus als bei unserer letzten Begegnung, aber die Trauer hat ihre Spuren hinterlassen. Die Lachfältchen sind aus den Augen winken verschwunden, ebenso wie das Grübchen auf seiner Wange. Ich denke, wir sollten ihr eine Waffe geben, sagt Amar und sieht mich an. Normalerweise geben wir künftigen Ratsmitgliedern keine Waffen, weil sie keine Ahnung haben, wie man sie benutzt, aber bei dir ist es etwas anderes. Ist schon okay, sage ich. Ich brauche keine... Nein, du bist wahrscheinlich eine bessere Schützin als die meisten anderen, sagt George. Wir könnten noch eine Ferox an Bord gebrauchen. Ich hole dir eine. Einige Minuten später bin ich bewaffnet und gehe mit Amar zum Truck. Wir beide steigen ganz hinten ein. George und eine Frau namens Anne setzen sich in die Mitte und zwei ältere Sicherheitsbeamte namens Jack und Violet steigen vorn ein. Der hintere Teil des Trucks besteht aus einem harten schwarzen Material. Die Türen sind von außen blickdicht schwarz, aber von innen transparent, sodass wir sehen können, wohin wir fahren. Ich bin eingezwängt zwischen Amar und Stapeln mit Ausrüstung, die uns die Sicht auf den vorderen Teil des Fahrzeugs versperren. George späht über die Stapel und grinst uns an, als der Truck startet, aber davon abgesehen sind Amar und ich hinten allein. Ich beobachte, wie die Gebäude hinter uns immer kleiner werden. Wir fahren durch die Gärten und Nebenanlagen, hinter denen die weißen Flugzeuge stehen. Am Zaun öffnen sich automatisch die Tore für uns. Ich höre Jack mit dem Soldaten an der äußeren Grenze sprechen. Er erzählt ihm von unseren Plänen und listet die Ladung des Wagens auf. Eine Abfolge von Worten, die ich nicht verstehe, bevor wir in die Wildnis entlassen werden. Ich frage, welchen Zweck hat diese Patrouille? Ich meine abgesehen davon, dass ihr mit zeigt, wie hier alles funktioniert. Wir haben die Zone stets im Auge behalten, immerhin leben dort Menschen mit Gendefekten in nächster Nähe zu uns. Bisher ging es größtenteils um Recherche und Verhaltensforschung, berichtet Amar. Aber nach dem Angriff haben David und der Rat beschlossen, dass wir unsere Beobachtungen ausweiten, um einen erneuten Angriff zu verhindern. Wir fahren an ähnlichen Ruinen vorbei wie jenen, die ich auf unserem Weg von der Stadt hierher gesehen habe. Die Gebäude stürzen unter ihrem eigenen Gewicht zusammen und die Pflanzen wuchern wild und brechen durch Beton. Ich kenne Amar nicht und ich vertraue ihm nicht direkt, aber ich muss die Frage stellen. Also glaubst du es, dass Gendefekte verantwortlich sind für das hier? Die meisten seiner beschädigt sind, dass etwas mit ihnen nicht stimmt? Du etwa nicht? fragt Amar zurück. So wie ich es sehe, existiert die Erde schon sehr sehr lange, länger als wir uns vorstellen können. Und vor dem Reinheitskrieg hat es so etwas nicht gegeben, oder? Er fuchtet mit der Hand, um auf die Welt draußen zu deuten. Ich weiß nicht, antworte ich. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was für eine düstere Meinung du von der menschlichen Natur hast, bemerkt er. Ich reagiere nicht. Wie dem auch sei, fährt er fort. Wenn so etwas in unserer jüngsten Geschichte passiert wäre, würde das Amt doch garantiert davon wissen. Für jemanden, der in meiner Stadt gelebt und zumindest auf den Bildschirmen gesehen hat, wie viele Geheimnisse wir voreinander haben, kommt er mir ziemlich Janine ist viel ehrgeiziger gewesen. Sie wusste, dass man, wenn man Informationen kontrolliert oder manipuliert, keine Gewalt braucht, um Menschen in Schach zu halten. Sie fügen sich freiwillig. Das ist es, was das Amt und wahrscheinlich die ganze Regierung tut. Sie konditioniert Menschen, damit sie glücklich darüber sind, sich fügen zu dürfen. Für eine Weile fahren wir schweigend weiter, lediglich begleitet vom Klappern der Ausrüstungsgegenstände und vom Brummen des Motors. Anfangs sehe ich mir jedes Gebäude, an dem wir vorbeikommen, genau an und frage mich, was früher einmal darin gewesen ist. Aber bald verschwimmen die Häuser in meinem Kopf. Wie viele verschiedene Arten von Ruinen muss man sehen, bevor man sich damit abfindet, sie alle Ruinen zu nennen? Wir sind fast da, ruft George aus dem mittleren Teil des Amar nicht, er soll sich um Triss kümmern. Triss, du kannst gern aussteigen und dich umsehen, aber bleib bei Amar. Ich habe das Gefühl, als lägen meine Nerven zu dicht an der Oberfläche und als würde die leiseste Berührung sie in Brand stecken. An diesen Ort hat meine Mutter sich zurückgezogen, nachdem sie einen Mord mit angesehen hatte, bis die Leute vom Amt sie gefunden und herausgeholt haben, weil sie in ihrem genetischen Code interessiert waren. Jetzt werde ich dort entlang gehen, wo in gewisser Weise alles begonnen hat. Der Truck hält an und Amar schiebt die Türen auf. Er nimmt seine Waffe und fordert mich mit einer Geste auf zu folgen. Ich springe hinter ihm aus dem Wagen. Es gibt zwar Gebäude, aber die sind nicht annähernd so auffallend wie die improvisierten Behausungen aus Metall und Plastik planen, die sich dicht aneinander reihen, wie um sich gegenseitig Halt zu geben. In den schmalen Gassen dazwischen halten sich Menschen im Freien auf, größtenteils Kinder, die Dinge von Tabletts verkaufen oder Wassereimer tragen oder über offenen Feuern kochen. Als diejenigen, die uns am nächsten sind, auf uns aufmerksam werden, rennt ein kleiner Junge für Soldaten. Ich nehme die Bemerkung nur halb zur Kenntnis und gehe in eine der Gassen. Die meisten Leute laufen weg oder verbarrikadieren sich in ihren Behausungen hinter Pappkartons oder Planen. Ich sehe sie durch die Ritzen zwischen den Wänden. Die Hütten bieten gerade genug Platz für Nahrungsmittel und Vorräte auf einer Seite und Schlafmatten auf der anderen. Ich frage mich, was sie im Winter machen oder was sie als Toilette benutzen. Ich denke an die Blumen und an die Holzböden und an all die leerstehenden Betten im Hotel und frage Hälfte ihnen jemals? Wir sind der Ansicht, dass wir unserer Welt am ehesten helfen, indem wir genetische Mängel beheben, antwortet Amar. Als zitiere er die Worte aus dem Gedächtnis. Menschen Essen zu geben, aber danach ist die Wunde immer noch da. Ich kann nicht antworten, deshalb schüttle ich nur leicht den Kopf und gehe weiter. Langsam verstehe ich, warum meine Mutter sich den Altruan angeschlossen hat, obwohl sie für die Ken vorgesehen war. Wenn sie lediglich nicht darauf ausgewiesen wäre, sich nicht auf die wachsende Korruption der Ken einzulassen, hätte sie ja auch zu den Amitee oder den Kandor gehen können. Aber sie hat die Fraktion gewählt, wo sie den Bedürftigen helfen konnte und den größten Teil ihres Lebens dafür geopfert, sich um die Fraktionslosen zu kümmern. Die Verhältnisse dort haben sie zweifellos an diesen Ort hier erinnert. Ich wende mich von Amar ab, damit er meine Tränen nicht sieht. Lass uns zum Truck zurück gehen. Alles in Ordnung mit dir? Ja. Wir machen Kehrt, als plötzlich Pistolenschüsse zu hören sind, gefolgt von einem Ruf. Hilfe! Alle um uns herum laufen auseinander. Das ist George, sagt Amar und rennt in eine Gasse rechts von uns. Ich jage ihm hinterher, aber er ist zu schnell für mich und dieser Ort ist ein Labyrinth. Ich verliere ihn binnen Sekunden und dann bin ich allein. Obwohl die Altruan fast zwangsläufig Mitleid für diese Menschen empfinde, habe ich doch auch Angst vor ihnen. Wenn sie tatsächlich wie die Fraktionslosen sind, dann sind sie verzweifelt und vor verzweifelten Menschen bin ich steht steht eine kleine dünne Frau mit einem schmutzigen Gesicht. Du solltest lieber nicht da draußen rumlaufen, sagt sie. Sie greifen jeden an, ganz gleich wie jung er ist. Sie, wiederhole ich. Es gibt hier sehr viele zornige Leute, antwortet die Frau. Bei manchen weckt der Zorn den Wunsch, jeden zu töten, den sie für einen Feind halten. Andere macht der Zorn sehr erfinderisch. Ja, also, danke für deine Hilfe, sage ich. Mein Name ist Triss. Amy, setz dich. Ich kann nicht, sage ich. Meine Freunde sind dort draußen. Dann solltest du warten, bis die Horden sich um deine Freunde geschart haben und dich dann von hinten an sie heranschleichen. Das hört sich schlau an. Meine Waffe bohrt sich in meinen Beinen, als ich mich auf den Boden sinken lasse. Die kugelsichere Weste ist so steif, dass es schwer fällt, sich bequem niederzulassen. Aber ich bemühe mich, möglichst entspannt zu wirken. Ich höre draußen Menschen rennen und rufen. Amy zieht die Ecke der Plane zurück, um hinaus zu spähen. Du und deine Freunde sind also keine Soldaten, stellt sie fest und blickt nach draußen. Dann seid ihr wohl komme aus der Stadt. Ich meine Chicago. Amy zieht die Augenbrauen hoch. Verdammt, haben sie das Experiment abgebrochen? Noch nicht. Schade. Schade? wiederhole ich stirnrunzelnd. Du redest von meinem Zuhause? Kann sein, aber dein Zuhause liefert ihnen angeblich den Beweis, dass Gendefekte Menschen beschädigt sind, was schlicht und einfach nicht stimmt. Also ja, es ist schade, dass das Experiment weiterläuft. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, das gesagt zu haben. So habe ich es noch nicht betrachtet. Für mich muss Chicago weiter existieren, weil die Menschen, die ich verloren habe, dort gelebt haben, und weil die Art zu leben, die ich früher geliebt habe, dort fortgeführt wird, wenn auch in einer abgeänderten Form. Aber mir war nicht klar, dass Chicagos bloße Existenz anderen Menschen schaden könnte. Es wird Zeit, dass du gehst, sagt Amy und lässt die Ecke der Plane fallen. Sie sind wahrscheinlich an einem der Treffpunkte, nordwestlich von hier. Nochmals vielen Dank, sage ich. Sie nickt und ich ducke mich aus ihrem improvisierten Zuhause. Die Bretter knarren unter meinen Füßen. Ich husche durch die Gassen, froh, dass die Leute bei unserer Ankunft wissen was und gelange schließlich in eine Art Innenhof, wo ein hochgewachsener schlachsiger Junge George mit einer Waffe bedroht. Eine kleine Gruppe von Menschen umringt die beiden. Sie haben Georges Überwachungsausrüstung untereinander verteilt und zerstören sie, schlagen mit Schuhen und Stöcken und Hämmern darauf. Georges Blick wandert zu mir, aber ich lege hastig einen Finger auf die Lippen. sagt George. Nein, antwortet der Junge. Seine hellen Augen wandern immer wieder von George zu den Menschen um ihn herum und zurück. Ich habe eine Menge Mühe gehabt, um dran zu kommen. Das kannst du also gleich wieder vergessen. Dann lass mich einfach gehen. Du kannst die Waffe behalten. Nicht bevor du uns sagst, wohin ihr unsere Leute gebracht habt, verlangt der Junge zu wissen. Wir sind Wissenschaftler. Ja, richtig, gibt der Junge zurück. Eine kugelsichere Weste? Wenn das kein Soldatenscheiß ist, dann bin ich der reichste Junge in den Staaten. Jetzt drück endlich mit der Sprache raus. Ich bewege mich rückwärts, so dass ich hinter einer der Hütten stehe. Dann schiebe ich meine Waffe um die Ecke des Gebäudes und sage Hey! Alle drehen sich um, nur der Junge mit der Waffe nicht. Anders als ich gehofft habe, zielt er weiter auf George. Ich habe dich in meinem Visier, sage ich. Verschwinde sofort, dann lasse ich dich in Ruhe. Ich werde ihn erschießen, ruft er. Ich werde dich erschießen, erwidere ich. Wir gehören zur Regierung, aber wir sind keine Soldaten. Wir wissen nicht, wo eure Leute sind. Wenn du ihn gehen ist, garantiere ich dir, dass bald Soldaten kommen und dich verhafte. In diesem Moment taucht Amar hinter George im Hof auf und jemand in der Menge kreischt. Da sind noch viel mehr von ihnen. Alle laufen auseinander. Der Junge mit der Waffe hechtet in die nächste Gasse und lässt George, Amar und mich allein zurück. Trotzdem halte ich den Rücken. Amar sieht mich an. Na, zweifelst du immer noch daran, dass Gendefekte dafür verantwortlich sind? Ich gehe an einer Hütte vorbei und sehe ein kleines Mädchen gleich hinter der Tür hocken, die Arme um die Knie geschlungen. Sie sieht mich durch den Ritz in den übereinander liegenden Planen an und wimmert leise. Ich frage mich, wer diese Menschen gelehrt ihn zu zielen. Ja, das tue ich, antworte ich. Ich kenne andere Leute, denen ich die Schuld daran geben kann. Als wir zum Truck zurückkommen, installieren Jack und Violet gerade eine der Überwachungskameras, die nach unserem Aufeinandertreffen mit den Leuten aus der Zone noch übrig sind. Violet hat einen Bildschirm in der Hand, von dem sie gerade eine lange Liste von Zahlen abliest, die Jack angegriffen, sagt George. Wir müssen weg und zwar sofort. Das trifft sich gut, denn wir sind gerade mit den letzten Koordinaten fertig geworden, sagt Violet. Also nichts wie los. Wir steigen wieder in den Truck. Amar zieht die Türen hinter uns zu. Ich sichere meine Waffe und lege sie auf den Boden, froh darüber, sie aus der Hand legen zu können. Heute Morgen beim Aufwachen habe ich nicht gedacht, dass ich im Laufe des Tages eine scharfe Waffe auf einen Menschen richten würde. Ich habe allerdings auch nicht geahnt, welche Lebensumstände ich hier zu Gesicht bekommen würde. Es ist die Altruan in dir, meint Amar. Deshalb hast du diesen Ort. Ich sehe es dir an. Das liegt an einer ganzen Reihe von Dingen. Das gleiche habe ich auch bei fügte er hinzu. Mir ist aufgefallen, dass die Fraktionswechsler unter den Ferox sich in unterschiedliche Typen aufteilen lassen. Kennen, die zu den Ferox wechseln, neigen zu Brutalität und Grausamkeit. Ehemalige Kandor entwickeln sich oft zu lärmenden, streitsüchtigen Adrenalin-Junkies. Und Altruan, die zu den Ferox wechseln werden, ich weiß auch nicht genau, Krieger, schätze zu. Wenn Forn nicht so von seinen Selbstzweifeln geplagt würde, wäre er der geborene Anführer. Der Meinung war ich schon immer. Ich glaube, du hast recht, antworte ich. Er bringt sich immer nur dann in Schwierigkeiten, wenn er sich zum Mitläufer macht, wie bei Nita oder bei Evelyn. Und was ist mit dir? frage ich mich selbst. Du wolltest ihn auch zu einem Mitläufer machen. Nein, das wollte ich nicht, sage ich mir, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es selbst glaube. Amar nickt. Bilder aus der Zone kommen immer wieder in mir hoch, hartnäckig wie ein Schluck auf. Ich sehe meine Mutter als Kind vor mir, wie sie in einer dieser Hütten kauert, wie sie versucht, an Waffen zu gelangen, die wenigstens ein kleines bisschen Sicherheit garantieren, wie sie im Winter Rauchschwaden einatmet und die Hustenanfälle für ein wenig Wärme in Kauf nimmt. Ich weiß nicht, warum sie diesem Ort nach ihrer Rettung so bereitwillig den Rücken zukehrte. Sie wuchs in die Welt der Leute vom Amt hinein und arbeitete den Rest ihres Lebens für diese Sache. Hat sie vergessen, woher sie kam? Nein, das ist undenkbar. Sie hat ihr ganzes Leben damit zugebracht, den Fraktionslosen zu helfen. Vielleicht hat sie das nicht nur in Erfüllung ihrer Pflichten als Altruan getan. Vielleicht kam es aus dem tiefen Bedürfnis, Menschen wie denen zu helfen, die sie hier zurückgelassen hatte. Plötzlich ertrage ich die Erinnerung an sie oder an diesen Ort oder an die Dinge, die ich hier gesehen habe nicht mehr. Ich klammere mich an den erstbesten Gedanken, der mir durch den Kopf schießt, um mich abzulenken. Du und Tobias, ihr wart gute Freunde? Hat er überhaupt so etwas wie gute Freunde? Amar schüttet den Kopf. Aber ich habe ihm seinen neuen Namen gegeben. Ich habe beobachtet, wie er sich seinen Ängsten stellt. Und mir ist nicht entgangen, wie er von seinen Sorgen geplagt wurde. Also dachte ich, er könnte einen Neuanfang gebrauchen und begann ihn vorzunennen. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich würde nicht sagen, dass wir besonders enge Freunde waren. Jedenfalls nicht so eng, wie ich es mir gewünscht hätte. Amar lehnt den Kopf an die Wand und schließt die Augen. Ein leichtes Lächeln umspielt seine Lippen. Oh, murmle ich, hast du ihn gemocht? Warum fragst du das? Ich zucke mit den Schultern. Es ist nur die Art, wie du von ihm sprichst. Ich mag ihn nicht mehr auf diese Art, wenn es das ist, was du wissen willst. Ja, es hat eine Zeit gegeben, als ich Gefühle für ihn hatte. Aber es war ziemlich offensichtlich, dass er diese spezielle Zuneigung nicht erwiderte. Also habe ich mich zurückgezogen, sagt Amar. Ich wäre dir dankbar, wenn du das nicht weiter erzählen würdest. Tobias? Natürlich nicht. Nein, ich meine, du sollst es für dich behalten. Und ich spreche nicht nur von der Sache mit Tobias. Er wirft einen Blick zu George, dessen Hinterkopf inzwischen über den beträchtlich geschrumpften Ausrüstungsstapel zu sehen ist. Es überrascht mich nicht, dass er und George ihren eigenen Tod vortäuschen mussten, um zu überleben. Sie sind beide Außenseiter in einer unvertrauten Welt. Die Sache ist die, fährt Amar fort. Das Amt ist besessen von dem Gedanken der Fortpflanzung, der Weitergabe von Genen. Und George und ich sind beide GPs. Daher wird jede Beziehung, die keine stärkeren Gencodes hervorbringt, es wird nicht gern gesehen, das ist alles. Ah, ich wegen keine Gedanken zu machen. Ich bin nicht auf die Produktion starker Gene versessen. Ich lächle trocken. Danke, sagt er. Einige Sekunden sitzen wir schweigend da und sehen zu, wie die Ruinen hinter uns verschwimmen und der Truck das Tempo beschleunigt. Ich denke, du tust vor gut, bemerkt er. Ich starre auf meine Hände, die ich im Schoß gefaltet habe. Ich habe keine Lust, ihm und selbst wenn es anders wäre, würde ich nicht darüber reden wollen. Oh, ist alles, was ich herausbringe. Ja, ich sehe, was du in ihm zum Vorschein bringst. Du kannst das nicht wissen, weil du ihn vorher nie erlebt hast. Aber ohne dich ist vor ein ganz anderer Mensch. Er ist zwanghaft, explosiv, unsicher. Zwanghaft? Wie sonst würdest du jemanden bezeichnen, der sich immer und immer wieder in seine Angst Landschaft stürzt? Ich weiß nicht. Entschlossen? Ich zögere. Mutig. Ja, sicher. Aber auch ein bisschen übergeschnappt, oder? Ich meine, die meisten Ferox würden sich lieber in die Schlucht stürzen, als immer wieder durch ihre Angst Landschaften gehen zu müssen. Es gibt Mut und es gibt Masochismus. Und bei Tobias ist die fließend. Mit dieser Grenze kenne ich mich aus, sage ich. Ich weiß, Amar grinst. Wie auch immer, was ich sagen will, wenn man zwei Menschen zusammenknautscht, gibt es immer Reibereien. Aber euch ist anzusehen, dass das, was ihr aneinander habt, die Sache wert ist. Das ist alles. Ich rümpfe die Nase. Zwei Menschen zusammenknautschen, hm? Amar presst die Handflächen zusammen und dreht sie hin und her, um zu zeigen, was er damit meint. Ich muss lachen, aber das schmerzhafte Ziehen in meiner Brust kann nicht mehr. Ich gehe zu der Gruppe von Stühlen vor den Fenstern des Kontrollraums, hole nacheinander die Bilder der Überwachungskameras aus allen Ecken der Stadt auf den Schirm und halte nach meinen Eltern Ausschau. In der Lobby des Hauptquartiers der Ken entdecke ich Evelyn, Therese und einen Fraktionslosen, wie sie die Köpfe zusammenstecken und etwas beratschlagen. Jetzt, wo ich fort bin, sind die beiden Evelyn's Stellvertreter. Ich drehe den Tonlauter, aber aus den Lautsprechern dringt nur Gemurmel. Durch die rückwärtigen Fenster des Kontrollraums blicke ich auf denselben leeren Nachthimmel, der auch in der Stadt zu sehen ist. Nur die kleinen blauen und roten Lichter, die die Landebahn der Flugzeuge markieren, stören die schwarze Dunkelheit. Seltsam, dass wir gerade das gemeinsam haben, wo uns sonst so viel trennt. Mittlerweile herumgesprochen, dass ich derjenige war, der das Sicherheitssystem in der Nacht vor dem Angriff lahmgelegt hat. Aber zumindest war ich nicht derjenige, der einem ihrer Kollegen aus der Nachtschicht das Friedenserum eingeflößt hat, damit ich freie Hand hatte. Das war Nita. Im Großen und Ganzen ignorieren sie mich einfach, solange ich mich von ihren Kontrollpulten fernhalte. Auf dem nächsten Bildschirm scrolle ich ein weiteres Mal durch das Filmmaterial, Punkten, die mir zeigen könnten, was die Getreuen vorhaben. Alle Stadtteile erscheinen auf dem Bildschirm, die Brücke in der Nähe des Merciless Mart, der gläserne Turm und die Hauptstraße des Altruan Sektors, die Zentrale und das Riesenrad und die Amitee-Felder, die jetzt von allen Fraktionen bewirtschaftet werden. Du bist in letzter Zeit ziemlich oft hier, höre ich Caras Stimme neben mir. Versteckst du dich? Oder ist es etwas anderes? Sie hat recht. Ich bin in den letzten Tagen ziemlich häufig hergekommen. Ich vertreibe mir damit die Zeit, während ich darauf warte, dass Triss ihren Urteilsspruch fällt, dass wir mit unseren Umsturzplänen gegen das Amt vorankommen oder einfach darauf, dass irgendwann irgendetwas passiert. Nein, antworte ich. Ich versuche nur meine Eltern im Auge zu behalten. Die Eltern, die du hast? Jetzt steht sie neben mir mit verschränkten Armen. Ja, klar, ich kann verstehen, warum du jede wache Stunde damit zubringst, wie gebannt auf Menschen zu starren, mit denen du nichts mehr zu tun haben willst. Das klingt logisch. Sie sind gefährlich, erwidere ich. Und was sie noch gefährlicher macht, ist die Tatsache, dass außer mir niemand ahnt, wie gefährlich sie wirklich sind. Und was willst du von hier aus unternehmen, wenn sie etwas Schreckliches tun? ein Rauchssignal aussenden? Ich blitze sie wütend an. Na schön, sie hebt die Hände und gibt sich geschlagen. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass du nicht mehr zu ihrer Welt gehörst. Jetzt bist du hier und nirgendwo sonst, das ist alles. Kapiert. Ich habe die Ken nie für besonders feinfühlig gehalten, was zwischenmenschliche Beziehungen oder Gefühle angeht. Aber Caras scharfe Augen sehen alles. Meine Angst. Meine Flucht in die Vergangenheit, mit der ich mich abzulenken versuche. Es ist beinahe erschreckend. Ich arbeite mich durch die verschiedenen Kameraeinstellungen hindurch. Doch bei einer Aufnahme stutze ich und scrolle zurück. Die Szene ist dunkel, schließlich ist es Nacht. Aber aus einem Gebäude, das ich nicht erkenne, sehe ich Menschen ausschwärmen wie Vögel. Sie laufen im Gleichschritt. Sie tun es, sagt Cara atemlos. Die Getreuen greifen wirklich an. Hey, rufe ich den Frauen an den Kontrollpulten zu. Die Ältere, die mir immer einen bösen Blick zuwirft, sobald ich mich hier blicken lasse, hebt den Kopf. Kamera 24, schnell! Sie tippt auf ihrem Bildschirm. Und alle, die sich zufällig im Überwachungsbereich aufhalten, sammeln sich hinter mir. Leute, die auf dem Gang vorbeikommen, bleiben stehen, und blicken uns über die Schultern, um zu sehen, was passiert. Kannst du die anderen holen? frage ich Cara. Ich finde, das sollten sie sehen. Sie nickt mit weit aufgerissenen, wilden Augen und eilt aus dem Kontrollraum. Die Leute in dem unbekannten Gebäude tragen weder eine Uniform, an der man sie erkennen könnte, noch die Armbinden der Fraktionslosen. Aber sie sind bewaffnet. Ich versuche, ein Gesicht auszumachen, irgendwas Bekanntes, aber die Aufnahmen sind zu verschwommen. Ich beobachte, wie sie sich formieren und sich mit Handzeichen verständigen. Dunkle Arme blitzen vor dem noch dunkleren Nachthimmel auf. Ich schiebe meinen Daumennagel zwischen die Zähne und warte ungeduldig. Ich brenne förmlich darauf, dass irgendwas passiert. Einige Minuten später kommt Cara mit den anderen im Schlepptau zurück. Als sie in der Menschentraube um die vordersten Bildschirme stecken bleiben, sagt Peter laut genug. Entschuldigung, dass die Köpfe sich zu ihm umdrehen. Als die Leute ihn erkennen, machen sie Platz. Was ist los? fragt er. Die Getreuen haben eine Armee aufgestellt, antworte ich und zeige auf den Bildschirm auf der linken Seite. Es sind Leute aus allen Fraktionen, sogar Amitee und Ken. Ich habe in den letzten Tagen viel Zeit vor den Bildschirmen verbracht. Ken? wiederholt Caleb. Die Getreuen sind die Feinde der neuen Feinde, der Fraktionslosen, antwortet Cara. Daher haben die Ken und die Getreuen ein gemeinsames Interesse, Evelyn zu stürzen. Habe ich richtig gehört? Die Amitee schließen sich einer Armee an? fragt Christina mich. Sie wollen sich nicht an Gewaltaktionen beteiligen, sage ich, aber sie unterstützen die Sache. Die Getreuen haben vor einigen Tagen ein Waffenlager geplündert, erklärt uns die junge Frau am Kontrollpult über die Schulter hinweg. Das hier ist ihr zweites. Daher haben sie jetzt auch Waffen. Nach dem ersten Überfall hat Evelyn einen Großteil der Waffenbestände an einen anderen Ort schaffen lassen, aber bei diesem Lagerhaus ging es nicht schnell genug. Mein Vater weiß, was auch Evelyn wusste. Dass die Macht, die Menschen in Angst zu versetzen, die einzige Macht ist, auf die es ankommt. Und Waffen sind genau das, was er dazu braucht. Was haben sie vor, fragt Caleb. Die Getreuen verfolgen das Ziel, die Stadt wieder an ihren ursprünglichen Zwecken auszurichten, antwortet Kara. Dazu gehört auch der Plan, eine Gruppe von Leuten aus der Stadt zu schicken, so wie Edith Pryor es gefordert hat. Damals hielten wir das für wichtig, obwohl mir seither klar geworden ist, dass ihre Anweisungen nie wirklich von Bedeutung waren. Dazu gehört aber auch das Vorhaben, das Fraktionssystem notfalls mit Gewalt wieder einzusetzen. Sie bereiten einen Angriff auf den Stützpunkt der Fraktionslosen vor. Das habe ich noch mit Johanna besprochen, bevor ich fortging. Was nicht abgesprochen war, ist das Bündnis mit deinem Vater, Tobias. Aber Johanna ist jemand, der eigene Entscheidungen trifft. Ich hatte fast vergessen, dass Kara die Anführerin der Getreuen war, bevor wir die Stadt verlassen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr jetzt noch etwas am Fraktionssystem liegt, aber sie sorgt sich natürlich um ihre Leute. Ich sehe es in ihren Augen. wenn sie den Blick auf die Bildschirme richtet. Gespannt, aber angstvoll. Durch das Stimmengewirr um uns herum höre ich, wie Schüsse einsetzen. Zuerst dringt nur ein undeutliches Knacken und Kratzen durch die Lautsprecher. Ich tippe den Glasbildschirm vor mir an und der Kamerawinkel wechselt. Jetzt erscheint eine Innenansicht des Gebäudes, in das die Getreuen gerade eingedrungen sind. Auf einem Tisch im Innern stapeln sich kleine Kartons, Munition und einige Pistolen. Gegen die Überfülle an Waffen, die die Leute hier haben, wirkt die Ausbeute geradezu mickrig. Aber in der Stadt können diese Waffen entscheidend sein. Mehrere Männer und Frauen mit fraktionslosen Armbinden bewachen die Bestände, aber sie sind in der Unterzahl und haben keine Chance. Inmitten der Getreuen entdecke ich ein vertrautes Gesicht. Sieg, wie er den Knauf seiner Waffe einem Fraktionslosen gegen das Kinn rammt. Nach zwei Minuten sind die Fraktionslosen überwältigt und fallen, getroffen von Kugeln, die ich erst sehe, als sie sich bereits in das Fleisch ihrer Opfer gegraben haben. Die Angreifer verteilen sich im Raum und treten über Leichen, als seien sie nichts als Schutt. Sie sammeln alles auf, was ihnen in die Finger kommt. Sieg stapelt einzelne Waffen auf dem Tisch. In seinen Zügen liegt ein harter Ausdruck, wie ich ihn nur selten gesehen habe. Dabei weiß er noch nicht einmal, was mit Uriah geschehen ist. Die Frau am Schreibtisch tippt mehrmals auf den Bildschirm. Auf einem der kleineren Schirme über ihr erscheint ein Ausschnitt der Aufnahmen, die wir gerade gesehen haben, als Standbild. Sie tippt erneut auf den Schirm und die Kamera zoomt näher an den Fokus heran. Ein Mann mit kurzgeschorenem Haar, neben einer Frau mit langen, dunklen Haaren, die ihr seitlich übers Gesicht fallen. Marcus natürlich und Johanna mit einer Waffe in der Hand. Mit vereinten Kräften haben sie es geschafft, einen Großteil der loyalen Fraktionsmitglieder für ihre Sache zu gewinnen. Überraschenderweise sind die Getreuen gegenüber den Fraktionslosen dennoch in der Unterzahl. Die Frau lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück und schüttelt den Kopf. Es gibt viel mehr Fraktionslose, als wir geahnt haben. Es ist schwierig, an genaue Zahlen zu kommen, wenn die Betreffenden in alle Himmelsrichtungen verstreut sind. Johanna? An der Spitze einer Rebellion? Mit einer Waffe? Das ergibt keinen Sinn, sagt Caleb. Ich habe Johanna einmal sagen hören, dass sie, wäre es nach ihr gegangen, einen Aufstand gegen die Ken, der passiven Haltung vorgezogen hätte, die der Rest ihrer Fraktion befürwortete. Aber damals war sie von ihrer Fraktion abhängig. Jetzt, da die Fraktionen aufgelöst sind, scheint sie sich aus ihrer Rolle als Sprachrohr der Amitée befreit zu haben. Aus ihr ist nicht nur die Anführerin der Getreuen geworden. Sie ist jetzt eine Kriegerin. Das ergibt mehr Sinn, als du vielleicht denkst, erwidere ich und Cara nickt. Ich beobachte, wie sie Waffen und Munition aus dem Raum schaffen und sich schnell in alle Richtungen verstreuen, wie Saatkörner im Wind. Ich fühle mich bleiern, wie mit einer neuen Last beschwert. Ich frage mich, ob die anderen, Cara, Christina, Peter, sogar Caleb, genauso empfinden. Die Stadt, unsere Stadt, ist der endgültigen Zerstörung näher als je zuvor. Wir können zwar vorgeben, nicht mehr Teil dieser Stadt zu sein, während wir hier verhältnismäßig sicher leben, aber das stimmt nicht. Es schneit und ist dunkel, als wir in die Einfahrt zum Amt abbiegen. Die Flocken wirbeln über die Straße, leicht wie Puderzucker. Es ist nur ein früher Herbstschnee, von dem am Morgen nichts mehr da sein wird. Ich nehme meine kugelsichere Weste ab, kaum dass ich aus dem Truck gestiegen bin, und reiche sie am Arm zusammen mit meiner Waffe. Sie fühlt sich unangenehm in meiner Hand an. Ich dachte, dass dieses Unbehagen mit der Zeit vergehen würde, aber inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Vielleicht wird es für immer bleiben, und vielleicht ist das auch ganz gut so. Warme Luft hüllt mich ein, als ich durch den Eingang gehe. Jetzt, da ich die Zone mit eigenen Augen gesehen habe, wirkt der Gebäudekomplex noch makelloser als zuvor. Der direkte Vergleich ist verstörend. Wie kann ich über diese quietschenden Böden gehen und diese gestärkten Kleider tragen, wenn ich gleichzeitig weiß, dass dort draußen Menschen sind, die ihre Behausungen für ein wenig Wärme mit Planen abdecken müssen? Doch als ich den Hotelschlafsaal erreiche, ist das beklemmende Gefühl verflogen. Ich blicke mich suchend im Raum um und halte nach Christina oder Tobias Ausschau, aber keiner von beiden ist hier. Ich sehe nur Peter, der mit einem großen Buch auf dem Schoß in einen Notizblock kritzelt, und Caleb, der vertieft ist in das Tagebuch unserer Mutter und mit glasigen Augen auf den kleinen Bildschirm starrt. Ich versuche nicht weiter darüber nachzudenken. Hat einer von euch vielleicht … Wen will ich sehen, Christina oder Tobias? Vorgesehen? nimmt mir Caleb die Entscheidung ab. Ich habe ihn vorhin im Genealogieraum getroffen. Im … was? In dem Raum mit den Stammbäumen unserer Vorfahren. Hast du ein Blatt Papier für mich? sagt er an Peter Gewand. Peter reißt ein Blatt aus dem hinteren Teil seines Notizblocks und reicht es Caleb, der etwas darauf notiert. Eine Wegbeschreibung. Ich habe vorhin die Namen unserer Eltern dort entdeckt. An der rechten Wand auf der zweiten Platte vor der Tür, sagt Caleb. Er reicht mir die Notiz, ohne mich anzusehen. Ich betrachte die akkuraten, gleichmäßigen Buchstaben seiner Handschrift. Bevor ich auf ihn losgegangen bin, hätte Caleb darauf bestanden, mir persönlich den Weg zu zeigen. Er nutzt jede sich bietende Gelegenheit, um für ein paar Minuten mit mir allein zu sein und mir immer wieder die Gründe für sein Verhalten darzulegen. Aber neuerdings hält er Abstand. Entweder weil er Angst vor mir hat, oder weil er es endlich aufgegeben hat. Weder das eine noch das andere finde ich erfreulich. Danke, mummle ich. Ähm, wie geht es deiner Nase? Bestens, erwidert er mit dem Anflug eines Lächelns. Der Bluterguss bringt meine Augenfarbe ziemlich gut zur Geltung. Findest du nicht auch? Ich erwidere sein Lächeln, aber es ist offensichtlich, dass es nichts mehr zu sagen gibt, weil uns beiden die Worte ausgegangen sind. Moment mal, du warst heute ja gar nicht da, oder? fragt er nach einer Sekunde des Schweigens. In der Stadt tut sich etwas. Die Getreuen haben sich gegen Evelyn erhoben und eines ihrer Waffenlager überfallen. Ich starre ihn an. Ich habe seit einigen Tagen nicht mehr verfolgt, was in der Stadt geschieht. Die Ereignisse hier haben mich zu sehr in Beschlag genommen. Die Getreuen? wiederhole ich. Sie haben unter der Führung von Johanna Reis ein Waffenlager angegriffen? Schon kurz vor unserem Aufbruch lag etwas in der Luft und ich hatte das Gefühl, dass die Stadt bald in einen weiteren Konflikt stürzen würde. Wahrscheinlich ist es jetzt soweit. Trotzdem fühle ich mich seltsam unbeteiligt. Fast alle Menschen, an denen mir etwas liegt, sind hier und nicht dort. Unter der Führung von Johanna Reis und Marcus Eaton, präzisiert Caleb. Johanna hatte tatsächlich eine Waffe in der Hand. Es war absurd. Die Leute vom Amt hat das ziemlich beunruhigt. Wow. Ich schüttle den Kopf. Ich schätze, es war einfach eine Frage der Zeit. Wir verfallen wieder in Schweigen. Dann wenden wir uns gleichzeitig voneinander ab. Caleb kehrt zu seinem Bett zurück und ich folge seiner Wegbeschreibung. Der Genealogieraum ist schon von Weitem zu sehen. Die bronzenen Wände leuchten in einem warmen Licht. Als ich durch die Tür trete, habe ich das Gefühl, in einen Sonnenuntergang zu tauchen, dessen Schimmer mich einhüllt. Tobias fährt mit den Fingerspitzen über die Linien seines Familienstammbaums. Zumindest nehme ich das an. Er wirkt gedankenverloren, als wäre er nicht wirklich bei der Sache. Ich nehme an, dass es die zwanghafte Seite, die Amar gemeint hat. Ich weiß, dass Tobias die letzten Tage damit verbracht hat, seine Eltern auf den Bildschirmen zu beobachten. Und jetzt steht er hier und starrt auf ihren Namen, obwohl dieser Raum ihm nichts verraten kann, was er nicht längst weiß. Ich hatte recht. Er ist tatsächlich verzweifelt. Verzweifelt in seiner Suche nach Nähe zu Evelyn. Verzweifelt in seinem Wunsch, nicht genetisch defekt zu sein. Aber mir ist der Gedanke nie gekommen, dass diese Dinge zusammenhängen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlen muss, seine eigene Vergangenheit zu hassen und sich nach der Liebe jener Menschen zu sehnen, die einem die Last dieser Vergangenheit mit auf den Weg gegeben haben. Warum habe ich diesen Riss in seinem Herzen nie gesehen? Warum habe ich nie begriffen, dass er neben seiner starken, gutherzigen Seite genauso eine leidende, gebrochene hat? Von Caleb weiß ich, was Mom dazu gesagt hat, nämlich, dass alle Menschen in ihrem Inneren etwas Böses tragen und und dass der erste Schritt, jemanden zu lieben, darin besteht, das gleiche Böse in sich selbst zu erkennen, sodass man es dem anderen verzeihen kann. Wie kann ich Tobias seine Verzweiflung zum Vorwurf machen und so tun, als sei ich besser als er? Als hätte ich mich nie von meiner eigenen Zerrissenheit zu unüberlegten Handlungen treiben lassen. Hey, sage ich und zerknülle Calebs Wegbeschreibung und stopfe sie in meine Hosentasche. Er wendet sich um. Sein Gesichtsausdruck ist so vertraut und ernst. Seine Miene erinnert mich an die ersten Wochen, als wir uns gerade kennengelernt hatten. Ein undurchdringlicher Ausdruck, der seine innersten Gedanken bewacht. Hör zu, sage ich. Ich dachte, ich müsste mir noch darüber klar werden, ob ich dir verzeihen kann oder nicht. Aber mir ist klar geworden, dass du mir nichts getan hast, was ich dir verzeihen müsste. Mal abgesehen von deiner Unterstellung, ich sei eifersüchtig auf Nita. Er öffnet den Mund, um etwas zu erwidern, aber ich hebe die Hand, um ihn am Sprechen zu hindern. Wenn wir zusammenbleiben, werde ich dir wieder und wieder verzeihen müssen. Und umgekehrt wirst auch du mir wieder und wieder verzeihen müssen, sage ich. Also geht es gar nicht darum, ob ich dir vergebe oder nicht. Worüber ich mir wirklich Gedanken hätte machen sollen, ist die Frage, ob wir einander noch gut tun. Auf dem Heimweg sind mir Amars Worte darüber, dass es in jeder Beziehung Probleme gibt, nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe an meine Eltern gedacht, die sich häufiger gestritten haben als alle anderen Altruan-Eltern, die ich kenne, die aber trotzdem bis zu ihrem Tod gemeinsam durchs Leben gegangen sind. Dann habe ich darüber nachgedacht, wie stark ich geworden bin, wie sicher ich meiner selbst sein kann, und dass er es war, der mir immer gesagt hat, dass ich mutig bin, dass ich respektiert werde, dass ich geliebt werde und es wert bin, geliebt zu werden. Und, fragt er ein kleines bisschen unsicher, was man an seiner Stimme, seinen Augen, seinen Händen ablesen kann. Und, greife ich seine Frage auf, ich denke, du bist immer noch der Einzige, der scharf genug geschliffen ist, um mich zu schärfen. Das bin ich, sagt er rau. Und ich küsse ihn. Er legt die Arme um mich und zieht mich an sich, hebt mich auf die Zehenspitzen. Ich vergrabe das Gesicht in seiner Schulter und schließe die Augen, atme nur seinen frischen Duft ein, den Geruch von Wind. Früher dachte ich, dass die Leute sich irgendwann verlieben und dann bei dem Menschen landen, zu dem das Schicksal sie verschlagen hat, und das war's dann. Vielleicht stimmt das für den Anfang, aber es stimmt nicht für das hier, nicht für jetzt. Ich habe mich in ihn verliebt, aber ich bleibe nicht gedankenlos und automatisch bei ihm, als hätte ich keine Alternative. Ich bleibe bei ihm, weil ich mich dafür entscheide. Jeden Tag, wenn ich die Augen aufschlage. Jeden Tag, wenn wir uns in Lügen verstricken, streiten oder enttäuschen. Ich entscheide mich immer wieder aufs Neue für ihn. Am Morgen meiner ersten Ratssitzung treffe ich in Davids Büro ein, als der Zeiger meiner Uhr gerade auf Zehn springt. Kurz darauf erscheint er selbst. Er wirkt noch blasser als bei unserer letzten Begegnung. Die dunklen Ringe haben sich tief um seine Augen gegraben und wirken wie Blutergüsse. Hallo Triss, begrüßt er mich. Du kannst es kaum erwarten, was? Du bist sehr pünktlich. Meine Glieder fühlen sich nach immer ein wenig schwer an von dem Wahrheitsserum, das Caleb, Kara und Matthew heute Morgen an mir getestet haben. Es gehört zu unserem Plan. Die drei versuchen ein wirkungsvolles Serum zu entwickeln, gegen das selbst GPs, die so resistent gegen Seren sind wie ich, nichts ausrichten können. Ich ignoriere das bleiernde Gefühl und sage, nein, ich bin schon gespannt. Schließlich ist es meine erste Sitzung. Brauchen Sie Hilfe? Sie sehen erschöpft aus. Sehr aufmerksam von dir. Ich stelle mich hinter ihn und drücke die Griffe des Rollstuhls, um ihn in Bewegung zu setzen. Er seufzt. Ich bin nur etwas müde. Ich war die ganze Nacht auf und habe mich mit unserer jüngsten Krise herumgeschlagen. Hier müssen wir links abbiegen. Welche Krise? Oh, du wirst es bald genug erfahren. Eines nach dem anderen. Ich manövriere ihn durch die halbdunklen Gänge von Terminal 5, wie dieser Bereich genannt wird, ein Name von früher, wie David mir erklärt, durch einen fensterlosen Bereich, der von der Außenwelt abgeschottet ist. Ich kann die Paranoia, die die dicken Wände des Terminals ausstrahlen, beinahe spüren. Es ist, als wollte das Terminal sich fremden Blicken und neugierigen Augen entziehen. Wenn sie wüssten, wonach ich Ausschau halte. Im Gehen fällt mir ein Blick auf Davids Hände, mit denen er sich auf die Armlehnen stützt. Die Haut um die Fingernägel ist aufgerieben und rot, als hätte er die Nacht damit verbracht, sie abzukauen, und die Fingernägel sind eingerissen. Sie erinnern mich an meine eigenen Finger zu der Zeit, als die Schatten der Angstsimulationen sich in jeden Traum und jeden geistesabwesenden Gedanken schlichen. Vielleicht sind es bei David die Erinnerungen an den Angriff, die ihn so zerrütten. Das ist mir egal, denke ich. Vergiss nicht, was er getan hat. Was er jederzeit wieder tun würde. Da wären wir, sagt David. Ich schiebe ihn durch Doppeltüren, die von Türstoppern offen gehalten werden. Die meisten Ratsmitglieder sitzen schon um einen Tisch und rühren mit dünnen Stäbchen in winzigen Kaffeetassen. Die meisten von ihnen sind Männer und Frauen in Davids Alter. Hier und da sehe ich auch einige jüngere Mitglieder. Zoe wirft mir beim Eintreten ein angestrengtes, aber höfliches Lächeln zu. Kommen wir zur Tagesordnung, sagt David, während er an das Kopfende des Konferenztisches rollt. Ich setze mich neben Zoe auf einen der Stühle am Rand des Raums. Offensichtlich ist es nicht vorgesehen, dass wir mit all den wichtigen Leuten am Tisch sitzen. Aber das kommt mir gerade recht. So kann ich mich ausklinken und abschalten, wenn die Dinge langweilig werden. Obwohl ich bezweifle, dass es so weit kommt, wenn diese neue Krise so ernst ist, dass sie David um den Schlaf bringt. Gestern Nacht hat mich ein panischer Anruf aus dem Kontrollraum erreicht, beginnt David. Offensichtlich steht Chicago wieder einmal am Rande eines Bürgerkriegs. Fraktionsanhänger, die sich selbst die Getreuen nennen, rebellieren gegen das fraktionslose Regime und plündern die Waffenlager. Was sie nicht wissen ist, dass Evelyn Johnson eine neue Waffe für sich entdeckt hat. Sie ist in den Besitz des Todesserums aus dem Hauptquartier der Kenen gelangt. Wie wir alle wissen, hat niemand diesem Serum etwas entgegenzusetzen. Nicht einmal die Unbestimmten. Wenn die Getreuen die fraktionslose Führung angreifen und Evelyn Johnson zurückschlägt, werden die Verluste ins Unermessliche steigen. Ich starre angestrengt auf den Boden vor meinen Füßen, während lautes Gemurmel durch die Reihen geht. Ruhe, sagt David. Die Experimente stehen bereits kurz vor dem Aus. Wenn wir unseren Chefs nicht beweisen können, dass wir noch alles unter Kontrolle haben, werden die laufenden Projekte gestoppt. Eine weitere Revolution in Chicago würde sie nur in ihrer Auffassung bestätigen, dass unsere Unternehmung ihren Zweck verloren hat. Etwas, das wir nicht zulassen können, wenn wir unseren Kampf gegen Gendefekte fortführen wollen. Hinter Davids erschöpftem, ausgezehrtem Gesichtsausdruck scheint etwas Härteres, Stärkeres auf. Ich glaube ihm aufs Wort. Ich glaube, dass er nichts unversucht lassen wird, um es nicht so weit kommen zu lassen. Es ist an der Zeit, das Gedächtnisvirus für einen Massenreset einzusetzen, fährt er fort. Und ich denke, wir sollten es auf alle vier Experimente ausweiten. Ein Reset, platze ich heraus. Alle wenden die Köpfe und blicken mich an. Sie scheinen vergessen zu haben, dass mit mir jemand aus einem der Experimente, über deren Schicksal sie gerade entscheidend anwesend ist. Mit einem Reset bezeichnen wir eine groß angelegte Gedächtnislöschung, sagt David. Es ist das letzte Mittel, das wir einsetzen, wenn unsere Experimente zur Verhaltensmodifikation Gefahr laufen, außer Kontrolle zu geraten. Wir haben es angewandt, bevor wir die Experimente mit Verhaltenskomponenten eingerichtet haben. Der letzte Reset wurde in Chicago einige Generationen vor deiner durchgeführt. Er betrachtet mich mit einem seltsamen Lächeln. Was hast du denn gedacht, wie all die Ruinen im Sektor der Fraktionslosen entstanden sind? Es gab eine Revolution und wir mussten sie auf dem einfachsten Weg ersticken. Ich sitze benommen auf meinem Stuhl und denke an all die aufgerissenen Straßen, zersplitterten Fenster und umgeknickten Laternen im Sektor der Fraktionslosen. Die Zeichen der Zerstörung treten nirgends so augenscheinlich zu Tage wie in diesem Niemandsland. Nicht einmal nördlich der Brücke, wo die Gebäude zwar leer stehen, aber anscheinend friedlich geräumt wurden. Ich habe mir nie große Gedanken um die zerstörten Teile Chicagos gemacht, sondern sie schlicht und einfach für eine Folge der Verwahrlosung gehalten. Ein Zeichen für das, was passiert, wenn Menschen ohne den Halt einer Gemeinschaft leben. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass sie das Ergebnis eines Aufstands und eines anschließenden Resets waren. Mir wird schlecht vor Zorn, dass sie die Revolution verhindern wollen, und zwar nicht, um Leben zu retten, sondern um ihr kostbares Experiment am Laufen zu halten, ist schon schlimm genug. Aber woher nehmen sie das Recht, die Erinnerungen und Persönlichkeiten aus den Köpfen der Menschen zu reißen, nur weil das der bequemste Weg ist? Natürlich kenne ich die Antwort auf diese Frage längst. Diese Leute sehen in den Bewohnern der Stadt lediglich Lieferanten von Genmaterial. GDs, deren Wert nur in den korrigierten Genen liegt, die sie vererben, und nicht in ihren Köpfen und Herzen. Wann? fragt eines der Ratsmitglieder. In den nächsten 48 Stunden, antwortet David. Alle nicken, als sei das vernünftig. Ich erinnere mich daran, was er in seinem Büro zu mir gesagt hat. Wenn wir unseren Kampf gegen den Gendefekt gewinnen wollen, wenn wir verhindern wollen, dass die Experimente ein vorzeitiges Ende finden, werden wir Opfer bringen müssen. Das verstehst du doch, oder? Spätestens da hätte ich wissen müssen, dass er ohne mit der Wimper zu zucken den Verlust von tausenden Erinnerungen, tausenden Leben von GDs in Kauf nehmen würde, um die uneingeschränkte Kontrolle über seine Experimente zu behalten. Dass er all das in Kauf nehmen würde, ohne auch nur über andere Möglichkeiten nachzudenken, ohne das Gefühl zu haben, sie retten zu müssen. Denn schließlich sind sie ja Ich stütze meinen Fuß am Rand von Triss Bett ab und binde mir die Schnürsenkel. Durch die großen Fenster sehe ich die Seitenflächen der geparkten Flugzeuge auf der Landebahn in der Nachmittagssonne schimmern. GDs in grünen Overalls gehen die Tragflächen ab und kriechen unter die Flugzeugnasen, um die Maschinen startklar zu machen. Wie läuft dein Projekt mit Matthew? Frage ich Cara, die zwei Betten weitersitzt. Heute Morgen haben Cara, Caleb und Matthew das neue Wahrheitsserum an Triss getestet, die ich seither nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Cara fährt sich mit der Bürste durchs Haar. Sie blickt sich im Schlafsaal um, um sicher zu gehen, dass wir unter uns sind, bevor sie antwortet. Nicht gut. Triss ist noch immer immun gegen unsere neue Version des Serums. Es zeigt nicht die geringste Wirkung. Seltsam, dass die Gene einen Menschen so resistent gegen jede Form von geistiger Manipulation machen können. Vielleicht liegt es nicht in ihren Genen. Schulterzuckend wende ich mich meinem anderen Schuh zu. Vielleicht ist es so eine Art übermenschliche Dickköpfigkeit. Oh, seid ihr jetzt in der Trennungsphase, wo man sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf wirft? fragt sie zurück. Denn darin habe ich seit der Sache mit Will eine Menge Übung. Ich hätte eine ganze Reihe hässlicher Dinge über ihre Nase anzubieten. Wir haben uns nicht getrennt, sage ich grinsend. Aber es ist schön zu wissen, dass du so nette Gefühle für meine Freundin hegst. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich so vorher die Geschlüsse gezogen habe. Caras Wangen röten sich. Meine Gefühle für deine Freundin sind gemischt, ja. Aber im Grunde habe ich vor allem Respekt vor ihr. Ich weiß, es war nur ein Witz. Es tut gut zu sehen, dass selbst du ab und zu aus der Fassung gerätst. Cara wirft mir einen finsteren Blick zu. Ach, übrigens, fahre ich fort. Was genau gibt es an ihrer Nase auszusetzen? Die Tür zum Schlafsaal schwingt auf und Triss kommt herein. Ihre Haare sind zerzaust und in ihren Augen liegt ein wilder Ausdruck. Es beunruhigt mich, sie so aufgewühlt zu sehen. Es fühlt sich an, als schwanke der Boden unter unseren Füßen. Ich stehe auf und streiche ihr Haar glatt. Was ist passiert? Frage ich und lege beruhigend meine Hand auf ihre Schulter. Ratssitzung, sagt Triss. Sie legt kurz ihre Hand auf meine, dann setzt sie sich auf eines der Betten und lässt ihre Hände zwischen den Knien baumeln. Tut mir leid, wenn ich so hartnäckig bin, sagt Cara. Aber was ist passiert? Triss schüttelt den Kopf. Der Rat hat Pläne geschmiedet. Große Pläne. Stockend erzählt sie uns von dem Plan bezüglich der Experimente. Während sie spricht, schiebt sie die Hände unter die Oberschenkel und verlagert ihr Gewicht darauf, bis ihre Gelenke rot anlaufen. Als sie uns alles erzählt hat, setze ich mich neben sie und lege einen Arm um ihre Schultern. Ich sehe aus dem Fenster und mein Blick bleibt erneut an den schimmernden Flugzeugen hängen, die auf der Landebahn bereitstehen. In weniger als zwei Tagen werden diese Flugzeuge das Gedächtnisvirus über den Städten abwerfen. Was hast du vor? will Cara von Triss wissen. Keine Ahnung, antwortet Triss. Ich bin mir nicht mehr sicher, was richtig und was falsch ist. Cara und Triss ähneln sich in vielerlei Hinsicht. Beide sind Frauen, die von Verlust geprägt und geformt wurden. Der Unterschied ist, dass Caras Schmerz ihrem Leben Gewissheit verliehen hat, während Triss ihre Unsicherheit bewahrt und beschützt hat, trotz allem, was sie durchmachen musste. Sie geht noch immer an alles mit einer Frage statt mit einer Antwort heran. Es ist ein Zug, den ich an ihr bewundere. Etwas, was ich mir wahrscheinlich zum Vorbild nehmen sollte. Für eine Weile sitzen wir schweigend da und ich hänge meinen verschlungenen Gedanken nach. Das können sie nicht machen, überlege ich laut. Sie können nicht einfach alles ausradieren. Sie dürften gar nicht erst die Macht haben, so etwas zu tun. Ich halte inne. Alles wäre so viel einfacher, wenn wir es mit anderen Leuten zu tun hätten. Leuten, die tatsächlich Vernunft annehmen würden, dann könnten wir vielleicht einen Kompromiss finden, einen Mittelweg zwischen dem Erhalt des Experiments und einem Schritt hin zu einer Öffnung. Vielleicht sollten wir einen neuen Stab von Wissenschaftlern importieren, seufzt Carra, und die alten ausmustern. In Triss' Gesicht zuckt ein Muskel und sie fasst sich an die Stirn, als wolle sie einen kurzen, lästigen Schmerz wegreiben. Nein, sagt sie. So weit müssen wir gar nicht gehen. Sie schaut zu mir auf und ihre hellen Augen ziehen mich an. Gedächtnisserum, sagt sie. Ellen und Matthew haben Serien entwickelt, die sich wie Viren verhalten, sodass sie sich in einer Bevölkerung verbreiten können, ohne dass jedem Einzelnen eine Injektion verpasst werden muss. Auf diese Weise wollen die Leute vom Amt einen Reset in der gesamten Stadt durchführen. Aber was, wenn wir den Spieß umdrehen und stattdessen bei ihnen einen Reset vornehmen? Sie spricht immer schneller, während der Gedanke in ihrem Kopf Gestalt annimmt. Ihre Aufregung ist ansteckend und ich komme mir fast so vor, als sei die Idee meine eigene und nicht ihre. Aber ich bezweifle, dass wir damit die Lösung für unser Problem gefunden haben. Ich habe eher das Gefühl, dass wir uns damit von einem Problem ins nächste stürzen. Wir machen einen Reset im Amt und programmieren alle neu, aber ohne die Propaganda und ohne die Geringschätzung gegenüber GDs. Dann werden sie nie wieder die Erinnerungen der Menschen im Experiment aufs Spiel setzen. Die Gefahr wird für immer gebannt sein. Kara zieht die Augenbrauen hoch. Würden wir mit ihren Erinnerungen nicht auch ihr Wissen ausradieren und sie damit überflüssig machen? Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, nur bestimmte Erinnerungen ins Visier zu nehmen, je nachdem, in welchen Teilen des Gehirns das Wissen gespeichert ist. Andernfalls hätten die ersten Fraktionsmitglieder nicht gewusst, wie man spricht oder sich die Schuhe bindet oder solche Dinge. Triss steht auf. Wir sollten Matthew fragen. Er kennt sich besser aus als ich. Ich stehe ebenfalls auf und stelle mich ihr in den Weg. Die Sonnenstrahlen, die sich in den Flugzeugtragflächen spiegeln, blenden mich, sodass ich ihr Gesicht nicht sehen kann. Triss, sage ich. Warte. Du willst wirklich das Gedächtnis einer großen Bevölkerungsgruppe gegen deren Willen auslöschen? Dann tust du nichts anderes als das, was sie mit unseren Freunden und Familienvorhaben. Ich schirme meine Augen mit einer Hand ab. Und da trifft mich der kalte Blick, den ich im Geiste bereits erwartet habe. Sie wirkt älter als je zuvor. Ihre Züge sind ernst und hart und ausgezehrt. Ich fühle mich genauso. Diese Leute haben keine Wertschätzung für menschliches Leben, sagt sie knapp. Sie stehen kurz davor, das Gedächtnis unserer Freunde und Nachbarn auszulöschen. Sie sind verantwortlich für den Massenmord an unserer alten Fraktion. Sie weicht mir aus und marschiert zur Tür. Ich denke, sie können sich glücklich schätzen, dass ich sie überhaupt anmeldere. Matthew verschränkt die Hände hinter dem Rücken. Nein, nein, das Serum löscht nicht das ganze Wissen einer Person, erklärt er. Denkt ihr, wir entwickeln ein Serum, bei dem die Menschen vergessen, wie man spricht oder geht? Er schüttet den Kopf. Es zählt auf explizite Erinnerungen, wie zum Beispiel deinen Namen, wo du aufgewachsen bist, wie dein erster Lehrer hieß und so weiter. Und das lässt implizite Erinnerungen unberührt. Du vergisst nicht, wie man spricht oder sich die Schuhe zubindet oder Fahrrad fährt. Interessant, sagt Cara. Und das funktioniert? Tobias und ich tauschen einen Blick. Es geht auch nichts über eine Konversation zwischen einem Ken und jemandem, der ebenso gut ein Ken sein könnte. Cara und Matthew stehen dicht nebeneinander und je länger sie reden, umso heftiger gestikulieren sie mit den Händen. Es werden unausweichlich einige wichtige Erinnerungen verloren gehen, sagt Matthew. Aber wir haben Unterlagen über die wissenschaftlichen Entdeckungen oder Geschichten der Leute. Die können sie in der nebelhaften Periode nach der Löschung ihres Gedächtnisses neu erlernen. Menschen sind in dieser Phase sehr formbar. Moment mal, sage ich und lehne mich an die Wand. Wenn das Amt reihenweise Flugzeuge mit dem Gedächtnisvirus beladen will, um die Versuchspersonen des Experiments einem Reset zu unterziehen, ist dann überhaupt noch genug Serum übrig, das wir gegen das Amt benutzen können? Wir werden es uns vorher holen müssen, antwortet Matthew. In weniger als 48 Stunden. Cara scheint meine Worte nicht gehört zu haben. Wenn ihr Erinnerungen löschen wollt, müsst ihr sie dann nicht irgendwie ersetzen? Wie funktioniert das? Wir bringen sie den Menschen neu bei. Wie gesagt, die meisten sind nach dem Reset für einige Tage desorientiert, was bedeutet, dass sie leichter zu beeinflussen sind. Matthew setzt sich und dreht sich auf seinem Stuhl einmal um die eigene Achse. Wir geben ihnen einfach neuen Geschichtsunterricht. Einen, der Tatsachen lehrt statt Propaganda. Wir könnten dazu die Fotoserien aus der Zone benutzen, um die Grundlagen historischer Geschichte zu lehren, schlage ich vor. Es gibt Fotos von einem Krieg, den GPs verursacht haben. Wunderbar, Matthew nickt. Aber das löst noch nicht unser größtes Problem. Das Gedächtnisvirus lagert im Waffenlabor. Da, wo Nita gerade erfolglos versucht hat einzubrechen. Es war vorgesehen, dass Christina und ich mit Reggie reden, meldet Tobias sich zu Wort. Aber angesichts des neuen Plans sollten wir besser mit Nita sprechen. Du hast recht, sage ich. Lass uns herausfinden, an welcher Stelle sie einen Fehler gemacht hat. Bei meiner Ankunft kam mir das Amt riesig und undurchschaubar vor. Jetzt brauche ich nicht einmal mehr Schilder, um den Weg ins Krankenhaus zu finden, und Tobias braucht sie ebenso wenig. Er hält auf dem Weg dorthin mit mir Schritt. Es ist seltsam, wie die Zeit einen Ort schrumpfen lässt und Fremdartigkeit in Normalität verwandelt. Wir sprechen nicht miteinander, obwohl ich spüre, dass sich ein Gespräch anbahnt. Daher beschließe ich lieber, gleich zu fragen. Was ist los? Du hast während der Sitzung kaum ein Wort gesprochen. Ich habe nur... Er schüttelt den Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Richtige tun. Weil sie die Erinnerungen unserer Freunde auslöschen wollen, werden wir stattdessen ihre löschen? Ich drehe mich zu ihm um und berühre ihn sanft an den Schultern. Tobias, wir haben 48 Stunden, um sie aufzuhalten. Wenn dir eine andere Idee einfällt, irgendetwas anderes, das unsere Stadt retten könnte, bin ich offen dafür. Mir fällt nichts ein. Seine dunkelblauen Augen wirken besiegt, traurig. Aber wir agieren aus Verzweiflung, um etwas zu retten, das uns wichtig ist. Genau wie das Amt. Wo ist da der Unterschied? Der Unterschied besteht in dem, was richtig ist, erwidere ich entschieden. Die Menschen in der Stadt sind größtenteils unschuldig. Die Menschen im Amt, die Janine mit dem Angriffsserum ausgestattet haben, sind es nicht. Er verzieht die Lippen und ich merke, dass er immer noch nicht ganz überzeugt ist. Es ist alles andere als erfreulich, seufze ich. Aber wenn man zwischen zwei schlechten Alternativen entscheiden muss, wählt man diejenige, die Menschen rettet, an die man glaubt und die man liebt. Man tut es einfach. Okay? Er nimmt meine Hand. Seine ist warm und stark. Okay. Triss! Christina stößt die Schwingtüren zum Krankenhaus auf und kommt auf uns zugerannt. Peter ist ihr dicht auf den Fersen. Sein dunkles Haar ist glatt zur Seite gekämmt. Zuerst denke ich, sie ist aufgeregt und verspüre einen Anflug von Hoffnung. Was, wenn Uriah wach ist? Aber je näher sie kommt, umso klarer wird, dass sie sich nicht freut, sondern ganz außer sich ist. Peter bleibt hinter ihr, die Arme vor der Brust verschränkt. Ich habe gerade mit einem der Ärzte gesprochen, keucht sie. Er sagt, dass Uriah nicht mehr aufwachen wird und irgendwas von Gehirn wellen. Ihre Nachricht ist wie ein schweres Gewicht, das meine Schulter nach unten drückt. Ich wusste ja, dass Uriah vielleicht nie wieder aufwachen würde. Aber bisher hat die Hoffnung die Trauer noch in Schach gehalten. Jetzt verschwindet sie mit jedem von Christinas Worten mehr. Sie wollten bereits die lebenserhaltenden Maßnahmen abschalten, aber ich habe sie angefleht. Sie wischt sich mit dem Handballen grimmig über ein Auge und fängt eine Träne auf. Der Arzt hat gesagt, er würde mir vier Tage geben, damit ich Uriahs Familie Bescheid sagen kann. Seine Familie. Sieg ist noch in der Stadt, genau wie Uriahs Mutter, die ebenfalls eine Ferox ist. Erst in diesem Moment wird mir bewusst, dass sie ja noch gar nicht wissen, was ihm zugestoßen ist. Wir haben uns nie die Mühe gemacht, es ihnen mitzuteilen. Sie führen in der Stadt ein Reset durch. Innerhalb von 48 Stunden platze ich heraus und taste nach Tobias' Arm. Er wirkt völlig überrumpelt. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden Sieg und seine Mutter ihn vergessen. Sie werden Uriah vergessen, bevor sie eine Chance hatten, Lebewohl zu sagen. Es wird sein, als hätte er nie existiert. Was? fragt Christina mit großen Augen. Meine Familie ist in der Stadt. Sie können nicht bei jedem Einzelnen ein Reset durchführen. Das ist nicht zu schaffen. Genau genommen ist es ein Kinderspiel, antwortet Peter. Ich habe ganz vergessen, dass er da ist. Was machst du hier? frage ich scharf. Ich wollte Uriah besuchen, erklärt er. Ist das etwa verboten? Er war dir bisher doch völlig egal, zische ich. Welches Recht hast du? Triss. Christina schüttet den Kopf. Nicht jetzt, okay? Tobias will etwas sagen und öffnet den Mund, zögert dann jedoch. Wir müssen zurück in die Stadt, sagt er schließlich. Matthew meint, wir könnten die Menschen gegen das Gedächtnis Virus impfen. Also gehen wir hinein, impfen Uriahs Familie vorsichtshalber und bringen sie dann hierher, damit sie ihm Liebewohl sagen kann. Aber wir müssen sofort handeln, sonst ist es zu spät. Er hält inne. Du kannst deine Familie ebenfalls impfen, Christina. Und meine Aufgabe wird es sein, Sieg und Henna die Nachricht zu überbringen. Christina nickt. Ich drücke ihren Arm, um ihr ein bisschen Trost zu spenden. Ich gehe mit, meldet Peter sich zu Wort. Es sei denn, ihr wollt, dass ich David erzähle, was ihr vorhabt. Alle sind still und schauen ihn an. Ich weiß nicht, was Peter sich von einer Reise in die Stadt verspricht, aber es kann nichts Gutes sein. Andererseits können wir es uns nicht leisten, dass er uns an David verrät. Na schön, sagt Tobias. Aber wenn du Ärger machst, behalte ich mir das Recht, vor dich bewusstlos zu schlagen und dich irgendwo in einem verlassenen Gebäude einzusperren. Peter verdreht die Augen. Wie kommen wir hin? fragt Christina. Sie werden uns ja wohl kaum Autos leihen. Ich wette, wir kriegen Amar dazu, dich mitzunehmen, erwidere ich. Er hat mir heute erzählt, dass er sich immer freiwillig für Patrouillen meldet. Also kennt er die richtigen Leute. Und ich bin mir sicher, er würde sich bereit erklären, Uriah und seiner Familie zu helfen. Dann gehe ich zu ihm und frage ihn. Ach, und irgendjemand sollte bei Uriah bleiben und sicherstellen, dass der Arzt Wort hält. Christina. Nicht Peter. Tobias massiert sich den Nacken. Er reibt so fest über das Ferox-Tattoo, als wollte er es abreißen. Dann muss ich mir nur noch überlegen, wie ich Uriahs Familie beibringe, dass er getötet wurde, während ich auf ihn aufpassen sollte. Tobias, beginne ich, aber er hebt abwehrend die Hand. Er wendet sich zum Gehen. Sie hätten mir wahrscheinlich gar nicht erlaubt, Nita zu besuchen. Manchmal ist es schwer, sich auf die richtige Weise um einen Menschen zu kümmern. Während ich zusehe, wie Peter und Tobias weggehen und dabei Abstand voneinander halten, überlege ich, ob Tobias nicht jemanden braucht, der ihm nachläuft. Zu viele Menschen haben ihn davon gehen lassen, haben ihm erlaubt, sich zurückzuziehen. Und das ein Leben lang. Aber er hat recht. Er muss das jetzt für Sieg tun. Und ich muss mit Nita reden. Komm, sagt Christina, die Besuchszeit ist fast vorbei. Du gehst zu Nita und ich bleibe bei Uriah. Bevor ich in Nitas Zimmer gehe, vor dem Sicherheitsposten stehen, sehe ich zusammen mit Christina kurz nach Uriah. Sie setzt sich auf einen Stuhl neben ihm, in dessen Sitzfläche sich nach so vielen Stunden des Wartens die Konturen ihrer Beine eingedrückt haben. Es ist lange her, seit ich wie eine Freundin mit ihr gesprochen habe, seit wir zusammen gelacht haben. Ich habe mich in dem Nebel verloren, mit dem das Amt mich einzulüllen versuchte, durch das Versprechen, dazu zu gehören. Ich stehe neben ihr und sehe ihn an. Äußerlich erkennt man kaum Verletzungen. Da sind ein paar blaue Flecken, einige Schnitte, aber nichts, was lebensgefährlich wäre. Ich beuge mich vor, um einen Blick auf das Schlangentattoo zu werfen, das sich um sein Ohr wendet. Ich weiß, dass er es ist, aber er sieht nicht aus wie Uriah. Es fehlt sein breites Lächeln und das Leuchten seiner wachsamen, dunklen Augen. Wir haben uns nicht wirklich nahe gestanden, murmelt sie. Nur ganz, ganz am Ende, weil er um jemanden getrauert hat. Und ich auch. Ich weiß, sage ich. Du hast ihm sehr geholfen. Ich ziehe einen Stuhl heran, um mich neben sie zu setzen. Sie umklammert Uriahs Hand, die schlaff auf dem Laken liegen bleibt. Manchmal habe ich das Gefühl, als hätte ich alle meine Freunde verloren, sagt sie. Kara hast du nicht verloren, erwidere ich. Auch Tobias nicht. Und mich wirst du erst recht nicht verlieren, Christina. Niemals. Sie dreht sich zu mir um, und in dem Nebel der Trauer klammern wir uns aneinander, wie damals, als sie mir vergab, dass ich Will getötet habe. Unsere Freundschaft hat unglaublich viel ausgehalten, dass ich jemanden erschossen habe, den sie geliebt hat, und noch viele weitere Verluste. Andere Bande wären zerbrochen, aber aus irgendeinem Grund hat unseres der Belastung standgehalten. Wir umarmen uns so lange, bis die Verzweiflung nachlässt. Danke, murmelt sie. Ich werde auch immer zu dir halten. Das weiß ich. Andernfalls hättest du mir garantiert schon längst die Freundschaft gekündigt, erwidere ich lächelnd. Hör zu, ich habe einige Dinge, die ich dir erzählen muss. Ich berichte ihr von unserem Plan, das Amt daran zu hindern, den Reset durchzuziehen. Während ich spreche, denke ich an die Menschen, die sie zu verlieren hat. Ihren Vater, ihre Mutter, ihre Schwester. Enge Verbindungen, die für immer verändert oder ausgelöscht werden sollen. Und das alles zum Zwecke genetischer Reinheit. Es tut mir leid, ende ich meinen Bericht. Ich weiß, du möchtest uns helfen, aber es muss dir nicht leid tun. Sie sieht Uriah an. Ich bin trotzdem froh, dass ich in die Stadt fahre. Sie nickt einige Male. Du wirst sie daran hindern, einen Reset zu machen. Ich weiß es einfach. Ich habe nur zehn Minuten bis zum Ende der Besuchszeit, als ich vor Nitas Tür stehe. Der Wachposten blickt von seinem Buch auf und zieht die Augenbrauen hoch, als er mich sieht. Darf ich reingehen? frage ich. Eigentlich soll ich niemanden hineinlassen, antwortet er. Ich bin diejenige, die sie angeschossen hat, erkläre ich. Zählt das? Also gut, er zuckt mit den Schultern. Solange du versprichst, nicht noch einmal auf sie zu schießen. Und nach zehn Minuten bist du wieder draußen. Abgemacht. Ich muss meine Jacke ausziehen, damit er sieht, dass ich keine Waffen bei mir trage. Dann darf ich den Raum betreten. Nita schreckt hoch, soweit sie das kann. Die eine Seite ihres Körpers steckt in Gips und eine Hand ist an das Bett gefesselt. Glaubt irgendjemand ernsthaft, sie könnte in diesem Zustand entkommen? Ihr Haar ist wirr und verknotet, aber natürlich ist sie immer noch hübsch. Was willst du hier? fragt sie. Ich antworte nicht, sondern suche den Raum nach Kameras ab. Eine befindet sich mir gegenüber und ist direkt auf Nitas Krankenbett gerichtet. Es gibt keine Mikrofone, sagt sie. Das machen sie hier nicht. Gut. Ich ziehe einen Stuhl heran und setze mich neben sie. Ich bin hier, weil ich wichtige Informationen von dir brauche. Ich habe dir bereits alles erzählt, was ich zu erzählen gewillt war. Sie funkelt mich an. Mehr habe ich nicht zu sagen. Erst recht nicht derjenige, die auf mich geschossen hat. Wenn ich nicht auf dich geschossen hätte, wäre ich jetzt nicht Davids erklärter Liebling und würde nicht alles wissen, was ich weiß. Ich schaue zur Tür. Mehr aus Paranoia und nicht, weil ich tatsächlich befürchte, dass jemand lauschen könnte. Wir haben einen neuen Plan. Matthew und ich. Und Tobias. Aber dazu müssen wir ins Waffenlabor gelangen. Und du hast dir gedacht, ich könnte dir dabei helfen? Sie schüttelt den Kopf. Ich konnte es bereits beim ersten Mal nicht. Schon vergessen? Ich muss über die Sicherheitsvorkehrungen Bescheid wissen. Ist David der Einzige, der den Sicherheitscode kennt? Nicht der Einzige überhaupt, antwortet sie. Das wäre dumm. Sein Vorgesetzter kennt natürlich den Code. Aber er ist die einzige Person hier auf dem Gelände, ja. Okay. Und wie sieht es mit den Notfallvorkehrungen aus? Ich spreche von der Maßnahme, die in Kraft tritt, wenn man die Türen sprengt. Sie presst die Lippen zu einem dünnen Strich zusammen und starrt auf den Gipsverband, der ihren halben Körper bedeckt. Das Todesserum, sagt sie knapp. In Gasform. Es ist praktisch, nicht aufzuhalten. Dagegen helfen nicht einmal Schutzanzüge. Es dauert höchstens ein wenig länger. So steht es in den Laborberichten. Heißt das, sie töten automatisch jeden, der ohne den Code in diesen Raum gelangt? Hacke ich nach. Das überrascht dich? Eigentlich nicht. Ich balanciere die Ellbogen auf den Knien. Und es gibt keinen anderen Weg hinein, außer mit Davids Code. Den er, wie du inzwischen sicher herausgefunden hast, unter keinen Umständen an andere weitergeben will, erklärt sie. Dass ein GP dem Todesserum widerstehen könnte, diese Chance besteht nicht? Frage ich. Nein, definitiv nicht. Die meisten GPs können dem Wahrheitsserum nicht standhalten, sage ich. Aber ich kann es. Wenn du mit dem Tod flirten willst, bitteschön. Sie lehnt sich in die Kissen. Ich habe mit der Sache nichts mehr zu tun. Nur noch eine Frage, sage ich. Angenommen, ich will tatsächlich mit dem Tod flirten. Woher bekomme ich den Sprengstoff, um die Türen aufzusprengen? Als würde ich dir das erzählen. Mir scheint, du kapierst es nicht, sage ich. Wenn dieser Plan Erfolg hat, wirst du nicht lebenslänglich eingesperrt werden. Du wirst gesund werden und frei sein. Es ist also in deinem eigenen Interesse, mir zu helfen. Sie starrt mich eine Weile abschätzend an. Immer wieder zerrt sie an der Handschelle. Das Metall schneidet in ihrer Haut. Man sieht bereits eine dünne Linie am Handgelenk. Reggie hat den Sprengstoff, sagt sie schließlich. Er kann dir beibringen, wie man ihn benutzt, aber er selbst taugt nicht für einen Einsatz. Also nimm ihn um Gottes Willen nicht mit, es sei denn, du hast Lust, den Babysitter zu spielen. Ist vermerkt, erwidere ich. Sag ihm, dass er im Vergleich zu anderen Türen das Doppelte an Sprengkraft braucht, um dahin durchzukommen. Die Tür ist äußerst stabil. Ich nicke. Meine Armbanduhr piept zur vollen Stunde und signalisiert, dass meine Zeit vorüber ist. Ich stehe auf und schiebe meinen Stuhl zurück in die Ecke. Danke für deine Hilfe, sage ich. Wie lautet der Plan, fragt sie, falls es dir nichts ausmacht, mich einzuweihen. Ich zögere. Naja, erwidere ich schließlich. Sagen wir einfach so, danach wird der Begriff Gendefekt aus dem Vokabular aller gelöscht sein. Der Wachposten öffnet die Tür, wahrscheinlich um mich anzubrüllen, weil ich zu lange geblieben bin, aber ich bin bereits auf dem Weg hinaus. Ich schaue noch einmal über die Schulter, bevor ich gehe und sehe ein leichtes Läger. Marr stimmt zu, uns zu helfen, in die Stadt zu kommen, ohne dass er groß überredet werden muss. Er ist erpicht auf ein Abenteuer, genau wie ich es vorher gesehen habe. Wir vereinbaren uns, an diesem Abend zum Essen zu treffen, um den Plan mit Christina, Peter und George durchzusprechen, die uns helfen werden, an einen Wagen heranzukommen. Nach dem Gespräch mit Amar gehe ich in den Schlafsaal, liege lange mit dem Kissen über dem Kopf da und gehe in Gedanken ein Skript durch, was ich zu Sieg sagen werde, wenn ich ihn sehe. Es tut mir leid, ich habe getan, was ich für richtig hielt, und alle anderen haben sich um Uriah gekümmert, aber ich dachte nicht. Menschen betreten den Raum und verlassen ihn wieder. Warme Luft strömt durch die Schächte, als die Heizung anspringt und danach wieder ausgeht. Und die ganze Zeit über durchdenke ich das Skript, spinne mir Entschuldigungen zusammen und verwerfe sie wieder, wähle den richtigen Ton, die richtigen Gesten. Irgendwann bin ich frustriert und nehme das Kissen vom Kopf und schleudere es gegen die Wand. Kara, die gerade ein sauberes Shirt angezogen hat und es an den Hüften glatt streicht, springt zurück. Ich dachte, du schläfst, sagt sie. Tut mir leid. Sie fasst sich ins Haar, überprüft, ob wirklich jede Strähne an ihrem Platz ist. Sie ist so umsichtig in ihren Bewegungen, so präzise. Ihre Gesten erinnern mich an die Amitee-Musiker, die Banjo-Saiten zupfen. Kann ich dich etwas fragen? Ich richte mich auf. Etwas Persönliches? Okay. Sie nimmt mir gegenüber auf Triss' Bett Platz. Schieß los! Wie hast du es geschafft, Triss zu verzeihen, was sie deinem Bruder angetan hat? frage ich. Vorausgesetzt, du hast ihr verzeihen. Hm. Kara schlingt die Arme um den Oberkörper. Manchmal denke ich, ich habe ihr verzeihen. Manchmal bin ich mir sicher, dass ich es nicht getan habe. Ich weiß nicht. Das ist so, als würdest du mich fragen, wie man sein Leben weiterlebt, nachdem jemand gestorben ist. Man tut es einfach und am nächsten Tag tut man es wieder. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie sie es dir hätte einfacher machen können? Hat sie irgendetwas getan, was dir geholfen hat? Warum fragst du das? Sie legt mir eine Hand aufs Knie. Ist es wegen Uriah? Ja, antworte ich mit fester Stimme und bewege ein wenig das Knie, sodass ihre Hand herunterfällt. Ich brauche nicht getätschelt oder getröstet zu werden, wie ein Kind. Ich brauche ihre hochgezogenen Augenbrauen nicht und ihre sanfte Stimme, um ein Gefühl heraufzubeschwören, das ich lieber für mich behalten würde. Okay. Sie richtet sich auf und als sie weiterspricht, klingt sie so gelassen wie immer. Ich denke, das Entscheidende ist, dass sie gestanden hat. Es gibt einen Unterschied zwischen Zugeben und Gestehen. Zugeben beinhaltet das Herausreden. Man sucht Entschuldigungen für Dinge, die man nicht entschuldigen kann. Gestehen benennt einfach das Verbrechen in seiner ganzen Schwere. Genau das habe ich gebraucht. Ich nicke. Und nachdem du es Sieg gestanden hast, sagt sie, wäre es gut, wenn du ihn so lange in Ruhe lässt, wie er in Ruhe gelassen werden will. Mehr kannst du nicht für ihn tun. Ich nicke wieder. Eines noch vor, fügt sie hinzu. Du hast Uriah nicht getötet. Du hast weder die Bombe gezündet, noch hast du den Plan geschmiedet. Aber ich war Teil des Plans. Halt den Mund, ja? Sie sagt es sanft und lächelt mich dabei an. Es ist passiert. Es war schrecklich. Du bist nicht perfekt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Verwechsel deine Trauer nicht mit Schuld. Wir bleiben noch einige Momente in der Stille und der Einsamkeit des sonst leeren Schlafsaals und ich versuche, mich von ihren Worten erreichen zu lassen. Ich esse mit Amar, George, Christina und Peter in der Cafeteria zu Abend, zwischen der Getränketheke und einer Reihe von Mülleimern. Die schale Suppe vor mir ist kalt geworden, bevor ich sie aufessen konnte und in der Brühe schwimmen noch Cracker. Amar teilt uns mit, wann und wo wir uns treffen. Dann verziehen wir uns in die Nähe des Küchentrakts, damit man uns nicht sieht und er kramt eine kleine schwarze Schachtel mit Spritzen hervor. Er gibt Christina, Peter und mir jeweils eine, zusammen mit einem einzeln verpackten antibakteriellen Tuch. Etwas, mit dem sich, abgesehen von Amar, keiner von uns lange aufhalten wird. Was ist das? fragt Christina. Ich werde es nicht in meinen Körper spritzen, solange ich nicht weiß, was es ist. Na schön. Amar faltet die Hände. Kann sein, dass wir noch in der Stadt sind, wenn der Gedächtnisvirus freigesetzt wird. Ihr müsst euch dagegen impfen, es sei denn, ihr wollt alles vergessen, woran ihr euch jetzt erinnert. Es ist das gleiche Zeug, das ihr euren Familien in jedem... Christina dreht den Arm und schlägt auf die Innenseite ihres Ellbogens, bis eine Vene hervortritt. Aus Gewohnheit stecke ich die Nadel in die Seite meines Halses, so wie jedes Mal, wenn ich durch meine Angstlandschaft gegangen bin, was zeitweise mehrmals die Woche der Fall war. Amar folgt meinem Beispiel. Mir fällt auf, dass Peter nur so tut, als setze er sich die Injektion. Als er den Kolben drückt, rinnt die Flüssigkeit seine Kehle hinunter und erwischt sie sich mit dem Ärmel lässig ab. Ich frage mich, wie es ist, wenn man freiwillig alles vergessen will. Nach dem Abendessen kommt Christina auf mich zu und sagt, wir müssen reden. Wir gehen die lange Treppe hinunter, die zu dem unterirdischen GD-Raum führt und unsere Beine bewegen sich im Einklang. Am Ende des vielfarbigen Flurs verschränkt Christina die Arme vor der Brust. Das purpurne Licht umspielt ihre Nase und ihren Mund. Amar weiß also nicht, dass wir das Reset verhindern wollen, beginnt sie. Nein, antworte ich. Er ist dem Amt gegenüber loyal. Ich will ihn nicht in die Sache hineinziehen. Dir ist hoffentlich klar, dass die Stadt vor einer Revolution steht, sagt sie, und das Licht färbt sich blau. Der Grund, warum das Amt unseren Freunden und Verwandten das Gedächtnis rauben will, besteht darin, dass sie sich andernfalls gegenseitig umbringen. Wenn wir das Reset stoppen, werden wir getreuen Evelyn angreifen. Daraufhin wird Evelyn das Todesserum freisetzen und sehr viele Menschen werden sterben. Ich bin zwar immer noch sauer auf dich, andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass du in Kauf nimmst, so viele Menschenleben aufs Spiel zu setzen, ganz besonders nicht das Leben deiner Eltern. Ich seufze. Ehrlich gesagt bedeuten sie mir nicht wirklich etwas. Das kann ich dein Ernst sein, sagt sie mit finsterem Blick. Sie sind deine Eltern. Und ob es das ist, widerspreche ich. Ich will Sieg und seiner Mutter sagen, was ich Uriah angetan habe. Davon abgesehen ist es mir wirklich egal, was aus Evelyn und Marcus wird. Kann sein, dass es dir egal ist, was aus deiner verkorksten Familie wird. Aber alle anderen sollten dir nicht egal sein. Sie ergreift meinen Arm und zerrt heftig an mir, damit ich sie ansehe. Thor, meine kleine Schwester ist dort. Wenn Evelyn und die Getreuen übereinander herfallen, könnte sie verletzt werden. Und ich bin nicht da, um sie zu beschützen. Ich habe Christina am Besuchstag mit ihrer Familie gesehen, als sie noch die großmäulige Kandor-Wechslerin war. Ich habe beobachtet, wie ihre Mutter den Kragen von Christinas Shirt mit einem stolzen Lächeln zurechtgezupft hat. Wenn das Virus freigesetzt wird, ist diese Erinnerung ihrer Mutter für immer gelöscht. Wenn nicht, gerät ihre Familie mitten in einen stadtweiten Machtkampf. Also gut, was schlägst du vor? Sie lässt mich los. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, den Ausbruch von Gewalt zu verhindern, ohne dass man gleich sämtliche Erinnerungen löscht. Schon möglich, räume ich ein. Ich habe nicht darüber nachgedacht, weil es nicht notwendig schien. Aber es ist notwendig. Natürlich ist es das. Hast du eine Idee? Im Wesentlichen geht es doch darum, dass deine Eltern sich als Feinde gegenüberstehen, sagt Christina. Gibt es nicht irgendetwas, das du zu ihnen sagen kannst, um sie daran zu hindern, sich gegenseitig umzubringen? Irgendetwas, das ich zu ihnen sagen kann, wiederhole ich. Machst du Witze? Sie hören auf niemanden und sie tun nichts, wovon sie nicht direkt profitieren. Es gibt also nichts, was du tun könntest und deshalb wirst du tatenlos zu sehen, wie die Stadt sich selbst zerstört. Ich starre auf meine in grünes Licht getauchten Schuhe und grüble darüber nach. Wenn ich andere Eltern hätte, wenn ich vernünftige Eltern hätte, die nicht von Schmerz und Zorn getrieben würden und von dem Verlangen nach Rache, könnte es vielleicht funktionieren. Man könnte sie vielleicht dazu bringen, auf ihren Sohn zu hören. Bedauerlicherweise habe ich keine anderen Eltern. Aber ich könnte welche haben. Ich könnte es, wenn ich nur wollte. Nur ein Tropfen Gedächtnisserum in ihren Morgenkaffee oder in ihr Abendgetränk. Und sie wären neue Menschen. Unbeschriebene Blätter. Unbefleckt von der Geschichte. Man würde ihnen erst wieder beibringen, dass sie einen Sohn haben. Sie würden meinen Namen neu lernen. Es ist dasselbe Vorgehen, das wir auch für das Amt vorgesehen haben. Es ist ein Weg, wie ich meine Eltern heilen kann. Ich sehe Christine an. Gib mir etwas Gedächtnisserum, bitte ich sie. Während du, Amar und Peter euch um deine und Uriahs Familie kümmert, werde ich einen Versuch unternehmen. Wahrscheinlich habe ich nicht genug Zeit, um an meine beiden Eltern heranzukommen. Aber einer von ihnen würde ja genügen. Und wie willst du dich von unserer Gruppe absetzen? Ich weiß es noch nicht. Wir brauchen irgendeine Ausrede. Irgendein Hindernis, das erfordert, dass einer von uns die Gruppe verlässt. Wie wäre es mit platten Reifen, schlägt Christina vor. Wir fahren bei Nacht, oder? Ich bitte, Amar anzuhalten, damit ich kurz pinkeln kann, oder irgendetwas in der Art, dann schlitze ich die Reifen auf. Und anschließend teilen wir uns auf, damit du ein Ersatzfahrzeug beschaffen kannst. Ich denke kurz über die Idee nach. Ich könnte Amar erzählen, was wirklich los ist, aber dann müsste ich auch gleich den gesamten Knoten aus Propaganda und Lügen entwirren, mit dem das Amt ihn eingewickelt hat. Und selbst wenn ich das könnte, ist nicht genug Zeit dafür. Aber für eine klug aufgetischte Lüge ist genug Zeit. Amar weiß, dass mein Vater mir, als ich jünger war, beigebracht hat, wie man einen Wagen kurz schließt. Er wird keine Fragen stellen, wenn ich ihm vorschlage, ein anderes Fahrzeug für uns aufzutreiben. Das könnte klappen, sage ich. Gut, sie legt den Kopf schief. Du willst also wirklich bei einem deiner Eltern das Gedächtnis löschen? Was tut man, wenn beide Eltern böse sind? Frage ich zurück. Man beschafft sich neue. Wenn einer von ihnen nicht mehr das ganze Gepäck mit sich herumträgt, das sie gegenwärtig belastet, können die beiden vielleicht einen Friedensvertrag aushandeln oder etwas in der Art. Sie sieht mich einige Sekunden lang stirnrunzelnd an und scheint etwas sagen zu wollen. Der Geruch von Bleichmittel kitzelt mich in der Nase. Ich stehe neben einem Mob in einem Abstellraum im Keller. Alle haben noch meine Worte in den Ohren. Nämlich dass derjenige, der ins Waffenlabor eindringt, sich auf ein Himmelfahrtskommando einlässt. Gegen das Todesserum gibt es keine Rettung. Die Frage ist, sagt Matthew, ob Wir sind in dem Raum, in dem Matthew, Caleb und Cara das neue Serum entwickelt haben, bevor sich unser Plan geändert hat. Ampullen und Messbecher und vollgekritzelte Notizblöcke liegen auf dem Labortisch vor Matthew. Er kaut geistesabwesend auf dem Band, das er immer um den Hals trägt. Tobias lehnt an der Tür, die Arme vor der Brust verschränkt. Ich muss daran denken, wie er während unserer Initiationsphase in dieser Haltung dastand und uns beim Kämpfen zusah. Groß und stark wie er war, hätte ich mir nie erträumt, dass er je mehr als einen flüchtigen Blick für mich übrig haben würde. Es geht nicht einfach um Rache, erkläre ich. Es geht darum, was sie den Altruern angetan haben. Es geht darum, sie aufzuhalten, bevor sie den Menschen in allen Experimenten etwas ähnlich Grauenhaftes antun können. Es geht darum, ihnen die Macht zu nehmen, tausende von Leben zu kontrollieren. Das ist es wert, sagt Cara. Ein einziger Tod, um tausende von Menschen vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren und auf diese Weise sozusagen das Amt auszuhebeln? Ist das überhaupt noch eine Frage? Ich weiß, wie sie denkt. Sie wiegt ein einzelnes Leben gegen unzählige Erinnerungen auf und zieht daraus die offensichtlichen Schlüsse? So arbeitet der Verstand einer Ken oder einer Altruan. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Art zu denken das ist, was wir jetzt brauchen. Ein Leben gegen tausende von Erinnerungen, natürlich liegt die Antwort auf der Hand. Aber muss es einen von uns treffen? Müssen wir diejenigen sein, die handeln? Aber weil ich längst weiß, wie meine Antwort lauten wird, einen von uns treffen muss. Wer sollte es dann sein? Mein Blick wandert von Matthew und Cara, die hinter dem Tisch stehen, über Tobias zu Christina, die sich auf einen Besen stützt, und landet schließlich auf Caleb. Er. Eine Sekunde später bin ich angewidert von mir selbst. Komm schon raus mit der Sprache, sagt Caleb und sieht mich an. Du willst, dass ich es tue? Ihr alle wollt das. Das hat niemand gesagt, widerspricht Matthew und spuckt das Band aus. Alle Blicke sind auf mich gerichtet, sagt Caleb. Denkt nicht, ich würde das nicht merken. Ich war es, der die falsche Seite gewählt und mit Janine Matthews gemeinsame Sache gemacht hat. An mir liegt niemandem etwas und deshalb sollte ich der jenige sein, der stirbt. Was glaubst du, warum Tobias sich bereit erklärt hat, dich vor dringt mir in die Nase. Weil es mir egal ist, ob du lebst oder stirbst, weil du mir vollkommen gleichgültig bist. Er sollte derjenige sein, der stirbt, höre ich eine Stimme in mir. Ich will ihn nicht verlieren, widerspricht eine andere Stimme. Ich weiß nicht, an welche Stimme ich mich halten, welcher ich glauben schenken soll. Meint ich erkenne keinen Hass, wenn ich ihn sehe? Caleb was selten genug vorkommt. Seine Augen schimmern feucht. Es ist das erste Mal seit meiner beinahe Hinrichtung, dass er Reue zeigt, statt sich zu verteidigen oder mit immer neuen Ausreden zu kommen. Vielleicht sehe ich ihn zum ersten Mal seit langem wieder als meinen Bruder und nicht als den Feigling, der mich Janine Matthews ausgeliefert hat. Plötzlich fällt mir das Flucken schwer. Wenn ich mich darauf einlasse, beginnt er. Ich schüttel den Kopf, aber er hebt nur die Hand. Warte, sagt er. Beatrice, wenn ich mich darauf einlasse, wirst du mir dann verzeihen? Wenn einem von jemandem Unrecht widerfährt, belastet das beide. Einer wie der andere hat die Last und den Schmerz zu tragen. Vergebung bedeutet, dass man diese Last ganz alleine auf sich nimmt. Calebs daran schuld ist, meinte ich immer, dass er die ganze Last auf sich nehmen sollte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage bin, sie allein zu schultern, nicht sicher, ob ich stark genug oder gut genug bin. Aber ich sehe, wie er sich mit seinem Schicksal abfindet, und ich weiß, dass ich stark und gut genug sein muss, wenn er sich für uns alle aufopfern will. Ich nicke. Ja, stoße ich mit erstickter Stimme hervor. Aber das ist kein Grund, ich habe jede Menge Gründe, erwidert Caleb. Ich tue es. Natürlich tue ich es. Ich begreife nur langsam, was gerade passiert ist. Matthew und Caleb bleiben zurück, um einen Schutzanzug zu finden, der ihn im Waffenlabor wenigstens so lange am Leben erhält, bis er das Gedächtnis Virus freigesetzt hat. Ich lasse die anderen vorangehen, erst dann verlasse auch ich den Raum. Ich will auf dem Rückweg zum Schlafsaal mit meinen Gedanken alleine sein. Vor einigen Wochen hätte ich mich freiwillig auf diese Selbstmordmission gestürzt. Und genau das habe ich damals ja auch getan. Ich bin freiwillig in das Hauptquartier der Kennen gegangen, in dem Wissen, dass mich dort der Tod erwartet. Aber ich habe es nicht aus Selbstlosigkeit oder Mut getan. Meine Schuldgefühle haben mich zu diesem Schritt getrieben. Ein Teil von mir wollte alles verlieren. Ein trauernder, leidender Teil von mir sehnte sich nach dem Tod. Ist es das, was auch Caleb jetzt antreibt? Darf ich wirklich zulassen, dass er sein Leben opfert, um seine Schuld mir gegenüber zu begleichen? Ich laufe durch den in buntes Licht getauchten Gang und steige die Treppe hinauf. Ich sehe keinen Ausweg. Fiel es mir leichter, Christina, Cara oder Matthew gehen zu lassen? Nein. Die Wahrheit ist, dass ich weniger bereit wäre, sie zu verlieren, weil sie mir gute Freunde waren. Und Caleb schon lange nicht mehr. Noch bevor er mich verriet, hat er mich zurückzuwerfen. Ich war die jenige, die ihn während unserer Initiationsphase besuchte. Und er hat sich die ganze Zeit über nur gefragt, warum. Außerdem möchte ich nicht mehr sterben. Ich bin der Herausforderung, meine Schuld und meine Trauer zu tragen, endlich gewachsen. Ich kann mich den Schwierigkeiten stellen, die mir das Leben in den Weg stellt. Manche Zeiten sind schwieriger als andere, aber ich bin bereit, jeden Tag meines Lebens zu leben. Diesmal kann ich in meinem Innern bei Caleb's Worten vor allem zu Plötzlich ertrage es nicht mehr, meinen eigenen Gedanken zuzuhören. Ich erreiche den Hoteleingang und gehe in den Schlafsaal, in der Hoffnung, einfach in mein Bett fallen und schlafen zu können. Aber im Gang wartet Tobias auf mich. Alles in Ordnung mit dir? fragt er. Ja, antworte ich, obwohl es eigentlich anders sein müsste. Ich fahre mit der Hand über die Stirn. Ich habe das Gefühl, als hätte ich längst um ihn getrauert. Als wäre er in jener Sekunde gestorben, in der ich ihn im Hauptquartier kennengesehen habe, als ich dort war. Verstehst du? Kurz danach habe ich mich Tobias anvertraut und ihm gesagt, dass ich meine gesamte Familie verloren habe. Und er hat mir versprochen, dass er von da an meine Familie sein würde. So fühlt es sich an. Alles zwischen uns ist verschlungen. Freundschaft und Liebe und Familie. Alle Unterschiede verschwimmen. Weißt du, was die Altruern darüber sagen? fragt er. Bei ihnen gibt es eine Regel, die einem sagt, wann es selbstsüchtig ist, zuzulassen, dass ein anderer sich für einen opfert. Sie sagen, dass man solche Opfer zulassen Liebesbeweis ist. Er lehnt sich an die Wand. Das ist in dieser Situation das größte Geschenk, das man demjenigen machen kann. So muss es auch für eure Eltern gewesen sein, als sie ihr Leben für euch gegeben haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ihn wirklich die Liebe antreibt. Ich schließe die Augen. Ich glaube, es sind eher seine Schuldgefühle. Kann sein, gibt Tobias zu. Aber würden ihn Schuldgefühle wegen seines Verrats an dir plagen, wenn er dich nicht lieben würde? Ich nicke. Ich weiß, dass Caleb mich liebt und mich immer geliebt hat, selbst als er mich verletzte. Ich weiß, dass auch ich ihn liebe. Trotzdem fühlt sich das alles hier falsch an. Aber fürs Erste lasse ich mich von Tobias Worten beruhigen, in der tröstlichen Vorstellung, dass meine Eltern das vielleicht verstehen würden, wenn sie jetzt hier sein könnten. Es ist vielleicht kein guter Zeitpunkt, fährt Tobias fort. Aber ich muss dir etwas sagen. Sofort spannen sich meine Muskeln an und mich beschleicht das Gefühl, dass er irgendetwas beichten will. Etwas, das er getan hat und das nun an ihm nagt. Entweder das oder es ist etwas ähnlich Kompliziertes. danken, sagt er leise. Die Wissenschaftler haben versucht, mir einzureden, dass etwas mit mir nicht stimmt. Sie konnten das sogar mit Testresultaten untermauern. Und irgendwann habe ich selbst angefangen, es zu glauben. Er berührt mein Gesicht und fährt mit dem Daumen über meinen Wangenknochen. Dabei blickt er mir in die Augen. Eindringlich und fest. Du hast es nie geglaubt, sagt er. Nicht für eine Sekunde. Du hast immer darauf bestanden, dass ich, ich weiß nicht, dass ich ganz bin. Ich lege meine Hand auf seine. Das bist du auch. Das hat mir noch nie zuvor jemand gesagt, erwidert er leise. Es stimmt aber. Und es ist das, was du zu hören verdienst, sage ich energisch. Tränen nehmen mir die Sicht, dass du ganz bist, dass du es wert bist, geliebt zu werden, dass du der beste Mensch bist, den ich kenne. Noch bevor das letzte Wort verklungen ist, küsst er mich. Ich erwidere seinen Kuss so heftig, dass es wehtutut und kralle die Finger in sein Shirt. Ich lotse ihn den Gang entlang und durch eine der Seitentüren in ein spärlich möbliertes Zimmer in der Nähe des Schlafseils. Dann gebe ich der Tür einen Stoß mit dem Fuß und schließe sie. So unerschütterlich ich an seinen Wert geglaubt habe, so unerschütterlich hat er an meine Stärke geglaubt und daran, dass meine Fähigkeiten größer sind, als ich je zu hoffen gewagt hatte. Und ohne dass man es mir sagen muss, weiß ich, dass echte Liebe genau das bewirkt. Sie macht einen wertvoller als zuvor, wertvoller, als man es je für möglich gehalten hätte. Das hier ist echte Liebe. Er streicht über mein Haar und verwebt seine Finger mit meinen Strähnen. Meine Hände zittern, aber es ist mir egal, ob er es bemerkt oder ob er spürt, dass mich die Intensität dieses Moments erzittern lässt. Ich zerknülle sein Shirt in meinen Fäusten, ziehe ihn näher zu mir und seufze seinen Namen. Ich vergesse, dass er ein anderer Mensch ist. Es fühlt sich an, als er ein Teil von mir, genauso unverzichtbar wie mein Herz oder ein Auge oder ein Arm. Ich ziehe ihm das Shirt über den Kopf, fahre mit den Händen über seine Haut, die ich langsam entblöße, als wäre es meine eigene. Er zieht an meinem Shirt und und ungesund blass bin und ziehe mich zurück. Er sieht mich einfach nur an. Nicht als erwarte er eine Erklärung, sondern als gäbe es nur mich auf der Welt. Ich erwidere seinen Blick, aber alles, was ich sehe, bestärkt mich nur in meiner Unsicherheit. Er sieht so gut aus und die verschlungenen Linien auf seiner Haut machen ihn zu einem Kunstwerk. Vor einem Moment noch war ich überzeugt, dass wir perfekt zusammen passen. Und vielleicht stimmt das auch, aber nur wenn wir unsere Kleider tragen. Er sieht mich immer noch mit diesem Ausdruck in den Augen an. Ein kleines sanftes Lächeln erscheint auf seinen Lippen. Dann legt er mir die Hände um die Taille und zieht mich an sich. Er renkt den Kopf, küsst meinen Bauch und flüstert. Wunderschön. Und ich glaube ihm. Er steht auf und presst seinen geöffneten Mund auf meinen. Seine Hände streichen über die nackte Haut um meine Taille, während seine Daumen unter dem Bund meiner Jeans gleiten. Ich berühre seine Brust, lehne mich an ihn, spüre sein Seufzen durch meine Glieder vibrieren. Ich liebe dich, sage ich. Ich weiß, erwidert er. Er zuckt mit den Augenbrauen und beugt sich vor, schlingt einen Arm um meine Beine und wirft mich über die Schulter. Ich lache auf, aus Glück und von Nervosität, und er trägt mich durch das Zimmer und lässt mich auf eine Couch fallen. Er legt sich neben mich und ich fahre mit den Fingern über die Flammen, die über seinen Brustkorb züngeln. Er ist stark und geschmeidig und wirklich und er gehört mir. Ich presse meine Lippen auf seine. Ich hatte Angst, dass wir, wenn wir zusammenbleiben, immer und immer wieder aufeinander prallen würden, bis ich schließlich unter der Wucht zerbreche. Aber jetzt weiß ich es besser. Ich bin wie die Klinge und er ist der Schleifstein. Ich bin zu stark, um zu zerbrechen und jedes Mal, wenn ich ihn berühre, werde ich besser. Das Erste, was ich sehe, als ich auf der Couch im Hotelzimmer aufwache, sind die Vögel, die über ihr Schlüsselbein fliegen. Ihr Shirt, das sie wegen der Kälte mitten in der Nacht vom Boden geholt hat, ist auf der Seite, auf der sie liegt, nach unten gezogen. Wir haben schon früher beieinander geschlafen, aber diesmal ist es anders. Bei früheren Gelegenheiten waren wir da, um einander zu trösten oder zu beschützen. Diesmal sind wir hier, weil wir es sein wollen. Und weil wir eingeschlafen sind und das nicht mehr bis in den Schlafsaal geschafft haben. Als ich mit den Fingerspitzen ihre Tattoos berühre, schlägt sie die Augen auf. Sie legt einen Arm um mich und rückt näher, so dass sie direkt neben mir ist, warm sage ich. Psst, antwortet sie. Wenn du nicht darauf achtest, verschwindet er vielleicht. Die Hand auf ihre Hüfte gelegt, ziehe ich sie an mich. Ihre Augen sind groß und wachsam, obwohl sie gerade erst aufgewacht ist. Ich küsse sie auf die Wange, dann aufs Kinn, dann auf den Hals und fahre dort einige Sekunden. Sie schlingt ihre Arme fester um meine Taille und seufzt in mein Ohr. Meine Selbstbeherrschung wird sich in Luft auflösen und das in fünf, vier, drei. Tobias, flüstert sie. Ich hasse es, das zu sagen, aber ich, ich denke, wir haben heute einige Dinge zu erledigen. Die können warten, murmle ich an ihrer Schulter und küsse langsam das erste Tattoo. Nein, können sie nicht, widerspricht sie. Ich lasse mich auf die Kissen fallen. Ohne ihren Körper direkt neben meinem ist mir plötzlich kalt. Also gut, ich habe mir gedacht, dein Bruder könnte etwas Übung im Zielen gebrauchen. Nur für den Fall. Das ist eine gute Idee, erwidert sie leise. Wie oft hat er eine Waffe abgefeuert? Einmal? Zweimal? Ich kann es ihm beibringen, sage ich. Wenn ich eines gut kann, dann das. Außerdem fühlt er sich vielleicht besser, wenn er etwas zu tun hat. Danke. Sie richtet sich auf und fährt mit den Fingern durch ihr Haar, um es zu kämmen. Im Morgenlicht sieht die Farbe heller aus und wie mit Gold durch wirkt. Ich weiß, du magst ihn nicht, aber wenn du darüber hinweg sehen kannst, was er getan hat, erwidere ich und greife nach ihrer Hand, dann versuche ich es auch. Sie lächelt und küsst mich auf die Wange. Ich streife das Duschwasser mit der Handfläche von meinem Nacken. Triss, Caleb, Christina und ich sind im Trainingsraum in dem unterirdischen GD-Bereich. Der Raum ist kalt und dunkel und voller Ausrüstung, Trainingswaffen und Matten, Helme und Zielscheiben, alles was wir eventuell brauchen könnten. Ich wähle die passende Übungswaffe aus, die ungefähr die Größe einer Pistole hat, aber sperriger ist, und halte sie Caleb hin. Triss verschränkt ihre Finger mit meinen. Alles fällt heute morgen leicht. Jedes Lächeln und jedes Lachen. Jedes Wort und jede Bewegung. Wenn wir heute Abend Erfolg haben, ist Chicago morgen ein sicherer Ort und das Amt für immer verwandelt. Dann können Triss und ich uns irgendwo ein neues Leben aufbauen. Vielleicht werde ich meine Waffen und Messer gegen produktivere Werkzeuge eintauschen können. Gegen Schraubenschlüsse, Nägel und Schaufeln. Heute morgen habe ich das Gefühl, als könnte ich wirklich einmal Glück haben. Ja, das könnte ich. Da ist keine echte Munition drin, erkläre ich. Aber sie kommt einer richtigen Waffe ziemlich nahe. Sie fühlt sich jedenfalls ziemlich real an. Caleb hält die Waffe nur mit den Fingerspitzen, als könnte sie jeden Augenblick in seinen Händen explodieren. Ich lache. Erste Lektion, hab keine Angst davor. Pack sie. Du hast schon früher eine in der Hand gehabt, erinnerst du dich? Deinem Schuss haben wir es zu verdanken, dass wir es rechtzeitig aus dem Hauptquartier der Amitee geschafft haben. Das war nur ein Glückstreffer, sagt Caleb. Er dreht die Waffe hin und her und inspiziert sie genau. Er bohrt die Zunge in die Wange, so wie immer, wenn es ein Problem zu lösen gilt. Glück und nicht etwa Talent. Glück ist besser als Pech, sage ich. Am Talent können wir arbeiten. Ich sehe Triss an. Sie grinst. Dann beugt sie sich vor, um Christina etwas zuzuflüstern. Bist du hier, um zu helfen oder was ist Stiff? frage ich. Ich spreche extra mit meiner Ausbilderstimme, aber es ist ein Scherz. Dein rechter Arm hat ein bisschen Übung nötig, wenn ich mich richtig erinnere. Das gilt auch für dich, Christina. Triss sieht mich an und zieht eine Grimasse. Dann gehen sie und Christina sich ihre eigenen Waffen holen. Okay, jetzt dreh dich zur Zielscheibe und entsichere die Waffe, sage ich zu Caleb. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raums ist eine richtige Zielscheibe. Ein sehr viel besseres Modell als das Holzbrett in den Trainingsräumen der Ferox. Sie hat drei Ringe in drei verschiedenen Farben, grün, gelb und rot. Daher ist es leichter zu erkennen, wo die Kugeln einschlagen. Zeig mal, wie du schießt, ohne lange nachzudenken. Er hebt die Waffe mit einer Hand, nimmt eine Angriffsposition ein, als wolle er etwas schweres heben, und drückt ab. Noch im Schießen verreist er die Waffe und die Kugel landet irgendwo an der Decke. Ich halte mir die Hand vor den Mund, damit er mein amüsiertes Grinsen nicht sieht. Kein Grund zu kichern, sagt Caleb gereizt. Aus Büchern kann man eben nicht alles lernen, reibt Christina ihm unter die Nase. Du musst die Waffe mit beiden Händen halten. Es sieht nicht so cool aus, aber das tut den Angriff auf die Decke auch nicht. Ich habe nicht versucht cool auszusehen. Christina steht da, die Beine ganz leicht gebeugt und hebt beide Arme. Sie fixiert kurz die Zielscheibe, dann feuert sie. Das Übungsgeschoss trifft den äußeren Ring der Zielscheibe, prallt ab und rollt auf dem Boden. Es hinterlässt einen Lichtkreis auf der Zielscheibe, der die Stelle des Aufschlags markiert. Ich wünschte, ich du hast in die Luft um deine Zielperson herum gefeuert. Wie nützlich. Ich bin ein wenig eingerostet, gibt Christina grinsend zu. Ich denke, lernst am leichtesten, wenn du mich nachahmst, sage ich zu Caleb. Ich stehe so, wie ich immer stehe, entspannt und natürlich, hebe beide Arme, halte die Waffe in der einen Hand und stütze sie mit der anderen. weiter nach oben. Genau das, womit Christina ihn gerade noch aufgezogen hat, nämlich sein analytisches Denken, verhilft ihm jetzt zum Erfolg. Ich merke, dass er Winkel und Distanzen, Muskelspannung und Entspannung anpasst, während er mich beobachtet und versucht, alles richtig hinzubekommen. Gut, sage ich, als er fertig ist. Jetzt konzentriere dich nur auf das, was du treffen willst und sonst nichts. Ich fixiere die Mitte der Zielscheibe und versuche mich von ihr verschlucken zu lassen. Die Distanz macht mir nichts aus. Die Kugel wird in einer geraden Bahn fliegen, genau wie sie es tun würde, wenn ich näher dran wäre. Ich atme ein und wappne mich, atme aus und schieße. Und die Kugel landet genau dort, wo ich sie haben will. In dem roten Ring in der Mitte. Ich trete zurück, um Caleb zu beobachten. Er steht richtig, hält die Waffe richtig, aber er ist starr. Eine Statue mit einer Pistole in der Hand. Er zieht die Luft ein und hält beim Abdrücken den Atem an. Diesmal ist er besser auf den Rückstoß vorbereitet und die Kugel schrammt über den oberen Rand der Zählscheibe. Gut, sage ich noch einmal. Ich denke, du solltest versuchen, dich nicht allzu unbehaglich zu fühlen. Du bist sehr angespannt. Kannst du mir das verübeln? fragt er. Seine Stimme zittert, aber nur am Ende eines jeden Wortes. Er wirkt wie jemand, der sich sein Entsetzen nicht anmerken lassen will. Ich habe zwei Klassen mit Initianten erlebt, denen es ähnlicher ging, aber keinem von ihnen stand das bevor, natürlich nicht. Aber wenn du diese Anspannung heute Nacht nicht loslässt, schaffst es vielleicht nicht bis zum Waffenlabor. Und das nützt niemandem. Er seufzt. Die physische Technik ist wichtig, erkläre ich. Aber es ist in erster Linie eine Sache des Kopfes. Das ist ein Glück für dich, denn du weißt, wie man mentale Spiele spielt. Du übst nicht nur Schießen, du übst so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst. Ich wusste ja gar nicht, dass die Ferox sich auch mit Gehirntraining beschäftigen, sagt Caleb. Kann ich mal sehen, wie du es machst, Triss? Wenn ich so darüber nachdenke, erinnere ich mich nicht daran, dich jemals ohne eine Schussverletzung in der Schulter auf etwas habe schießen sehen. Triss Ihr dünner, zerbrechlicher Körper ist jetzt schlank, aber muskulös, und wenn sie die Waffe hält, sieht es mühelos aus. Sie kneift das eine Auge zu, verlagert das Gewicht und feuert. Die Kugel schlägt nur wenige Zentimeter neben dem Zentrum der Zielschebe ein. Sichtlich beeindruckt zieht Caleb die Augenbrauen hoch. Mach nicht so ein überraschtes Gesicht, empört sich Triss. Entschuldige, sagt er. Triss zuckt mit den Schultern, aber als sie den Blick abwendet, sind ihre Wangen gerötet und man sieht ihr an, dass sie sich freut. Dann ist wieder Christina an der Reihe. Diesmal trifft sie die Zielscheibe näher an der Mitte. Ich lasse Caleb weiter üben und beobachte, wie Triss erneut schießt, betrachte die gerade Linie ihres Körpers, als Ich berühre sie an der Schulter und flüstere ihr ins Ohr. Weißt du noch, wie der Rückstoß dir damals die Waffe fast gegen die Nase geschleudert hätte? Sie nickt, grinsend. Und weißt du noch, wie ich beim Training das gemacht habe? sage sage ich, fasse um sie herum und lege ihr die Hand auf den Bauch. Sie schnappt nach Luft. Das werde ich garantiert nicht so schnell vergessen, murmelt sie. Sie dreht sich um, zieht mein Gesicht zu sich herunter und berührt mit den Fingerspitzen mein Kinn. Wir küssen uns und ich höre mit halbem Ohr, wie Christina eine Bemerkung darüber macht. Aber zum ersten Mal kümmert es mich nicht im geringsten. Nach den Zielübungen gibt es nicht viel mehr zu tun als zu warten. Triss und Christina bekommen den Sprengstoff von Reggie und zeigen Caleb wie man ihn benutzt. Matthew und Kara grübeln über eine Karte und überlegen sich verschiedene Routen, um zum Waffenlabor zu gelangen, während Christina und ich uns mit Amar, George und Peter treffen, um die Route durchzusprechen, die wir an diesem Abend durch die Stadt nehmen wollen. Triss wird in letzter Minute zu einer Ratssitzung gerufen. Matthew impft den ganzen Tag lang Leute gegen das Gedächtnisserum, Kara und Caleb, Triss und Nita und Reggie und sich selbst. Es ist nicht genug Zeit, um über die Bedeutung unseres Versuchs nachzudenken, eine Revolution stoppen, die Experimente retten, das Amt für immer verändern. In Triss Abwesenheit gehe ich ins Krankenhaus, um Uriah ein letztes Mal zu besuchen, bevor ich seine Familie zu ihm bringe. Als ich dort ankomme, darf ich nicht zu ihm rein. Wenn ich vor der Glasschebe stehe, kann ich so tun, als schliefe er, als würde er gleich aufwachen und lächeln und Witze machen. Wäre ich drinnen bei ihm, würde ich sehen, wie leblos er jetzt ist und dass der Schock, den sein Gehirn erlitten hat, ihm das genommen hat, was ihn zu Uriah machte. Ich balle die Hände in den Taschen seiner dunkelblauen Uniform vergraben, kommt Matthew herangeschlendert. Sein Gang ist entspannt, seine Schritte schwer. Hey! Hi! begrüße ich ihn. Ich habe gerade Nita geimpft, sagt er. Sie ist heute besser gelaunt. Gut. Matthew klopft mit den Knöcheln gegen das Glas. Triss hat mir erzählt, dass du seine Familie holen willst. Ich nicke. Seinem Bruder und seiner Mutter. Ich bin Sieks und Uriahs Mutter schon einmal begegnet. Sie ist eine kleine Frau mit einer beeindruckenden Ausstrahlung. Und dazu noch eine der seltenen Ferrocks, die Dinge ruhig und ohne vor ihr. Kein Dad? Hakt Matthew nach. Er ist gestorben, als die Söhne noch klein waren. Nicht weiter überraschend bei den Ferrocks. Richtig. Wir stehen schweigend nebeneinander und ich bin dankbar für seine Gegenwart. Sie verhindert, dass mich die Trauer überwältigt. Ich weiß, dass Cara gestern recht hatte, als sie mir erklärte, dass ich Uriah nicht getötet hätte. Aber es fühlt zu. Ich wollte dich etwas fragen, sage ich nach einer Weile. Warum hilfst du uns eigentlich? Es scheint ein großes Risiko für jemanden, der kein persönliches Interesse an der Sache hat. Aber das habe ich, entgegnet Matthew. Es ist eine ziemlich lange Geschichte. Er verschränkt die Arme vor der Brust und zupft mit dem Daumen an dem Band um seinen Hals. Da war dieses Mädchen, beginnt er. Sie war genetisch defekt und das bedeutete, dass ich nicht mit ihr ausgehen durfte. Wir sollen uns möglichst mit optimalen Partnern zusammentun, damit wir genetisch überlegene Nachkommen produzieren und so weiter. Ich war aber in einer rebellischen Phase und das Verbotene war natürlich reizvoll. Also begannen wir miteinander auszugehen. Es sollte nie etwas Ernstes daraus werden, aber dann ist es doch passiert, Er nickt. Ja, mehr als alles andere hat sie mich davon überzeugt, dass die Einstellung des Amts zum Thema Gendefekte falsch ist. Sie war ein besserer Mensch als ich es bin und jemals sein werde. Und dann ist sie angegriffen worden. Ein GP-Trupp hat sie zusammengeschlagen. Sie hatte eine ziemlich große Klappe und gab sich nie damit zufrieden, einfach zuzuschauen. Ich denke, es hatte etwas damit zu tun. Es nützt allerdings nichts, im Nachhinein einen Grund finden zu wollen. Das frustriert nur und bringt nichts. Ich betrachte das Band, mit dem er herumspielt, genauer. Ich dachte immer, es sei schwarz, aber aus der Nähe ist es grün. Die Farbe des Wartungspersonals. Wie dem auch sei, sie wurde ziemlich schwer verletzt, aber einer der GPs war der Sohn eines Ratsmitgliedes. Er behauptete, sie habe den Angriff provoziert. Und das lieferte ihnen den Vorwand, um ihn und seine GP-Freunde mit der Ableistung einer gemeinnützigen Aufgabe davon kommen zu lassen. Aber aber weiß besser. Er nickt bekräftigend. Man hat sie laufen lassen, weil man das Mädchen für niedrig stehender hielt. Die Kerle hätten genauso gut ein Tier verprügeln können. Ein Schauder läuft mir vom Nacken über den Rücken. Was mit ihr passiert ist? Matthew schaut mich an. Sie starb ein Jahr später während einer Operation, die wegen des Angriffs nötig war. Sie hatte Pech und bekam eine Infektion. Er lässt die Hände sinken. Der Tag, an dem sie starb, war der Tag, an dem ich begonnen habe, Nita zu helfen. Ihren neuesten Plan konnte ich allerdings nicht befürworten, weshalb ich ihr auch nicht geholfen habe. Andererseits habe ich auch nicht allzu angestrengt versucht, sie aufzuhalten. Ich überlege, was man in solchen Situationen sagen sollte. Entschuldigungen hervorbringen, Mitgefühl zeigen, und ich finde keinen einzigen Ausdruck, der passend wäre. Stattdessen lasse ich es zu, dass sich das Schweigen zwischen uns ausbreitet. Es ist die einzige passende Reaktion auf das, was er mir gerade erzählt hat. Das Einzige, was der Tragödie gerecht wird, statt sie schönzureden und einfach weiterzumachen. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, sagt Matthew. Aber ich hasse sie. Seine Kiefermuskeln Treten hervor. Bisher schien er mir nicht der warmherzige Typ zu sein, aber er wirkte auch nicht besonders kalt. Doch genauso ist er jetzt. Ein Mann in einer Eisfestung mit eisigem Blick und frostiger Stimme. Ich hätte mich gerne an Caleb's Stelle gemeldet, aber ich will es mit eigenen Augen sehen. Ich will sehen, wie sie leiden. Ich will sehen, wie sie sich unter dem Gedächtnis sie rumwinden und nicht mehr wissen, wer sie sind. Denn genauso ging es mir, als sie starb. Das klingt nach einer angemessenen Bestrafung, sage ich. Angemessener als ihre Ermordung, sagt Matthew. Außerdem bin ich kein Mörder. Mir ist nicht ganz wohl dabei. Es kommt nicht oft vor, dass man der realen Person hinter einer gutmütigen Maske begegnet und in den dunkelsten Abgrund eines Menschen blickt. Es tut mir leid, was mit Uriah passiert ist, fährt Matthew fort. Ich werde dich jetzt mit ihm allein lassen. Er steckt die Hände wieder in die Taschen und setzt leise vor sich hin und die für den Notfall einberufene Ratssitzung bringt keine wirklichen Neuigkeiten. Der Plan, den Virus noch an diesem Abend über den Städten abzuwerfen, wird noch einmal bestätigt und die Diskussionen drehen sich hauptsächlich darum, welche Flugzeuge zu welcher Zeit wo eingesetzt werden. David und ich tauschen ein paar freundliche Worte, als die Sitzung vorüber ist. Dann stehele ich mich aus dem Konferenzraum und kehre ins Hotel zurück, während die anderen noch an ihrem Kaffee nippen. Tobias führt mich zum Atrium in der Nähe des Schlafsaals und wir verbringen etwas Zeit dort, unterhalten und küssen uns oder machen uns gegenseitig auf die seltsamsten Pflanzen aufmerksam. Das ist etwas, was normale Menschen tun würden. Dates haben, über Kleinigkeiten plaudern, lachen. Wir hatten nur wenige solcher Momente. Den Großteil unserer gemeinsamen Zeit haben wir damit verbracht, uns vor der einen Gefahr in Sicherheit zu bringen, um uns gleich darauf in die nächste zu stürzen. Aber ich spüre, dass eine Zeit anbrechen wird, in der wir das nicht mehr tun müssen. Wir werden den Reset durchführen und das Amt Schritt für Schritt neu aufbauen. Dann können wir für uns herausfinden, ob wir mit den stillen Momenten genauso gut zurechtkommen wie mit den chaotischen. Ich freue mich schon darauf. Irgendwann ist es für Tobias Zeit zu gehen. Ich stelle mich auf eine höhere Treppenstufe, während er auf der unteren stehen bleibt, sodass wir ungefähr auf gleicher Höhe sind. Ich habe kein richtig, dich mit so etwas Schwierigem allein zu lassen. Traust du mir nicht zu, dass ich damit fertig werde? Frage ich ein wenig trotzig. Natürlich traue ich dir das zu. Er berührt mein Gesicht und legt seine Stirn gegen meine. Es gefällt mir einfach nicht, dass du das alleine auf dich nehmen musst. Und mir gefällt es nicht, dass du die Sache mit Uriahs Familie alleine auf dich nehmen musst, sage ich sanft. Aber das sind Dinge, die jeder allein durchstehen muss. Ich bin froh, dass ich noch ein wenig Zeit mit Caleb verbringen kann, bevor du weißt schon. Außerdem ist es ganz gut, wenn ich mir ausnahmsweise mal keine Sorgen um dich machen muss. Ja, er schließt die Augen. Ich kann es kaum erwarten, bis ich morgen wieder hier bin und du deinen Part in die Tat umgesetzt hast und wir endlich an die Zukunft denken können. Ich kann dir versprechen, dass die Zukunft eine Menge hiervon bringen wird, sage ich und küsse ihn. Er nimmt die Hände von meinen Wangen und legt sie auf meine Schultern. Dann lässt er sie langsam über meinen Rücken wandern. Seine Finger finden den Saum meines Shirts und schlüpfen darunter. Ich spüre sie warm und fest auf meiner Haut. Ich nehme alles gleichzeitig wahr, den Druck seiner Lippen und den Geschmack unseres Kusses, seine Haut und das orangefarbene Licht, das durch meine geschlossenen Lider dringt, den Geruch von grünen, lebendigen Pflanzen, der in der Luft liegt. Als ich mich von ihm löse und er die Augen öffnet, sehe ich jedes Detail, den hellblauen Fleck in seinem linken Auge und das dunklere Blau, in dem ich mich wie in einem Traum verlieren kann und sicher fühle. Ich liebe dich, sage ich. Ich liebe dich auch, sagt er. Bis bald. Er küsst mich noch einmal, ganz sanft. Dann verlässt er das Atrium. Ich bleibe in diesem letzten Sonnenstrahl stehen, bis die Sonne untergegangen ist. Es ist Zeit, zu meinem Bruder zu reden. Ich mache noch einen Abstecher zu den Monitoren, bevor ich zu dem Treffen mit Amar und George gehe. Evelyn, die sich mit ihren Fraktionslosen im Hauptquartier der Ken verschanzt hat, beugt sich gerade über einen Stadtplan. Marcus und Johanna befinden sich in einem Haus auf der Michigan Avenue, nördlich des Hancock Buildings und halten ein Treffen ab. Ich hoffe, dass sie in einigen Stunden immer noch dort sind. Dann, wenn ich entscheide, bei welchem Elternteil ich einen Reset durchführe. Amar hat uns nur etwa eine Stunde zugestanden, um Uriahs Familie zu impfen und unbemerkt ins Amt zu bringen. Daher habe ich nur Zeit für einen von beiden. Schnee treibt über das Pflaster draußen und tanzt im Wind. George bietet mir eine Waffe an. Es ist gefährlich in der Stadt, sagt er. Bei allem, was da gerade vor sich geht. Ich nehme die Waffe, ohne sie auch nur anzusehen. Ihr seid alle mit dem Plan vertraut? fragt George. Ich behalte euch von dem kleinen Kontrollraum aus im Auge. Allerdings weiß ich nicht, ob ich euch von Nutzen sein kann, wenn der Sie werden einen trinken gehen, nehme ich an, sagt George schulterzuckend. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich den Abend freinehmen. Niemand wird bemerken, dass der Truck fort ist. Es klappt alles, das verspreche ich euch. Amar grinst. Okay, auf geht's. George drückt Amars Arm und gibt uns anderen ein Zeichen. Während die übrigen Amar zu dem gepackten Truck draußen folgen, schnappe ich mir George und halte ihn fest. Er wirft mir einen seltsamen Blick zu. Stell mir jetzt keine Fragen, denn ich werde sie nicht beantworten, sage ich. Aber impfe dich selbst gegen das Gedächtnisserum, okay? Sobald wie möglich. Matthew kann dir helfen. Er sieht mich stirnrunzelnd an. Tu es einfach, wiederhole ich und gehe hinaus zum Lastwagen. Schneeflocken landen jedem Atemzug steigen Wölkchen auf. Christina stößt auf dem Weg zum Truck mit mir zusammen und lässt dabei etwas in meine Tasche gleiten. Eine Ampulle. Als ich auf den Beifahrersitz steige, sehe ich, dass Peter uns beobachtet. Ich bin mir immer noch nicht sicher, warum er so versessen darauf ist, mit zu kommen. Aber ich weiß, dass ich ihm gegenüber auf der Hut sein muss. Im schon bald sind wir mit Wasserperlen statt mit Schneekristallen bedeckt. Du Glückspilz, sagt Amar. Er reicht mir einen kleinen Glasmonitor, auf dem leuchtende Linien zu sehen sind, verzweigt wie Adern. Ich sehe genauer hin und erkenne Straßen. Die hellste Linie zeichnet unseren Weg nach. Du darfst das Kartenlesen übernehmen. Du brauchst eine Karte? Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Wäre es nicht am einfachsten, sich immer in Richtung der Hochhäuser zu halten? Amar verzieht das Gesicht. Wir fahren nicht einfach direkt in die Stadt. Wir nehmen eine geheime Route. Jetzt halt den Mund und lies die Karte ab. Ich orientiere mich an einem blauen Punkt auf der Karte, der unsere Position markiert. Amar lenkt den Truck durch das Schneegestöber. Die Flocken fallen jetzt so dicht, dass ich nur ein oder zwei Meter weit sehen kann. Die Gebäude, an denen wir vorbeifahren, sehen aus wie dunkle Gestalten, die durch ein weißes Leichentuch spähen. Amar fährt schnell und vertraut auf das Gewicht des Trucks, das uns auf einer geraden Bahn hält. Zwischen den Schneeflocken kann ich die Lichte der Stadt vor uns erkennen. Ich hatte ganz vergessen, wie nah wir ihr sind. Aber außerhalb des Zauns ist alles so anders. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir zurückfahren, sagt Peter leise. Er scheint keine Antwort zu erwarten. Ich auch nicht, sage ich. Und das stimmt sogar. Dass das Amt immer darauf geachtet hatte, Abstand zum Rest der Welt zu halten, ist getrennt von dem Krieg zu bewerten, den Das Amt hätte uns ohne weiteres helfen können, damit die Fraktionen nicht zerbrechen. Stattdessen hat es tatenlos zugesehen, wie unsere Ordnung zerfiel, wie wir sterben, wie wir uns gegenseitig niedermetzeln. Erst jetzt, da die Verluste an genetischem Material zu groß werden könnten, hat man beschlossen einzugreifen. Wir werden in dem Truck hin und her geschleudert, als Samar über die Eisenbahnschienen rattert und dabei immer dicht an der rechten Betonmauer entlang fährt. Ich sehe Christina im Rückspiegel. Ihr rechtes Knie hüpft wie verrückt. Ich weiß immer noch nicht, wessen Erinnerungen ich nehmen werde. Marcus oder Evelyn's? Normalerweise würde ich überlegen, was die uneigennützigste Entscheidung ist, aber in diesem Fall ist jede Entscheidung eigennützig. Marcus für den Reset auszuwählen, würde den Mann, den Fürchte, vom Antlitz der Erde tilgen. Es würde mich von seinem Einfluss befreien. Evelyn würde ich mit einem Reset zu einer neuen Mutter machen. Einer, die mich nicht im Stich lässt oder Entscheidungen aus Rache fällt und alle beherrschen will, um niemandem vertrauen zu müssen. Egal wie, ich bin besser dran, wenn ich ein Elternteil weniger habe. Aber was würde der Stadt am meisten Ich halte die Hände über die Lüftung, um sie zu wärmen, während Amar weiterfährt, über die Eisenbahnschienen und vorbei an dem verlassenen Zugwaggon, den wir auf dem Hinweg gesehen haben und in dessen silberner Metallverkleidung sich die Scheinwerfer spiegeln. Wir erreichen den Ort, wo die Außenwelt endet und das Experiment beginnt. Der Wechsel ist so abrupt, als habe jemand eine Linie auf den Boden gezeichnet. Amar fährt, ohne zu zögern, über diese Grenze. Ich nehme an, für ihn ist sie im Laufe der Zeit verblasst, je mehr er sich an seine neue Welt gewöhnt hat. Für mich ist es wie eine Fahrt von der Wahrheit in eine Lüge, vom Erwachsensein in die Kindheit. Pflastersteine, Glas und Metall weichen weitläufigem Land. Der Schnee fällt jetzt sanft und ich sehe schon die Skyline der Stadt vor uns. Und wo beginnen wir unsere Suche nach Sieg? fragt Amar. Er und seine Mutter haben sich den Rebellen angeschlossen, antworte ich. Ich vermute, sie sind da, wo die meisten Aufständischen sind. Die Leute vom Kontrollraum sagen, dass die Rebellen ihr Lager nördlich des Flusses aufgeschlagen haben, in der Nähe des Hancock Buildings, berichtet Amar. Lust auf eine Rutschpartie am Stahlseil? Nie im Leben, erwidere ich. Amar lacht. Es dauert noch eine weitere Stunde, bis wir nah an der Stadt sind. Erst als ich das Hancock Building in der Ferne sehe, werde ich langsam nervös. Ähm, Amar? macht Christina sich von der Rückbank bemerkbar. »Tut tut mir wirklich leid, aber ich brauche eine Pause um naja, ich muss mal. Sofort? fragt Amar. Ja, es ist ganz plötzlich gekommen. Er seufzt, fährt den Truck aber an den Straßenrand. Ihr bleibt hier, und wehe, ihr seht nach mir, sagt Christina beim Aussteigen. Ich sehe nur ihre Silhouette, während sie zur Rückseite des Trucks geht, um die Reifen aufzuschlitzen. Kurz darauf spüre ich ein leichtes Hüpfen, das garantiert niemand außer mir bemerkt hat, und auch mir ist es nur aufgefallen, weil ich darauf gewartet habe. Als Christina wieder einsteigt und sich Schneeflocken von der Jacke wischt, liegt ein kleines Lächeln auf ihren Lippen. Um Menschen vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren, braucht es manchmal nur einen einzigen, der bereit ist etwas zu unternehmen, selbst wenn es sich dabei nur um eine angebliche Pinkelpause handelt. Amar fährt einige Minuten weiter, bevor etwas passiert. Dann gibt es einen Ruck und der Truck fängt an zu holpern, wie auf einer unebenen Fahrbahn. Scheiße, sagt Amar und blickt stirnrunzelnd auf das Armaturenbrett. Ich fasse es nicht. Reifenplatt, sage ich. Ja, er seufzt und tritt dann vorsichtig auf die Bremse, damit der Wagen am Straßenrand ausrollt. Ich sehe mal nach, sage ich, springe vom Beifahrersitz und gehe nach hinten. Die beiden Hinterreifen sind vollkommen platt und ausgefranst von Christinas Messer. Ich spähe durch die Rückfenster, um sicher zu gehen, dass wirklich nur ein Ersatzreifen da ist. Dann gehe ich nach vorne und reiße die Beifahrertür auf, um die Neuigkeiten zu überbringen. Wir müssen den Truck stehen lassen und ein anderes Fahrzeug besorgen. Scheiße, Amar schlägt auf das Lenkrad. Wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen zusehen, dass Sieg, seine Mutter und Christinas Familie geimpft sind, bevor das Gedächtniss Serum freigesetzt wird, sonst können wir die ganze Sache vergessen. Beruhige dich, murmle ich. Ich weiß, wo wir einen anderen Wagen finden. Warum geht ihr nicht zu Fuß weiter und ich besorge uns einen fahrbaren Untersatz. Amars Miene hält sich auf. Gute Idee. Bevor ich mich auf den Weg mache, überprüfe ich noch kurz, ob ich Munition für meine Waffe dabei habe, obwohl ich nicht unbedingt davon ausgehe, dass ich sie brauche. Alle steigen aus dem Truck. Amar zittert in der Kälte und wippt auf den Zehen. Ich laut George haben wir eine Stunde bis zum Beginn des Resets, antwortet Amar und checkt ebenfalls seine Armbanduhr. Wenn du also Sieg und seiner Mutter lieber die Trauer ersparen willst, würde ich dir keinen Vorwurf machen. Sag mir, was ich tun soll. Ich richte mich ganz nach dir. Ich schüttle den Kopf. Das geht nicht. Sie würden zwar dem Schmerz entgehen, aber es wäre nicht echt. Habe ich es nicht immer gesagt? Sagt Amar lächelnd. Einmal ein Stiff, immer ein Stiff. Würdest du ihnen bitte verschweigen, was passiert ist? Nur so lange, bis ich da bin, sage ich zu ihm. Kannst du sie einfach nur impfen? Ich will derjenige sein, der es ihnen mitteilt. Amars Lächeln verblasst. Klar, natürlich. Meine Schuhe sind bereits durchnässt, weil ich nach den Reifen gesehen habe und meine Füße schmerzen von dem kalten Boden. Ich will gerade losgehen, als Peter sich zu Wort meldet. Ich komme mit, verkündet er. Was? Warum? Ich funkle ihn an. Du brauchst vielleicht Hilfe bei der Suche nach einem Truck, sagt er. Es ist eine große Stadt. Ich sehe Amar an, der lediglich mit den Schultern zuckt. Der Mann hat nicht Unrecht. Peter beugt sich zu mir und spricht so leise, dass nur ich ihn hören kann. Wenn du nicht willst, dass ich ihm von deinem Plan erzähle, dann sagst du jetzt besser nichts. Sein Blick driftet zu meiner Jackentasche, in der das Gedächtnisserum ist. Ich seufze. Na schön, aber du tust, was ich sage. Ich schaue zu, wie Amar Bilding gehen. Als sie weit genug weg sind und uns nicht mehr sehen, gehe ich einige Schritte zurück und schiebe die Hand in meine Tasche, um die Ampulle zu schützen. Nur damit du es weißt, ich werde nicht nach einem Truck suchen, erkläre ich. Du kannst das ebenso gut jetzt gleich erfahren. Wirst du mir bei dem, was ich tue helfen, oder muss ich dich erschießen? Kommt darauf an, was du vorhast? Es ist schwer, darauf zu antworten, da ich es selbst noch nicht genau weiß. Vor mir befindet sich das Hancock Building. Rechts von mir sind die Fraktionslosen und Evelyn mit ihrem Todesserum. Links die Getreuen und Marcus mit seinem Rebellenplan. Wo habe ich den größten Einfluss? Wo kann ich am meisten bewirken? Das sind Fragen, die ich mir stellen sollte. Stattdessen frage ich mich, wen ich lieber vernichten will. Ich werde eine Revolution stoppen, sage ich. Ich wende mich nach rechts und mein Bruder steht hinter dem Mikroskop, das Auge gegen das Okular gepresst. Das Licht vom Objektträger wirft seltsame Schatten auf sein Gesicht und lässt ihn Jahre älter aussehen. Das ist es, sagt er. Das Angriffsserum meine ich, ganz ohne Zweifel. Es ist immer gut, wenn ein zweiter einen Blick darauf wirft, meint Matthew. Ich verbringe die Stunden vor seinem Tod mit meinem Bruder und er analysiert ein Serum. Das ist so dumm. Ich weiß, warum Caleb hierher kommen wollte. Er wollte sicherstellen, dass er sein Leben nicht ohne guten Grund opfert. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Es gibt keine zweite Chance, wenn man für etwas gestorben ist. Zumindest soweit ich weiß. Sag mir noch einmal den Aktivierungscode, bittet Matthew. Der Code setzt das Gedächtnis Virus frei und nach einem weiteren Knopfdruck verteilt es sich sofort in der Luft. Seit unserer Ankunft hier hat Matthew Caleb die Zahlenfolge alle paar Minuten wiederholen lassen. Ich kann mir Zahlenreihen sehr gut merken, erklärt Caleb. Schon möglich, aber wir wissen nicht, in was für einer geistigen Verfassung du bist, wenn die Wirkung des Todesserums erst einmal eingesetzt hat. Der Code muss dir in Fleisch und Blut übergegangen sein. Bei dem Wort Todesserum zuckt Caleb zusammen. Ich starre auf meine Schuhe. 08 07 1 2 sagt Caleb. Und dann drücke ich auf den grünen Knopf. Während wir hier sind, ist Cara bei den Leuten im Kontrollraum, damit sie ihnen ein Friedenserum in die Getränke mischen und die Lichter auf dem Gelände löschen kann, solange sie zu betrunken sind, um etwas zu bemerken. Genau das gleiche haben Nita und Tobias vor einigen Wochen gemacht. Auf diese Weise können wir unbehelligt zum Waffenlabor gelangen. Auf dem Labortisch mir gegenüber liegt der Sprengstoff, den Reggie uns gegeben hat. Er sieht so gewöhnlich aus, in einer schwarzen Box mit Metallklammern und Fernzündung. Mithilfe der Klammern lässt sich die Box an der zweiten Labortür befestigen. Die erste Tür ist seit dem Angriff noch immer nicht repariert worden. Ich denke, das ist es, sagt Matthew. Jetzt heißt es warten. Matthew, sage ich. Meinst du, du könntest uns mal kurz allein lassen? Natürlich, Matthew lächelt. Ich komme zurück, wenn es soweit ist. Er schließt die Tür hinter sich. Caleb streicht über den Schutzanzug, den Sprengstoff und den Rucksack, in den alles gepackt werden soll. Er legt alles ordentlich zurecht. Ich muss immer daran denken, wie wir als Kinder Kandor gespielt haben, sagt er, wie ich dich auf einen Stuhl im Wohnzimmer gesetzt und dir Fragen gestellt habe. Erinnerst du dich? Ja. Ich lehne mich gegen den Labortisch. Du hast immer nach dem Puls in meinem Handgelenk getastet und behauptet, du würdest es sofort merken, wenn ich lüge, weil die Kandor es immer merken, wenn andere lügen. Das war nicht gerade nett von dir. Caleb lacht. Weißt du noch, wie du Mom gestanden hast, ein Buch aus der Schulbibliothek gestohlen zu haben, kaum dass sie zur Tür hereingekommen war? Und dann musste ich zur Bibliothekarin gehen und mich entschuldigen. Ich stimme in sein Lachen ein. Diese Frau war schrecklich. Sie nannte alles ständig junge Dame oder junger Mann. Oh, aber in mich war sie total vernarrt. Als ich mich freiwillig zum Bibliotheksdienst gewesen. Hast du das gewusst? Sie hat mich einige Male erwischt und niemals ein Wort darüber verloren. Wirklich? Ich verspüre ein Ziehen in der Brust. Das wusste ich nicht. Ich schätze, wir haben voneinander ziemlich viel nicht gewusst. Er trommelt mit den Fingern auf den Tisch. Ich wünschte, wir wären aufrichtiger zueinander gewesen. Ich wünschte das ebenfalls. Und jetzt ist es zu Er blickt hoch. Nicht für alles. Ich ziehe einen Stuhl vom Labortisch weg und setze mich darauf. Lass uns Kandor spielen. Ich werde eine Frage beantworten und dann bist du an der Reihe. Aber es muss eine ehrliche Antwort sein. Er wirkt ein wenig gereizt, spielt jedoch mit. Okay. Was hattest du vor, als du die Gläser zerbrochen hast und danach so getan hast, als hättest du sie nur herausgenommen, um Wasserflecken abzuwischen. Ich verdrehe die Augen. Also wirklich, Caleb, ausgerechnet auf diese Frage willst du eine ehrliche Antwort? Okay, schön, er räuspert sich und sieht mich mit seinen grünen Augen ernst an. Hast du mir wirklich verziehen oder behauptest du es nur, weil ich bald sterbe? Ich starre auf meine Hände in meinem Schoß. Ich habe es geschafft, nett und freundlich zu ihm zu sein, weil ich jeden Gedanken an das, was im Hauptquartier der Ken passiert ist, verdränge. Aber Vergebung ist das nicht. Wenn ich ihm vergeben hätte, könnte ich an diese Ereignisse ohne diesen Hass denken, den ich jedes Mal in den Eingeweiden verspüre. Oder nicht? Aber vielleicht ist Vergebung nur die ständige Verdrängung bitterer Erinnerung, bis die Zeit den Schmerz und den Zorn abstumpft und das Unrecht vergessen ist. Um Calebs Willen glaube ich an Letzteres. Ja, das habe ich, antworte ich zögernd. Zumindest wünsche ich es mir verzweifelt, und ich denke, das läuft auf das Gleiche hinaus. Er wirkt erleichtert. Ich trete beiseite, damit er meinen Platz auf dem Stuhl einnehmen kann. Ich weiß, was ich ihn fragen will. Was ich schon immer fragen wollte, seit er sich bereit erklärt hat, dieses Opfer zu bringen. Warum tust du das? Frage ich. Was ist der eigentliche Grund dafür? Frag mich das nicht, Beatrice. Es ist keine Falle, versichere ich ihm. Das wird an meiner Vergebung nichts ändern. Ich muss es einfach wissen. Zwischen uns liegen der Schutzanzug, der Sprengstoff und der Rucksack, arrangiert in einer geraden Linie auf Edelstahl. Es sind die Instrumente seines Abschieds ohne Wiederkehr. Ich schätze, es ist für mich die einzige Möglichkeit, wie ich den Gewissensbissen entkommen kann. Wegen all der Dinge, die ich getan habe, sagt er. Noch nie habe ich mir etwas sehnlicher gewünscht. Seine Worte tun weh. Ich hatte Angst, dass er genau das sagen würde. Ich wusste die ganze Zeit, dass er es sagen würde. Ich wünschte, er hätte es nicht getan. Eine Stimme dringt durch die Gegensprechanlage in der Ecke. Achtung an alle Gelände Bewohner. Beginn der Notfall-Lockdown-Prozedur exakt fünf Uhr. Ich wiederhole. Beginn der Lockdown-Prozedur exakt fünf Uhr. Caleb und ich sehen uns entsetzt an. Matthew reißt die Tür auf. Scheiße, sagt er. Und dann lauter. Scheiße! Notfall-Lockdown, wiederhole ich. Ist das das gleiche wie eine Notfallübung? Im Prinzip ja. Es bedeutet, dass wir jetzt gehen müssen, während in den Fluren noch Chaos herrscht. Und bevor sie die Security erhöhen, erklärt Matthew. Warum sollten sie das tun? erkundigt sich Caleb. Könnte sein, dass sie die Security erhöhen wollen, bevor sie die Viren freisetzen. erklärt uns Matthew. Oder sie sind dahinter gekommen, dass wir etwas geplant haben, aber dann wären sie wahrscheinlich längst gekommen, um uns zu verhaften. Ich sehe Caleb an. Die Minuten, die mir mit ihm noch bleiben, fallen wie tote Blätter von den Ästen. Ich durchquere den Raum und hole unsere Waffen. Aber Tobias Worte von gestern lassen mich nicht los. Dass die Altruan sagen, man solle jemandem nur dann erlauben, sich zu opfern, wenn es das größte Zeichen seiner Liebe sei. Und bei Caleb ist ... ... ... Füße rutschen auf dem verschneiten Pflaster aus. Du hast dich gestern nicht selbst geimpft, sage ich zu Peter. Nein, habe ich nicht, gibt er zu. Warum nicht? Warum sollte ich dir das erzählen? Ich streiche mit dem Daumen über die Ampulle und sage Du bist mitgekommen, weil du weißt, dass ich das Gedächtnisserum habe, stimmt's? Wenn du willst, dass ich es dir gebe, musst du mir einen triftigen Grund dafür nennen. Wieder fällt sein Blick auf die Tasche. Offenbar hat er gesehen, wie Christina es mir gegeben hat. Ich könnte es dir auch einfach abnehmen, sagt er. Bitte. Ich blicke hoch, beobachte den Schnee, der über die Dächer geweht wird. Es ist dunkel, aber der Mond spendet genug Licht, um etwas zu sehen. Du denkst vielleicht, dass du ein ziemlich guter Kämpfer bist, aber du bist nicht gut genug, um mich zu besiegen, das verspreche ich dir. Ohne Vorwarnung schubst er mich. Ich rutsche auf dem verschneiten Boden aus und stürze. Meine Waffe fällt klappernd zu Boden und versinkt halb so dass ich wieder ins Rutschen komme. Aber diesmal halte ich das Gleichgewicht und ramme ihm meinen Ellbogen in den Magen. Er tritt gegen mein Bein, so dass es taub wird, packt mich an der Jacke und zieht mich zu sich heran. Er tastet nach meiner Tasche, wo das Serum ist. Ich versuche ihn wegzustoßen, aber er ist trittsicher und mein Bein ist immer noch taub. Mit einem frustrierten Stöhnen hebe ich den freien Arm und ramme ihm den Ellbogen gegen den Mund. Der Schmerz ist heftig. Es tut weh, jemandem auf die Zähne zu schlagen, aber das war es wert. Er brüllt, torkelt zurück auf die Straße und umklammert sein Gesicht mit beiden Händen. Weißt du, warum du als Initiant Kämpfe gewonnen hast? sage ich und richte mich auf. Weil du grausam bist. Weil es dir gefällt, Menschen weh zu tun. Du hältst dich für etwas Besonderes. Du denkst alle um dich herum seien nur Luschen, die im Gegensatz zu dir keine harten Entscheidungen treffen können. Er versucht aufzustehen, aber ich trete ihm in die Seite, sodass er erneut der Länge nach hin fällt. Dann stelle ich meinen Fuß das, was in ihm steckt. Du bist nichts Besonderes, fahre ich fort. Ich tue auch gern Menschen weh. Ich kann die grausamsten Entscheidungen treffen. Der Unterschied ist, manchmal tue ich es nicht. Und du tust es immer. Und das macht dich böse. Ich steige über ihn hinweg und gehe die Michigan Avenue hinunter. Aber schon nach wenigen Schritten höre ich seine Stimme. Genau sagt er zittrig. Ich bleibe stehen, drehe mich aber nicht um. Ich mag ihm in diesem Moment nicht ins Gesicht sehen. Ich will das Serum, weil ich es satt habe, so zu sein, sagt er. Ich habe es satt, böse Dinge zu tun und es zu mögen und mich dann zu fragen, was mit mir nicht stimmt. Ich will, dass es aufhört. Ich will neu anfangen. Und wenn schon, das ist mir egal, erwidert Peter. Der Ärger, der sich in mir aufgebaut hat, verpufft, als ich die Ampulle in den Fingern drehe. Ich höre, wie er sich aufrappelt und den Schnee von den Kleidern klopft. Leg dich nicht noch einmal mit mir an, sage ich zu ihm. Wenn alles erledigt ist, kannst du meinetwegen einen Reset bei dir machen. Du kannst setzen unseren Weg durch den frisch gefallenen Schnee zu dem Gebäude fort, wo ich meine Mutter das letzte habe. Im Flur herrscht eine nervöse Stille, obwohl überall Menschen sind. Eine Frau stößt mit der Schulter gegen mich und murmelt eine Entschuldigung. Ich gehe näher an Caleb heran, damit ich ihn nicht aus den Augen verliere. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre einige Zentimeter größer, da müsste ich jetzt nicht gegen diese Menschenmenge anrennen, deren Brustkörbe sich auf meiner Augenhöhe befinden. Wir bewegen uns schnell, aber nicht zu schnell. Je mehr Sicherheitsposten ich entdecke, desto größer wird meine Anspannung. Calebs Rucksack mit dem Schutzanzug und dem Sprengstoff darin hüpft beim Gehen auf seinem Rücken auf und ab. Die Menschen streben in alle Richtungen, aber bald werden wir einen Flur erreichen, in dem sich niemand aufhalten darf. Ich fürchte, Cara ist etwas zugestoßen, sagt Matthew. Die Lichter sollten längst ausgeschaltet sein. Ich nicke. Ich spüre, wie sich die Waffe unter meinem ausgebeulten Shirt in meinen Rücken bohrt. Ich hatte gehofft, dass ich sie nicht benutzen müsste. Aber wie es scheint, wird mir das nicht erspart bleiben. Und selbst dann ist noch längst nicht sicher, dass wir es bis ins Waffenlabor schaffen. Ich berühre Caleb und Matthew am Arm und wir bleiben alle drei mitten im Flur stehen. Ich habe eine Idee, erkläre ich. Wir teilen uns auf. Caleb und ich laufen zum Labor, während du sie irgendwie ablenkst, Matthew. Ich soll sie ablenken? Du hast doch eine Waffe, oder nicht? sage ich. Schieß in die Luft, er zögert. Mach schon, sage ich mit zusammengebissenen Zähnen. Matthew zieht seine Waffe. Ich packe Caleb am Ellbogen und lotse ihn den Flur hinunter. Über die Schulter beobachte ich, wie Matthew die Waffe hebt und mit ausgestrecktem Arm nach oben schießt, auf eine Glasscheibe direkt über ihm. Sobald der scharfe Knall ertönt, renne ich los und zerre Caleb hinter mir her. Laute Schreie sind zu hören, Glassplitter fliegen durch die Luft. Und dann rennen Sicherheitsposten an uns vorbei, ohne zu bemerken, dass wir von den Schlafsälen weglaufen und einen Ort ansteuern, an dem wir nicht sein dürften. Es ist eigenartig, wie meine Instinkte erwachen und mein Feroxtraining sich bemerkbar macht. Meine Atmung wird tiefer und gleichmäßiger, während wir der Rute folgen, die wir am Morgen festgelegt haben. Mein Geist ist schärfer, irgendwie klarer. Ich sehe Caleb an und rechne damit, dass es ihm ähnlicher geht, aber stattdessen scheint alles Blut aus seinem Gesicht gewichen zu sein und er atmet stoßweise. Ich halte seinen Ellbogen fest, um ihn zu stützen. Unsere Schuhe quietschen auf den Fliesen, als wir um verspiegelten Deckel. Eine Welle des Triumphs schlägt über mir zusammen. Ich kenne diesen Ort. Wir sind jetzt ganz nah. Wir werden es schaffen. Stopp, ruft jemand hinter mir. Die Sicherheitsposten, sie haben uns entdeckt. Stehen bleiben oder wir schießen. Zitternd hebt Caleb die Hände. Ich folge seinem Beispiel und dann sehe ich ihn an. Ich spüre, wie sich alles in mir meine rasenden Gedanken und mein hämmerndes Herz. Vor mir sehe ich nicht mehr den feigen jungen Mann, der mich an Janine Matthews verraten hat. Und ich höre auch nicht mehr die Ausreden, die er mir hinterher aufgetischt hat. Jetzt sehe ich den Jungen, der im Krankenhaus meine Hand gehalten hat, als unsere Mutter sich das Handgelenk gebrochen hatte. Den Jungen, der mir erklärt hat, dass alles wieder gut werden würde. Ich sehe den Bruder, der mir gesagt hat, ich solle meine eigenen Entscheidungen treffen. Und das ausgerechnet am Abend vor der Zeremonie der Bestimmung. Ich denke an all die bemerkenswerten Eigenschaften, die er besitzt. Er ist klug und enthusiastisch und aufmerksam, still und ernst und freundlich. Er ist ein Teil von mir, wird es immer Ich gehöre nicht zu den Altruan oder den Ferox, ja nicht einmal zu den Unbestimmten. Ich gehöre nicht zum Amt oder der Stadt oder der Zone. Ich gehöre den Menschen, die ich liebe. Und sie gehören mir. Sie und die Liebe und Loyalität, die ich ihnen gebe, bestimmen meine Identität weit mehr als jedes Wort oder jede Gruppe, das jemals könnte. Ich liebe meinen ihn und er zittert vor Entsetzen bei dem Gedanken an den Tod. Ich liebe ihn und alles, was ich denke, alles, was ich im Geist höre, sind die Worte, die ich vor einigen Tagen zu ihm gesagt habe. Ich würde dich nie zu deiner eigenen Hinrichtung führen. Caleb, sage ich, gib mir den Rucksack. Was? fragt er. Ich schiebe die Hand unter die Rückseite meines Shirts, greife nach meiner Waffe und richte sie auf ihn. Gib mir den Rucksack. Triss, nein, er schüttet den Kopf. Nein, das lasse ich nicht zu. Waffe weg, schreit der Wachposten am Ende des Flurs. Waffe weg, oder wir schießen. Vielleicht überlebe ich ja das Todesserum, sage ich. Ich bin gut darin, gegen solches Zeug anzukämpfen. Ich habe den Rucksack oder ich schieße dir ins Bein und nehme ihn dir ab. Dann rufe ich laut, sodass die Wachen mich hören können. Er ist meine Geisel. Ein Schritt weiter und ich töte ihn. In diesem Moment erinnert er mich an unseren Vater. Seine Augen sind müde und traurig und da ist der Schatten eines Bartes auf seinem Kinn. Seine Hände zittern, als er den Rucksack abnimmt und ihn mir hinhält. Ich nehme ihn und schwinge ihn mir über die Schulter, während ich die Waffe weiter auf Caleb richte und ihn so drehe, dass er mir die Sicht auf die Soldaten am Ende des Flurs versperrt. Caleb, sage ich, ich habe dich lieb. In seinen Augen glänzen Tränen, als er erwidert, ich habe dich auch lieb, Beatrice. Runter auf den Boden, brille ich wegen der Wachen. Caleb sinkt auf die Knie. Falls ich nicht überlebe, raune ich ihm zu. Sagt Tobias, dass ich ihn nicht verlassen wollte. Ich richte mich wieder auf und ziele über Caleb's Schulter auf einen der Sicherheits Posten. Ich atme ein und halte meine Hand ganz ruhig. Ich atme aus und schieße. Ich höre ein gequältes Aufheulen und sprinte, das Geräusch von Pistolenschüssen in den Ohren in die andere Richtung. Ich laufe im Zickzack, damit ich schwerer getroffen werden kann und spurte um die Ecke. Eine Kugel trifft die Wand direkt hinter mir und schlägt ein Loch hinein. Im Laufen schwinge ich den Rucksack nach vorn und öffne den Reißverschluss. Ich nehme Sprengstoff und Zünder heraus. Hinter mir höre ich Schreie und eilige Schritte. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich laufe schneller, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Die Wucht eines jeden Schritts bebt durch mich hindurch. Ich biege um die nächste Ecke, wo an den Türen, die Niete und ihre Helfer zerstört haben, zwei Wachen stehen. Den Sprengstoff und den Zünder an die Brust gedrückt, schieße ich dem einen Wachposten ins Bein und dem anderen in die Brust. Der, den ich am Bein getroffen habe, greift nach seiner Waffe. Ich feuere erneut und schließe nach dem Zielen die Augen. Diesmal bewegt er sich nicht mehr. Ich renne durch die zerstörten Türen hinein in den Flur. Dann klatsche ich den Sprengstoff an den Metallriegel, wo die beiden Türen aufeinander treffen und befestige ihn mit den Klammern. Anschließend laufe ich zurück ans Ende des Flurs und um die Ecke herum und kauere mich hin, mit dem Rücken zu den Türen, während ich auf den Auslöser drücke und mir die Ohren zuhalte. Das Geräusch vibriert in meinen Knochen, als die kleine Bombe detoniert, und die Flucht der Explosion reißt mich zur Seite. Meine Waffe schlittert über dem Boden. Glas- und Metallsplitter sprühen durch die Luft und regnen auf mich. Obwohl ich mir die Ohren zugehalten habe, klingeln sie trotzdem, als ich die Hände sinken lasse, und ich fühle mich unsicher auf den Beinen. Inzwischen haben die Wachen mich eingeholt. Sie schießen, und eine Kugel trifft mich in den Oberarm. Ich schreie laut und presse die Hand auf die Wunde. Meine Sicht wird an den Rändern fleckig, während ich mich wieder um die Ecke werfe und mich halb gehend, halb stolpernd auf die gesprengten Türen zu bewege. Dahinter ist ein kleiner Vorraum mit zwei versiegelten Türen ohne Schlösser. Durch die Fenster der Türen sehe ich das Waffenlabor, die Reihen von Geräten und düsteren Gegenständen und Ampullen von unten beleuchtet, wie um sie gut zu präsentieren. Ich höre ein Zischen und weiß, dass das Todesserum sich in der Luft verteilt. Aber die Wachen sind hinter mir und ich habe keine Zeit den Anzug anzuziehen, der die Wirkung verlangsamt. Ich weiß außerdem, ich weiß es einfach, dass ich dies überleben kann. Ich Das Quartier der Fraktionslosen, das Gebäude, das für mich immer das Hauptquartier der Kennenbleiben wird, ganz egal, welchem Zweck es gerade dient, steht still im Schnee. Nur die hell erleuchteten Fenster verraten, dass sich darin Menschen aufhalten. Vor dem Eingang halte ich inne und fluche missmutig. Was? fragt Peter. Ich hasse das hier, antworte ich. Er streicht sich das schnee schlagen wir ein Fenster ein oder sehen wir uns erst nach einer Hintertür um. Ich gehe einfach rein, sage ich. Ich bin ihr Sohn. Aber du hast sie auch verraten und die Stadt verlassen, obwohl sie das unter Strafe gestellt hat, wendet er ein. Außerdem hat sie dir Leute auf den Hals gehetzt, die dich aufhalten sollten, und zwar mit Waffengewalt. Du kannst gerne hierbleiben, wenn du willst, sage ich. Solange du das Serum hast, weiche ich nicht von deiner Seite, sagt er. Aber wenn du angeschossen wirst, schnappe ich mir die Ampulle und haue ab. Nichts anderes erwarte ich von dir. Er ist ein seltsamer Mensch. Ich betrete die Eingangshalle, wo das Porträt von Janine Matthews wieder an der Wand hängt. Allerdings sind ihre Augen inzwischen mit zwei roten X überpinselt und quer über das Bild hat jemand Fraktions Abschaum geschrieben. Mehrere Menschen mit den Armbinden der Fraktionslosen versperren uns mit ihren Waffen im Anschlag den Weg. Einige von ihnen kommen mir von den Lagerfeuern bei den Vorratshäusern der Fraktionslosen bekannt vor. Andere kenne ich noch aus den Tagen, in denen ich als Ferox-Anführer an Evelyns Seite stand. Wieder andere habe ich noch nie gesehen. Und einmal mehr wird mir bewusst, dass die Zahl der Fraktionslosen viel höher ist, als wir je vermutet hätten. Ich hebe die Hände. Ich bin hier, um mit Evelyn zu sprechen. Klar doch, sagt einer der Fraktionslosen, weil wir einfach jeden reinspazieren lassen, der sie sprechen will. Ich habe eine Nachricht von denen jenseits des Zauns, sage ich. Eine, die sie sicher gerne hören würde. Tobias? fragt eine Frau. Ich erkenne sie, aber nicht von einem der Lagerhäuser, sondern von den Altruan. Sie war früher einmal meine Nachbarin. Grace ist ihr Name. Hallo Grace, grüße ich sie. Ich wollte mit Mom sprechen. Grace beißt sich auf die Innenseite ihrer Wange und mustert mich. Ihr Griff um die Waffe lockert sich. Eigentlich dürfen wir niemanden reinlassen. Um Himmels Willen, schaltet Peter sich ein. Jetzt geh schon und sag ihr, wir hier sind. Dann kann sie selbst entscheiden. Wir warten so lange. Grace schiebt sich rückwärts durch die Menschentraube, die sich in der Zwischenzeit um uns gebildet hat. Dann senkt sie die Arme zu brennen. Schließlich kehrt Grace zurück und winkt uns zu sich. Ich nehme die Hände herunter und die Fraktionslosen senken ihre Waffen. Dann gehe ich in Richtung Foyer, fädle mich durch die Menge wie durch ein Nadelöhr. Grace führt uns zu einem Aufzug. Warum trägst du eine Waffe, Grace? frage ich. Mir ist noch nie ein Altruan untergekommen, der freiwillig eine Waffe angerührt hätte. Die Fraktionsregeln sind Vergangenheit, antwortet sie. Jetzt kann ich mich verteidigen. Hier muss ich meinen Selbsterhaltungstrieb nicht mehr verleugnen. Gut, entgegne ich, und meiner ist ernst. Die Altruan waren genauso zerrüttet wie die anderen Fraktionen, nur fielen bei ihnen die Abgründe unter dem Deckmantel der Selbstlosigkeit weniger auf. Aber die Menschen zu zwingen, als farblose Schatten ihrer selbst zu leben, immer und überall hinter sich selbst zurück zu stehen, ist nicht viel besser, als die Leute dazu anzustacheln, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Wir kommen in dem Stockwerk an, in dem Janines Verwaltungsbüro lag. Aber dorthin führt Grace uns nicht. Stattdessen bringt sie uns in einen großen Konferenzraum mit quadratischen Tischen, Sofas und Sesseln, die ordentlich aufgereiht stehen. Riesige Fenster in der hinteren Wand lassen das Mondlicht herein. Evelyn sitzt an einem Tisch auf der rechten Seite und starrt aus dem Fenster. Du kannst gehen, Grace, sagt Evelyn. Du hast eine Nachricht für mich, Tobias? Sie blickt mich nicht an. Ihr dickes Haar ist zu einem Knoten geschlungen und sie trägt ein graues Oberteil mit einer fraktionslosen Armbinde darüber. Sie wirkt erschöpft. Würde es dir was ausmachen, im Flur zu warten? Frage ich Peter und zu meiner Überraschung beschwert er sich nicht, sondern dreht sich wortlos um und zieht die Tür hinter sich zu. Meine Mutter und ich sind allein. Die Menschen draußen haben keine Nachricht mehr für uns, sage ich und gehe einen Schritt auf sie zu. Sie wollen allen Leuten in der Stadt ihre Erinnerungen rauben. Sie glauben, dass man nicht vernünftig mit uns sprechen kann, nicht an das Bessere in uns appellieren kann. Sie finden es einfacher uns auszulöschen als mit uns zu sprechen. Vielleicht haben sie recht, erwidert Evelyn. Sie dreht sich zu mir um und stützt ihr Kinn in ihre verschränkten Hände. Auf einen ihrer Finger ist ein lachen. Weshalb bist du dann hier? Ich zögere, berühre die Ampulle in meiner Tasche. Wenn ich meine Mutter ansehe, erkenne ich, wie die Zeit sie aufgereben hat, wie ein altes Kleidungsstück, dünn und abgenutzt und ausgefranst. Aber dahinter sehe ich auch die Frau, die ich als Kind kannte. Den Mund, der sich zum Lachen öffnete, die Augen, die vor Freude funkelten. Je länger ich sie jetzt betrachte, desto mehr dringt sich der Eindruck auf, dass diese glückliche Frau niemals existiert hat. Diese Frau war nur ein blasses Abziehbild meiner wahren Mutter, betrachtet durch die selbstbezogenen Augen eines Kindes. Ich setze mich auf den Stuhl ihr gegenüber und lege die Ampulle mit dem Gedächtnisserum auf den Tisch zwischen uns. Ich bin hergekommen, um dich zu zwingen, das hier zu trinken, sage ich. Sie betrachtet die Ampulle und ich meine, in ihren Augen Tränen glitzern zu sehen. Oder ist es nur das Licht? Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, die totale Zerstörung zu verhindern, sage ich. Ich weiß, dass Marcus und Johanna mit ihren Leuten angreifen werden. Und mir ist klar, dass du vor nichts zurückschrecken wirst, um sie daran zu hindern. Auch nicht davor, das Todesserum einzusetzen. Ich lege den Kopf auf die Seite. Oder irre ich mich? Nein, antwortet sie. Das Fraktionssystem ist der Ursprung allen Übels. Es darf nicht wiederhergestellt werden. Lieber würde ich uns alle zugrunde gehen lassen. Sie krallt ihre Finger um die Tischkante. Die Knöchel ihrer Hand sind blut leer. Dass die Fraktionen der Ursprung allen Übels waren, liegt daran, dass es keine Möglichkeit gab, sich ihnen zu entziehen, sage ich. Sie haben uns vorgegaukelt, wir hätten eine Wahl, ohne uns tatsächlich eine Wahl zu lassen. Und dasselbe tust du, wenn du die Fraktionen abschaffst. Du sagst den Leuten, geht und trefft eure eigenen Entscheidungen, aber wenn ihr euch für die Fraktionen entscheidet, werdet ihr das bitter bereuen. Wenn du so denkst, warum hast du es mir dann nicht gesagt, fragt sie mit lauter werdender Stimme, aber sie weicht meinem Blick nicht aus, weicht mir nicht aus. Warum hast du es mir nicht gesagt, statt mich zu verraten? Weil ich Angst vor dir habe. Die Worte platzen aus mir heraus und im selben Moment bereue ich sie schon. Aber ich sein konnte, bevor ich sie dazu zwinge, sich selbst aufzugeben. Du, du erinnerst mich an ihn. Wage es ja nicht, sie ballt die Fäuste und spuckt mir ihre Worte ins Gesicht. Wage es ja nicht. Mir ist egal, ob du es hören willst oder nicht, erwidere ich und stehe auf. Er war ein Tyrann in unserem Haus. Du bist eine Tyrannin in dieser Stadt und du merkst nicht einmal, wie ähnlich ihr euch seid. Deshalb hast du das hier mitgebracht? Sie nimmt die Ampulle und sieht sie sich an. Weil du es für den einzigen Ausweg hältst. Auf diese Weise willst du die Dinge in Ordnung bringen? Ich will sagen, das ist der einfachste Weg, der beste Weg, vielleicht der einzige Weg ist, ihr je wieder vertrauen zu können. Wenn ich ihre Erinnerungen ausradiere, kann ich mir eine neue Mutter erschaffen. Aber sie ist mehr als nur meine Mutter. Sie ist ein eigenständiger Mensch und sie gehört mir nicht. Ich habe nicht das Recht, sie nach meinen Vorstellungen umzuformen, nur weil ich nicht damit klarkomme, wie sie ist. Nein, erwidere ich. Nein, ich plötzlich packt mich kalte Angst, meine Hände werden taub, mein Herz hämmert. Zuerst hatte ich vor, Marcus heute Abend einen Besuch abzustatten, aber dann habe ich mich dagegen entschieden. Ich schlucke schwer. Ich bin stattdessen zu dir gekommen, weil ich daran glaube, dass zwischen uns noch Hoffnung auf eine Versöhnung besteht. Vielleicht nicht jetzt, auch nicht bald, aber irgendwann. Bei ihm ist es für jede Hoffnung, für jede Versöhnung zu spät. Sie sieht mich an. Ihre Augen funkeln bild und sind zugleich voller Tränen. Ich schade mir selbst, wenn ich dir diese Wahl lasse, sage ich, aber ich kann nicht anders. Entweder bleibst du an der Spitze der Fraktionslosen und kämpfst weiter gegen die Getreuen, aber ohne mich, und zwar für immer. Oder du lässt von diesem Kreuzzug ab und bekommst deinen Sohn zurück. Es ist ein schwacher Versuch und ich weiß es. Deshalb habe ich Angst. Angst, dass sie sich weigern wird, zu wählen. Dass sie die Macht mir vorziehen wird. Dass sie mich einen dummen Jungen nennen wird. Denn genau das bin ich. Ich bin ein Kind. Ich bin ein kleiner Knirps und will von ihr wissen, wie lieb sie mich hat. Evelyn's Augen, dunkel wie feuchte Erde, blicken mich lange forschend an. Dann beugt sie sich über den Tisch und zieht mich an sich. Ich bin überrascht, wie stark und drahtig ihre Arme sind, mit denen sie mich umklammert, als wolle sie mich nie wieder loslassen. Meinetwegen können sie die Stadt und alles darin haben, murmelt sie sie hat sich für mich entschieden. Das Todesserum riecht nach Rauch und Gewürzen und meine Lungen wehren sich schon beim ersten Atemzug. Ich huste und werde von Dunkelheit verschluckt. Ich falle auf die Knie. Ich fühle mich, als hätte jemand mein Blut durch Sirup ersetzt und meine Knochen mit Blei gefüllt. Der Schlaf will mich mit unsichtbaren Fäden an sich ziehen. Aber ich will wach sein. Es ist wichtig, dass ich wach bin. Ich stelle mir vor, dass dieses Wollen, dieser Wunsch in meiner Brust brennt wie eine Flamme. Die Fäden ziehen kräftiger und ich fache die Flamme mit Namen an. Tobias, Caleb, Christina, Matthew, Kara, Zeke, Uriah. Aber die tödliche Last des Serums lässt sich nicht so einfach abwerfen. Ich kippe zur Seite und mein verwundeter Arm wird gegen den kalten Boden gedrückt. Ich drifte. Es wäre schön, davon zu treiben, sagt eine Stimme in meinem Kopf, zu sehen, wo ich hingehen werde. Aber das Feuer, das Feuer, das Verlangen zu leben. Ich bin noch nicht fertig. Oh nein. Ich wühle mich in meine Gedanken hinein. Es ist schwer. Ich will mich daran erinnern, warum ich hergekommen bin und warum es mir etwas bedeutet, mich von diesem wundervollen Gewicht zu befreien. Dann finde ich sie, die Erinnerung an das Gesicht meiner Mutter, wie sie auf dem Pflaster liegt, mit seltsam verrenkten Gliedern und an das Blut, das aus dem Körper meines Vaters sickert. Sie sind tot, sagt die Stimme. Du könntest zu ihnen gehen. Sie sind um meinet Willen gestorben, antworte ich, und jetzt muss ich eine Gegenleistung erbringen. Ich muss verhindern, dass andere Menschen alles verlieren. Ich muss die Stadt retten und die Menschen, die meiner Mutter und meinem Vater viel bedeutet haben. Wenn ich zu meinen Eltern gehe, will ich einen guten Schwelle. Das Feuer, das Feuer. Es tobt in meinem Innern, zuerst nur ein Lagerfeuer, und dann ein Inferno, und mein Körper ist der Brennstoff. Ich spüre, wie es durch mich hindurch rast, wie es an der drückenden Last nagt. Es gibt nichts, was mich jetzt töten kann. Ich bin mächtig und unbesiegbar und ewig. Das Serum scheint an meiner Haut zu kleben wie Öl, aber die Dunkelheit weicht zurück. Ich lasse die Hand schwer auf den Boden krachen und stemme mich hoch. Halb aufgerichtet ramme ich die Schulter in die Doppeltüren. Sie schrammen über den Boden, als das Siegel bricht. Ich atme saubere Luft und richte mich auf. Ich bin da. Ich bin da. Aber ich bin nicht allein. Keine Bewegung, sagt David, und hebt seine Waffe. Wie hast du dich gegen das Todesserum geimpft? fragt er mich. Er sitzt immer noch im Rollstuhl, aber man braucht keine gesunden Beine, um eine Waffe abzufeuern. Etwas benommen blinzle ich ihn an. Überhaupt nicht, antworte ich. Rede keinen Unsinn, sagt David. Du kannst das Todesserum nicht ohne das Gegenmittel überleben, und ich bin der Einzige, der diese Substanz besitzt. Schweigend starre ich ihn an. Was hätte ich ihm auch sagen sollen? Ich habe mich nicht geimpft. Und dass ich noch immer hier stehe, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist alles. Im Grunde genommen spielt es keine Rolle, fährt er fort. Wir sind jetzt hier. Was haben sie vor, murmle ich. Meine Lippen fühlen sich unnatürlich dick an, die Worte kommen nur schwer aus meinem Mund. Ich spüre immer noch diese ölige Schwere auf der Haut. Sie ist der Tod, der sich an mich klammert, obwohl ich ihn besiegt habe. Ich habe geahnt, dass etwas im Gange ist, spricht David weiter. Du hast dich schon die ganze Woche über mit genetisch Beschädigten herumgetrieben, Triss. Hast du geglaubt, ich würde das nicht merken? Er schüttelt den Kopf. Und dann wurde deine Freundin Cara dabei erwischt, wie sie sich an der Beleuchtung zu schaffen machte. Aber sie war so klug, sich selbst auszunocken, bevor sie uns irgendetwas erzählen konnte. Also habe ich hier gewartet, nur für den Fall. Ich muss sagen, ich bin nicht sonderlich überrascht, dich zu sehen. Sie sind allein hergekommen? frage ich. Das ist aber nicht sehr schlau von ihnen. Seine glänzenden Augen blinzen kurz. Nun ja, ich bin immun gegen das Todesserum und ich habe eine Waffe, während du mit leeren Händen gekommen bist. Denkst du wirklich, du könntest vier Viren Verteiler stehlen, während ich mit einer Waffe auf dich ziele? Ich fürchte, du hast den weiten Weg nicht nur umsonst gemacht. Er kostet dich auch das Leben. Wenn das Todesserum dich nicht tötet, werde ich es tun. Ich bin sicher, du verstehst das. Offiziell erlauben wir keine Todesstrafe, aber ich kann nicht zulassen, dass du hier lebend rauskommst. Er denkt, ich bin hier, um das Gedächtnisserum zu stehlen, das er für das Reset in den vier Städten des Experiments vorgesehen hat. Natürlich denkt er das. Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen und hoffe, dass mein ausdrucksloses Gesicht mich nicht verrät. Ich lasse den Blick durch den Raum schweifen, auf der Suche nach dem Gerät, mit dem das Gedächtnis Virus freigesetzt wird. Ich war dabei, als Matthew S. Caleb in allen Einzelheiten beschrieben hat. Eine schwarze Box mit einer silbernen Tastatur, versehen mit einem blauen Klebestreifen, auf dem eine Modellnummer steht. Es ist einer der wenigen Gegenstände in dem linken Regal, nur wenige Schritte von mir gehen. Ich weiß, was sie getan haben. Ich mache vorsichtig einen Schritt zurück und hoffe, dass mein Vorwurf ihn ablenkt. Ich weiß, dass sie die Angriffssimulation entwickelt haben. Ich weiß, dass sie verantwortlich sind für den Tod meiner Eltern, für den Tod meiner Mutter. Ich weiß es. Das ist nicht wahr, ruft David. Die Worte platzen aus ihm heraus, zu laut und zu plötzlich. Ich habe ihr gesagt, was passieren würde, kurz vor dem Angriff. Sie hatte genug Zeit, die Menschen, die sie liebte, in ein sicheres Haus zu bringen. Wenn sie dort geblieben wäre, hätte sie überlebt. Aber sie war eine törichte Frau, die nicht verstanden hat, was es heißt, Opfer zu bringen. Das hat sie getötet. Nicht ich. Ich sehe ihn misstrauisch an. Seine Reaktion, seine glasigen Augen. Er hat etwas gemurmelt, als Nita ihm das Angstserum injizierte. Etwas über sie. Haben sie sie geliebt? frage ich. All die Jahre hat sie ihnen Briefe geschickt. Wollten sie deshalb nicht, dass sie in der Stadt bleibt? Haben sie ihr deshalb gesagt, dass sie ihre Berichte nicht mehr länger lesen, nachdem sie meinen Vater geheiratet hatte. David sitzt still da, wie eine Statue, wie ein Mann aus Stein. Ich habe sie geliebt, antwortet er. Aber das ist vorbei. Deshalb hat er mich also im Kreis seiner engsten vertrauten willkommen geheißen und mir so viele Chancen gegeben, weil ich ein Teil von ihr bin, ihr Haar habe, ihre Stimme habe, weil er sein Leben lang versucht hat, sie zurückzuholen und dabei immer wieder ins Leere gefasst hat. Ich höre Schritte draußen im Flur. Die Soldaten kommen. Gut, ich brauche sie. Sie müssen dem Gedächtnisserum ausgesetzt sein, um es dann weiterzugeben. Ich hoffe, sie warten, bis die Luft frei ist vom Todesserum. Meine Mutter war keine Nährin, sage ich. Sie hat etwas verstanden, das sie nicht verstanden haben. Dass es kein Opfer ist, wenn man das Leben eines anderen weggibt. Es ist einfach nur böse. Wieder gehe ich einen Schritt zurück und sage, sie hat mir beigebracht, was ein echtes Opfer ist. Dass es aus Liebe geschehen sollte, nicht aus einer fehlgeleiteten Abscheu vor den Genen anderer Menschen. Dass es nur getan werden soll, wenn alle anderen Möglichkeiten zuvor ausgeschöpft wurden. Dass es für jemanden getan werden sollte, der diese Menschen und ihre Erinnerungen zu opfern. Deshalb muss ich die Welt ein für allemal von ihnen befreien. Ich schüttle den Kopf. Ich bin nicht hergekommen, um etwas zu stehlen, David. Ich werfe mich herum und stürze mich auf das Gerät. Ein Schuss. Schmerz rast durch mich hindurch. Ich weiß nicht, wo die Kugel mich getroffen hat. Im Geist höre ich, die Zahlen ein. Noch ein Schuss. Noch mehr Schmerz. Schwarze Ränder nehmen mir langsam die Sicht. Aber ich höre Caleb's Stimme. Der grüne Knopf. Es tut so weh. Wie soll ich es schaffen, wenn mein Körper sich taub anfühlt? Ich beginne zu fallen und im Fallen schlage ich mit der Hand auf das Keypad. Der grüne Knopf leuchtet auf. Ich höre einen Piepton und ein malmendes Geräusch. Ich gleite zu Boden. Ich spüre etwas Warmes am Hals und unter der Wange. Rot. Blut hat eine seltsame Farbe. Dunkel. Aus dem Augenwinkel sehe ich David in seinem Stuhl in sich zusammengesackt da sitzen. Und dann steht meine Mutter hinter ihm. Sie trägt dieselben Kleider wie bei unserer letzten Begegnung. Altruangrau, befleckt mit ihrem Blut. Und auf ihren nackten Armen sind ihre Tattoos zu sehen. Wie eingefroren steht sie da. Das Oberteil zeigt noch die Einschusslöcher. Die verwundete Haut darunter ist rot. Blutet jedoch nicht mehr. Sie hat das dunkelblonde Haar zu einem Knoten gebunden, von dem sich einige Strähnen gelöst haben und ihr Gesicht mit Gold umrahmen. Ich weiß, dass sie nicht am Leben sein kann, aber ich habe keine Ahnung, ob ich sie jetzt sehe, weil ich wegen des Blutverlusts im Delirium bin oder ob das Todesserum meine Gedanken verheddert oder ob sie auf irgendeine andere Weise zu mir gekommen ist. Sie kniet sich neben mich und berührt mich mit einer kühlen Hand an der Wange. Hallo Beatrice sagt sie und lächelt. Bin ich schon fertig? Frage ich, nicht sicher, ob ich es wirklich ausspreche oder ob ich es einfach denke und sie es hört. Ja, erwidert sie und ihre Augen glänzen von Tränen. Mein Liebes Kind, du hast deine Sache gut gemacht. Was ist mit den anderen? Ich würge an einem Schluchzen, als mir das Bild von Tobias in den Sinn kommt und ich mir vorstelle, wie dunkel und still seine Augen waren, wie stark und warm seine Hand, als wir zum ersten Mal voreinander standen. Tobias, Caleb, meine Freunde. Sie werden sich umeinander kümmern, sagt sie. Das tun Menschen. Ich lächle und schließe die Augen. Ich spüre wieder die Fäden, die an mir ziehen, aber diesmal weiß ich, dass es keine finstere Macht ist, die mich auf den Tod zuzerrt. Diesmal weiß ich, dass es die Hand meiner Mutter ist, die mich in ihre Arme nimmt. Und ich gebe mich freudig ihrer Umarmung hin. Kann mir verziehen werden, was ich alles getan habe, um hierher zu kommen. Ich will Vergebung. Ich kann sie finden. Evelyn wischt sich mit den Daumen die Tränen aus den Augen. Wir stehen vor den Fenstern, Schulter an Schulter und blicken auf das Schneetreiben hinaus. Einige Flocken legen sich auf das Fenster Sims und sammeln sich in den Ecken. Das Gefühl ist in meine Hände zurückgekehrt. Wenn ich auf die weiß überstäubte Welt blicke, kommt es mir vor, als habe alles neu begonnen und als würde es diesmal besser sein. Ich denke, ich kann mich über das Radio mit Marcus in Verbindung setzen, überlegt Evelyn. Er wird es eingeschaltet haben, alles andere wäre dumm von ihm. Ich habe vorher noch ein Versprechen einzulösen, sage ich. Ich berühre Evelyn an der Schulter. Ich hätte damit gerechnet, dass ihr Lächeln nicht vorbehaltlos ist. Aber ich habe mich getäuscht. Ich habe Gewissensbisse. Eigentlich bin ich nicht hergekommen, um sie zu bitten, für mich die Waffen niederzulegen und all das aufzugeben, worauf sie hingearbeitet hat, nur um mich zurückzugewinnen. Aber immerhin habe ich ihr die Wahl gelassen, obwohl ich das eigentlich nicht vorhatte. Ich schätze, Triss hat entscheidet man sich für die Menschen rettet, die man liebt. Ich hätte Evelyn nicht gerettet, wenn ich ihr dieses Serum verabreicht hätte. Ich hätte ihr alles genommen. Peter sitzt mit dem Rücken zur Wand im Gang. Er blickt auf, als ich mich über ihn beuge. Geschmolzener Schnee hat sein Haar auf seine Stirn geklebt. Hast du die Sache durchgezogen? fragt er. Nein, antworte ich. Dachte ich mir doch, dass du nicht die Nerven dazu hast. Darum geht es nicht. Weißt du was? Vergiss es. Ich schüttle den Kopf und halte ihm die Ampulle mit dem Gedächtnisserum hin. Bleibst du bei deiner Meinung? Er nickt. Du könntest doch einfach an dir arbeiten, sage ich. Bessere Entscheidungen treffen, ein besseres Leben führen. Ja, das könnte ich, aber das werde ich nicht. Das weißt du so gut wie ich. Er hat recht. Ich weiß, dass Veränderung schwierig und langwierig ist, dass sie aus einer endlos langen Reihe kleiner Schritte besteht, an deren Ende man sich kaum noch an den ersten Schritte erinnern kann. Er hat Angst, dass er diesem Weg nicht gewachsen ist, dass er diese Tage vergeuden wird, um am Ende schlimmer dran zu sein als jetzt. Und ich verstehe dieses Gefühl. Ich weiß, wie es ist, Angst vor sich selbst zu haben. Also lasse ich Peter auf einem der Sofas Platz nehmen und frage ihn, was ich ihm von seiner eigenen Vergangenheit erzählen soll, nachdem seine Erinnerungen sich wie Rauch verflüchtigt haben. Er schüttelt nur den Kopf. Nichts. Er will alles und schraubt den Verschluss ab. Das Glas bebt in seinen Händen und die Flüssigkeit schwappt beinahe über den Rand. Peter hält sie sich unter die Nase, um daran zu riechen. Wie viel soll ich trinken? fragt er. Und ich glaube, fast seine Zähne klappern zu hören. Ich denke nicht, dass es darauf ankommt, antworte ich. In Ordnung. Na dann. Los geht's. Er hebt die Ampulle hoch ins Licht, als wollte er mir zuprosten. Als er sie an die Lippen führt, sage ich, sei tapfer. Dann nimmt er einen Schluck. Und ich sehe zu, wie Peter von meinen Augen verschwindet. Die Luft draußen schmeckt nach Eis. Hey, Peter, rufe ich. Mein Atem verwandelt sich in Dampfwolken. Peter steht in der Tür zum Kennhauptquartier und ist ratlos. Beim Klang seines Namens, den ich ihm mindestens zehnmal gesagt habe, seit er das Serum getrunken hat, hebt er die Augenbrauen und deutet fragend auf seine Brust. Matthew hat uns gewarnt, dass die Leute nach der unmittelbaren Wirkung des Gedächtnisserums für eine Weile desorientiert sein würden, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass desorientiert so viel wie dumm bedeutet. Ich seufze. Ja, das bist du und das ist jetzt schon das elfte Mal, dass ich dir das sage. Komm, lass uns gehen. Ich dachte, dass ich in ihm auch nach dem Gedächtnis Reset noch den Initianten sehen würde, der Edward ein Buttermesser ins Seine großen Augen haben immer noch diesen unschuldigen Blick, aber diesmal nehme ich es ihm ab. Evelyn und ich gehen Seite an Seite die Straße hinab und Peter trottet hinterher. Inzwischen hat es aufgehört zu schneien, aber unter meinen Schritten knirscht der Schnee, der auf dem Boden liegen geblieben ist. Wir gehen zum Millennium Park, vorbei an der riesigen Bohnenskulptur, in der sich das Mondlicht spiegelt und dann eine Treppe hinab. Auf den Stufen fasst Evelyn nach meinem Ellbogen, um sich zu stützen. Und wir sehen uns kurz an. Ich frage mich, ob der Gedanke, meinem Vater gegenüber zu treten, sie genauso nervös macht wie mich. Ich frage mich, ob sie dieses Gefühl nie los wird. Am Fuß der Treppe ist ein Pavillon mit zwei sich gegenüberstehenden Glasblöcken, Marcus und Johanna vereinbart haben. Beide Parteien sollen bewaffnet erscheinen, wir wollen realistisch bleiben, aber auch auf gleicher Augenhöhe verhandeln können. Sie erwarten uns bereits. Johanna hält keine Waffe in der Hand, im Gegensatz zu Marcus, der mit seiner Pistole auf Evelyn zielt. Sicherheitshalber halte ich meine Waffe auf ihn gerichtet. Mein Blick streift über seinen flachen Schädel, der unter seinem kurz ausgeschorenen Haar durchschimmert, bis zu seiner gekrümmten Nasenwurzel. Tobias, sagt Johanna. Sie trägt einen Mantel in Amitee rot, auf dem die Schneekristalle schimmern. Was machst du hier? Ich will euch davon abhalten, euch gegenseitig an die Gurgel zu gehen, antworte ich. Ich bin überrascht, dich bewaffnet zu sehen. Ich nicke in Richtung ihrer Manteltasche. Manchmal muss man ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen, um den Frieden zu sichern, erwidert Johanna. Ich nehme an, dass du grundsätzlich mit mir darin übereinstimmst. Wir sind nicht hergekommen, um zu plaudern, schaltet sich Marcus ein und blickt Evelyn an. Du wolltest über ein Abkommen verhandeln? Die vergangenen Wochen sind nicht spurlos an ihm vorüber gegangen. Ich kann es an seinen herabgezogenen Mundwinkeln und den purpuren Schatten unter seinen Augen sehen. In seinen Augen erkenne ich meine eigenen wieder. Und ich erinnere mich an mein Spiegelbild in der Angstlandschaft und an mein Entsetzen, als seine Haut die meine wie ein Ausschlag überzog. Ich habe noch immer Angst, dass ich mich in ihn verwandle. Sogar jetzt, da ich ihm mit meiner Mutter an meiner Seite die Stirn biete, wie ich es mir als Kind immer erträumt habe. Aber irgendwie hat die Angst ihrer Macht über mich verloren. Ja, sagt Evelyn, ich habe einige Bedingungen, denen wir beide zustimmen müssen. Ich denke, du wirst nichts gegen sie einzuwenden haben. Wenn du einverstanden bist, trete ich zurück und händige alle Waffen aus, die meine Leute nicht zu ihrem persönlichen Schutz benötigen. Ich werde die Stadt verlassen und nicht zurückkehren. Marcus lacht. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein spöttisches oder ein ungläubiges Lachen ist. Beides würde zu diesem arroganten und zutiefst misstrauischen Mann passen. Lass sie ausreden, sagt Joanna mit ruhiger Stimme und zieht die Ärmel über ihre Hände. Im Gegenzug fährt Evelyn fort, werdet ihr unter eure Kontrolle zu bringen. Ihr werdet niemanden daran hindern, an einem anderen Ort ein neues Leben zu beginnen. Ihr werdet jene, die sich zum Bleiben entscheiden, frei über ihre neuen Anführer und ihr neues Gesellschaftssystem abstimmen lassen. Und das Wichtigste, du, Marcus, wirst dich nicht als ihr neuer Anführer zur Verfügung stellen. Es ist die einzig wirklich eigennützige Bedingung des Friedensabkommens. Evelyn hat mir gesagt, dass sie den Gedanken nicht erträgt, dass Marcus weiter Leute dazu bringt, sich ihm anzuschließen. Und ich konnte ihr nicht widersprechen. Johanna zieht die Augenbrauen hoch. Mir fällt auf, dass sie ihre Haare an beiden Seiten hinter die Ohren gestrichen hat, was den Blick auf ihre Narbe freigibt. Sie sieht besser so aus. Sie wirkt stärker, wenn sie ihr Gesicht nicht hinter einem Vorhang versteckt, nicht verschleiert, wer sie wirklich ist. Auf keinen Fall, sagt Marcus. Ich bin der Anführer dieser Leute. Marcus, sagt Johanna. Er tut, als habe er sie nicht gehört. Du hast nicht darüber zu entscheiden, ob ich ihr Anführer bleibe oder nicht, nur weil du mich hasst, Evelyn. Entschuldige mal, sagt Johanna laut. Marcus, was sie uns da anbieten, ist zu schön, um wahr zu sein. Wir bekommen alles, was wir wollen, und zwar ohne jede Gewalt. Wie kannst du da Nein sagen? Weil ich der rechtmäßige Anführer dieser Leute bin, wendet Marcus ein. Ich bin der Anführer der Getreuen. Ich Nein, das bist du nicht, widerspricht Johanna gelassen. Ich bin die Anführerin der Getreuen. Und du wirst diesem Abkommen zustimmen. Oder ich werde unseren Leuten sagen, dass du die Chance, diesen Konflikt ohne Blutvergießen zu beenden, aus Stolz abgelehnt hast. Hinter der teilnahmslosen Maske, die Marcus aufgesetzt hatte, kommt nun sein gemeines Gesicht zum Vorschein. Aber nicht einmal er kommt gegen Johanna an, deren unerschütterliche Gelassenheit und entschlossene Drohung ihn in die Knie gezwungen haben. Er schüttelt den Kopf, er hebt aber keine Einwände mehr. Ich stimme euren Bedingungen zu, sagt Johanna und streckt die Hand aus. Evelyn streift ihren Handschuh Fingerspitze für Fingerspitze ab, überwindet den Abstand und schüttelt ihr die Hand. Am Morgen sollten wir unsere Leute zusammen rufen und ihnen den neuen Plan unterbreiten, fährt Johanna fort. Kannst du eine sichere Zusammenkunft garantieren? Ich werde mein Bestes tun, antwortet Evelyn. Ich blicke auf meine Armbanduhr. Eine Stunde ist vergangen, seit wir uns in der Nähe des Hancock Buildings von Amar und Christina getrennt haben. Wahrscheinlich ist ihm inzwischen klar geworden, dass der Gedächtnis Reset nicht funktioniert hat. Vielleicht aber auch nicht. Doch egal wie, ich muss tun, wozu ich hergekommen bin. Ich muss Sieg und seine Mutter finden und ihnen beibringen, was Uriah zugestoßen ist. Ich muss los, sage ich zu Evelyn. Ich habe noch etwas zu erledigen. Ich hole dich morgen Nachmittag am Stadtrand ab. Einverstanden? In Ordnung, sagt Evelyn und reibt mit ihrem Handschuh rasch über meinen Arm, wie sie es immer getan hat, wenn ich als Kind draußen aus der Kälte kam. Ich nehme an, du kommst nicht wieder, fragt Joanna mich. Hast du draußen ein neues Leben für dich gefunden? Ja, sage ich. Viel Glück euch hier. Die Menschen draußen, sie werden versuchen, die Stadt dicht zu machen. Ihr solltet auf alles gefasst sein. Joanna lächelt. Ich bin mir sicher, dass wir mit ihnen verhandeln können. Sie hält mir die Hand hin und ich ergreife sie. Ich spüre Markes Blick auf mir wie ein Gewicht, das mich zu zerquetschen droht. Leb wohl, sage ich. Und ich meine es ernst. Hannah, Siegs Mutter, sitzt in einem Sessel in ihrem Wohnzimmer. Ihre schmalen Füße berühren den Boden nicht. Sie trägt einen zerlumpten schwarzen Bademantel und Pantoffeln, aber mit ihren hochgezogenen Augenbrauen und den im Schoß gefalteten Händen strahlt sie so viel Würde aus, dass ich das Gefühl habe, vor einer Herrscherin zu stehen. Ich sehe Sieg kurz an, der sich mit den Händen das Gesicht reibt, um aufzuwachen. Amar und Christina haben die beiden aufgespürt, nicht unter den anderen Revolutionären in der Nähe des Hancock Buildings, sondern in ihrem Familienapartment, im Glasturm über dem Hauptquartier der Ferox. Ich habe sie nur gefunden, weil Christina daran gedacht hat, Peter und mir eine Notiz mit dem Aufenthaltsort auf dem abgestellten Truck zu hinterlassen. Peter wartet in dem neuen Van, den Evelyn uns für die Rückfahrt besorgt hat. Es tut mir leid, murmle ich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wie wäre es, wenn du mit dem Schlimmsten anfängst und uns sagst, was meinem Sohn war? Er wurde während eines Angriffs schwer verletzt, sage ich. Es gab eine Explosion und er war in der Nähe. Oh Gott, sagt Sieg und wiegt sich vor und zurück. Hannah neigt nur den Kopf und verbirgt das Gesicht vor mir. Das Wohnzimmer riecht nach Knoblauch und Zwiebeln, die es vielleicht zum Abendessen gegeben hat. Ich lehne mich an die weiße Wand nahe der Tür. Neben mir hängt schief ein Familienfoto. Ich sehe Sieg als Kleinkind, Uriah als Baby auf dem Schoß seiner Mutter. Ihr Vater tragt mehrere Piercings in Nase, Ohren seinen beiden Söhnen vertraut. Er liegt seither im Koma, fahre ich fort. Und er wird nicht mehr aufwachen, sagt Hannah mit gepresster Stimme. Das ist es, was du uns sagen wolltest, oder? Ja, erwidere ich. Ich bin hergekommen, um euch abzuholen, damit ihr eine Entscheidung für ihn treffen könnt. Eine Entscheidung? Wiederholt Sieg. Du meinst, ob sie ihn abschalten sollen oder nicht? Sieg, sagt Hannah und schüttet den Kopf. Er sinkt auf das Sofa zurück. Die Kissen scheinen über ihm zusammen zu schlagen. Natürlich wollen wir nicht, dass er so weiter lebt, sagt Hannah. Er würde es nicht wollen. Aber wir würden ihn gerne noch einmal sehen. Ich nicke. Natürlich. Da ist noch etwas, was ich loswerden möchte. Der Angriff. Es war eine Art Aufstand, den ein paar der Leute dort angezettelt haben. Und ich war darin verwickelt. Ich starre auf den Riss in den Dielenbrettern direkt vor mir. Auf den Staub, der sich im Laufe der Zeit dort gesammelt hat, und warte auf eine Reaktion. Irgendeine Reaktion. Stattdessen schlägt mir nur Schweigen entgegen. Ich habe nicht getan, worum du mich gebeten hast, sage ich an Sieg Gewand. Ich habe nicht so auf ihn aufgepasst, wie ich es hätte tun sollen. Und das tut mir leid. Ich riskiere einen Blick in seine Richtung. Sieg sitzt reglos da und starrt unverwandt die leere Vase auf dem Couchtisch an. Sie ist mit rosafarbenen Rosen bemalt, die mit der Zeit verblasst sind. Ich denke, wir brauchen jetzt ein wenig Zeit für uns, sagt Hannah. Sie räuspert sich, aber das Zittern in ihrer Stimme bleibt. Ich wünschte, ich könnte euch diese Zeit geben, antworte ich, aber wir müssen uns bald auf den Rückweg machen, und wenn ihr zu ihm wollt, müsst ihr mitkommen. In Ordnung, sagt Hannah, wenn du draußen wartest, sind wir in fünf Minuten Fertig. Auf dem Rückweg fahren wir langsam durch die Dunkelheit. Ich beobachte, wie der Mond immer wieder hinter den Wolken verschwindet und wieder auftaucht, während wir über die unebene Straße holpern. Als wir die Stadtgrenze erreichen, fängt es wieder zu schneien an. Große, leichte Flocken wirbeln durch die Lichtkegel der Scheinwerfer. Ich frage mich, ob Triss gerade nach draußen blickt und zusieht, wie der Schnee über den Asphalt fegt und sich weiß um die Flugzeuge unter Menschen, die nicht länger zu wissen glauben, was es heißt, perfekte Gene zu haben. Christina beugt sich nach vorne und flüstert mir ins Ohr. Du hast es getan? Es hat funktioniert? Ich nicke. Im Rückspiegel sehe ich, wie sie hinter vorgehaltenen Händen grinst. Ich weiß, wie sie sich fühlt. Sicher. Wir alle sind in Sicherheit. Hast du deine Familie geimpft? Frage ich. Ja, sagt sie. Wir haben sie im Hancock Building bei den Getreuen gefunden. Aber der Zeitpunkt für den Reset ist verstrichen. Sieht ganz so aus, als hätten Triss und Caleb es geschafft. Unterwegs flüstern Hannah und Sieg miteinander, staunen über die seltsame dunkle Welt, die an uns vorüber zieht. Amar fühlt sich unterdessen für die grundlegenden Erklärungen zuständig und dreht sich für meinen Geschmack viel zu oft nach hinten, um die beiden anzusehen, statt sich auf die Straße zu konzentrieren. Ich versuche, die Panik zu ignorieren, die jedes Mal in mir aufsteigt, wenn er beinahe gegen Straßenlaternen oder Hindernisse fährt, und beobachte stattdessen den Schnee. Ich habe die Leere, die der Winter mit sich bringt, schon immer gehasst. Die kahle Landschaft und den schroffen Kontrast zwischen Himmel und Erde, die Art, wie die Bäume sich in Skelette und die Stadt sich in eine Wüste verwandelt. Vielleicht kann mich dieser Winter vom Gegenteil überzeugen. Wir fahren an den Zäunen herüber und stoppen vor den Eingangstoren zum Gelände, die nicht länger von Wachen gesichert werden. Wir steigen aus, und Sieg ergreift die Hand seiner Mutter, um sie zu stützen, während sie durch den Schnee schlurft. Als wir das Gebäude betreten, wird das Gefühl zur Gewissheit. Caleb hat es geschafft. Die Gänge sind wie ausgestorben, was nur bedeuten kann, dass der Reset erfolgreich war, dass die Erinnerungen für immer verändert wurden. Wo sind denn alle? wundert Amar sich. Wir gehen durch den verlassenen Checkpoint, ohne dass uns jemand aufhält. Dahinter sehe ich Cara. Eine Seite ihres Gesichts ist übel aufgeschürft und sie trägt einen Verband um den Kopf. Aber das ist es nicht, was mir Sorgen macht. Was mich beunruhigt, ist der Ausdruck auf ihrem Gesicht. Was ist los? frage ich. Cara schüttelt nur den Kopf. Wo ist Triss? Es tut mir leid, Tobias. Was tut dir leid? fragt Christina mit rauer Stimme. Sag uns, was passiert ist. Triss ist anstelle von Caleb ins Waffenlabor gegangen, sagt Cara. Sie hat das Todesserum überlebt und das Gedächtnisserum freigesetzt, aber sie, sie wurde angeschossen und sie hat es nicht geschafft. Es tut mir so leid. Meistens weiß ich, wann mich jemand anlügt und wann nicht. Und das hier muss eine Lüge sein, denn Triss lebt noch. Ihre Augen leuchten und ihre Wangen sind gerötet. Ihr zierlicher Körper sprüht vor Energie und Kraft und sie steht im Atrium und badet in einem Sonnenstrahl. Triss lebt. Sie würde mich nie alleine zurücklassen. Sie würde nie anstelle von Caleb ins Waffenlabor gehen. Nein! Christina schüttet den Kopf. Ausgeschlossen, das kann nicht sein! Cara steigen Tränen in die Augen. Und da begreife ich. Natürlich würde Triss anstelle von Caleb ins Waffenlabor gehen. Natürlich würde sie das. Christina schreit irgendetwas, aber ihre Stimme dringt nur gedämpft zu mir durch, als wäre mein Kopf unter Wasser. Caras Gesicht verschwimmt, die Welt zerläuft in einem Schleier trüber Farben. Ich darf mich nur nicht bewegen. Wenn ich einfach still stehen bleibe, kann ich verhindern, dass es wahr wird. Dann kann ich so tun, als sei alles in Ordnung. Christina wird von ihrem Kummer in die Knie gezwungen. Cara umarmt sie. Und ich? Ich stehe einfach an. Als sie in das Netz fiel, habe ich nur einen grauen Wirbel wahrgenommen. Ich habe sie zu mir herüber gezogen, und ihre Hand war klein, aber warm. Und dann stand sie vor mir, winzig und dünn, und in jeder Hinsicht wenig bemerkenswert, bis auf die Tatsache, dass sie zuerst gesprungen war. Die Stiff war zuerst gesprungen. Nicht einmal ich bin zuerst gesprungen. Ihre Augen waren so streng, so beharrlich. Schön. Aber das war nicht das erste Mal, dass ich sie je gesehen habe. Ich habe sie in den Gängen der Schule gesehen und bei der vorgeblichen Beerdigung meiner Mutter und in den Seitengassen des Altruan-Viertels. Ich habe sie gesehen und doch nicht gesehen. Niemand hat sie so gesehen, wie sie wirklich war, bis sie gesprungen ist. Ich nehme an, einem Feuer, das so hell brennt, ist es nicht bestimmt, von Dauer zu sein. Ich sehe mir ihren Leichnam an. Irgendwann. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seit Cara es mir erzählt hat. Christine und ich gehen Seite an Seite. Wir laufen in Caras Fußstapfen. Ich erinnere mich nicht an den Weg vom Eingang bis zum Leichenschauhaus, nur an einige verschwommene Bilder und an irgendwelche Geräusche, die die Barriere durchdringen, die in meinem Kopf ist. Sie liegt auf einem Tisch. Und für einen Moment denke ich, dass sie nur schläft und gleich wieder aufwachen wird, wenn ich sie berühre, dass sie mich anlächeln und mir einen Kuss geben wird. Aber als ich sie berühre, ist sie kalt und steif. Christina schluchzt. Ich drücke Triss Hand und bete, dass ich, wenn ich nur fest genug drücke, Leben in ihren Körper zurückbringen werde und dass sie wieder Farbe annehmen und aufwachen wird. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um zu begreifen, dass das nicht geschehen wird, dass sie fort ist. Als ich es endlich begreife, schwinden all meine Kräfte und ich falle neben den Tisch auf die Knie und ich denke, ich weine oder zumindest will ich es tun und alles in mir schreit nach einem einzigen weiteren Kuss, einem einzigen weiteren Wort, einem einzigen weiteren Blick. In den folgenden Tagen hilft mir Bewegung, nicht Stillstand, die Trauer in Schach zu halten, also gehe ich durch die Flure, statt zu schlafen. Ich beobachte alle anderen, wie sie sich von dem Gedächtnisserum erholen, das sie dauerhaft verändert hat, und ich tue es wie aus weiter Ferne. Jene, die im Nebel des Gedächtnisserums verloren sind, werden zu Gruppen zusammengeschlossen, und man sagt ihnen die Wahrheit, dass die menschliche Natur vielschichtig ist, dass all unsere Gene verschieden sind, aber weder beschädigt noch rein, weder defekt noch perfekt. Man erzählt ihnen außerdem die Lüge, dass ihre Erinnerungen gelöscht worden seien aufgrund eines schrecklichen Unfalls und dass sie kurz davor gewesen wären, den Behörden die Gleichheit für Gides abzutrotzen. Ich fühle mich abwechselnd erdrückt von der Gesellschaft anderer und gelähmt von der Einsamkeit. Ich habe schreckliche Angst, und ich weiß nicht einmal wovor, denn ich habe bereits alles verloren. Meine Hände zittern, als ich in den Kontrollraum gehe, um die Stadt auf dem Bildschirm zu beobachten. Johanna arrangiert den Transport für jene, die die Stadt verlassen wollen. Sie werden hierher kommen, um die Wahrheit zu erfahren. Ich weiß nicht, was interessiert. Ich schiebe die Hände in die Taschen und schaue einige Minuten lang auf die Monitore. Dann gehe ich wieder und versuche meine Schritte meinem Herzschlag anzupassen und wenn möglich nicht auf die Rillen zwischen den Fliesen zu treten. Als ich am Eingang vorbeikomme, sehe ich eine kleine Gruppe von Menschen neben der Steinskulptur versammelt. Einer von ihnen in einem Rollstuhl. Nita. Ich gehe an der nutzlos gewordenen Sicherheitsbarriere vorbei und beobachte sie alle aus einiger Entfernung. Reggie tritt auf den Steinblock und öffnet ein Ventil im unteren Teil des Wassertanks. Die Tropfen verwandeln sich in eine Flut, die aus dem Tank spritzt und sich über den Stein ergießt und Reggies Hosensaum durchnässt. Tobias! Ich schaudere, als ich die Stimme höre. Es ist Caleb. Ich drehe mich weg und suche nach einem Fluchtweg. Warte, bitte, sagt er. Ich mag ihn nicht anschauen, mag nicht sehen, wie sehr oder wie wenig er um sie trauert. Und ich mag nicht darüber nachdenken, dass sie für einen solch elenden Feigling gestorben ist, der ihr Opfer nicht wert ist. Schließlich sehe ich ihn doch an. Ich will wissen, ob ich etwas von ihr in wird, da ich weiß, dass sie fort ist. Sein Haar ist ungewaschen und ungekämmt, seine grünen Augen blutunterlaufen, seine Mundwinkel zucken. Er sieht nicht aus wie sie. Ich will dich nicht belästigen, beginnt er, aber ich habe dir etwas zu sagen, etwas von dem sie wollte, dass ich es dir sage. Spuck es einfach aus, unterbreche ich ihn. Sie hat mich nicht überlebt, sage, Kalebs Stimme bricht, aber er richtet sich auf und kämpft gegen die Tränen an. Dass sie dich nicht verlassen wollte. Es waren ihre letzten Worte an mich. Ich sollte jetzt irgendetwas fühlen, oder nicht? Aber ich fühle nichts. Ich fühle mich noch losgelöster als zuvor. Ja? Erwidere ich rau. Warum hat sie nicht dich sterben lassen? Denkst du, ich würde mir diese Frage nicht auch stellen? gibt Caleb zurück. Sie hat mich geliebt. Genug geliebt, um mich mit vorgehaltener Waffe zu bedrohen, damit sie für mich sterben konnte. Ich habe keine Ahnung warum, aber so ist es. Er geht weg, ohne eine Antwort abzuwarten. Und das ist wahrscheinlich besser so, denn mir fällt nichts ein, was meinem Zorn angemessen wäre. Ich blinzle gegen Tränen an und setze mich auf den Boden mitten in die Lobby. Ich weiß, warum sie mich das wissen lassen wollte. Ich sollte erfahren, dass dies kein weiteres Mal ist, wie damals im Hauptquartier der Ken. Keine Lüge, die sie erzählt hat, damit ich schlafe, während sie in den Tod geht. Kein Akt unnötiger Selbstaufopferung. Ich bohre mir die Handballen in die Augen, möchte die Tränen in meinen Schädel zurückdrücken, nicht weinen. Wenn ich das Gefühl nur ein klein wenig herauslasse, kommt alles andere nach und es endet nie wieder. Irgendwann später höre ich in der Nähe Stimmen. Kara und Peter. Diese Skulptur war ein Symbol der Veränderung, erzählt sie ihm. Der allmählichen Veränderung, aber jetzt bauen sie die Statue ab. Oh, wirklich? Peter klingt eifrig. Warum? Ähm, ich werde es später erklären, wenn das okay ist, antwortet Kara. Weißt du, wie du zum Schlafsaal zurückkommst? Ja. Dann geh für eine Woche. Kara kommt zu mir herüber und bei dem Gedanken, dass sie mich gleich anspricht, zucke ich zusammen. Aber sie setzt sich nur neben mich auf den Boden, die Hände im Schoß gefaltet, den Rücken gerade. Wachsam, aber entspannt betrachtet sie die Skulptur, wo Reggie unter dem spritzenden Wasser steht. »Du musst nicht hier bleiben«, murmele ich. »Ich muss nirgendwo sonst sein«, antwortet sie. »Und die Stille ist schön. So sitzen wir Seite an Seite da und starren schweigend ins Wasser. Da seid ihr ja«, sagt Christina und kommt auf uns zugejoggt. Ihr Gesicht ist geschwollen und ihre Stimme teilnahmslos. »Kommt, es wird Zeit. Sie schalten bei ihm die Geräte ab. Die Worte lassen mich frösteln, aber ich stehe trotzdem auf. Seit ihrer Ankunft harren Hannah und Sieg an Uriahs Seite aus. Als sie zu ihm gelassen wurden, haben ihre Finger nach seinen getastet, ihre Augen nach Leben gesucht. Aber es ist kein Leben übrig, nur die Maschine, die sein Herz schlagen lässt. Kara folgt Christina und mir zum Krankenhaus. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen, aber ich bin nicht müde, nicht so, wie ich es normalerweise bin, obwohl mir beim Gehen alles wehtut. Christina und ich sprechen nicht, aber ich weiß, unsere Gedanken sind die gleichen, auf Uriah fixiert, auf seiner letzten Atemzüge. Wir schaffen es bis zu dem Beobachtungsfenster vor Uriahs Zimmer. Evelyn ist schon dort. Amar hat sie vor einigen Tagen auf meine Bitte hin abgeholt. Sie versucht mich an der Schulter zu berühren, aber ich weiche aus, weil ich nicht getröstet werden will. In dem Zimmer stehen Sieg und Hanna zu beiden Seiten von Uriah. Hanna umklammert eine Hand, Sieg die andere. Ein Arzt steht in der Nähe des Herzmonitors und hält ein Klemmbrett ausgestreckt, aber nicht für Hanna oder Sieg, sondern für David, der in seinem Rollstuhl sitzt, vorn übergebeugt und benommen wie alle anderen, die ihre Erinnerung verloren haben. Was tut er hier? Ich habe das Gefühl, es stünden meine Muskeln und Knochen und Nerven in Flammen. Technisch gesehen ist er immer noch der Chef des Amts, zumindest bis sie ihn ersetzen, sagt Kara hinter mir. Tobias, er erinnert sich an nichts. Der Mann, den du gekannt hast, existiert nicht mehr. Er ist so gut wie tot. Dieser Mann erinnert sich nicht daran, Triss getötet. Halt den Mund, bluffe ich sie an. David unterschreibt auf dem Klemmbrett, dreht sich um und rollt zur Tür. Sie öffnet sich, und ich kann mich nicht bremsen. Ich stürze mich auf ihn, und nur Evelyn's drahtige Gestalt hindert mich daran, die Hände um seine Kehle zu legen. Er wirft mir einen seltsamen Blick zu und rollt den Flur hinunter, während ich mich gegen den Arm meiner Mutter werfe, der meine Schulter mit eisernem Griff festhält. Tobias, sagt sie, beruhige dich. Warum hat ihn keiner eingesperrt? frage ich scharf. Meine Augen schwimmen, ich kann kaum etwas sehen. Weil er immer noch für die Regierung arbeitet, antwortet Cara. Auch wenn sie es als bedauerlichen Unglücksfall eingestuft haben, heißt das nicht, dass sie alle gefeuert hätten, und die Regierung wird ihn nicht einsperren, nur weil er unter Druck eine Rebellin getötet hat. Eine Rebellin, wiederhole ich. Ist das alles, was sie jetzt ist? Wahr, korrigiert Cara mich sanft, und nein, natürlich nicht, aber in den Augen der Regierung verhält es sich so. Ich will uns. Leute, es ist soweit. In Uriahs Zimmer geben Sieg und Hanna sich über Uriah hinweg die Hände. Hennas Lippen bewegen sich, aber ich weiß nicht, was sie sagt. Haben die Ferox Gebete für die Sterbenden? Die Altruan reagieren mit Schweigen und Gottesdiensten und nicht mit Worten auf den Tod. Mein Ärger verebbt und ich verliere mich wieder in dumpfer Trauer. Diesmal nicht nur um Triss, sondern auch um Uriah, dessen Lächeln sich mir ins Gedächtnis eingebrannt hat. Der Bruder meines Freundes und dann auch mein Freund, wenn auch nicht lange genug, dass sein Humor auf mich abgefärbt hätte. Ganz sicher nicht lange genug. Das Klemmbrett an dem Bauch gedrückt, legt der Arzt einige Schalter um und die Maschine hört auf, für Uriah zu atmen. Siegs Schultern zittern und Hannah drückt ihm fest die Hand, bis ihre Knöchel weiß werden. Dann sagt sie etwas und öffnet die Hände, tritt von Uriahs Leichnam weg und lässt ihn gehen. Ich wende mich vom Fenster ab. Zuerst gehe ich, dann renne ich, kämpfe mich durch die Flure, achtlos, blind. Am nächsten Tag leihe ich mir kurzerhand einen Truck aus. Alle haben nach ihrem Gedächtnisverlust genug mit sich selbst zu tun, daher versucht niemand mich aufzuhalten. Ich fahre über die Eisenbahnschienen Richtung Stadt. Mein Blick wandert über die Skyline, ohne sie wirklich zu sehen. Als ich die Felder erreiche, die die Stadt von der Außenwelt trennen, drücke ich aufs Gaspedal. Der Truck zerquetscht sterbendes Gras und Schnee unter seinen Reifen. Aber es dauert nicht lange, da rumpelt das Fahrzeug bereits über die gepflasterten Straßen des Altruan Viertels, ohne dass ich sagen könnte, wie viel Zeit vergangen ist. Die Straßen sind alle gleich, aber meine Hände und Füße wissen, wo sie hin müssen, ohne dass ich darüber nachdenken müsste. Ich halte vor einem Haus mit rissigem Pflaster Weg davor. Mein Haus. Ich gehe durch die Vordertür und die Treppe hinauf, immer noch mit diesem dumpfen Gefühl, als würde ich weit entfernt von der Welt durchs Nichts schweben. Menschen sprechen über den Schmerz der Trauer, aber ich weiß nicht, was sie meinen. Für mich ist Trauer eine vernichtende Taubheit, die jedes Gefühl abtötet. Ich presse die Handfläche auf die Abdeckung des Spiegels, um sie beiseite zu schieben. Obwohl das Licht der untergehenden Sonne über dem Boden kriecht und mein Gesicht in sanftem Orange anstrahlt, habe ich nie Bleicher ausgesehen und die Ringe unter meinen Augen waren nie ausgeprägter. Ich habe die letzten paar Tage zwischen Schlafen und Wachen verbracht, weil ich weder das eine noch das andere richtig konnte. Ich stecke den Rasierer in die Steckdose neben dem Spiegel. Das passende Rasierblatt ist bereits eingelegt, also brauche ich nur durch mein Haar zu fahren und die Ohren herunterzudrücken, um sie vor der Klinge zu schützen. Ich drehe den Kopf und suche meinen Nacken nach Stellen ab, die mir vielleicht entgangen sind. Das abgeschnittene Haar juckt auf der nackten Haut und fällt auf meine Schultern und Füße. Ich streiche mit der Hand über den Kopf, um herauszufinden, ob das Haar gleichmäßig geschnitten ist. Eigentlich brauche ich nichts hinzusehen. Ich habe gelernt, mir die Haare zu schneiden, als ich noch jung war. Ich verbringe eine Menge Zeit damit, es von Schultern und Füßen zu wischen und es dann auf eine Kehrschaufel zu fegen. Danach stehe ich wieder vor dem Spiegel. Jetzt kann man den Umriss eines meiner Tattoos sehen, die Flamme der Ferox. Ich nehme die Ampulle mit Gedächtnisserum aus meiner Tasche. Mir ist bewusst, dass der Inhalt Ich werde immer noch schreiben können, sprechen, wissen, wie man einen Computer zusammensetzt, weil diese Daten in anderen Teilen meines Gehirns abgespeichert sind. Darüber hinaus werde ich mich an nichts mehr erinnern. Das Experiment ist vorbei. Johanna hat erfolgreich mit der Regierung verhandelt, mit Davids Vorgesetzten, damit die ehemaligen Fraktionsmitglieder in der Stadt bleiben können, vorausgesetzt sie versorgen sich eigenständig, erkennen die Autorität der Regierung an und erlauben Neuankömmlingen sich ihnen anzuschließen, so dass Chicago ab sofort nur eine weitere Großstadt sein wird, wie Milwaukee. Das Amt, einst zuständig für das Experiment, wird innerhalb der Grenzen von Chicago für Ordnung sorgen. Es wird die einzige Metropole im Land sein, die von Menschen verwaltet wird, die nicht an Gendefekte glauben und danach handeln. Eine Art Paradies. für die Menschen aus der Zone würden nach und nach die Stadt bevölkern, um die leeren Plätze zu füllen und sich dort ein Leben aufzubauen, das glücklicher ist als das, was sie hinter sich gelassen haben. Ich dagegen will ein neuer Mensch werden, genauer gesagt, Tobias Johnson, Sohn von Evelyn Johnson. Tobias Johnson mag vielleicht ein stumpfes und leeres Leben haben, aber er ist zumindest heil und nicht ein menschliches Wrack, zu kaputt vom Schmerz, um nützlich zu sein. Matthew hat mir erzählt, dass du eine Ampulle mit Gedächtnisserum und einen Truck gestohlen hast, höre ich eine Stimme am Ende des Flurs. Christina. Ich muss sagen, ich habe es nicht wirklich geglaubt. Offenbar habe ich überhört, wie sie das Haus betreten hat. Ihre Stimme dringt wie durch Wasser zu mir durch und ich brauche einige Sekunden, um zu verstehen, was sie sagt. Als ich es tue, sehe ich sie an und erwidere. Warum bist du dann hergekommen, wenn du es nicht geglaubt hast? Vorsichtshalber, antwortet sie und kommt auf mich zu. Außerdem wollte ich die Stadt noch einmal sehen, bevor sich alles verändert. Gib mir die Ampulle, Tobias. Nein. Schützend lege ich die Finger um das Glas Röhrchen. Das ist meine Entscheidung, nicht deine. Ihre dunklen Augen weiten sich und ihr Gesicht strahlt im Sonnenlicht. Es lässt ihr dichtes, dickes Haar orangefarben glühen, als stünde es in Flammen. Das ist nicht deine Entscheidung, widerspricht sie. Es ist die Entscheidung eines Feiglings. Und du bist eine Menge Dinge vor, aber kein Feigling. Niemals. Vielleicht bin ich jetzt einer, antworte ich matt. Die Dinge haben sich geändert. Ich bin damit einverstanden. Nein, bist du nicht. Ich bin so erschöpft, dass ich nur die Augen verdrehen kann. Du kannst dich doch nicht in jemanden verwandeln, den sie hassen würde, sagt Christina, leise diesmal. Und glaub mir, Ärger Wald in mir auf, heiß und lebendig. Er durchbricht das Polster an meinen Ohren und lässt selbst die stille Altruan Straße laut erscheinen. Die schiere Kraft dieses Gefühls lässt mich erschaudern. Halt den Mund, brülle ich. Halt den Mund, du weißt nicht, was sie hassen würde. Du hast sie nicht gekannt, du Ich weiß genug, blafft sie zurück. Sie würde nicht wollen, ich stürze mich auf sie, drücke ihre Schultern gegen die Wand und stelle mich ganz nah vor sie. Wage nicht, so etwas je wieder zu sagen, sonst werde ich. Was wirst du? Christina stößt mich weg. Mir wehtun? Weißt du, es gibt ein Wort für große, starke Männer, die Frauen angreifen. Feigling. Ich erinnere mich an die Schreie meines Vaters, die durchs Haus halten, seine Hand an der Kehle meiner Mutter, wenn er sie gegen Wände und Türen schmetterte. Ich erinnere mich daran, von meiner Zimmertür aus zugesehen zu haben, die Hand um den Türrahmen geklammert. Und ich erinnere mich daran, leises Schluchzen durch ihre Schlafzimmertür gehört zu haben, die sie abgeschlossen hatte, damit ich weiß, antwortet sie. Wir sind einige Sekunden lang still und sehen einander nur an. Ich erinnere mich, sie gehasst zu haben, als ich ihr das erste Mal begegnet bin, weil sie eine Kandor war, weil Worte einfach aus ihrem Mund tropften, ungeprüft, achtlos. Aber im Laufe der Zeit hat sie mir gezeigt, wer sie wirklich ist. Eine Freundin, die verzeihen kann, die sich der Wahrheit verpflichtet hat und die den nötigen Mut hat, um zu handeln. Jetzt kann ich nicht anders, als sie zu mögen und ich sehe, was Triss in ihr gesehen hat. Ich weiß, wie es ist, alles vergessen zu wollen, sagt sie. Ich weiß auch, wie es ist, wenn jemand, den du liebst, ohne jeden Grund getötet wird und du alle deine Erinnerungen für einen einzigen Moment des Friedens eintauschen würdest. Sie legt ihre Hand um meine, die immer noch die Ampulle umklammert. Ich kannte Will nicht lange genug, aber er hat mein Leben verändert. Er hat mich verändert. Und ich weiß, dass Triss dich noch viel mehr verändert hat. Der harte Zug auf ihrem Gesicht schmilzt dahin und sie berührt mich sanft an den Schultern. Der Mann, der du mit ihr geworden bist, ist es wert, leben zu dürfen, sagt sie. Wenn du dieses Serum schluckst, wirst du niemals den Weg zurück zu ihm finden. Die Tränen sind wieder da, so wie damals, als ich Triss Leichnam gesehen habe. Aber diesmal ist der Schmerz auch da, heiß und scharf. Ich umklammere die Ampulle, sehne mich verzweifelt nach der Erleichterung, die sie bietet, nach Schutz vor den qualvollen Erinnerungen, die wie ein Tier mein Inneres aufkratzen. Christina legt ihre Arme um meine Schultern, und das macht den Schmerz nur noch schlimmer, weil ich daran denken muss, wie Triss dünne Arme sich um mich gelegt haben. Unsicher zuerst, aber dann fester, zuversichtlicher, sich ihrer selbst und Keine Umarmung wird sich jemals wieder so anfühlen, denn niemand wird so sein wie sie. Und sie ist tot. Sie ist tot, und die Tränen sind so sinnlos, so dumm, aber weinen ist alles, was ich tun kann. Christina hält mich fest und sagt lange Zeit kein Wort. Schließlich löse ich mich von ihr, aber ihre Hände bleiben auf meinen Schultern, warm und rauh und schwielig. Eine Hand wird derber, wenn sie immer wieder Schlägen ausgesetzt ist. Und vielleicht gilt das auch für den ganzen Menschen. Aber ich will kein schwieriger Mann werden. Es gibt noch ganz andere Arten von Menschen auf dieser Welt. Es gibt solche wie Triss, die nach Leid und Verrat immer noch genug Liebe aufbringen können, um anstelle ihres Bruders ihr Leben zu geben. Oder solche wie Cara, die jemandem, der ihren Bruder in den Kopf geschossen hat, dennoch verzeihen kann. Oder Christina, die Freund um Freund verloren hat, aber trotzdem offen geblieben ist für neue Freunde. Mit einem Mal tut sich vor mir ein anderer Weg auf, heller und klarer als jene, die ich selbst erkannt habe. Ich öffne die Augen und halte ihr die Ampulle hin. Sie nimmt sie und steckt sie ein. Ich weiß, dass Sieg sich in deiner Nähe immer noch merkwürdig benimmt, sagt sie und legt mir wieder den Arm um die Schultern. Aber in der Zwischenzeit kann ich dir eine Freundin sein. Wenn du willst, können wir sogar Armbändchen austauschen, wie die Amitee-Mädchen. Das wird nicht notwendig sein. Wir gehen die Treppe hinunter und auf die Straße hinaus. Die Sonne ist hinter den Gebäuden von Chicago versunken und in der Ferne höre ich einen Zug über die Schienen rattern. Aber wir lassen diesen Ort und alles, was er uns bedeutet hat hinter uns. Und das ist richtig so. Es gibt so viele Möglichkeiten in dieser Welt tapfer zu sein. Manchmal auch für eine andere Person. Manchmal bedeutet es, alles Vertraute hinter sich zu lassen und jeden, den man je geliebt hat, um einer größeren Sache willen aufzugeben. Aber manchmal bedeutet es das nicht. Manchmal geht es einfach nur darum, die Zähne zusammen zu beißen, Tag für Tag seine Arbeit zu verrichten und Schritt für Schritt in ein besseres Leben zu gehen. Das ist die eineinhalb Jahre später. Evelyn steht an der Schnittstelle von zwei Welten. Reifenspuren haben sich in den Boden gegraben, von dem regelmäßigen Kommen und Gehen der Menschen aus der Zone und dem einstigen Amt. Evelyns Tasche lehnt an ihrem Bein. Als ich näher komme, hebt sie grüßend die Hand. Nachdem sie in den Truck gestiegen ist, küsst sie mich auf die Wange und ich lasse es zu. Ich spüre, wie sich ein Lächeln in mein Gesicht stiehlt und ich lasse es dort. Willkommen zurück, sage ich. Die Übereinkunft, die ich vor mehr als zwei Jahren mit ihr getroffen habe und die sie kurz darauf mit Johanna erneuert hat, war die, dass sie die Stadt verlassen würde. Jetzt hat sich so vieles in Chicago verändert, dass ich keine Bedenken mehr habe, wenn sie zurückkommt und ihr geht es genauso. Obwohl zwei Jahre vergangen sind, sieht sie jünger aus, ihr Gesicht ist voller und ihr die Zeit hat ihr gut getan. Wie geht's dir? fragt sie. Mir geht es ganz gut, antworte ich. Wir verstreuen heute ihre Asche. Ich sehe nach hinten zu der Urne, die wie ein weiterer Passagier auf dem Rücksitz liegt. Lange Zeit habe ich Triss Asche im Leichenschauhaus gelassen, weil ich mir nicht sicher war, wie sie sich ihre Beerdigung gewünscht hätte und weil ich Zweifel hatte, ob ich das überhaupt durchstehen könnte. Aber heute wäre der Tag der Bestimmung, wenn wir noch Fraktionen hätten. Und es wird Zeit, einen Schritt nach vorn zu machen, selbst wenn es nur ein kleiner ist. Evelyn legt ihre Hand auf meine Schulter und blickt auf die Felder hinaus. Die Getreidefelder, die früher nur in direkter Nähe zum Hauptquartier der Amitee lagen, haben sich ausgebreitet und erstrecken sich jetzt auch über alle Grasflächen rund um die Stadt. Manchmal vermisse ich das trostlose, leere Land, aber im Moment habe ich nichts dagegen, durch endlose Reihen von Mais und Weizen zu fahren. Zwischen den Furchen stehen Menschen und überprüfen die Erde mit kleinen Apparaten, die ehemalige Wissenschaftler des Amts entwickelt haben. Die Leute tragen rot und blau und grün und purpur. Wie ist es so, ohne Fraktionen zu leben? will Evelyn wissen. Es ist ganz normal, erwidere ich lächelnd. Es wird dir gefallen. Ich bringe Evelyn in meine Wohnung, gleich nördlich des Flusses. Sie liegt auf einer der unteren Etagen, aber durch die großzügigen Fenster kann ich viele andere Gebäude sehen. Ich war einer der ersten Siedler im neuen Chicago, also konnte ich mir aussuchen, wo ich leben wollte. Sieg, Shauna, Christina, Amar und George sind in die oberen Stockwerke des Hancock Buildings gezogen und Caleb und Cara sind beide zurück in die Nähe des Millennium Parks gegangen. Aber ich bin hierher gekommen, weil es schön liegt und weil es weit genug weg ist von meinen früheren Wohnorten. Mein Nachbar ist Geschichtsexperte, er kommt aus der Zone, erzähle ich, während ich in meinen Taschen nach meinen Schlüsseln suche. Er nennt Chicago die vierte Stadt, weil es vor Ewigkeiten durch Feuer zerstört wurde und dann nochmal durch den Reinheits Krieg. Und jetzt sind die vierte Stadt, wiederholt Evelyn, als ich die Tür öffne. Das gefällt mir. Im Inneren stehen kaum Möbel, nur ein Sofa und ein Tisch, einige Stühle, eine Küche. Sonnenlicht spiegelt sich in den Fenstern der Häuser, am anderen Ufer des sumpfigen Flusses. Einige der Wissenschaftler des ehemaligen Amts versuchen den Fluss und den See wiederher zu stellen, aber es wird eine Weile Dauern. Veränderung kostet Zeit, genau wie Heilung. Evelyn lässt ihre Tasche auf das Sofa fallen. Danke, dass du mir erlaubst, für ein Weichem bei dir zu wohnen. Ich verspreche auch, dass ich bald eine andere Bleibe finden werde. Kein Problem, sage ich. Ihre Gegenwart macht mich nervös und auch die Vorstellung, dass sie meine wenigen Habseligkeiten durchstöbert und durch die Wohnung streift. Aber wir können nicht für immer auf Abstand bleiben. Immerhin habe ich ihr versprochen, zu versuchen, die Kluft zwischen uns zu überbrücken. George meint, er könnte ein wenig Unterstützung brauchen, um eine Polizeitruppe auszubilden, sagt Evelyn. Du hast dich nicht freiwillig gemeldet? Nein, erwidere ich. Ich habe es dir gesagt. Ich rühre keine Waffe mehr an. Das stimmt. Du benutzt jetzt stattdessen Worte, entgegnet Evelyn und rümpft die Nase. Ich vertraue Politikern nicht. Mir wirst du vertrauen, weil ich dein Sohn bin, sage ich. Außerdem bin ich kein Politiker, jedenfalls noch nicht, nur ein Assistent. Sie setzt sich an den Tisch und schaut sich um, neugierig und wachsam wie eine Katze. Weißt du, wo dein Vater ist? fragt sie. Ich zucke mit den Schultern. Ich habe gehört, dass er die Stadt verlassen hat. Ich habe nicht gefragt, wohin er gegangen ist. Sie stützt das Kinn in die Hand. Gab es nichts, was du ihm noch sagen wolltest? Gar nichts? Nein, antworte ich. Ich lasse meinen Schlüsselbund um den Finger kreisen. Ich wollte ihn einfach hinter mir lassen, in als ich ihm inmitten des Schneetreibens im Park gegenüber stand, habe ich etwas begriffen. Als ich ihn damals vor den Augen der Ferox im Merciless Mart angegriffen habe, hat mich das nicht über den Schmerz, den er hinweg getröstet, genauso wenig, wie wenn ich ihn angeschrien oder beleidigt hätte. Der einzige Ausweg war, ihn loszulassen. Evelyn wirft mir einen seltsamen, forschenden Blick Glas heraus. Er sieht aus wie fein. Ich weiß noch, wie sie ihn mir gegeben hat. Ich war noch klein, aber nicht zu klein, um zu begreifen, dass es bei den Altruan ein verbotener Gegenstand war. Nutzlos und daher eigennützig. Ich habe sie gefragt, wozu das Ding gut sei, und sie sagte, es tut nicht direkt etwas, aber es könnte hier drin etwas bewirken. Schöne Dinge können das manchmal. Jahrelang war es ein Symbol meines stillen Trotzes, meiner hilflosen Weigerung, ein gehorsames, unterwürfiges Altruan-Kind zu sein, und zudem ein Symbol für den Widerstand meiner Mutter, obwohl ich sie damals für tot hielt. Ich versteckte es unter meinem Bett, und an dem Tag, an dem ich beschloss, die Altruan zu verlassen, legte ich es auf meinen Schreibtisch, sehen konnte. Während du fort warst, hat mich das hier an dich erinnert, sagt Evelyn, und presst das Glas an sich. Es hat mich daran erinnert, wie mutig du warst, wie mutig du immer gewesen bist. Ein leichtes Lächeln umspielt ihre Lippen. Ich dachte, du könntest es jetzt vielleicht hier behalten. Schließlich war es von Anfang an für dich bestimmt. Ich traue meiner Stimme nicht, daher erwidere ich nur ihr Lächeln und nicke. Die Frühlingsluft ist kalt, aber ich lasse das Fenster des Trucks herunter, damit ich den Wind auf der Haut spüre und die kalte Luft in den Fingerspitzen brennt, als Erinnerung an den anhaltenden Winter. Ich halte am Bahnhof in der Nähe des Merciless Mart an und nehme die Urne von der Rückbank. Sie ist silbrig und schlicht, ohne jede Gravur. Nicht ich, sondern Christine hat sie ausgesucht. Ich gehe dem Bahnsteig entlang zu einer kleinen Gruppe, die mich bereits erwartet. Christina steht bei Sieg und Schorner, die mit einer Decke über dem Schoß im Rollstuhl sitzt. Sie hat jetzt einen besseren Rollstuhl, einen, der ohne Griffe auf der Rückseite besser zu manövrieren ist. Daneben steht Matthew. Seine Schorner. Christina lächelt mich an, und Sieg klopft mir auf die Schulter. Uriah ist nur wenige Tage nach Triss gestorben, aber Sieg und Henna haben sich schon wenige Wochen später von ihm verabschiedet und seine Asche unter dem Applaus aller seiner Freunde und Verwandten in die Schlucht gestreut. Wir haben seinen Namen so laut hinaus geschrien, dass er von den Wänden der dem Andenken von Triss gewidmet ist. Ich muss dir etwas zeigen, sagt Schorner und schlägt ihre Decke zurück, um den Blick auf die komplizierten Metallschienen an ihren Beinen freizugeben. Die Schienen reichen bis zu ihren Hüften und werden von einer Konstruktion gestützt, die sie sich um den Bauch geschnallt hat. Sie grinst mich an und mit einem knirschenden Geräusch stellt sie die Füße auf dem Boden und steht langsam und etwas stockend auf. Trotz des ernsten Anlasses lächle ich. Sieh mal einer an, sage ich. Ich hatte ganz vergessen, wie groß du bist. Caleb und seine Laborkollegen haben sie für mich gemacht, sagt sie. Ich habe den Dreh noch nicht ganz raus, aber er meint, dass ich damit eines Tages vielleicht wieder rennen kann. Schön, antworte ich. Wo ist er überhaupt? Er und Amar warten am Ende des Drahtseils, sagt sie. Jemand muss dort sein, um den Ersten aufzufangen. Er ist immer noch ein ziemlicher Waschlappen, sagt Sieg, aber ich gewöhne mich langsam an ihn. Hm, murmele ich nichtssagend. Eigentlich habe ich mich mit Caleb versöhnt, aber ich halte es immer noch nicht sehr gut in seiner Nähe aus. Seine Gesten, sein Tonfall, sein Benehmen erinnern mich an sie. Sie machen ihn zu einem bloßen Schatten von Triss, und das ist nicht genug, aber gleichzeitig auch zu viel. Ich will gerade noch etwas sagen, als der Zug einfährt. Er rast auf uns zu und hält dann mit quietschenden Bremsen am Bahnsteig. Jemand steckt den Kopf aus dem Fenster des Führerhauses. Es ist Cara. Ihr Haar ist zu einem strengen Zopf geflochten. Steigt ein, befiehlt sie. Shauna setzt sich wieder in den Rollstuhl und schiebt sich durch die Tür. Matthew, Christina und Sieg folgen ihr. Ich steige als Letzter ein und gebe Shauna die Urne. Dann stelle ich mich in die Tür und umklammere den Griff. Der Zug setzt sich wieder in Bewegung, nimmt mit jeder Sekunde Fahrt auf und ich höre das Schnarren und Sirren der Gleise und spüre wie die Energie auf mich überspringt. Der Wind peitscht mir ins Gesicht und zerrt an meinen Kleidern und ich sehe wie sich die Stadt vor mir ausbreitet. Ein Meer aus Gebäuden im Sonnenlicht. Nichts ist mehr so wie früher, aber daran habe ich mich längst Ende des ehemaligen Amts, das inzwischen als Unterabteilung des Agrarministeriums dafür zuständig ist, die Landwirtschaft noch effizienter und ertragreicher zu machen. Matthew arbeitet irgendwo in der Stadt in einer psychiatrischen Forschungseinrichtung. Als ich ihn das letzte Mal fragte, saß er gerade an einem Projekt über das menschliche Gedächtnis. Christina hat einen Job in einer Agentur gefunden, die Menschen aus der Zone, die in die Stadt ziehen wollen, bei der Umsiedlung unterstützt. Sieg und Amar sind jetzt Polizisten und George trainiert die Polizeitruppe. Ferox Jobs, wie ich sie nenne. Und ich bin Assistent von Johanna Reis, die jetzt eine unserer Regierungsrepräsentantinnen ist. Ich halte mich auch an dem anderen Griff fest und lehne mich aus dem Waggon, während er sich in eine Kurve legt, sodass ich in luftiger Höhe über der Straße zwei Stockwecke unter uns hänge. Ich verspüre ein Kitzeln im Magen, der Adrenalinkick, von dem ein wahrer Ferox nie genug bekommt. Hey, Christina tritt neben mich. Wie geht es deiner Mutter? Gut, nehme ich an, antworte ich. Aber das wird sich noch zeigen. Bereit für die Seilrutsche? Ich starre die Schienen an, die sich vor uns nach unten neigen und dann auf Höhe der Straße weiter gehen. Ja, sage ich. Im Klang ihres Namens spüre ich einen Stich, ein schmerzhaftes Zucken, und ich fühle, dass mir die Erinnerung an sie noch immer teuer ist. Christina blickt auf die Schienen und lehnt sich für einen Augenblick gegen meine Schulter. Ich glaube, du hast recht. Meine Erinnerungen an Triss, die zu meinen prägendsten Eindrücken überhaupt gehören, sind mit der Zeit stumpf geworden, wie Erinnerungen es eben an sich haben. Inzwischen tun sie nicht mehr so weh wie früher. Manchmal genieße ich es sogar, sie in meinen Gedanken vorüberziehen zu lassen, wenn auch nicht oft. Manchmal gehe ich sie zusammen mit Christina durch, und sie ist eine bessere Zuhörerin, als ich es einem Kandormädchen mit großem Mundwerk je zugetraut hätte. Cara bremst den Zug und ich springe auf dem Bahnsteig. Oben an der Treppe steigt Shauna aus dem Rollstuhl und arbeitet sich auf ihren Beinschienen die Stufen hinab, eine nach der anderen. Matthew und ich tragen ihr den leeren Rollstuhl hinterher, der sperrig und schwer ist, aber kein unüberwindliches Hindernis darstellt. Irgendwelche Neuigkeiten von Peter? frage ich Matthew, als wir am Fuß der Treppe angelangt sind. Nachdem Peter aus dem Nebel des Gedächtnisserums aufgetaucht war, kehrten einige seiner harten, unangenehmen Eigenschaften zurück, wenn auch nicht alle. Danach habe ich den Kontakt zu ihm verloren. Ich hasse ihn nicht länger, aber das heißt nicht, dass ich ihn mögen muss. Er ist in Milwaukee, berichtet Matthew. Keine Ahnung, was er tut. Er arbeitet in einem Büro, sagt Cara vom Fuß der Treppe aus. Sie hält die Urne fest, die sie beim Verlassen des Zugs von Seanas Schoß genommen hat. Ich denke, es tut ihm gut. Ich dachte immer, er würde sich den GD-Rebellen in der Zone anschließen, meint Sieg. Das zeigt mal wieder, wie viel ich weiß. Er ist jetzt anders, bemerkt Cara schulterzuckend. Es gibt immer noch GD-Rebellen in der Zone, die glauben, dass ein weiterer Krieg die einzige Möglichkeit ist, die ersehnten Veränderungen zu erzwingen. Ich tendiere mehr zu denen, die dieses Ziel ohne Gewalt erreichen wollen. Ich habe genug Gewalt für ein ganzes Leben gehabt. Ich trage sie immer noch mit mir. Nicht als Narben auf meiner Haut, sondern als Erinnerungen, die in mir hochsteigen, wenn ich es am wenigsten will. Erinnerungen an die Faust meines Vaters, die auf mein Kind trifft, daran, wie ich die Waffe hebe, um Eric zu exekutieren, an die Leichen der Altruhen auf den Straßen meines alten Zuhauses. Wir gehen durch die Straßen auf unserem Weg zur Seilrutsche. Die Fraktionen gibt es nicht mehr, aber in diesem Teil der Stadt leben an den Farben ihrer Kleidung nicht, die jetzt manchmal sehr grell sind. Einige begleiten uns ein Stück, aber die meisten sind bei der Arbeit. In Chicago müssen alle arbeiten, wenn sie dazu in der Lage sind. Vor mir ist das Hancock Building, das sich in den Himmel reckt und das unten breiter ist als oben. Die schwarzen Stahlträger ragen nach oben, durchkreuzen und verschränken sich in einer wilden Jagd. Ich war lange nicht mehr hier. Wir betreten die Lobby, deren polierte Böden glänzen und deren Wände mit Ferox Graffiti besprüht sind. Ein Andenken an frühere Bewohner. Diesen Ort haben die Ferox wegen seiner Höhe geschätzt und zumindest denke ich das wegen seiner Einsamkeit. Die Ferox haben gern leere Räume mit Lärm gefüllt. Das hat mir immer gut an ihnen gefallen. Sieg tippt mit dem Zeigefinger auf den Aufzug Knopf. Wir drängen uns in die Kabine und Cara drückt auf die 99. Als der Aufzug nach oben schießt, schließe ich die Augen. Ich spüre geradezu das Loch, das sich unter meinen Füßen auftut, einen Schacht aus Dunkelheit, nur ein Fußbreit Boden zwischen mir und dem Sturz in den Abgrund. Der Aufzug hält an und ich klammere mich an die Wand, als sich die Türen öffnen. Sieg berührt mich an der Schulter. Immer mit der Ruhe, Mann. Wir haben das ständig gemacht, weißt du noch? Ich nicke. Luft rauscht durch das Loch in der Decke und über mir leuchtet der blaue Himmel. Ich schlurfe mit den anderen zur Leiter. Vor lauter Angst schaffe ich es nicht, meine Füße dazu zu bringen, sich schneller zu bewegen. Mit den Fingerspitzen ertaste ich die Leiter und konzentriere mich auf eine Sprosse nach der anderen. Über mir manövriert Schorner sich unbeholfen die Leiter hinauf, wobei sie größtenteils ihre Arme benutzt. Als ich mir die Symbole auf den Rücken tätowieren ließ, habe ich wollte sich darüber keine Gedanken machen. Aber hier oben auf dem Dach ist es leicht vorstellbar, dass wir die letzten Menschen überhaupt sind. Mein Blick schweift über die Gebäude, die entlang des Sumpfufers stehen, und meine Brust wird eng. Sieg läuft über das Dach zu dem Metallseil und befestigt eine Sitzschlaufe an dem Stahlkabel. Er sichert sie, damit sie nicht wegrutscht und sieht uns erwartungsvoll an. Christina, sagt er, du hast den Vortritt. Christina steht neben der Schlinge und tippt sich mit einem Finger ans Kinn. Was denkt ihr? Mit dem Gesicht nach oben oder rückwärts? Rückwärts, sagt Matthew. Ich will mit dem Gesicht nach oben, damit ich mir nicht in die Hosen mache und ich möchte nicht, dass du mich kopierst. Wenn du mit dem Gesicht nach oben in die Tiefe saust, dann passiert das erst recht, weißt du, sagt Christina. Aber nur zu, dann kann ich dich einen Hosenscheißer nennen. Christina steigt mit den Füßen zuerst und mit dem Bauch nach unten in die Schlinge. So kann sie beobachten, wie das Gebäude immer kleiner wird, während sie in die Tiefe saust. Mich überläuft ein kalter Schauder. Ich kann nicht hinsehen. Ich mache die Augen zu, während Christina am Seil nach unten rast. Und dann auch bei Matthew und Shauna. Du bist dran vor, sagt Sieg. Ich schüttle den Kopf. Komm schon, sagt Kara. Bringen wir es einfach hinter uns, okay? Nein, sage ich. Geh du, bitte. Sie reicht mir die Urne und holt Tiefluft. Ich halte die Urne an meinen Bauch gedrückt. Das Metall ist warm, weil so viele Leute es berührt haben. Kara klettert ungeschickt in die Sitzschlaufe und Sieg bindet sie fest. Sie verschränkt die Arme vor der Brust und er schickt sie nach unten über den Lakeshore Drive und die Stadt. Sie gibt keinen Laut von sich, nicht einmal ein Keuchen. Dann sind nur noch Sieg und ich übrig. Ich kann das nicht, sage ich. Meine Stimme ist fest, aber dafür zittere ich am ganzen Körper. Natürlich kannst du, sagt er. Du bist vor, die Ferrox-Legende. Du kannst dich allem stellen. Ich verschränke die Arme und gehe ein bereits über die Kante zu kippen und ich schüttle den Kopf immer wieder und wieder. Hey! Sieg packt mich an der Schulter. Hier geht es nicht um dich, hörst du? Es geht um sie. Darum etwas zu tun, das sie gern getan hätte. Etwas bei dem sie stolz auf dich gewesen wäre, okay? Das ist es. Ich kann nicht kneifen. Ich kann jetzt keinen Rückzieher machen. Nicht wenn ich mich immer noch an ihr Lächeln erinnere, als sie mit mir das Riesenrad hinaufgestiegen ist, oder an ihre zusammengebissenen Zähne, als sie sich in den Simulationen nacheinander ihren Ängsten gestellt hat. Wie ist sie eingestiegen? Mit dem Gesicht voraus, sagt Sieg. In Ordnung. Ich reiche ihm die Urne. Stell sie hinter mich, okay? Und mach sie oben auf. Ich steige in die Schlaufe und meine Hände zittern so sehr, dass sie in den Schlingen an den Seiten kaum Halt finden. Sieg zurrt die Riemen über meinen Beinen und meinem Rücken fest. Dann klemmt er die Urne hinter mich, mit der Öffnung zur Seite, damit sich die Asche in alle Windrichtungen verteilen kann. Ich starre hinunter auf den Lakeshore Drive und schlucke bittere Galle. Dann gleite ich am Drahtseil auf die Dachkante zu. Ich brülle so laut, dass ich mir am liebsten die Ohren zu halten würde. Ich spüre den Schrei in mir beben, fühle, wie er meine Brust, meine Kehle, meinen Kopf ausfüllt. Der Wind brennt mir in den Augen, aber ich reiße sie weit auf, und in einem Moment blinder Panik verstehe ich, warum sie mit dem Gesicht voraus in die Tiefe schießen wollte. Es gab ihr das Gefühl, wie ein Vogel durch die Luft zu gleiten. Ich kann den Abgrund unter mir spüren, und er fühlt sich an wie der Abgrund in meinem Inneren, wie ein aufgerissener Schlund, der mich jede Sekunde verschlucken wird. Im selben Moment begreife ich, dass die rasante Fahrt bald zu Ende ist. Die letzten Ascheflocken treiben im Wind wie graue Schneeflocken, bevor sie sich ein Sprungnetz zu bilden. Ich vergrabe mein Gesicht in der Schlaufe und lache. Ich werfe die leere Urne zu den anderen hinab, bevor ich die Arme verdrehe, um die Haltegurte auf meinem Rücken zu lösen. Dann lasse ich mich wie ein Stein in die geöffneten Arme meiner Freunde fallen. Sie Niemand weiß, was er sagen soll. Caleb lächelt mich vorsichtig an. Christina blinzelt die Tränen weg. Oh, Sieg ist unterwegs, sagt sie. Sieg schießt in einer schwarzen Schlaufe auf uns zu. Zuerst sieht er aus wie ein Punkt, dann wie ein Klecks. Dann erkennt man eine ganz in schwarz gehüllte Gestalt. Er jauchzt vor Glück, als er näher kommt und dabei langsamer wird. Ich beuge mich vor, um mich an Amars Unterarm einzuhaken, während ich auf der anderen Seite Karas blassen Arm ergreife. Sie lächelt, aber über ihrem Lächeln liegt ein Schatten von Traurigkeit. Siegs Schulter prallt hart ins Netz und er grinst breit, während er sich von uns wie ein Kind in den Armen wiegen lässt. Das war schön. Lust auf eine zweite Runde Wir kehren zum Zug zurück. Shauna läuft auf ihren Schienen und Sieg schiebt den leeren Rollstuhl, während er mit Amar plaudert. Matthew, Cara und Caleb laufen nebeneinander her und sind in ein angeregtes Gespräch vertieft. Seelenverwandte, die sie sind. Christina schließt zu mir auf und legt mir eine Hand auf die Schulter. Herzlichen Glückwunsch zum Bestimmungstag, sagt sie. Ich werde dich jetzt fragen, wie es dir wirklich geht und du wirst mir eine ehrliche Antwort geben. Manchmal reden wir so miteinander und geben uns gegenseitig Befehle. Irgendwie ist sie zu einem meiner besten Freunde geworden, obwohl wir uns ständig kabbeln. Ich bin okay, erwidere ich. Es ist schwer und das wird es auch bleiben. Ich weiß, sagt sie. Wir folgen den anderen, vorbei an den immer noch leerstehenden Gebäuden mit den dunklen Fenstern und über die Brücke, die den sumpfigen Fluss überspannt. Ja, manchmal ist das Leben richtig scheiße, sagt sie. Aber weißt du, woran ich mich festhalte? Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Sie macht es mir nach. An den Augenblicken, die nicht so sind, sagt sie. Man muss nur rechtzeitig merken, wenn es soweit ist. Dann lächelt sie. Und ich erwidere ihr Lächeln. Und wir steigen Seite an Seite die Stufen zum Bahnsteig hinauf. Von klein auf habe ich eines gewusst. Das Leben beschädigt uns alle. Und niemand kann sich dem entziehen. Aber jetzt lerne ich eines dazu. Wir können geheilt werden. Wir heilen einander.